Lara Adrian. Gejagte der Dämmerung. Midnight Breed 9. Ins Deutsche übertragen von Katrin Kremler. Gelesen von Simon Jäger. Der Privatclub lag sehr weit abseits der üblichen Amüsiermeile, und das aus verdammt gutem Grund. In Bostons Chinatown, ganz am Ende einer schmalen, vereisten Sackgasse gelegen, war er einer exklusiven, äußerst anspruchsvollen Klientel vorbehalten. Die einzigen Menschen, die Zutritt zu dem alten Backsteinbau erhielten, war die Truppe attraktiver junger Frauen und einige wenige schöne Männer, die immer bereitgehalten wurden, um den späten Gästen für all ihre Gelüste zur Verfügung zu stehen. Die mächtige, unbeschriftete Stahltür im Erdgeschoss, im Schatten eines gewölbten Vorraums verborgen, gab keinerlei Hinweis darauf, was hinter ihr lag. Aber ohnehin wäre kein Anwohner oder Tourist so dumm, dort stehen zu bleiben und sich darüber Gedanken zu machen. Denn sie wurde von einem hohen Eisengitter geschützt, und davor war ein hünenhafter Wächter in schwarzer Ledermontur mit schwarzer Strickmütze postiert. Er war ein Stammesvampir, wie auch die beiden Krieger, die jetzt in der düsteren Gasse auftauchten. Beim Knirschen ihrer Kampfstiefel auf dem Schnee und dem festgefrorenen Straßendreck hob der Wächter den Kopf und starrte die uneingeladenen Neuankömmlinge mit schmalen Augen an. Er bläckte die Lippen und enthüllte schiefe Zähne und die scharfen Spitzen seiner Fänge. Dann stieß er ein tiefes Knurren aus, und aus seiner fleischigen Nase stieg eine warme Atemwolke in die kalte Dezembernacht auf. Hunter registrierte die Anspannung seines Partners, als sie sich dem am Club-Eingang postierten Vampir näherten. Sterling Chase war schon gereizt gewesen, als sie im Hauptquartier des Ordens auf die Mission der heutigen Nacht aufgebrochen waren. Jetzt ging er mit aggressivem Schritt voran, die unruhigen Finger demonstrativ am Holster der großkalibrigen halbautomatischen Pistole in seinem Waffengürtel. Auch der Wächter trat einen Schritt nach vorn und stellte sich ihnen direkt in den Weg. Er ging in Angriffsstellung, die mächtigen Schenkel gespreizt, die Stiefel warnend auf den rissigen Asphalt gerammt und senkte den riesigen Kopf. Er hatte sie fragend angesehen, aber jetzt erkannte er Chase, und seine Augen wurden noch schmaler. Ich glaub's nicht. Was zur Hölle hast du hier im Revier der Agentur verloren, Krieger? Taggart, knurrte Chase statt einer Begrüßung. Wie ich sehe, geht's mit deiner Karriere steil bergab, seit ich die Agentur verlassen habe. Machst hier nur noch den Türsteher für euren Stripschuppen, was? Was kommt als nächstes? Wachmann im Einkaufszentrum? Der Agent stieß einen deftigen Fluch aus. Du hast vielleicht Nerven, dich hier blicken zu lassen. Das Kichern, mit dem Chase ihm antwortete, klang weder eingeschüchtert noch amüsiert. Schau ab und zu in den Spiegel, dann reden wir darüber, wer hier Nerven hat, seine Fresse in der Öffentlichkeit zu zeigen. Hier kommen nur Agenturmitglieder rein, sagte der Wächter und verschränkte die muskulösen Arme über seinem mächtigen Brustkorb. Ein Brustkorb, auf dem der breite Lederriemen eines Holzes zu sehen war, und er trug noch jede Menge Hardware um die Hüften. Der Orden hat hier nichts zu suchen. Ach ja? knurrte Chase. Erzähl das mal Luke im Thorn. Der ist es nämlich, der dir die Hölle heiß macht, wenn du uns nicht reinlässt. Mal angenommen, wir beiden hier, die wir uns hier ohne guten Grund den Arsch abfrieren, räum dich nicht selber aus dem Weg. Als Lukens Name fiel, er war der Anführer des Ordens und einer der gefürchtetsten Ältesten des Vampirvolkes, presste Agent Taggart grimmig die Lippen zusammen. Nun wanderte sein Blick argwöhnisch von Chase zu Hunter, der in abwartendem Schweigen hinter seinem Partner stand. Hunter hatte keinen persönlichen Konflikt mit Taggart, aber in Gedanken hatte er bereits fünf unterschiedliche Arten durchgespielt, ihn außer Gefecht zu setzen. Ihn schnell und effizient zu eliminieren, falls es nötig wurde. Dafür war Hunter ausgebildet. Als einer, den man eigens dafür gezüchtet und abgerichtet hatte, eine Waffe in der gnadenlosen Hand des großen Gegenspielers des Ordens zu sein, war er seit langem daran gewöhnt, die Welt logisch und emotionslos zu betrachten. Heute diente er dem Schurken Dragos nicht mehr, aber seine tödlichen Fähigkeiten bestimmten nach wie vor, wer und was er war. Hunter war unfehlbar und tödlich, und als er und Taggart sich in die Augen sahen, ging dem Mann endlich auf, dass er keine Chance hatte. Agent Taggart blinzelte, dann wich er einen Schritt zurück und gab ihn den Weg zur Tür des Clubs frei. »Dachte ich's mir doch, dass du's dir anders überlegst«, sagte Chase, schlenderte mit Hunter zu dem Eisengitter und betrat das Stammlokal der Agentur. Die Tür musste schalldicht sein. Im Innern des dunklen Clubs wummerte laute Musik. Bunte Scheinwerfer rotierten im Takt, die auf eine verspiegelte Bühne in der Raummitte gerichtet waren. Die einzigen Tanzenden dort waren drei halbnackte Menschen, die sich zusammen vor einem Publikum lüstern glotzender Vampire räkelten, die in Nischen an den Tischen vor der Bühne saßen. Hunter beobachtete, wie die langhaarige Blonde in der Mitte sich um eine Stange aus Plexiglas schlang, die vom Boden der Bühne zur Decke reichte. Mit kreisenden Hüften hob sie eine ihrer riesigen, unnatürlich prallen Brüste an und züngelte an der gepiersten Brustwarze herum. Jetzt gingen die anderen Tänzer, eine tätowierte Frau mit kurzem violetten Haarschopf und ein dunkeläugiger junger Mann, der fast seinen Tanga aus glänzendem roten Lackleder sprengte, zu entgegengesetzten Ecken der verspiegelten Bühne und begann dort ebenfalls mit ihrem Soloprogramm. Es stank nach altem Parfum und Schweiß, aber die muffige Luft konnte den charakteristischen Duft von frischem Menschenblut nicht überdecken. Hunter folgte der Duftspur mit den Augen zu einer Sitznische in der hinteren Ecke, wo ein Vampir in dem dunklen Standardanzug und weißen Hemd der Agentur bedächtig vom blassen Hals einer stöhnenden nackten Frau trank, die auf seinem Schoß ausgestreckt war. Auch etliche andere Stammesvampire tranken von diversen menschlichen Blutwirten, während einige Gäste dieses Vampiretablissements offenbar entschlossen waren, gelüste sexueller Natur zu befriedigen. Neben ihm an der Tür war Chase zur Salzsäule erstarrt, und aus seiner Kehle drang ein tiefes, grollendes Knurren. Hunter hatte für die Nahrungsaufnahme und das Spektakel auf der Bühne lediglich einen kurzen Seitenblick übrig, aber Chase starrte hungrig hin, so offensichtlich gebannt wie die anderen Stammesvampire im Raum. Vielleicht sogar noch gebannter. Hunter hingegen interessierte sich für das Publikum. In der Menge drehten sich einige Köpfe zu ihnen um. Ihre Ankunft war von den Agenten bemerkt worden, und die wütenden Blicke, die sie jetzt ernteten, besagten, dass die Situation sehr schnell unangenehm werden konnte. Kaum war Hunter das klar geworden, als einer der stachenden Vampire von einem Sofa in der Nähe aufstand. Er war riesig, wie auch seine beiden Begleiter, die ihm folgten, als er sich einen Weg durch die Menge bahnte und direkt auf sie zukam. Unter ihren edlen, dunklen Maßanzügen waren alle drei sichtbar bewaffnet. Schau einer an, wen haben wir denn da, meinte der erste Agent. Seiner gedehnten Sprechweise und den edlen, fast zarten Gesichtszügen nach stammte er aus dem Süden. Da hast du jahrzehntelang mit uns bei der Agentur Dienst geschoben und dich nie dazu herabgelassen, mit uns hierher zu kommen. Chase verzog den Mund und verbarg nur knapp seine ausgefahrenen Fänge. Du klingst enttäuscht, Murdoch. Aus solchem Kram habe ich mir nie was gemacht. Nein, du warst immer über jede Versuchung erhaben, antwortete der Vampir. Sein Blick war so arglistig wie sein Lächeln. Du warst ja immer so vorsichtig, so steif und diszipliniert, sogar in deinen Gelüsten. Aber die Dinge ändern sich ja. Leute können sich ändern, was, Chase? Wenn du hier etwas siehst, das dir gefällt, brauchst du es nur zu sagen, um der alten Zeiten willen, hm? Wir suchen Informationen über einen Agenten namens Frayn, barf Hunter ein, als Chase' Antwort zu lange auf sich warten ließ. Sobald wir haben, was wir brauchen, gehen wir. Ach ja? Murdoch betrachtete ihn mit neugierig zur Seite gelegtem Kopf. Hunter sah, wie der Blick des Vampirs subtil von seinem Gesicht zu den Damaglyphen seitlich an seinem Hals und in seinem Nacken wanderten. Der Mann brauchte nur einen Augenblick, um festzustellen, dass Hunters kunstvolles Hautmuster ihn als Gen 1 auswies. Eine Seltenheit im Stamm. Hunter war nicht annähernd so alt wie die anderen Gen 1-Kriege des Ordens, Lucan und Tagan, aber auch er war von einem Ältesten seiner Spezies gezeugt worden. Sein Blut war genauso rein wie ihres, und wie auch seine Gen 1-Brüder, konnte er es an Stärke und übernatürlichen Kräften mit etwa zehn Vampiren späterer Generation aufnehmen. Es war aber vor allem seine Ausbildung als Soldat von Dragos' Killerarmee. Ein Geheimnis, von dem nur der Orden wusste, die ihn tödlicher machte als Murdoch und alle Agenten in diesem Club zusammen. Endlich schien Chase seine Zerstreutheit abzuschütteln. »Was kannst du uns über Frayn sagen?« Murdoch zuckte die Schultern. »Er ist tot. Aber ich schätze, das wisst ihr schon. Frayn und seine ganze Einheit wurden letzte Woche auf einer Mission getötet. Sie hatten versucht, einen Jungen zu befreien, der aus einem dunklen Hafen gekidnappt wurde.« Er schüttelte langsam den Kopf. »Wirklich ein Jammer. Die Agentur hat mehrere gute Männer verloren und leider ist auch die Mission alles andere als befriedigend verlaufen.« »Alles andere als befriedigend?« knurrte Chase höhnisch. »Könnte man so sagen. Soweit wir vom Orden wissen, war die Rettungsmission von Callan Arca von Anfang bis Ende eine einzige Katastrophe. Der Junge, sein Vater und Großvater, verdammt die ganze Familie Arca, wurde ausgelöscht in einer einzigen Nacht.« Hunter schwieg dazu, ließ Chase den Köder auswerfen, wie er es für richtig hielt. Das meiste von dem, was er Murdoch vorwarf, stimmte. In der Nacht des Rettungsversuchs hatte es ein Blutbad mit unzähligen Todesopfern gegeben und die Angehörigen von Callan Arca hatte es am schwersten getroffen. Aber im Gegensatz zu Chase' Behauptung hatte es Überlebende gegeben. Genau gesagt, zwei. Beide waren heimlich vom Schauplatz des Gemetzels evakuiert worden. Sie standen unter dem Schutz des Ordens und waren sicher im Hauptquartier untergebracht. Die Sache hätte besser ausgehen können, da sind wir uns einig. Sowohl für die Agentur als auch die Zivilisten, die ums Leben kamen. Fehler passieren nun einmal, so bedauerlich das ist. Leider werden wir wohl nie mit Sicherheit wissen, wer für die Tragödie der letzten Woche verantwortlich war. Chase kicherte leise. Seid ihr da nicht so sicher? Ich weiß doch, dass du und Frayne alte Kumpels wart. Verdammt, ich weiß doch, dass die Hälfte von allen hier in diesem Schuppen ihm regelmäßig Gefallen getan haben. Frayne war ein Arschloch. Aber er wusste, wie man sich Freunde macht. Nur konnte er sein großes Maul nicht halten. Das war sein größtes Problem. Wenn er in irgendwas drin gesteckt hat, das mit der Entführung von Kellen Arger zu tun hatte, oder mit dem Angriff, der den dunklen Hafen der Argers in Schutt und Asche gelegt hat, und nur, dass das klar ist, ich bin verdammt sicher, dass Frayne damit drin hing, dann durfte er jemandem davon erzählt haben. Jede Wette, dass er vor mindestens einem von euch Losern hier in diesem beschissenen Schuppen damit aufgeschnitten hat. Murdochs Miene hatte sich bei Chase' Worten immer weiter verkrampft. Seine Augen hatten begonnen, sich vor Wut zu transformieren, und in den dunklen Iriskreisen blitzten bernsteinfarbene Lichtfunken auf, als Chase' Stimme immer lauter in die Menge schallte. Inzwischen hatte der halbe Raum innegehalten und starrte in ihre Richtung. Mehrere Männer sprangen von ihren Stühlen auf, stießen grob menschliche Blutwirte und drogenbetäubte Striptease-Tänzerin beiseite, und dann sammelte sich eine Horde erboste Agenten um Chase und Hunter und wurde zusehends größer. Chase wartete den Angriff des Mobs nicht ab. Mit einem wilden Fauchen stürzte er sich in die Menge, ein Wirbel von dreschenden Fäusten und knirschenden Zähnen und Fängen. Hunter blieb nichts anderes übrig, als sich ebenfalls ins Kampfgetümmel zu stürzen. Er stapfte mitten ins dickste Gewühl, warf jeden Angreifer mühelos beiseite und konzentrierte sich nur darauf, seinen Partner herauszuhauen. Chase kämpfte wie ein Tier, und das beunruhigte ihn. Mit wildverzarrtem Gesicht prügelte er auf die Menge ein, die ihn von allen Seiten bedrängte. Seine riesigen Fänge füllten seinen Mund aus und seine Augen brannten wie glühende Kohlen. Chase schrie Hunter und fluchte, als er eine Fontäne Vampirblut hochspritzen sah. Ob das seines Partners oder eines anderen, konnte er nicht sagen. Noch blieb ihm eine Chance, es herauszufinden. Im Augenwinkel nahm er auf der anderen Seite des Clubs eine schnelle Bewegung wahr. Er warf den Kopf herum und fand sich Auge in Auge mit Murdoch, der zu ihm herüberstarrte, ein Handy ans Ohr gepresst. In Murdochs Gesicht stand unverkennbare Panik, als ihre Blicke sich über der kämpfenden Menge trafen. Und es war nur zu offensichtlich, dass er Dreck am Stecken hatte. Hunter sah es an der Anspannung um seinen Mund und den Schweißperlen auf seiner Stirn, in denen sich die wirbelnden Scheinwerfer der verwaisten Bühne reflektierten. Der Agent sprach hastig und nervös in sein Telefon und eilte dabei auf den hinteren Teil des Gebäudes zu. In dem Sekundenbruchteil, den Hunter brauchte, um einen angreifenden Agenten beiseite zu werfen, war Murdoch schon aus seinem Blickfeld verschwunden. Verdammter Mist, Carl! Hunter sprang mit einem Satz an dem Tumult vorbei. Jetzt musste er Chase sich selbst überlassen und die Verfolgung aufnehmen, denn er wusste jetzt, dass sie die Spur gefunden hatten, wegen der sie heute Nacht hierher gekommen waren. Er rannte los. Seine übernatürliche Geschwindigkeit als Gen 1 trug ihn in den hinteren Teil des Clubs und durch eine angelehnte Tür auf die schmale Gasse zwischen den Backsteingebäuden hinaus, auf die Murdoch geflohen war. Von ihm war keine Spur mehr zu sehen. Aber die kalte Brise brachte aus einer Seitenstraße das laute Echo rennender Füße mit. Hunter stürzte ihm nach und kam eben um die Ecke, als eine große, schwarze Limousine mit quietschenden Reifen am Bordstein hielt. Die hintere Tür wurde aufgestoßen, Murdoch sprang hinein und schlug sie hinter sich zu, während der Motor des Wagens wieder aufbrüllte. Hunter rannte bereits auf ihn zu, als die Reifen auf dem Eis und Asphalt rauchten, und dann schoss der Wagen mit aufheuerndem Motor auf die Straße und raste wie ein Dämon in die Nacht hinaus. Hunter verschwendete keine Sekunde. Er sprang an der Wand des nächstgelegenen Backsteingebäudes hoch, packte eine rostige Feuerleiter und katapultierte sich aufs Dach. Seine Kampfstiefel dröhnten über die geteerten Dachplatten, als er von einem Flachdach zum nächsten raste, immer den fliehenden Wagen im Blick, der sich unten auf der Straße durch den späten Verkehr schlängelte. Als er um eine Ecke auf einen dunklen, leeren Straßenabschnitt raste, warf Hunter sich in die Luft und landete mit einem markerschütternden Krachen auf dem Dach der Limousine. Den Schmerz beim Aufprall registrierte er kaum. Er klammerte sich fest und spürte nur ruhige Entschlossenheit, als der Fahrer versuchte, ihn mit hektischen Slalomkurven abzuschütteln. Der Wagen ruckte und scherte aus, aber Hunter hielt sich fest. Auf dem Dach ausgebreitet, eine Hand um den oberen Rand der Windschutzscheibe gekrallt, griff er mit der anderen nach seiner 9 mm und zog sie aus dem Holster in seinem Kreuz. Wieder fuhr der Fahrer eine runde Zickzack-Kurs auf der Straße und verfehlte bei seinem Versuch, den ungewollten Passagier loszuwerden, nur knapp einen geparkten Lieferwagen. Mit der halbautomatischen Waffe in der Faust sprang Hunter in einem katzenartigen Salto vom Dach der rasenden Limousine und landete beuchlings auf der Kühlerhaube. Er zielte auf den Fahrer, den Finger kühl auf dem Abzug, bereit, dem Fahrer das Hirn herauszupusten und sich Murdoch zu schnappen, um dem verräterischen Bastard seine Geheimnisse zu entlocken. Der Augenblick schien sich zu verlangsamen und wie in Zeitlupe abzulaufen. Ein Sekundenbruchteil war Hunter überrascht. Der Fahrer trug ein dickes, schwarzes Halsband. Sein Kopf war kahlrasiert und fast vollständig von einem verschlungenen Netz von Dermaglyphen bedeckt. Das war einer von Dragors Killern. Einer seiner Jäger, genau wie er selbst. Ein Gen 1, zum Töten gezüchtet und abgerichtet, genau wie er. Hunters Überraschung wich schnell seinem Pflichtgefühl. Er war entschlossen, den Mann auszumerzen. Das hatte er dem Orden geschworen, als er ihm beigetreten war. Es war seine persönliche Mission, alle Tötungsmaschinen aus Dragors Züchtung auszulöschen, bis hin zur letzten. Bevor es Dragors gelang, alle Produkte seines Wahnsinns auf die Welt loszulassen, Hunter zielte mit dem Lauf seine Beretter wieder auf die Stirn des Killers und wollte gerade abdrücken, da trat der Fahrer abrupt das Bremspedal durch. Gummi und Metall rauchten protestierend, als die Limousine eine Vollbremsung hinlegte. Hunter schlitterte von der Kühlerhaube, segelte durch die Luft und landete 50 Meter vor dem Wagen auf dem kalten Asphalt. Er rollte sich ab und war sofort wieder auf den Beinen, riss die Pistole hoch und feuerte Salve auf Salve in den stehenden Wagen. Er sah, wie Murdoch vom Rücksitz schlüpfte und sich mit einem Sprint in eine dunkle Seitengasse rettete. Aber er hatte keine Zeit, sich um ihn zu kümmern, denn nun war auch der andere Gen 1 aus dem Wagen gestiegen und hatte den Lauf einer großkalibrigen Pistole auf ihn gerichtet. Sie sahen einander an, die Waffe des Killers schussbereit, seine Augen kalt und von derselben emotionslosen Entschlossenheit, die auch Hunter auf dem eisigen Asphalt halt gab. Beide schossen gleichzeitig. Hunter wich der Kugel mit einer Bewegung aus, die ihm wie kalkulierte Zeitlupe vorkam. Er wusste, dass sein Gegner dasselbe getan hatte, als Hunters Kugel auf ihn zugeflogen kam. Wieder schossen sie und dieses Mal ging ein Kugelregen nieder. Beide Vampire feuerten ihre Magazine aufeinander leer. Keiner von ihnen bekam mehr als einen harmlosen Streifschuss ab. Sie waren absolut ebenbürtige Gegner, ausgebildet in denselben Methoden, beide praktisch unbesiegbar und bereit zu kämpfen bis zum letzten Atemzug. In einem Wirbel übernatürlicher Geschwindigkeit warfen sie ihre leeren Waffen fort und gingen zum Nahkampf über. Hunter wich den schnellen Schlägen gegen den Oberkörper aus, die der Killer ihm versetzte, als er sich brüllend auf ihn stürzte. Er hätte fast einen Tritt gegen den Kiefer bekommen, wenn er nicht abrupt den Kopf zur Seite gerissen hätte, dann einen weiteren Tritt in die Rippen, dem er aber zuvor kam, indem er den Killer am Stiefel packte, ihn herumriss und ihn in der Luft zum Rotieren brachte. Fast mühelos fand der Killer sein Gleichgewicht wieder und stürzte sich erneut auf Hunter. Er schlug nach ihm und Hunter packte seine Faust, drückte zu und zermalmte ihm die Knochen. Dann kam er um ihn herum, setzte seinen Körper als Hebel ein und riss gleichzeitig den ausgestreckten Arm des Killers am Ellbogen nach hinten. Das Gelenk brach mit einem scharfen Knacken und doch stieß der Killer nur einen Grunzlaut aus, der einzige Hinweis auf die höllischen Schmerzen, die er haben musste. Sein verletzter Arm hing schlaff und nutzlos herab, als er herumwirbelte und Hunter einen weiteren Schlag ins Gesicht versetzte. Es war ein Volltreffer, der Hunter die Haut direkt über dem rechten Auge aufriss. Hunter sah Sterne, aber er schüttelte seine vorübergehende Benommenheit ab, gerade noch rechtzeitig, um eine zweite Attacke abzuwehren. Jetzt kamen Faust und Fuß im selben Moment auf ihn zugeschossen. So ging es hin und her. Beide Männer keuchten heftig vor Anstrengung, beide bluteten, wo der andere einen Treffer gelandet hatte. Keiner würde um Gnade bitten, egal wie lang ihr Zweikampf dauern oder wie blutig er noch werden würde. Gnade war ein Konzept, das ihnen fremd war, die Kehrseite von Mitleid. Zwei Begriffe, die man von Kindheit an aus ihrem Wortschatz herausgeprügelt hatte. Das einzige, was schlimmer war als Gnade oder Mitleid, war Versagen. Und als Hunter den gebrochenen Arm seines Gegners in die Hand bekam, den riesigen Mann zu Boden riss und ihm das Knie in den Rücken rammte, flackerte in den kalten Augen des Gen einst die düstere Erkenntnis auf, dass er versagt hatte. Diese Schlacht hatte er verloren. Er wusste es, genau wie auch Hunter es wusste, der im nächsten Augenblick das dicke, schwarze Halsband des Killers zu fassen bekam. Mit der freien Hand tastete Hunter nach einer der fortgeworfenen Pistolen auf dem Asphalt und bekam sie zu fassen. Er wirbelte sie herum, holte aus und ließ den metallenen Kolben wie einen Hammer auf das Halsband des Killers hinabsausen. Wieder schlug er zu, dieses Mal fester. Sein Schlag trieb eine Delle in das undurchdringliche Material, in dem ein diabolischer Mechanismus verborgen war. Von Dragos und seinem Labor zu dem einzigen Zweck geschaffen, die Loyalität und den Gehorsam seiner tödlichen Armee zu gewährleisten. Hunter hörte ein leises Summen. Dragos Killer griff mit seiner unverletzten Hand nach seinem Halsband. Ob er sich der Gefahr vergewissern wollte oder vergeblich versuchte, sie aufzuhalten, wurde Hunter nie erfahren. Er rollte in Deckung, gerade als die beschädigte Hülle die Detonation auslöste und aus dem Inneren des Halsbandes ultraviolette Strahlen hervorschossen. Es gab einen sengenden, tödlichen Lichtblitz, der dem Killer mit einem sauberen Schnitt den Kopf abtrennte. Als die Straße wieder in Dunkelheit fiel, starrte Hunter auf die rauchende Leiche des Mannes hinunter, der ihm in so vieler Hinsicht so ähnlich gewesen war. Sein Bruder, obwohl es bei den Killern von Dragos Privatarmee keine verwandtschaftlichen Gefühle gab, Er spürte keine Gewissensbisse für den toten Killer, der da vor ihm lag, lediglich ein vages Gefühl der Befriedigung, dass es nun einen weniger gab, der Dragos wahnsinnige Pläne ausführen konnte. Er würde nicht rasten noch ruhen, bis er sie nicht alle ausgelöscht hatte. Bis er sie nicht alle ausgelöscht hatte. Als Gründer und Anführer des Ordens, Hörle noch mal als Stammesvampir der ersten Generation, der über neunhundert Jahre auf dem Buckel hatte, war Luke and Thorn nicht gewohnt, sich von anderen Vampiren Standpauken anzuhören. Und doch lauschte er in wütendem Schweigen, als der ranghohe Agent namens Matthias Rowan ihm schilderte, was vor einigen Stunden in einem Nachtlokal der Agentur in Chinatown geschehen war. Genau dort, wo er heute Nacht zwei seiner Ordenskrieger, Chase und Hunter, auf Patrouille hingeschickt hatte. Eigentlich war er nicht sonderlich überrascht, dass die Lage eskaliert war und es dort einen regelrechten Tsunami der Gewalt gegeben hatte und Chase mittendrin. Laut Rowan hatte er das Ganze angefangen. Unter normalen Umständen war es Luke and den anderen Ordenskriegern herzlich egal, wenn die Agentur sich über sie beschwerte. Der Orden und die Agentur operierten seit ihrer Gründung nach ihren eigenen Gesetzen. Lukens Prämisse für den Orden waren Gerechtigkeit und Tatkraft gewesen. Die Agentur war seit ihren Anfängen in dubiose politische Machenschaften verwickelt und in erster Linie am Ausbau ihrer Machtstrukturen interessiert. Aber das bedeutete nicht, dass es bei ihnen keine guten, vertrauenswürdigen Männer gab und Matthias Rowan war eine dieser bemerkenswerten Ausnahmen. Sterling Chase war eine weitere gewesen. Es war gerade mal ein Jahr her, dass Chase noch der Agenturelite angehört hatte. Ein kultivierter, junger Aufsteigertyp aus guter Familie mit guten Manieren und guten Verbindungen gewesen war und wahrscheinlich eine kometenhafte Karriere vor sich gehabt hatte. Und jetzt? Luken presste grimmig die Lippen zusammen, während er allein im Wohnzimmer seiner Privatwohnung im unterirdischen Hauptquartier des Ordens, wo er mit seiner Stammesgefährtin Gabrielle lebte, auf und ab ging. Chase war eine absolute Bereicherung für den Orden gewesen, seit er seine gestärkten weißen Hemden und schicken Maßanzüge der Agentur an den Nagel gehängt und die schlichte schwarze Kampfmontur und kompromisslosen Methoden der Krieger übernommen hatte. Er war an Bord gekommen, weil er sich mit den Zielen und Missionen des Ordens identifizierte. Auf Patrouille hatte er schnelle Auffassungsgabe bewiesen und den anderen Kriegern im Kampf unzählige Male Rückendeckung gegeben. Aber Luken musste auch zugeben, dass sich Chase in den letzten Monaten auf verdammt dünnem Eis bewegte. Manchmal waren ihm die Nerven durchgegangen und dann hatte er seine Prioritäten aus den Augen verloren. Und nun stieg Lukens Ärger fast ins Unermessliche, als er Matthias Rowans Bericht von der Wüsten Kneipenschlägerei lauschte, die Chase in der Innenstadt veranstaltet hatte. Laut meiner Berichte wurden drei Agenten fast totgeschlagen und ein weiterer sieht aus, als hätte man ihn durch den Fleischwolf gedreht, sagte Rowan ihm am Telefon. Nicht mitgerechnet die Verletzten, die noch selbst gehen können und auch die nicht, die seither verschwunden sind. Alle sagen einhellig, dass ihre Krieger in den Club kamen und Streit suchten. Vor allem Chase. Luken zischte einen leisen Fluch. Er hatte ein ungutes Gefühl gehabt, Chase heute Nacht nach Chinatown auf Patrouille zu schicken. Darum hatte er ihm auch Hunter als Partner zugeteilt. Der kühlste Kopf des Ordens sollte das wandelnde Pulverfass begleiten. Dass keiner von ihn sich in der letzten Stunde zurückgemeldet Hören Sie, sagte Rowan und stieß einen tiefen Seufzer aus. Chase ist mein Freund und das seit langer Zeit. Darum habe ich zugestimmt, als er mit der Bitte zu mir kam, V-Mann des Ordens in der Agentur zu sein. Was seine persönlichen Probleme angeht, kann ich nicht sagen, woher diese Veränderungen kommen, aber in seinem ureigenen Interesse sollte er besser anfangen, das herauszufinden. Es sagen, wie sie ihre Operation führen sollen, Lucan. Ja, unterbrach er ihn knapp. Das will ich auch hoffen, Agent Rowan. Am anderen Ende herrschte einen Augenblick Schweigen. Lucan spürte einen Luftzug und sah auf. Eben trat Gabriel in den Raum. Praktisch ohne Vorwarnung legte er Rowan in die Warteschleife, einfach nur, weil er zusehen wollte, wie sich seine atemberaubende Gefährtin bewegte. Sie kam mit einem Teetablett aus der Bibliothek und stellte es leise in der Küche ab. Es war für zwei Personen gedeckt gewesen, für Gabriel und eine weitere Frau, die vorhin im Hauptquartier angekommen war. Nur eine der eleganten Teetassen war benutzt worden und nur eines der winzigen Schokoladentörtchen und diversen anderen Leckereien war von ihrem Porzellanteller von dem mussten war wie ein Schnurren, als sie ihm mit den Fingern in sein dunkles Haar fuhr. Mit Matthias mit einem Stirnrunzeln an. Sie sprach absichtlich leise, formte die Worte unhörbar mit den Lippen. Alles okay mit Hunter und Chase? Er nickte und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Es fühlte sich nicht gut an, ihre Besorgnis so abzutun. In den anderthalb Jahren, die er mit Gabriel in einer Blutsverbindung lebte, hatten sie immer alles miteinander geteilt. Und in seinem ganzen jahrhundertelangen Leben, hatte er noch nie jemandem so vertraut wie ihr. Sie war seine Gefährtin, sein Partner, seine Liebste. Als seine Ängste und Wichtigste vertraute, hatte sie ein Recht darauf zu wissen, was er fühlte, all seine Ängste und Sorgen zu kennen, als Leiter dieses Hauptquartiers, das irgendwann begonnen hatte, sich eher wie ein Zuhause anzufühlen, als wie die strategische Kriegszentrale, wo der Orden seine Missionen plante. Während seine Krieger sich täglich mit ihren persönlichen Dämonen herumschlugen, während der Orden einige Tiefschläge hatte einstecken müssen und einige vernichtende Verluste, aber auch viele wichtige Triumphe zu verzeichnen hatte, während die Belegschaft des Hauptquartiers sich fast verdoppelt hatte, in den knapp zwei Jahren, seit einige der Krieger sich verliebt und ihre Gefährtinnen gefunden hatten, blieb eine beunruhigende Tatsache unverändert. Es war ihnen noch nicht gelungen, Dragos und seinen Wahnsinn zu stoppen. Dass Dragos immer noch lebte, immer noch Blutvergießen und Zerstörung von solchen Ausmaßen anrichten konnte, wie letzte Woche die Entführung eines Jungen aus einer mächtigen Stammesfamilie und die anschließende Vernichtung ihres dunklen Hafens, bei der all seine Bewohner umgekommen waren, war eine Schlappe, die Luke in äußerst persönlich nahm. Das war eine Realität, die ihm schon viel zu nahe ging. Aber das wollte er Gabriel jetzt nicht anvertrauen. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie dieselben Ängste quälten wie ihn. Er hatte immer versucht, seine Last möglichst alleine zu tragen. Bis er nicht alle Antworten hatte, bis seine Pläne nicht fertig waren und praktisch umgesetzt werden konnten, musste er alleine damit fertig werden. Mach dir keine Sorgen, Liebste, ist alles unter Kontrolle. Er drückte ihr einen weiteren zärtlichen Kuss auf die Stirn. Wie ist die Lage nebenan? Gabriel zuckte leicht mit den Schultern und schüttelte den Kopf. Sie redet nicht viel, aber ist ja kein Wunder, wenn man bedenkt, was sie alles durchgemacht hat. Sie will jetzt einfach nur nach Hause zu ihrer Familie. Ist natürlich auch nur zu verständlich. Lucan knurrte seine völlige Zustimmung. Er wünschte sich nicht sehnlicher, als ihren Gast nach Hause schicken zu können. So viel Mitgefühl er für die Frau auch aufbringen konnte, das letzte, was er derzeit brauchte, war noch eine lästige Zivilistin im Hauptquartier. Wir haben noch nichts von ihrer Mitfahr Gelegenheit gehört, oder? Nicht in der letzten Stunde. Brock hat gesagt, er oder Jenna rufen sofort an, wenn das Wetter in Fairbanks so weit aufklart, dass sie aufbrechen können. Lucan fluchte. Selbst wenn sich der Schneesturm sofort legt, sind sie frühestens in einem Tag da. Ich werde jemand anderen dafür einteilen müssen. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, Chase eine Weile loszuwerden. Verdammt, nach dem, was ich eben gehört habe, ist das womöglich das Einzige, was mir übrig bleibt, damit ich dem Kerl nicht eigenhändig den Hals umdrehe. Gabriel sah ihn aus schmalen Augen an, schlagartig ernüchtert. Kommt überhaupt nicht in Frage, dass du diese arme Frau mit Chase als Begleitung nach Detroit schickst? Auf gar keinen Fall, Luken! Bevor ich das zulasse, bringe sie lieber selbst hin. Er hatte es eigentlich gar nicht ernst gemeint, aber er würde nicht mit ihr streiten, nicht wenn sie ihr Kinn so större schreckte, was hieß, dass sie absolut null Absicht hatte, nachzugeben. Na gut, vergiss, dass ich das gesagt habe. Du hast gewonnen. Mit einem Arm zog er sie an sich und ließ seine Hand über Wie kommt das bloß, dass immer du das letzte Wort hast? Weil du weißt, dass ich recht habe. Sie schmiegte sich enger an ihn und stellte sich auf die Zehenspitzen, bis ihr Mund seinen streifte. Und weil gib's zu, Vampir, du mich gar nicht anders haben willst. Sie hob eine schmale Augenbraue und biss ihm leicht in die Unterlippe, dann schlüpfte sie aus dafür reagierte sein Körper umso deutlicher. Gabrielle lächelte. Sie wusste ganz genau, wie es um ihn stand. Sie drehte sich schwungvoll um und ging in die Bibliothek zurück, wo ihr Gast auf sie wartete. Lucan wartete, bis sie aus dem Zimmer gegangen war und sortierte mühevoll seine Gedanken. Dann räusperte er sich, nahm Rowan aus der Warteschleife und hob wieder den Hörer ans Ohr. Er hatte den Agenten jetzt lange genug schmoren lassen. Matthias, sagte er, ich will, dass Sie wissen, dass der Orden alles zu schätzen weiß, was Sie bisher für uns getan haben. Was die Geschehnisse von heute Nacht angeht, versichere ich Ihnen, dass das alles ohne meine Anweisung oder Zustimmung geschehen ist. Mir ist klar, dass wir Sie als regionalen Agentur Direktor in eine unangenehme Position gebracht Das war so ziemlich das Äußerste eine Entschuldigung, was er aufbringen konnte. Obwohl die alte, wenn auch ungeschriebene Regel zwischen Lukens Kriegern und den Mitgliedern der Agentur lautete, den anderen möglichst aus dem Weg zu gehen und sie nicht unnötig zu provozieren, hatten sich die Umstände in letzter Zeit geändert und zwar grundlegend geändert. Um mich mache ich Orden zu helfen. Ich will so sehr wie ihr, Dragos gefasst wird, und zwar mit allen Mitteln, selbst wenn das bedeutet, dass ich mir ein paar eigene Feinde innerhalb der Agentur mache. Luken quittierte dieses Gelübde mit einem anerkennenden Knurren. Sie sind ein guter Mann, Matthias. Nach allem, was dieser Bastard getan hat, will ich genauso wie sie und ihre Krieger, dass er gestoppt wird. Besonders nach dem Terroranschlag von letzter Woche. In Rowans Stimme schwang eine Leidenschaft mit, die Luke nur zu gut verstand. Es schockiert mich nicht, dass es in der Agentur schwarze Schafe gibt, und schon gar nicht, dass so ein Neandertaler wie Frayne sich mit einem Wahnsinnigen wie Dragos verbündet. Ich wünsche mir nur, ich hätte diese Möglichkeit früher in Betracht gezogen und nicht erst als Kellen Arkers Rettung eskaliert ist. Da sind sie nicht der Einzige, antwortete Luke nüchtern. Auch er hatte mehrere Krieger auf diese Mission ausgeschickt, als zusätzliche Maßnahme, um den Jungen aus dem dunklen Hafen, der von drei Gen-1-Killern auf Dragos Befehl entführt worden war, sicher nach Hause zu bringen. Dieses Ziel war zwar erreicht worden, aber nur mit einer Menge Kollateralschäden und nicht ohne beunruhigende Fragen aufzuwerfen. Wie geht es dem Jungen? fragte Rowan. Er erholt sich noch in unserer Kranken Station. Kellen Arker war schwer misshandelt worden, aber es war vor allem das psychische Trauma, das der junge Stammesvampir bei und nach seiner Entführung erlitten hatte, das Luke in Sorgen machte. Denn das konnte ernste Spätfolgen haben. Und sein Großvater? Einen Augenblick lang dachte Logan in grimmigem Schweigen über den älteren Arker nach. Lazaro Arker war einer der wenigen verbliebenen Gen 1 der Vampirbevölkerung und ein wirklich alter dazu. In seinem fast tausend jahrelangen Leben hatte er ein geachtetes friedliches Leben geführt. Die letzten paar Jahrhunderte als Oberhaupt des dunklen Hafens seiner Familie in Neuengland. Er hatte starke Söhne großgezogen, die wiederum ihre eigenen Söhne hatten. Luke war nicht einmal sicher, wie groß die Nachkommenschaft von Lazaro und seiner lebenslangen Stammesgefährtin überhaupt war. Nicht, dass es noch etwas bedeutete. Nicht mehr. Lazaro's Gefährtin und seine ganze Familie waren in einer einzigen Nacht in ihrem dunklen Hafen in Boston ausgelöscht worden. Einer von Lazaro's Söhnen, der Vater des Jungen, Christoph, war aus nächster Nähe von Frayne erschossen worden, dem Verräter, der zu Callans Rettungseinheit der Agentur gehört hatte. Von der ganzen Familie Arter hatten nur Lazaro und Callan überlebt, wenn auch die Öffentlichkeit nichts davon wusste. Sowohl dem Jungen als auch seinem Großvater geht es den Umständen entsprechend gut, antwortete Lugin. Bis wir nicht wissen, warum Dragos ausgerechnet sie angegriffen hat, sind sie nur hier im Hauptquartier wirklich in Sicherheit. Natürlich, antwortete Rowan. Er schwieg eine Weile, dann holte er leise Atem. Wie ich Chase kenne, gibt er sich mit die Schuld dafür, was bei der Rettungsmission schiefgelaufen ist. Lugin spürte, wie er die Stirn runzelte, als Rowan ihn an eine weitere von Chase Pannen im Dienst erinnerte. Lassen Sie meine Männer meine Sache sein, Matthias. Haben Sie ein Auge auf Ihre eigenen? Selbstverständlich werde ich das, antwortete er, ruhig und professionell. Um die möglichen negativen Konsequenzen des Zwischenfalls kümmere ich mich. Und wenn ich in der Zwischenzeit irgendetwas Interessantes über Frayne oder seine Verbindung zu Dragos höre, seien sie versichert, dass ich mich bei ihnen melde. Luken murmelte eine Dankesfloskel. Wenn sich Rowan nicht eine so solide Karriere in der Führungsriege der Agentur erarbeitet hätte, hätte er einen hervorragenden Krieger abgegeben. Der Orden konnte einige zusätzliche Hände und kühle Köpfe bei Scott gebrauchen, wenn ihr Krieg mit Dragos noch weiter eskalierte. Oder wenn ein gewisses Mitglied seines Teams sich weiter so gehen ließ. Kaum hatte Luggen bei diesem Gedanken die Zähne zusammengebissen, da summte die Gegensprechanlage des Hauptquartiers. Es war Gideon aus dem Techniklabor. Er beendete sein Gespräch mit Rowan und drückte auf den Knopf. Sie sind da, verkündete Gideon, bevor Luggen die Chance hatte, ein Hallo zu bellen. Hab sie eben oben durchs Tor reinfahren sehen, hab sie auf dem Monitor, sie fahren eben nach hinten zur Garage. Wird auch Zeit, verdammt nochmal, fauchte Luggen. Er stellte die Gegensprechanlage ab und stapfte aus seinem Quartier. Das Dröhnen seiner schwarzen Kampfstiefel System durch das Herz des unterirdischen Hauptquartiers wandten. Er ging um eine Ecke und auf das Techniklabor zu, wo Gideon in den letzten Tagen praktisch rund um die Uhr auf Posten war. Unterwegs fing sein scharfes Gehör das leise hydraulische Zischen des gesicherten Aufzuges auf, der sich eben auf seinen über hundert Meter langen Weg von der Garage ins Hauptquartier gemacht hatte. Als er am Techniklabor vorbeiging, kam Gideon zu ihm auf den Gang hinaus. Der gebürtige Brite, das Universalgenie des Hauptquartiers, war heute ganz der Computerfreak in seinen ausgebeulten grauen Jeans, grünen Shucks und dem gelben Hellboy T-Shirt. Sein kurzer blonder Schopf war zerzauster als gewöhnlich, als hätte er sich beim Warten auf Neuigkeiten von Hunter und Chase öfters wild das Haar gerauft. Diesen mordlustigen Blick habe ich ja lange nicht gesehen, sagte Gideon, seine blauen Augen lebhaft über den getönten Gläsern seiner randlosen Sonnenbrille. Ich sehe schon, du hast vor, den beiden den Kopf abzureißen. Dem Geruch nach war ein anderer schneller, knurrte Luken und seine Nase kribbelte vom Geruch von frischem Stammes Blut, noch bevor die polierten Stahltüren des Liftes Kriegern auf Abwegen aufglitten. Bist du sicher, dass du nichts anderes zu essen oder zu trinken möchtest? Gabrielle kam wieder in die Bibliothek zurück. Ihre Wangen waren erhitzt und ihre braunen Augen schienen irgendwie strahlender, seit sie vor wenigen Minuten mit dem Teetablett den Raum verlassen hatte. Mit etwas abwesendem Blick hob Luken Thorns Stammes Gefährt in ihre Fingerspitzen an Doch einen Augenblick später blinzelte sie den Ausdruck fort, kam herüber und setzte sich wieder auf ihren Platz auf dem Sofa. Tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Luken und ich mussten noch schnell etwas besprechen, sagte sie so liebenswürdig und gastfreundlich wie eine alte Freundin, obwohl sie sich erst vor wenigen Stunden kennengelernt hatten. Ist es dir zu kalt hier? Ach, du Arme, du zitterst ja. Ist nicht schlimm. Corinne Bishop vergrub sich tiefer in ihrem blassgrauen Wickelkardigan und schüttelte den Kopf, während ein weiteres Beben sie bis tief in ihre Knochen erschauern ließ. Mir geht's gut wirklich. Ihr Unbehagen hatte mit der Temperatur im Hauptquartier des Ordens nichts zu tun. Hier war sie von einem Luxus und einer das verblüffend weitläufige unterirdische Hauptquartier schon seit ihrer Ankunft bestaunt und die elegante Bibliothek, wo sie jetzt mit Gabriel saß, war mit Sicherheit der vornehmste Raum, in dem sie sich seit sehr langer Zeit aufgehalten hatte. Jahrzehntelang war ihr Zuhause nur wenig besser als eine Gruft gewesen. Mit 18 Jahren war Corinne zusammen mit etlichen anderen jungen Frauen von einem Wahnsinnigen namens Dragos entführt und gefangen worden, einfach nur, weil jede einzelne von ihnen eine Stammesgefährtin gewesen war. Corinne sah auf ihrem Schoß gefalteten Hände hinunter und fuhr müßig mit dem Daumen über das winzige purpurrote Muttermal auf ihrem rechten Handrücken, das jede Stammesgefährtin irgendwo auf ihrem Körper trug. Dieses Mal in Form einer Träne, die in die Wiege einer Mondsichel fiel, machte sie zum Teil einer außergewöhnlichen Welt, der geheimen, ewigen Welt des Stammes. Es hatte sie vor einem Leben in Armut und Vernachlässigung gerettet, nachdem sie nur Stunden nach ihrer Geburt an der Haustür eines Detroiter Krankenhauses ausgesetzt worden war. Dieses kleine, blutrote Muttermal hatte ihr Zugang zum Leben ihrer Adoptiveltern Victor und Regina Bishop verschafft. Das blutsverbundene Paar, das bereits einen eigenen Sohn hatte, hatte Corinne und ihre jüngere Adoptivschwester Charlotte bei sich in ihrem luxuriösen dunklen Hafen aufgenommen. Sie hatten den beiden elternlosen Mädchen ein liebevolles Zuhause gegeben und nur das Beste von allem, was das Leben zu bieten hatte. Wenn sie damals nur erwachsen genug gewesen wäre, um das alles schätzen zu können, wenn sie nur die Chance gehabt hätte, ihrer Familie noch einmal zu sagen, dass sie sie liebte, bevor ein Schurke namens Dragos sie aus geworfen hatte, aus der es keinen Ausweg gab. Und das alles nur wegen dieses kleinen roten Muttermals auf ihrem Handrücken. Wegen ihm hatte sie unendlichen Schmerz und Kummer erlitten, man hatte sie gefoltert und vergewaltigt, sie gegen ihren Willen am Leben erhalten und gezwungen, unaussprechliche Dinge zu erleiden, an die sie jetzt nach ihrer Befreiung kaum zu denken, geschweige denn, jemandem zu erzählen wagte. Ihr und etwa zwanzig anderen Gefangenen von Dragos war es gelungen, seine Folterungen und Experimente zu überleben, bis die Ordenskrieger und ihre unglaublich beherzten, einfallsreichen Stammesgefährtinnen ihnen letzte Woche zu Hilfe gekommen waren. Die letzten paar Tage seit ihrer Rettung waren Korin und die anderen befreiten Gefangenen im dunklen Hafen eines weiteren Paares in Rhode Island untergebracht worden, dessen Großzügigkeit und liebevolle Fürsorge ein Geschenk des Himmels für sie gewesen waren. Andreas Reichen und seine Gefährtin Claire, alte Freunde des Ordens, hatten alle Evakuierten bei sich aufgenommen und sie mit Kleidern und allem anderen versorgt, was sie brauchten, um wieder ein Gefühl von Normalität zu bekommen und ihr Leben jenseits von Dragos Zugriff neu zu beginnen. Das Einzige, was Corinne brauchte, war ihre Familie. Sie war verblüfft gewesen, als man ihr gesagt hatte, dass sie die einzige eingekerkerte Stammesgefährtin war, die Dragos aus einer Familie in einem dunklen Hafen entführt hatte. All die anderen Frauen waren aus Jugendeinrichtungen eingesammelt worden oder hatten allein gelebt, und alle waren völlig ahnungslos gewesen, dass sie etwas Besonderes waren, bis Dragos Wahnsinn ihnen die Scheuklappen von den Augen gerissen hatte. Aber Corinne hatte gewusst, was sie war. Sie hatte eine Familie gehabt, die sie liebte, die sie vermisst und um sie getrauert hatte, als Jahrzehnte ins Land gingen und sie nicht zurückkehrte. Sie war anders als Dragos anderer Opfer, und doch hatte sie dieselben Qualen erlitten wie sie, eher noch größere, da der Gedanke an ihre leidenden Eltern und Geschwister ihr die Kraft gegeben hatte, ihrem Entführer zu trotzen. Das Bedürfnis, so schnell wie möglich, wieder dort zu sein, wo sie hingehörte, bei ihrer Familie, die ihr helfen konnte, zu heilen, vielleicht die einzigen, die ihr wirklich dabei helfen konnten, sich alles zurückzuholen, was sie in ihrer Gefangenschaft verloren hatte, verzehrte sie und wurde immer stärker, als die Tage und Stunden vergingen und wertvolle Zeit verstrich. Sie konnte nur hoffen, dass man sie wieder aufnehmen würde, und nur beten, dass man sie in all den langen Jahren nicht vergessen hatte. Sie konnte sich nur aus ganzem Herzen wünschen, dass ihre Eltern sie immer noch liebten. Sie sah auf und merkte, dass Gabriel sie besorgt ansah. Wann wollte Brock zurück in Boston sein? Gabriel stieß einen leisen Seufzer aus und schüttelte langsam den Kopf. Wahrscheinlich schafft er es frühestens in einem Tag, könnte auch länger dauern, wenn sich der Schneesturm in Fairbanks nicht bald legt. Corinne konnte ihre Enttäuschung kaum verbergen. Nach ihrer Befreiung zu entdecken, dass der Bodyguard ihrer Kindheit aus Detroit einer ihrer Retter war, hatte ihr den ersten wirklichen Hoffnungsschimmer gegeben. Brock war dem Orden lange nach ihrem Verschwinden beigetreten und er hatte sich kürzlich verliebt. Es war diese Liebe, die ihn vor einigen Tagen nach Alaska geführt hatte, aber er hatte Corinne sein Wort gegeben, sie persönlich heil nach Detroit zurückzubringen, sobald er und seine Gefährtin Janna wieder zurück wären. Corinne brauchte Brocks Unterstützung. Er war immer ihr Vertrauter gewesen, ein wahrer Freund. Als kleines Mädchen hatte sie darauf vertraut, dass er sie beschützte. Sie brauchte jetzt mehr als alles andere das Gefühl, dass sie in Sicherheit war und dass ihr auf ihrer Heimreise keine Gefahr drohte. Ein verängstigter kleiner Teil ihrer selbst machte sich Sorgen, dass sie ohne jemanden wie Brock an ihrer Seite, dem sie blind vertrauen konnte, vielleicht gar nicht die Kraft haben würde, bei ihrer Familie anzuklopfen. Wie ich von Claire und Andreas gehört habe, hast du noch keinen Kontakt mit deiner Familie aufgenommen, unterbrach Gabrielle sanft ihren Gedankengang. Sie wissen noch gar nicht, dass du am Leben bist? Nein, antwortete Corinne. Möchtest du sie nicht anrufen? Sie wollen doch sicher wissen, dass du hier in Sicherheit bist und bald zu ihnen nach Hause kommst. Sie schüttelte den Kopf. Es ist so lange her. Ich erinnere mich an unsere alte Telefonnummer, aber ich weiß gar nicht, ob ich sie unter der heute noch erreichen kann. Das ist doch gar kein Problem. Gabrielle zeigte auf ein flaches, weißes Gerät auf dem Schreibtisch der Bibliothek. Es dauert nur eine Minute, sie im Computer zu finden. Du könntest sie sofort anrufen. Wenn du möchtest, kannst du sogar über Video mit ihnen reden. Danke, aber lieber nicht. Diese technischen Begriffe waren Corinne neu, fast so überwältigend wie der Gedanke, mit ihren Eltern zu reden, ohne selbst bei ihnen zu sein, sie zu berühren und ihre Arme wieder um sich zu spüren. Es ist nur, dass ich gar nicht weiß, was ich ihnen nach dieser langen Zeit sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich ihnen sagen erzählen soll, dass Gabriel nickte verständnisvoll. Dafür musst du dort bei ihnen sein. Ja, ich will einfach nur nach Hause. Natürlich, sagte Gabriel. Mach dir keine Sorgen. Wir sorgen schon dafür, dass du so schnell wie möglich nach Hause kommst. Sie sahen beide auf, als jemand draußen im Korridor leise an den Türrahmen klopfte. Eine hübsche Blondine mit blassvioletten Augen öffnete die Tür und spähte in den Raum. Störe ich? Nein, Elise, komm nur. Gabriel stand auf und winkte die andere Frau herein. Corinne und ich haben uns nur eine Weile unterhalten, solange wir darauf gewartet haben, von Brock und Jenna zu hören. Elise trat in den Raum und lächelte Corinne herzlich zu. Ich dachte, ich komme herunter und leiste euch ein Weilchen Gesellschaft, bis die anderen von der Patrouille zurück sind. Einige der Frauen des Ordens hatte Corinne bei ihrer Ankunft vorhin bereits kennengelernt. Soweit sie sich erinnerte, war Elise Gefährte ein Krieger namens Taggen. Man hatte ihr gesagt, dass er und die meisten anderen Mitglieder des Ordens auf ihren Missionen in der Stadt unterwegs waren, alle auf das einzige Ziel konzentriert, Dragos und seine Anhänger zur Strecke zu bringen. Der Gedanke gab ihr große Zuversicht. Wenn eine so außergewöhnliche Gruppe wie diese dermaßen entschlossen war, ihn zu fangen, hatte Dragos keine Chance zu entkommen. Und doch war es ihm gelungen. Wieder und wieder, soweit Corinne es verstanden hatte, war es ihm gelungen, dem Orden einen Schritt voraus zu sein. Sie waren eine mächtige Kraft, aber Corinne wusste aus erster Hand, dass Dragos ebenfalls mächtig war. Er hatte seine eigenen Soldaten und seine eigene schreckliche Strategie. Und er war wahnsinnig. Das machte ihn so gefährlich. Auch das hatte Corinne am eigenen Leib erfahren müssen, und nun überfluteten ihre entsetzlichen Erinnerungen sie wie eine dunkle Welle. Sie taumelte unter ihrem Ansturm, als sie jetzt vom Sofa aufstand, um sich neben Gabrielle und Elise zu stellen. Die Panikattacke kam dieses Mal schnell, viel schneller als noch vor einer Weile. Als Gabrielle sie vorhin in der Bibliothek allein gelassen hatte, war es Corinne irgendwie gelungen, ihre Panik niederzukämpfen. Aber dieses Mal nicht. Die Decken hohen Bücherregale waberten ihr vor den Augen, und die Wände der Bibliothek schienen von allen Seiten zusammen zu rücken, um sie zu erdrücken. Der stolze dunkle Ritter aus seinem schwarzen Schlachtross auf dem riesigen Gubelin an der gegenüberliegenden Wand verzerrte sich, und das gutaussehende Gesicht des Mannes und sein prächtiges Pferd mutierten zu einer dämonischen höhnischen Gestalt. Sie schloss die Augen, aber die Dunkelheit half nicht. Denn nun war sie plötzlich wieder in Dragos, stockdunkler, nass-kalter Gefängniszelle, nackt, zitternd und allein, und wartete auf den Tod, betete um ihn, da er ihr einziger Ausweg aus diesem Horror war. Corinne holte hastig Atem, aber es war, als käme gar kein Sauerstoff in ihre Lungen. Der Raum um sie herum verdichtete sich zum Nichts. Corinne? Gabriel und Elise sagten beide gleichzeitig ihren Namen. Beide Frauen streckten die Arme nach ihr aus, hielten sie aufrecht, stützten sie. Corinne hörte sich selbst nach Atemkeuchen. Muss raus, muss aus dieser Zelle raus. Kannst du gehen? fragte Elise besorgt. Halt dich an uns fest, Corinne, das wird schon wieder. Ihr gelang ein Nicken. Die beiden halfen ihr in den Korridor hinaus. Kühler, weißer Marmor erstreckte sich in beide Richtungen. Der Korridor war breit und endlos und beruhigte sie sofort. Sie ließ das Schimmern der strahlend hellen Wände auf sich wirken, atmete tief ein und spürte und spürte wie die Blockade in ihren Lungen sich wieder ein wenig zu lösen begann. Ja, Gott sei Dank. Sie fühlte sich schon besser. Gabrielle streckte die Hand aus und strich Corinne eine dunkle Haarsträhne aus den Augen. Geht's wieder? Corinne nickte. Sie atmete immer noch heftig, spürte aber, wie ihr Panikanfall sich widerlegte. Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin immer noch dort drin, immer noch in diesem schrecklichen Kerker eingesperrt, flüsterte sie. Tut mir leid, es ist mir so peinlich. Ach was! Gabrielle lächelte sie mitfühlend an. Dir muss nichts leid tun und dir muss auch nichts peinlich sein. Nicht unter Freunden. Komm, sagte Elise, wir bringen dich hoch ins Anwesen und machen einen kleinen Spaziergang am Garten, bis du dich besser fühlst. Als der Aufzug von der Garage unten im Hauptquartier ankam, warf Hunter seinem verletzten Patrouillenpartner einen stummen, abschätzenden Blick zu. Sterling Chase lehnte an der gegenüberliegenden Wand der Liftkabine. Er ließ den Kopf tief auf die Brust hängen. Das goldbraune Haar hing ihm verfilzt in die Stirn und er atmete hastig und keuchend durch die Zähne. Seine schwarzen Drillichhosen waren zerrissen und Blut getränkt, sein Gesicht voller Schnittwunden und anschwellender Prellungen. Seine Nase musste gebrochen sein, und seine Oberlippe war aufgeplatzt, Blut lief ihm bis aufs Kinn hinunter. Höchst wahrscheinlich war auch sein Kiefer gebrochen. Der Krieger hatte sich bei der Schlägerei in der Stadt jede Menge Verletzungen geholt, aber nichts, was die Zeit und eine anständige Nahrungsaufnahme nicht kurieren würden. Nicht, dass Chase sich etwas aus seinem Zustand zu machen schien. Die Lifttüren glitten mit einem leisen Zischen auf und er stotzierte arrogant vor Hunter auf den Korridor hinaus. Nach wenigen Schritten verstärkte Luke in ihm den Weg. Und als Chase keine Anstalt machte stehen zu bleiben, legte er ihm flach die Hand auf die Brust und hinderte ihn handgreiflich am Weitergehen. Habt euch heute Nacht in Chinatown gut amüsiert, ja. Chase stieß einen grunzlaut aus und seine aufgeplatzte Lippe riss noch weiter auf, als er Luke zynisch angrinste. Matthias Rowan hat also schon gepetzt, er hat sich bei mir gemeldet und es ist mehr, als ich von euch beiden sagen kann, antwortete Luke in knapp und sein wütender Blick wanderte kurz von Chase lädierter Erscheinung zu Hunter, dessen Drillichosen ebenfalls jede Menge Agenten Blut abbekommen hatten. Rowan hat mir alles über eure beschissene Aktion erzählt. Er sagt, es gab mehrere Tote und Verletzte und jeder Agent, mit dem er geredet hat, macht für diese grundlose Attacke allein dich verantwortlich, Chase. Er schnaubte höhnisch. Grundlos, dass ich nicht lache. Jeder einzelne Agent in diesem Schuppen hat nur einen Grund gesucht, sich mit mir anzulegen. Und du hattest nichts Besseres zu tun, als ihnen einzuliefern, ja? Als Chase ihn zur Antwort nur wütend ansah, schüttelte Luke in den Kopf. Was du bist, ist waghalsig, mein Alter. Du hast heute Nacht schon wieder Scheiße gebaut, die andere für dich wegräumen dürfen. In letzter Zeit wird das zur Gewohnheit bei dir und das gefällt mir ganz und gar nicht. Du hast mich rausgeschickt, um einen Job zu erledigen, schoss Chase finster zurück. Manchmal werden die Dinge eben unangenehm. Luke machte die Augen schmal. Jetzt strahlte sein ganzer Körper Wut aus, eine so intensive Hitze, dass sogar Hunter sie spürte, der einige Schritte entfernt neben Gideon stand. Ich frage mich, ob du überhaupt noch weißt, was dein Job ist, Chase. Denn wenn du das wüsstest, würdest du nicht mit leeren Händen hierher zurückkommen und nach Blut und Arroganz stinken. Was mich angeht, hast du heute Nacht da draußen versagt. Was hast du über Frayne herausgefunden? Sind wir Dragos oder seinen anderen potenziellen Verbündeten auch nur einen verdammten Zentimeter näher gekommen? Das sind wir vielleicht, warf Hunter ein. Luke und warf den Kopf herum und funkelte ihn an. Ich höre, da war ein Agent Er hat Chase und mich angesprochen, als wir im Club ankamen. Es gab einen Wortwechsel, aber er hatte keine nützlichen Informationen für uns. Sobald der Kampf begann, wurde er sichtlich nervös. Ich hab ihn telefonieren sehen, bevor er im Chaos entwischt ist. Das soll eine Spur sein, murmelte Chase verächtlich. Sieht ihm ähnlich abzuhauen. Ich kenne den Kerl. Murdoch ist ein Feigling, der dir lieber ein Messer in den Rücken jagt, als sich einem offenen Kampf zu stellen. Hunter ignorierte den Kommentar seines Patrouillenpartners und hielt dem durchdringenden Blick seines Anführers stand. Murdoch ist durch den Hintereindang auf die Gasse geflohen. Es kam schon ein Wagen, um ihn abzuholen. Der Fahrer war ein Gen-1-Killer. Ach, du Scheiße, bemerkte Gideon neben Hunter und fuhr sich mit der Hand durch seinen stachligen blonden Haarschopf. Lugans Gesicht verhärtete sich, während Chase ganz still und reglos geworden war und genauso aufmerksam zuhörte wie die anderen. Ich habe den Wagen zu Fuß verfolgt, fuhr Hunter fort. Den Killer habe ich neutralisiert. Er griff nach hinten in den Bund seiner Drillichhose und zog das detonierte Halsband heraus, das er seinem toten Gegner abgenommen hatte. Gideon nahm ihm den Ring aus verkohltem schwarzen Polymer aus der Hand. Noch einer für deine Sammlung, was? Du hast ganz schöne Abschussquoten in letzter Zeit. Gute Arbeit. Hunter verzog keine Miene über das unnötige Lob. Was ist mit Murdoch? fragte Lugan. Entkommen, antwortete Hunter. Er ist geflohen, als ich mit dem Fahrer beschäftigt war. Ich musste mich entscheiden, ihn entweder zu verfolgen oder in den Club zurück zu gehen und meinen Partner raus zu hauen. Eine Entscheidung, die ihm alles andere als leicht gefallen war. Sein Verstand und seine Ausbildung als einer von Dragos Soldaten verlangten von ihm, dass er seine Missionen allein ausführte. Effizient, unpersönlich und absolut unabhängig. Murdoch Person. Ihn zu verhören würde ihnen sicher wertvolle Informationen bringen. Um diese Mission erfolgreich abschließen zu können, war für Hunter demnach die logische Vorgehensweise, den entkommenen Agenten wieder einzufangen. Aber der Orden operierte auf einem anderen Grundsatz und er hatte geschworen, ihn einzuhalten, als er dem Orden beigetreten war, auch wenn er allem zuwider lief, was er gelernt hatte. Die Krieger Mission. Wenn ein Team zusammen rausging, kam es auch zusammen wieder. Keiner wurde je zurückgelassen. Nicht einmal, wenn einem deshalb ein wichtiger Gegner durch die Lappen ging. Die Krieger hatten einen Kodex für jede Mission. Wenn ein Team zusammen rausging, kam es auch zusammen wieder. Keiner wurde je zurückgelassen. Nicht einmal, wenn einem deshalb ein wichtiger Gegner durch die Lappen ging. Ich kenne Murdoch, sagte Chase und wischte sich mit dem Handrücken etwas Blut vom Kinn. Ich weiß, wo er wohnt, ich weiß, wo er sich in seiner Freizeit rumtreibt. Den werde ich schnell finden. Einen Dreck wirst du, unterbrach ihn Lucan. Hiermit suspendiere ich dich von dieser Mission. Bis auf weiteres läuft jeder Kontakt zur Agentur ausschließlich über mich. Wie dir in Cann über Murdochs Immobilienbesitz und seine persönlichen Gewohnheiten alles ausgraben, was wir brauchen. Wenn du denkst, du hättest noch irgendwas Nützliches hinzuzufügen, sag es, Gideon. Wie und wann wir uns dieses Arschloch Murdoch vornehmen, entscheide ich. Und auch, wer für diesen Job der geeignete Mann ist. Du, was du nicht lassen kannst. Chase blaue Augen glitzerten wütend unter seinen gesenkten Brauen und er machte Anstalten zu gehen. Luken drehte kaum merklich den Kopf. Seine Stimme war so tief wie fernes Donnergrollen. Ich habe nicht gesagt, dass wir fertig sind. Chase stieß ein höhnisches Knurren aus. Klingt doch, als hättest du alles unter Kontrolle, also wozu brauchst du mich noch? Das frage ich mich schon die ganze Nacht, antwortete Luken ruhig. Wozu zum Teufel brauche ich dich eigentlich noch? Zur Antwort murmelte Chase eine Obszönität und tat einen weiteren Schritt und plötzlich war Luken direkt vor ihm. Er hatte sich so schnell bewegt, dass es selbst Hunter schwer gefallen war, ihn wahrzunehmen und nun sprang er Chase mit einer geballten Dosis Gen 1 Kraft an und rammte ihn so hart mit der Schulter, dass der andere Krieger durch die Luft flog und gegen die gegenüberliegende Korridorwand krachte. Mit einem gezischten Fluch richtete sich Chase wieder auf und ging mit Augen wie glühenden Kohlen und voll ausgefahren Fängen fauchend zum Frontalangriff über. Dieses Mal packte Chase mit einer Hand hart an der Kehle. Wegtreten Krieger wies er seinen Waffenbruder an. Es war die einzige Warnung die Hunter ihm geben würde. Wenn Chase auch nur zuckte hatte Hunter keine Wahl als so lange zuzudrücken bis ihm die Angriffslust vergangen war. Die Lippen vom Zahnfleisch zurückgezogen starrte ihn Chase mit wild gefletschten Fängen und fest zusammengebissenen Zähnen in einem schweren bereten Schweigen an. Da spürte Hunter hinter sich im Korridor eine Bewegung und hörte das leise Aufkeuchen einer Frau, nur ein leises Atem holen durch geöffnete Lippen. Chase Blick wanderte in die Richtung und etwas von seiner wütenden Anspannung wich nun von ihm. Hunter ließ ihn los und trat von ihm zurück. Was ist hier los, Lucan? Hunter drehte sich mit den anderen Männern im Korridor um und fand sich Lucans Gefährtin Gabrielle und zwei anderen Frauen gegenüber. Hunter kannte die zierliche Blonde mit den hellen feilchen farbenen Augen, Tagans Gefährtin Elise. Sie war es gewesen, die eben aufgekeucht hatte und sich immer noch die Hand vor den Mund hielt. Ich bin hier raus, murmelte Chase sichtlich kleinlaut, drängte sich an Hunter und den anderen vorbei und stapfte den Korridor hinunter zu seinem Quartier. Hunter registrierte kaum, dass der Krieger gegangen war. Seine ganze Aufmerksamkeit war gebannt auf die dritte Frau gerichtet, die im Korridor stand. Sie war klein und zierlich, mit heller Haut hinter dichtem, langem, rabenschwarzen Haar, das ihr Gesicht zum Teil vor ihm verbarg. Und in diesem Augenblick war er völlig fasziniert von ihr, konnte den Blick nicht von ihren riesigen, leicht schräg geschnittenen, blaugrünen Augen abwenden. Unfähig, ihre genaue Farbe zu bestimmen, versuchte er es gar nicht erst und versuchte stattdessen festzustellen, was er so interessant an ihr fand. Alles in Ordnung? fragte Gabriel und ging sichtlich besorgt zu Lugin hinüber. Klar, antwortete er, jetzt schon. Langsam ging Hunter auf die unbekannte Frau zu. Er war sich kaum bewusst, dass sich seine Füße bewegten, bis er direkt vor ihr stand. Da sah sie zu ihm auf, hob ihr perfekt oval geschnittenes Gesicht, bis ihr Blick über seinen ganzen riesigen, blutbespritzten Körper gewandert war und sie einander in die Augen sahen. Sie war eine Fremde für ihn, und doch kam sie ihm seltsam vertraut vor. Er musterte sie mit schiefgelegtem Kopf, hatte das eigenartige Gefühl, sie irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Schließlich platzte er mit dem erstbesten Gedanken heraus, der ihm durch den Kopf ging. Kenn ich dich? Gabriel räusperte sich und kam herüber, als wollte sie die Frau vor ihm schützen. Corinne, das ist Hunter, er ist ein Mitglied des Ordens. Sag guten Tag, Hunter. Er knurrte ein Hallo und starrte sie immer noch an. Ich hab dich bei unserer Rettungsaktion gesehen, sagte sie leise. Du warst einer der Krieger, die mich und die anderen zu Clares und Andreas dunklem Hafen gefahren haben. Da war sie also eine von Dragos Gefangenen gewesen. Das war's vermutlich, dachte er. Er nickte vage, seine Neugier etwas befriedigt. Aber er hatte sie nicht in Rhode Island gesehen. Da war er sich fast sicher. An dieses Gesicht, an diese strahlenden Augen hätte er sich erinnert. Ich fürchte, wir wissen immer noch nicht genau, wann Brock und Janet zurückkommen, sagte Gideon zu der dunkelhaarigen Schönheit. »Der Wetterbericht aus. Der ist da kein Durchkommen. Noch drei Tage? Corinne runzelte leicht ihre glatte Stirn. Aber ich muss wirklich nach Hause. Ich muss bei meiner Familie sein. Luken stieß einen Seufzer aus. Natürlich, da Brock momentan ein paar tausend Meilen und ein paar Schneestürme von Boston entfernt ist, wird wohl jemand anders dich. Ich bringe sie hin. Hunter spürte, dass Luke in ihnen anstarrte, sobald er die Worte ausgesprochen hatte. Er sah dem anderen gehen eins in die Augen und nickte entschlossen. Ich sorge dafür, dass sie sicher nach Hause zu ihrer Familie kommt. Keine schwere Aufgabe, sollte man meinen, und doch senkte sich schlagartig eine lange Stille über die Anwesenden. Am erschrockensten schien Corinne selbst. Sie starrte stumm zu ihm auf, und einen Augenblick lang fragte er sich, ob sie sein Angebot zurückweisen würde. Das sind etwa vierzehn Stunden Fahrt, sagte Gideon. Da seid ihr ein paar Tage unterwegs, weil ihr ja nur nachts fahren könnt. Wenn ihr sofort aufbrecht, könnt ihr vor Sonnenaufgang etwa hundert Meilen schaffen. Oder ich könnte bis Sonnenuntergang einen unserer Privatjets auftanken und startklar machen lassen. Ein paar Flugstunden und ihr seid da. Luken starrte ihn scharf an. Dann nickte er. Je schneller, desto besser. Ich brauch dich morgen Nacht wieder hier auf Patrouille. Wird erledigt, antwortete Hunter. Ledigt, antwortete Hunter. In einer dunklen Ecke der kleinen Kapelle des Hauptquartiers kauerte Chase allein im Dunkeln. Er wusste nicht, warum er in diesem stillen, herzenerleuchteten Zufluchtsort gelandet war, statt in seinem Privatquartier weiter unten auf dem Korridor. Er war nie einer gewesen, der den Rat oder die Vergebung einer höheren Macht suchte, und zum Beten war es Für ihn gab es keine Hoffnung auf Absolution. Nicht von oben und nicht von Lucan oder seinen anderen Brüdern im Orden, nicht einmal von sich selbst. Stattdessen pflegte er seine Wut. Er genoss die Qual seiner Verletzungen, den feurigen Kuss seiner Schmerzen, die ihm das Gefühl gaben, lebendig zu sein. Das war so ziemlich das Einzige, das er überhaupt noch spüren konnte. Und so rücksichtslos und verzweifelt wie ein Junkie holte er sich dieses Gefühl so oft wie nur möglich. Es war besser als die Alternative. Schmerz war sein düsterer, perverser Kick, der ihn davor bewahrte, sich nach einer anderen, gefährlicheren Gebieterin zu verzehren. Denn ohne Schmerzen blieb ihm nur noch sein Hunger. Und wo das enden würde, wusste er. Sein Verstand war noch nicht so verloren wie sein Körper oder seine Seele. Er sagte ihm, dass seine Gier ihn eines Tages töten würde. Es gab Nächte, in letzter Zeit immer mehr, in denen ihm das schlicht egal war. »Sterling, bist du hier drin?« Er sah abrupt auf. Diese Frauenstimme forderte seine ganze Aufmerksamkeit, genau wie vorhin im Korridor vor dem Aufzug. Mit schiefgelegtem Kopf folgte er ihren Bewegungen, selbst als der Junkie in ihm sich nach Einsamkeit sehnte und sich in der Dunkelheit vor ihren Blicken verbergen wollte. Chase sammelte die Schatten um sich. Er griff tief in den Brunnen seiner übernatürlichen Gabe, die Dunkelheit seiner Umgebung anzuziehen und sich darin zu verbergen. Es kostete ihn Anstrengung, die Schatten herbeizurufen und es fiel ihm noch schwerer, sie aufrecht zu erhalten. Schon einen Augenblick später ließ er sie wieder fallen und zischte einen heftigen Fluch. Sogar seine Schatten ließen ihn im Stich. »Stirling?« rief Elise leise in die Kapelle. Vorsichtig trat sie ein. Offenbar fühlte sie sich nicht ganz sicher mit ihm. Kluges Mädchen. Doch trotzdem blieb sie nicht stehen oder ging und ließ ihn allein, wie es ihm lieber gewesen wäre, sondern kam weiter auf ihn zu. »Ich war gerade in deinem Quartier, also weiß ich, dass du nicht dort bist.« Sie stieß einen Seufzer aus. Er klang verwirrt und sehr traurig. »Du kannst dich vor mir verstecken, aber ich spüre doch, dass du hier bist. Warum antwortest du nicht?« »Weil ich dir nichts zu sagen habe.« Harte Worte und völlig unverdient, besonders von der Frau, die seit einem Jahr Tagans Stammesgefährtin war und lange davor die trauernde Witwe von Chays Bruder. Quentin Chays hatte unendliches Glück gehabt, als Elise sich ihn zum Gefährten erwählte und hatte keine Ahnung gehabt, dass sein jüngerer Bruder sich insgeheim nach seiner Schwägerin verzehrte. Wenigstens diese ungewollte Sehnsucht machte ihm inzwischen nicht mehr zu schaffen. Er hatte sich seine Obsession abgewöhnt. Sein angeschlagenes Ehrgefühl wollte glauben, dass es ihm gelungen war, über Elise hinweg zu kommen, die ihr Herz einem anderen geschenkt hatte, einem seiner Waffenbrüder, der für sie töten und für sie sterben würde, genau wie sie für ihn. Tagans und Elise Liebe füreinander war unauflöslich und obwohl Chase nie so weit gesunken war, um das auszutesten, war die Sache einfach so, dass er Elise als eigentliches Objekt seiner Besessenheit durch seine Sucht nach Schmerzen ersetzt hatte. Und doch ertappte er sich immer noch dabei, dass er den Atem anhielt, als sie langsam immer weiter in die Kapelle kam und ihn in der hintersten Ecke auf dem Boden fand, den Rücken gegen die steinernen Wände gelehnt. Schweigend ging sie das kurze Stück zwischen den beiden hölzernen Bankreihen hindurch, setzte sich auf die Kante der Bank, die ihm am nächsten war und starrte ihn einfach nur an. Er musste nicht zu ihr hinübersehen, um zu wissen, dass ihr hübsches Gesicht Enttäuschung zeigte. Wahrscheinlich auch Mitleid. »Vielleicht hast du mich nicht verstanden«, sagte er, kaum mehr als ein Fauchen. »Ich will nicht mit dir reden, Elise. Du solltest jetzt gehen. Warum?« fragte sie und rührte sich nicht vom Fleck. »Damit du in Ruhe schmollen kannst? Quentin wäre entsetzt, dich so zu sehen. Er würde sich für dich schämen. Chase stieß einen grunzlaut aus. »Mein Bruder ist tot.« »Ja, Sterling. Gefallen im Dienst für die Agentur. Er ist ehrenhaft gestorben, hat sein Bestes gegeben, um diese Welt sicherer zu machen. Kannst du das gerade von dir behaupten? »Ich bin nicht Quent.« »Nein«, sagte sie, »das bist du nicht. Er war ein außergewöhnlicher Mann, ein mutiger Mann. Und du hättest sogar noch besser sein können als er, Sterling. Du hättest so viel mehr sein können als das, was ich hier vor mir sehe. Ich hab auch gehört, wie du dich in letzter Zeit auf deinen Missionen aufführst, musst du wissen. Ich hab dich allzu oft in diesem Zustand heimkommen sehen, zerrissen und aufgeladen. So voller Wut. Chase stand auf und stopfte ein paar Schritte fort von ihr. Am liebsten hätte er das Gespräch beendet. Was ich tue, ist meine Sache. Dich geht das nichts an. Und ich gehe dich auch nichts an. Verstehe, antwortete sie stirnrunzelnd. Sie stand von der Bank auf und näherte sich ihm, die schlanken Arme vor der Brust verschränkt. Dir ist es lieber, wenn jeder, dem du etwas bedeutest, dich einfach in Ruhe bluten lässt, ja? Du willst, dass ich und alle anderen dich einfach irgendwo in einer dunklen Ecke sitzen und im Selbstmitleid versinken lassen. Er schnaubte verächtlich und warf ihr einen wütenden Blick zu. Sehe ich so aus, als versinke ich im Selbstmitleid? Du siehst aus wie ein Tier, antwortete sie, ihre Stimme leise, aber nicht vor Angst, wie er wusste. Du benimmst dich wie ein Tier, Starling. Wenn ich dich in letzter Zeit anschaue, habe ich das Gefühl, ich kenne dich gar nicht mehr. Er hielt ihrem verwirrten Blick stand. Du hast mich nie gekannt, Elise. Wir waren mal eine Familie, erinnerte sie ihn sanft. Ich dachte, wir wären Freunde. Es war nicht Freundschaft, was ich von dir wollte, antwortete er knapp und sah zu, wie sie dieses unumwundene Geständnis aufnahm, um das er sich bis jetzt aus Mangel an Courage immer herumgedrückt hatte. Als sie wachsam einen Schritt in den Gang zwischen den Bankreihen zurückbich, kicherte er selbst zufrieden. Jetzt kannst du meinetwegen vor mir davonlaufen, Elise. Sie rannte nicht fort. Dieser eine Schritt zurück war ihr einziges Zugeständnis an die Situation. Tagans Gefährtin war nicht länger das behütete Frauchen, Quentin Chase geheiratet hatte. Sie war eine starke Frau. die durch ihre persönliche Hölle gegangen und nicht daran zerbrochen war. Sie würde auch jetzt nicht für Chase zerbrechen, auch wenn er noch so gewaltsam versuchte, sie aus seinem Leben zu stoßen. Als wollte er sich das beweisen, ging er jetzt auf sie zu. Er war völlig blutig und verdreckt, und selbst er konnte seinen eigenen Gestank kaum ertragen. Aber obwohl ihn nur noch ein Zentimeter von Elise makelloser Schönheit trennte, wandte sie sich nicht ab. Ihre Miene war traurig und erwartungsvoll, noch bevor er den Mund öffnete, um die Worte auszusprechen, die alle Brücken zu seiner Vergangenheit abbrechen würden. Das Einzige, was ich je von dir wollte, Elise, war dich ordentlich durchzuholen. Sie schlug ihn hart ins Gesicht. Das Geräusch hallte durch die stille Kapelle und ihre hellen feilchenfarbenen Augen glänzten im Kerzenlicht von unvergossenen Tränen. Keine Einzige fiel. Nicht für ihn. Wahrscheinlich nie wieder so verletzt, wie sie ihn jetzt ansah. Chase zog sich einen Schritt zurück und hielt sich die Wange. Ihr Schlag brannte immer noch heiß auf seiner Haut. Dann, ohne ein weiteres Wort oder Gedanken daran zu verschwenden, was vor ihm lag, verschwand er aus Elise vernichtendem Blick und floh mit der ganzen Geschwindigkeit seiner Stammes gehen durch den Treppenschacht der Kapelle in die Winternacht hinaus. Corinne stand am Rand einer weitläufigen Marmorterrasse mit Blick auf den schneebedeckten Garten auf der Rückseite des Anwesens. Einen Augenblick allein, während Gabriel im Haus Mantel für sie holte, legte sie den Kopf zurück und atmete die kalte Dezemberluft tief ein. Der Winterhimmel über ihr war dunkel und wolkenlos, ein unendliches Meer von Mitternachts Blau, gesprenkelt mit hellen, glitzernden Sternen. Wie lange war es her, seit sie den kühlen, leicht rauchigen Geruch des Winters in der Brise gerochen hatte? Wann hatte sie zum letzten Mal frische Luft auf ihren Wangen gespürt? Die Jahrzehnte ihrer Gefangenschaft waren zuerst langsam vergangen, damals, als sie noch fest entschlossen gewesen war, den Überblick über die vergehende Zeit zu behalten und jede Sekunde zu kämpfen, als könnte sie ihre letzte sein. Nach einer Weile hatte sie erkannt, dass ihr Entführer nicht ihren Tod wollte. Für seine Zwecke brauchte er sie lebend, auch wenn diese Existenz kein Leben war. An diesem Punkt hatte sie aufgehört zu kämpfen und die Tage zu zählen und ihr Zeitgefühl war zu einer einzigen nicht enden wollenden Nacht verschwommen. Und jetzt war sie frei. Schon morgen würde sie zu Hause bei ihrer Familie sein. Ihr Leben würde neu beginnen und sie würde ein neuer Mensch sein. Sie hatte überlebt, aber in ihrem tiefsten Innern und fragte sie sich, ob sie jemals wieder wirklich heil sein konnte. Man hatte ihr so viel genommen, einiges davon bekam man nicht wieder zurück. Und anderes. Sie würde später Zeit haben, alles zu betrauern, was sie an Dragos dämonischen Wahnsinn verloren hatte. Mit geschlossenen Augen atmete sie wieder die kalte, reinigende Nachtluft ein. Beim Ausatmen hörte sie plötzlich Kindergelächter und fuhr vor Schreck zusammen. Zuerst dachte sie, ihr Verstand hätte ihr einen grausamen Streich gespielt, wie er es während ihrer langen Gefangenschaft im Dunkeln so oft getan hatte. Doch dann brachte der Wind wieder dieses entzückte kleine Kichern aus dem weitläufigen Garten zu ihr herauf. Es war das Gelächter eines kleinen Mädchens. Sie musste etwa acht oder neun sein, schätzte Corinne und sah zu, wie das Kind glücklich durch den wadenhohen Schnee tobte, eingemummelt wie ein rosa Schneemann in einem dicken Anorak und passenden Hosen. Nur wenige Schritte hinter ihr rannten zwei fröhlich hechelnde Hunde, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Corinne konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als der dicke braune Terrier verzweifelt versuchte, den größeren, eleganteren Hund zu überholen. Der rauflustige kleine Köter kläffte bei jedem gemächlichen Schritt des wundervollen weiß-grauen Wolfshundes, versuchte sich an ihm vorbeizudrängeln und schoss schließlich zwischen seinen langen Beinen hindurch, um als erster bei dem kleinen Mädchen zu sein. Sie quiekte vergnügt, als der kleine Hund fröhlich bellend an ihr hochsprang, und nun hatte auch der zweite Hund sie eingeholt und begann dem Kind schwanzwedelnd das Gesicht zu lecken. Ist ja gut, jetzt reicht's, kicherte das Mädchen. Luna, Harvard, okay, ihr habt gewonnen, ich gebe auf. Als die beiden Hunde von ihr abließen und stattdessen knurrend miteinander rauften, kamen zwei Frauen aus einem anderen Teil des Gartens über den verschneiten Rasen. Die eine von ihnen war unter ihrem übergroßen Daunenmantel definitiv hoch schwanger. Sie ging langsam und vorsichtig neben einer großgewachsenen athletisch gebauten Frau her, die in ihrer behandschuten Hand die beiden Hundeleinen hielt. Benimm dich, Luna, rief sie dem Größeren der beiden Hunde zu. Er reagierte sofort, ließ seinen Spielgefährten im Stich, kam zu ihnen herüber und rannte sichtlich begeistert im Kreis um sein Frauchen herum. Das ist Alex, sagte Gabriel und kam zu Corinne auf die Terrasse hinaus. Sie trug einen dunklen Wollmantel und hielt Corinne einen weiteren hin, der einen schwachen Duft nach Zedernholz verströmte und sich so kuschelig wie eine warme Decke anfühlte, als Corinne hineingeschlüpft war. Alex ist Kates Gefährtin, fuhr Gabriel fort. Sie war mit ihm unterwegs, als du angekommen bist, deshalb hast du sie noch nicht kennengelernt. Ich erinnere mich an sie, antwortete Corinne in Gedanken wieder beim Abend ihrer Rettung. Sie und ein paar andere Frauen haben uns aus diesem Keller Verlies herausgeholt. Sie haben uns gefunden. Gabriel nickte. Genau, Alex und Jenna waren dort zusammen mit Dylan und Renata. Und wenn Tess nicht jeden Augenblick Dantes Baby kriegen würde, wäre sie sicher auch dabei gewesen. Corinne sah wieder in den Garten hinaus. Die beiden Frauen hatten sie entdeckt und hoben grüßend die Hände. Das kleine Mädchen hatte wieder einen Kicheranfall und ließ sich in eine Schneewehe plumpsen. Die beiden Hunde sprangen begeistert hinterher. Diese süße kleine Göre da drüben ist Myra, sagte Gabrielle und schüttelte lächelnd den Kopf über den Zirkus, den das Kind veranstaltete. Renata hat sich um sie gekümmert, als die beiden noch in Montreal lebten. Als sich Nikolai und sie letzten Sommer verliebt haben, haben sie Myra ins Hauptquartier mitgebracht. Die drei sind jetzt eine Familie. Lukens Gefährtin sah sich strahlend zu Corinne »Sprächte viel mehr davon«, murmelte Corinne, gewärmt von Myras Geschichte, auch wenn sich jetzt in ihrem Herzen ein kalter Schmerz auftat wie ein winziger Spalt. Sie schob das leere Gefühl beiseite, denn jetzt kamen Alex und Tess miteinander die breite Marmortreppe zur Terrasse hinauf. Gabriels Atem bildete eine Wolke in der Dunkelheit. »Die ist doch nicht zu kalt wartet, die hoch schwangere Schönheit, die neben Alex her watschelte. Unter der dicken Kapuze ihres Anoraks waren ihre Wangen rosig. »Ich schwöre euch, wenn Dante versucht, mich noch einen Tag länger im Hauptquartier einzusperren, wird er die Geburt seines Sohnes nicht mehr erleben. Diese Drohung wurde jedoch von ihren blitzenden aquamarinen blauen Augen und ihrem sonnigen Lächeln entkräftet. Sie streckte ihre Hand aus, die in einem warmen Wollhandschuh steckte. »Hallo, ich bin Tess.« Corinne schüttelte ihr kurz die Hand und nickte ihr grüßend zu. »Nett, kennenzulernen.« »Alex«, sagte die andere Stammesgefährtin und gab ihr mit einem herzlichen Lächeln ebenfalls die Hand. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass du und die anderen, die nickte. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich euch allen bin. »Morgen Nacht geht Corinne nach Hause,« fügte Gabrielle hinzu. »Morgen?« Alexa fragend zu ihr hinüber. »Heißt das, Brock und Jenner sind schon auf dem Heimweg aus Alaska?« »Sie sitzen dort immer noch im Schneesturm fest,« antwortete Gabrielle. Aber Hunter hat sich freiwillig gemeldet, für Brock einzuspringen und Corinne nach Detroit zu begleiten. In dem langen Schweigen, das sich jetzt über die Frauen des Ordens senkte, erinnerte sich Corinne an den Augenblick, als der riesige, unheimliche Krieger mit der undurchdringlichen Miene mit dem Angebot herausgeplatzt war, sie nach Hause zu bringen. Sie hatte es mit Sicherheit nicht von ihm erwartet. Er wirkte nicht wie einer von der mildtätigen Sorte, nicht einmal in der Nacht ihrer Rettung, als er und einige andere Ordenskrieger Dragos befreite Gefangene zu dem dunklen Hafen in Rhode Island gefahren hatten. Hunter war in dieser Nacht kaum zu übersehen gewesen. Mit seinen abweisenden, wie gemeißelt wirkenden Gesichtszügen und seinem fast zwei Meter großen muskulösen Körper war er die Art Mann, der mühelos jeden Raum dominierte, ohne es auch nur zu versuchen. In den Stunden nach der Rettungsaktion, die für alle Beteiligten hoch emotional gewesen waren, hatte Hunter sich schweigend am Rand des Geschehens aufgehalten und seine Aufgaben mit stoischer Effizienz ausgeführt. Später in dieser Nacht hatte eine der Frauen geflüstert, dass sie zufällig ein vertrauliches Gespräch von Andreas und Claire über Hunter mit angehört hatte. Offenbar sei er noch vor gar nicht langer Zeit in irgendeiner Weise mit Korin konnte nicht leugnen, dass sie sofort die Aura der Gefahr registriert hatte, die diesen mysteriösen Krieger umgab, und dass der Gedanke ihm nahe zu sein sie nach wie vor verunsicherte. Es fiel ihr nicht schwer, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie er vorhin unten im Hauptquartier ausgesehen hatte, mit seiner blutgetränkten Kampfmontur und dem schrecklichen Waffenarsenal, das er um die schmalen Hüften trug. Und sie erinnerte sich nur allzu gut an die ungewöhnliche goldene Farbe seiner Augen, wie er sie angestarrt hatte, als er sie erblickte. Sie hatte keine Ahnung, warum sie dermaßen seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Sie wusste nur, dass sie sich von seinem durchdringenden Blick gefangen fühlte, auf eine Art und Weise gemustert, von der sie sich gleichermaßen belebt und verwundbar fühlte. Selbst jetzt noch kribbelte ihre Haut bei der Erinnerung an ihn. Sie zitterte, obwohl ihr in dem dicken Mantel alles andere als kalt war, und versuchte, das Gefühl weg zu reiben, fuhr sich mit den Händen die Arme hinauf und hinunter, um dieses seltsame, erhitzte Kribbeln ihrer Nervenenden zu vertreiben. »Hunter!« Ohne Vorwarnung sprang die kleine Myra zu. »Hunter! Komm raus zu uns!« Corinne sah sich zusammen mit den anderen Frauen nach Myra um, die aufgeregt auf die verglaste Terrassentür des Anwesens zulief. Drinnen stand Hunter. Seine blutgetränkte schwarze Kampfmontur hatte er inzwischen abgelegt und verfrisch geduscht. Nun trug er weite Jeans und ein weißes Hemd, das ihm über die Hose hing und das kunstvolle Muster seine Dermaglyphen auf seinem Brustkorb und Rumpf durchschimmern ließ. Trotz der Jahreszeit war er barfuß und sein kurzes hellbraunes Haar hing ihm feucht in die Stirn. Und er musterte sie wieder oder immer noch. Wie lang er wohl schon so dastand. Corinne versuchte den Blick von ihm abzuwenden, aber seine durchdringenden goldenen Augen wollten sie nicht loslassen. Sein Blick wich nicht einmal von Corinne, um das Kind zu begrüßen, das auf ihn zugerannt kam, bis zum allerletzten Augenblick, als sich Myra in seine starken Arme warf. Er hob das kleine Mädchen mühelos hoch, hielt sie in seiner linken Armbeuge und hörte ihr zu, als sie ihm lebhaft von ihren Abenteuern des heutigen Tages erzählte. Corinne konnte kaum hören, was sie redeten, aber es war offensichtlich, dass er das Kind sehr gern hatte, so leise und gutmütig, wie er mit ihr sprach. In der kurzen Zeit, die er sich mit ihr unterhielt, huschte ein seltsamer Ausdruck über sein sonst so unergründliches Gesicht, und plötzlich erstarrte er. Während er das Kind langsam wieder auf den Boden absetzte, warf er einen letzten Blick in Corinnes Richtung, einen langen Blick, der ihr durch und durchging. Dann drehte er sich um und verschwand wieder im Haus. Selbst nachdem er fort war, selbst nachdem Myra wieder zu den Hunden zurückgerannt war und im schneebedeckten Garten mit ihnen spielte und die anderen Stammesgefährten ihre eigene Unterhaltung wieder aufgenommen hatten, konnte Corinne immer noch die verwirrende Hitze von Hunters Blicken auf ihrem Körper spüren. Er hatte Corinne Bischops Gesicht schon einmal gesehen, nicht bei ihrer Rettung aus Dragos Karka verließ. Auch nicht in dem dunklen Hafen in Rhode Island, wohin man sie und die anderen befreiten Gefangenen in Sicherheit gebracht hatte. Nein, er hatte die junge Frau schon vor Monaten gesehen. Da war er sich jetzt sicher. Die Erkenntnis hatte ihn getroffen wie ein körperlicher Schlag, als er vor ein paar Minuten die kleine Myra hochgehoben hatte. Was seiner Erinnerung auf die Sprünge geholfen hatte, war ein Blick in das unschuldige Gesicht des Kindes gewesen und die Augen der kleinen Stammes Gefährtin, die einem die Zukunft zeigen konnten. Normalerweise trug Myra ihre speziell angefertigten Kontaktlinsen, die ihre Gabe dämpften, so auch heute Nacht. Aber vor Monaten hatte Hunter unbeabsichtigt in ihren spiegelartigen Augen eine Frau gesehen, die ihn um Gnade anflehte und ihn bat, nicht der Killer zu sein, zu dem er geboren war. In der Vision war ihm die Frau in den Arm gefallen und hatte ihn verzweifelt gebeten, dieses Leben zu verschonen, nur dieses eine, nur für sie. Lass ihn los, Hunter. Bitte, ich flehe dich an, tu es nicht. Kannst du das nicht verstehen? Ich liebe ihn, er bedeutet mir alles. Lass ihn einfach gehen. Du musst ihn am Leben lassen. In der Vision hatte sich das Gesicht der Frau vor Angst und Schrecken verzerrt, als sie erkannte, dass er sich nicht beeinflussen ließ, nicht einmal für sie eine Ausnahme machte. Und einen Augenblick später hatte sie in unendlichem Kummer aufgeschrien, als Hunter ihr seinen Arm entriss und zum tödlichen Schlag ausholte. Die Frau war Corinne Bischop. Die Frau war Corinne Bischop. Er hieß Dragos, wie sein Vater vor ihm, auch wenn es nur wenige gab, die ihn unter diesem Namen kannten. Nur eine Handvoll nötiger Verbündeter, seine Leutnants in dem Krieg, den er begonnen hatte, kannten seinen wirklichen Namen und seine Abstammung. Natürlich kannten ihn nun auch seine Feinde. Lukens Thorn und seine Ordenskrieger hatten ihn schon mehrfach enttarnt und in den Untergrund getrieben. Aber noch hatten sie ihn nicht besägt. Und das würden sie auch nicht, wie er sich jetzt sagte, als er im Walnussholz getäfelten Arbeitszimmer seines privaten Anwesens auf- und abging. Draußen vor den festgeschlossenen Fensterläden, die das schwache Mittagslicht abblockten, heulte ein Schneesturm. Über die steilen Felsklippen seines Inselverstecks wehten heftige Windböen vom Atlantik herein und rüttelten an den Fenstern und Dachschändeln. Und die immergrünen Bergkiefern, die sein riesiges Anwesen umgaben, ächzten und stöhnten im Sturmwind, der westwärts auf das Festland zutobte. Nur wenige Kilometer entfernt von der isolierten Felsklippe im Meer, die er nun sein Zuhause nannte. Dragos genoss die Wut des Sturmes, der draußen tobte. Er spürte in sich einen ähnlichen Sturm wüten, wenn er an den Orden und die schweren Schläge dachte, die er seiner Operation versetzt hatte. Er wollte ihn seine Wut spüren, ihn wissen lassen, dass er schon sehr bald kommen und Rache nehmen würde. Und sie würde blutig und total sein. Er würde keine Gnade walten lassen. In Gedanken ging er wieder und wieder die Pläne durch, die er mit Lugin und seinem bisher so uneinnehmbaren geheimen Bostoner Hauptquartier hatte, als er an der geschlossenen Tür seines Arbeitszimmers ein höfliches Klopfen hörte. »Was?« fauchte er. Sein Temperament war so aufbrausend, wie sein Geduldsfaden dünn war. Eine seiner Lakaien öffnete die Tür. Das Mädchen war jung und hübsch, mit rotblondem Haar und zarter, flaumiger Pfirsichhaut. Er hatte sie vor ein paar Wochen als Kellnerin in einem abgelegenen Fischerstädtchen entdeckt und beschlossen, sie zu seiner Unterhaltung in seinen Schlupfwinkel mitzunehmen. Es war auch wirklich amüsant mit ihr gewesen. Dragos hatte sich hinter dem Müllcontainer des Restaurants, der nach Fischabfällen und Salzwasser stank, von ihr genährt. Zuerst hatte sie sich heftig gewehrt, ihm das Gesicht zerkratzt und ihn getreten. Als er ihr die Fänge in den zarten Hals schlug, hatte sie kurz aufgeschrien und versucht, ihm das Knie in die Eier zu rammen. Dafür hatte er sie mehrfach brutal und mit größtem Vergnügen vergewaltigt. Dann hatte er sie fast bis zum Tod ausgesaugt und zu dem gemacht, was sie jetzt war. Eine seiner Lakaien. Wesenlos, hörig, ihm völlig versklavt. Sie leistete keinerlei Widerstand mehr und machte alles mit, was er von ihr verlangte, egal wie lasterhaft es war. Das Mädchen betrat mit Sitz am gesenktem Kopf sein Arbeitszimmer. »Ich bringe die Post von ihrem Postfach auf dem Festland, Meister.« »Hervorragend!« murmelte er und sah auf sie herunter, als sie mit einer Handvoll Briefumschlägen hereinkamen und sie auf seinem riesigen Schreibtisch in der Mitte des opulenten Raumes ablegte. Als sie sich zu ihm umdrehte, war ihre Miene ausdruckslos, aber aufmerksam. Der typische Gesichtsausdruck eines Lakaien, der den nächsten Befehl seines Meisters erwartete. Wenn er ihr befahl, auf die Knie zu gehen und ihm einen zu blasen, würde sie es sofort tun. Ebenso gehorsam würde sie reagieren, wenn er ihr befahl, den silbernen Brieföffner vom Tisch zu nehmen und sich damit die Kehle aufzuschlitzen. Dragos musterte sie mit schiefgelegtem Kopf und überlegte, welches dieser beiden Szenarien amüsanter wäre. Er hatte sich gerade entschieden, als sein Blick auf einen großen weißen Pergamentumschlag ganz oben auf dem Poststapel fiel. Der Bosner Absender und die kunstvoll handgeschriebene Adresse nahmen sofort seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Er winkte seine Lakaien gelangweilt fort. Während das Mädchen still sein Arbeitszimmer verließ, ließ er sich auf dem dicken Lederpolster seines Schreibtischstuhls nieder und nahm den weißen Umschlag vom Stapel. Lächelnd strich er mit den Fingern über die sorgfältig handgeschriebene Adresse unter seinem aktuellen Decknamen, den er in letzter Zeit bei den Menschen benutzte. Dragos hatte in seinem jahrhundertelangen Leben so viele falsche Identitäten angenommen, beim Stamm und bei den Menschen, dass er sich kaum noch die Mühe machte, den Überblick zu behalten. Es war auch nicht länger von Belang. Die Zeit, in der er sich verstecken und seine großen Pläne im Verborgenen vorantreiben musste, war nun fast zu Ende. Er war jetzt so nah dran. Was kümmerten ihn schon die Interventionen des Ordens in letzter Zeit? Die Anstrengungen der Krieger, ihn auszubremsen, waren bedeutungslos und kamen außerdem viel zu spät. Die Einladung zu einer Weihnachtsfeier in seiner Hand war ein weiterer Schritt auf seinem Weg zum Triumph. Er hatte den jungen Senator von Massachusetts fast das ganze letzte Jahr über umworben, jede Bewegung des ehrgeizigen jungen Politikers genau verfolgt und sichergestellt, dass seine Wahlkampfkasse immer gut gefüllt blieb. Dieser Mensch glaubte, dass er zu großem Ausersehen war. Und Dragos tat, was er konnte, um dafür zu sorgen, dass er so schnell und so hoch aufstieg wie nur möglich. Wenn es nach ihm ging, den ganzen Weg zum Weißen Haus. Dragos öffnete den Umschlag und überflog die Einzelheiten der Einladung. Es würde eine exklusive Wohltätigkeitsveranstaltung mit teurem Abendessen und Spendensammlung werden, zu der die mächtigen Politikerfreunde des Senators und natürlich seine einflussreichsten und großzügigsten Wahlkampfsponsoren eingeladen waren. Diese Party würde er sich um nichts in der Welt entgehen lassen. Tatsächlich konnte er sie kaum erwarten. Schon in wenigen Nächten würde er die nötigen Voraussetzungen geschaffen haben, seine Vision zu ihrem grandiosen Abschluss zu bringen. Und nichts und niemand würde ihn mehr dabei aufhalten können. Mit Sicherheit nicht die Menschen. Die würden ahnungslos sein bis zuletzt, genau wie geplant. Auch der Orden würde ihm keine Steine mehr in den Weg legen. Dafür hatte er schon gesorgt. Dieser Krieg erforderte neue Methoden, und er hatte einen seiner Lakaien ausgeschickt, um ihm die nötigen Spezialwaffen zu besorgen, die er gegen Luken und seine Krieger brauchte, und die sicherstellen würden, dass kein Mitglied des Ordens am Leben blieb, um jemals wieder seine Pläne zu durchkreuzen. Als er die Einladung des Senators wieder auf den Tisch legte, meldete ihm sein Laptop mit einem hellen Glockenton, dass eine neue Mail angekommen war. Genau nach Plan, dachte Dragos, als er den Report seines Lakaien vor Ort mit einem Mausklick öffnete. Die Nachricht kam über einen kostenlosen Mail-Provider, sodass man den Nutzer nicht zurückverfolgen konnte, und war kurz und bündig, genau wie er es von einem ehemaligen Soldaten erwartete. Zielpersonen lokalisiert. Erste Kontaktaufnahme erfolgreich. Überstellung eingeleitet wie geplant. Eine Antwort war nicht nötig. Der Lakai kannte die Zielvorgaben seiner Mission und würde den Mail-Account aus Sicherheitsgründen bereits deaktiviert haben. Dragos löschte die Mail aus seinem Posteingang und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Draußen heulte immer noch der Wintersturm, und Dragos schloss die Augen und lauschte dem wütenden Toben mit ruhiger Befriedigung. Denn er wusste nun, dass sich alle Elemente seines gigantischen Masterplans endlich zusammenfügten. Sein Name war Dragos, und schon bald würde jeder Mann, jede Frau und jedes Kind auf diesem Planeten, Stammesvampire wie Menschen, sich vor ihm als ihrem Herrn und König verbeugen. Alles hatte sich verändert. Das war der Gedanke, der Corinne unablässig durch den Kopf ging, seit sie und Hunter am nächsten Abend in Detroit angekommen waren. Nach den Jahrzehnten ihrer Gefangenschaft in Dragos Labor fiel es ihr noch schwer, sich auf die unzähligen Veränderungen und neuen technischen Errungenschaften einzustellen. Seit ihrer Befreiung hatte Corinne das Gefühl, irgendwie auf eine andere Realitätsebene geraten zu sein. Eine Fremde, verloren in einer seltsamen futuristischen Welt. Aber nichts hatte sie so sehr erschüttert wie das Gefühl, als sie und Hunter in einem Wagen des Ordens vom Flughafen in die Innenstadt zum dunklen Hafen ihrer Eltern gefahren waren. Die belebte Innenstadt, an die sie sich erinnerte, existierte nicht mehr. Das offene Land am Flußufer war nun völlig zugebaut, einige der Gebäude schick und modern, die Fenster der Hochhausbüros beleuchtet. Andere standen offenbar seit langer Zeit leer, waren heruntergekommen und verfielen. Selbst auf der Hauptstraße waren nur wenige Leute zu Fuß unterwegs und schlurften hastig an den dunklen Korridoren des Zerfalls vorbei. Selbst im Dunklen wirkten diese beiden extremen Gesichter von Detroit schockierend. Schier unglaublich. Straßenzug auf Straßenzug sah aus, als hätte der Fortschritt über dem einen Grundstücke lächelt und auf das andere gespuckt. Sie bemerkte gar nicht, wie besorgt sie war, bis Hunter die riesige schwarze Limousine vor einem vom Mondschein erhellten Anwesen parkte. Dem dunklen Hafen, den sie einst ihr Zuhause genannt hatte. »Mein Gott!«, flüsterte sie neben ihm im Wagen, überkommen von einer Woge der Erleichterung. »Er ist immer noch da. Ich bin endlich zu Hause.« Aber selbst der dunkle Hafen wirkte anders als in ihrer Erinnerung. Nervös geworden, fummelte Corinne am Verschluss ihres engen Sicherheitsgurtes herum. Hunter hatte darauf bestanden, dass sie sich während der Fahrt anschnallte. Und jetzt konnte sie es kaum erwarten, das unbequeme Ding loszuwerden. Sie beugte sich nach vorn und spähte aus dem dunkel getönten Beifahrerfenster. Ihr Atem entfuhr ihr als stockender Seufzer, als sie an dem schweren, schmiedeeisernen Einfahrtstor und dem Einfassungszaun vorbeisah. Als sie zum letzten Mal zu Hause gewesen war, hatte es die noch nicht gegeben. War das nur ein Zeichen dafür, dass die ganze Stadt mittlerweile ein gefährliches Pflaster geworden war, oder hatte ihr unbezwingbarer Vater sich nach ihrem Verschwinden so gefährdet gefühlt, dass er sich mit dem Rest seiner Familie in einem eigenen Privatgefängnis verschanzt hatte? Was immer der Grund war, beim Anblick der hässlichen Barriere, die dieses einst so friedliche Anwesen nun umgab, zog sich ihr vor Schuldgefühlen und Trauer das Herz zusammen. Hinter dem festungsartigen Tor am Ende der langen Kopfstein gepflasterten Einfahrt stand das stattliche Anwesen, ein Backsteinbau im klassizistischen Stil. Und durch die zugezogenen Vorhänge vieler Fenster drang ein schwacher Lichtschein. Die hohen Eichen, die die Einfahrt säumten, waren in ihrer Abwesenheit alt und mächtig geworden. Ihre winterlich nackten Äste wuchsen hoch über dem Boden aufeinander zu und bildeten einen schützenden Baldachin. Weiter vorn, auf halber Strecke des weitläufigen Rasens, der sich vor dem riesigen Haus erstreckte, war der Springbrunnen aus Kalkstein mit seinem Wasserbecken, an dem sie und ihre jüngere Adoptivschwester Charlotte als kleine Mädchen in den heißen Sommernimmer gespielt hatten, inzwischen durch dekorative Felsbrocken und Formschnitthecken ersetzt worden, die jetzt mit Jutesäcken abgedeckt waren. Wie riesig ihr das Grundstück damals als Kind vorgekommen war und wie magisch diese abgeschiedene Welt! Wie schrecklich, dass ihr das alles nur ein paar Jahre später völlig selbstverständlich geworden war. Als eigensinnige junge Frau hatte sie damals kaum erwarten können, von hier wegzukommen, und zwar so weit weg wie möglich. Jetzt wollte sie wieder hinein, mit einer Sehnsucht, die an Verzweiflung grenzte. Corinne hob die Finger an den Mund, ein kleines Schluchzen stieg in ihrer Kehle auf. »Ich kann gar nicht glauben, dass ich wirklich wieder hier bin. Dass ich zu Hause bin!« Impulsiv griff sie nach dem Türgriff und ignorierte das leise Knurren ihres stoischen Begleiters auf dem Fahrersitz. Corinne kletterte aus dem Wagen und ging ein paar Schritte auf das eiserne Einfahrtstor zu. Ein eisiger Windstoß fuhr über die verschneite Landschaft und wehte ihr ins Gesicht, so dass sie sich etwas tiefer in ihren dicken Wollmantel schmiegte. Hinter ihr spürte sie plötzlich ein Hitzefeld, das sich ihr näherte, und wusste, dass Hunter ihr gefolgt war. Sie hatte nicht einmal gehört, dass er aus dem Wagen gestiegen war, so verstohlen bewegte er sich. Seine Stimme hinter ihr war leise und tief. »Du solltest am Wagen bleiben, bis ich dich sicher zur Tür gebracht habe.« Corinne trat von ihm weg, ging zum geschlossenen Einfahrtstor und berührte die hohen Gitterstangen. »Weißt du, wie lange ich weg gewesen bin?« murmelte sie. Hunter antwortete nicht, stand nur schweigend hinter ihr. Sie schloss die Finger um das kalte Eisen und stieß ein leises, freudloses Lachen aus. »Letzten Sommer waren es fünfundsiebzig Jahre.« »Kannst du dir das vorstellen?« »So viel von meinem Leben hat man mir gestohlen. Meine Familie da drüben in dem Haus, die denken alle, ich sei tot.« Die Vorstellung tat ihr weh, was ihre Eltern und Geschwister nach ihrem Verschwinden durchgemacht haben mussten. Nach ihrer Entführung hatte Corinne sich Sorgen gemacht, wie ihre Familie wohl damit zurechtkam und sich lange an die Hoffnung geklammert, dass man nach ihr suchen würde, dass ihre Familie nicht ruhen würde, bis sie sie gefunden hatte, besonders ihr Vater. Schließlich war Victor Bishop in der Vampirgesellschaft ein bedeutender Mann. Schon damals war er vermögend gewesen und hatte über gute Beziehungen verfügt. Er hatte alle Mittel besessen. Also warum hatte er seine Stadt nicht auf den Kopf gestellt und jeden Stein umgedreht, bis er seine Tochter gefunden und nach Hause gebracht hatte? Diese Frage hatte sie jede Stunde ihrer Gefangenschaft beschäftigt. Was sie damals noch nicht gewusst hatte, war, dass ihr Entführer Vorkehrungen ergriffen hatte, um ihre Familie und alle, die sie kannten, davon zu überzeugen, dass sie nicht mehr am Leben war. Brock, der in ihrer Kindheit lange vor seiner Zeit als Ordenskrieger ihr Bodyguard gewesen war, hatte sie nach ihrer Rettung beiseite genommen und ihr alles erzählt, was er von ihrem Verschwinden wusste. Obwohl er sich große Mühe gegeben hatte, ihr die Fakten so schonend wie möglich beizubringen, waren die Details, die er ihr enthüllt hatte, entsetzlich. Ein paar Monate nach meiner Entführung wurde unweit von hier eine Frauenleiche aus dem Fluss gezogen, sagte sie leise zu Hunter, mit Abscheu in der Stimme. Sie war so alt wie ich, gleich groß und hatte die gleiche Figur. Jemand hatte ihr meine Sachen angezogen, das Kleid, das ich in der Nacht meiner Entführung getragen hatte. Und das war noch nicht alles. Ihre Leiche war verstümmelt worden. Beendete Hunter den Satz, als sie nicht weitersprechen konnte. Sie drehte sich fragend zu ihm um. Er sah sie nüchtern an. »Brock hat mir von deiner Entführung erzählt. Ich bin auf dem Laufenden darüber, wie die Leiche manipuliert wurde, um die Identität des Opfers zu vertuschen.« »Manipuliert?« antwortete Corinne. Sie senkte ihr Kinn und runzelte die Stirn über ihrer rechten Hand mit dem Muttermahl, das sie als Stammesgefährtin auswies. Um meine Familie davon zu überzeugen, dass ich die Tote war, haben ihr der oder die Mörder Hände und Füße abgehackt. Sogar den Kopf. Ihr Magen hob sich beim Gedanken an die Grausamkeit, die abgrundtiefe Schlechtigkeit, die jemand besitzen musste, um einem anderen Menschen so etwas anzutun. Aber natürlich waren die Dinge, die Dragos ihr und den anderen in seinem Labor eingekerkerten Stammesgefährtinnen angetan hatte, fast genauso abscheulich gewesen. Corinne schloss fest die Augen unter dem Ansturm der Erinnerungen, die jetzt wie Fledermäuse aus der Dunkelheit auf sie einstürmten. Nass-kalte Betonzellen, kalte Stahltische mit dicken Ledergurten, aus denen es kein Entkommen gab, die ständigen Spritzen, Blut- und Gewebeproben und Untersuchungen, endlose Schmerzen, Wut und absolute bodenlose Hoffnungslosigkeit. Das schreckliche, herzzerreißende Heulen der Wahnsinnigen und Sterbenden und die anderen, die irgendwo dazwischen vor sich hin dämmerten. Und Blut. So viel Blut. Ihr eigenes und das andere, mit dem sie und auch die anderen entführten Frauen regelmäßig zwangsgefüttert wurden, sodass sie jung und für Dragos perverse Zwecke langfristig einsetzbar blieben. Corinne schauderte und schlang die Arme um die tiefe, kalte Leere, die sich in ihrem tiefsten Innern ausbreitete. Es war ein dumpfer Schmerz, gegen den sie schon seit sehr langer Zeit ankämpfte und der in den Tagen seit ihrer Rettung nur noch weiter in ihr aufgebrochen war. »Es ist kalt«, sagte ihr stoischer Begleiter aus Boston. »Du solltest dich wieder in den Wagen setzen, bis ich dich sicher im Haus abliefere.« Sie nickte, rührte sich aber nicht vom Fleck. Jetzt, da sie hier stand, jetzt, da der Augenblick, für den sie so lange gebetet hatte, endlich wahr wurde, wusste sie nicht, ob sie den Mut hatte, sich ihm zu stellen. Sie denken alle, ich wäre tot, Hunter. Diese ganze lange Zeit habe ich für sie nicht mehr existiert. Was, wenn sie mich vergessen haben? Wenn sie ohne mich glücklicher gewesen sind? Ihre Zweifel drückten sie nieder. »Vielleicht hätte ich doch versuchen sollen, sie zu kontaktieren, bevor ich Boston verlassen habe. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, herzukommen.« Sie drehte sich zu ihm um und hoffte, er würde ihr irgendwie Mut machen und sagen, dass ihre Ängste unbegründet waren. Sie wollte ihnen sagen hören, dass ihr eben einfach nur die Nerven durchgingen. Irgendetwas Tröstendes, wie Brock es zu ihr gesagt hätte, wenn er jetzt bei ihr gewesen wäre. Aber Hunters Miene war unergründlich, und seine goldenen Falkenaugen starrten sie unverwandt an. Corinne stieß einen leisen Säufzer aus. »Was würdest du tun, wenn es in diesem Haus da drüben deine Familie wäre, Hunter?« Unter seinem schwarzen Ledermantel hob er eine massige Schulter. »Ich habe keine Familie.« Er sagte das so nebenbei, als machte er nur eine Bemerkung darüber, dass es eben dunkel war, als stellte er lediglich das Offensichtliche fest und wollte keine Nachfragen anregen, was aber nur dazu führte, dass sie mehr über ihn wissen wollte. Es fiel ihr schwer, sich ihn anders als diesen nüchternen, fast grimmigen Krieger vorzustellen, der da vor ihr stand. Es fiel ihr schwer, sich ihn mit einem runden Kindergesicht vorzustellen, statt diesen scharfen Wangenknochen und dem unversöhnlichen, kantigen Kinn. Sie konnte sich ihn nicht ohne die schwarze Kampfmontur und das Arsenal von Klingen und Schusswaffen vorstellen, das in den Falten seines langen Mantels glänzte. »Aber du musst doch Eltern haben,« drängte sie, neugierig geworden. »Du musst doch bei irgendjemandem aufgewachsen sein.« »Es gibt niemanden.« Da sah er plötzlich an ihr vorbei. Sein Kiefer spannte sich an und seine goldenen Augen wurden schmal und hart. »Man hat uns bemerkt.« Kaum hatte er das gesagt, gingen einer nach dem anderen die um das Anwesen montierten Scheinwerfer der Flutlichtanlage an und tauchten Hof- und Zufahrtsweg in gleißendes Licht. Korin erschrak, als jetzt vom Haus ein halbes Dutzend bewaffneter Stammesvampire so schnell auf sie und Hunter zugeschossen kam, dass sie ihre Bewegung kaum wahrnehmen konnte. Dieses Problem hatte Hunter nicht. Er stellte sich sofort vor sie, drückte sie sanft, aber bestimmt mit dem Arm hinter sich und ging in Kampfposition. Er zog keine Waffe, als die Wächter ihres Vaters mit drohenden Blicken ans Tor gerast kamen. Jeder einzelne der sechs Vampire ein großes, schwarzes Gewehr im Anschlag, alle Läufe auf Hunters Brust gerichtet. Korin fiel auf, dass Hunters Anblick selbst ohne Waffe in der Hand die Wächter ihres Vaters zu überraschen schien. Jeder Angehörige seiner Spezies musste ihn sofort als Stammesvampir erkennen. Und so argbönisch, wie sie jetzt seine schwarze Kampfmontur beäugten und seine tödliche Gelassenheit in sich aufnahmen, hatten sie ihn sofort als ein Mitglied des Ordens identifiziert. »Runter mit den Waffen«, sagte Hunter, und seine entnervende Ruhe hatte nie tödlicher geklungen. »Ich habe nicht vor, jemanden zu verletzen.« »Das ist Privatgelände«, stieß einer der Wächter hervor. »Ohne vorherige Ankündigung kommt niemand durch dieses Tor.« Hunter legte den Kopf schief. »Ich sagte runter mit den Waffen.« Zwei von ihnen gehorchten instinktiv. Als auch ein dritter Anstalten machte, sein Gewehr zu senken, ertönte aus dem Headset an seinem Kragen ein scharfes Zischen, und aus dem Nichts erklang eine körperlose Männerstimme. »Was zum Teufel ist da draußen los, Mason? Sofort melden!« »Oh mein Gott!«, flüsterte Corinne. Diesen dröhnenden Bariton erkannte sie sofort, selbst wenn er so untypisch verärgert klang. Eine wilde Hoffnung durchströmte sie und zerstreute all ihre Ängste und Unsicherheit. Sie spähte hinter Hunter hervor und schrie ihre Erleichterung praktisch heraus. »Papa!« Der Wachtrupp hätte nicht verblüffter sein können. Aber als sie versuchte, um Hunter herumzugehen, hob einer von ihnen den langen Lauf seines Gewehrs. Im nächsten Sekundenbruchteil war Hunter am Tor. Verblüfft sah sie zu, wie der Krieger sich vor sie stellte, wie ein lebender Schild aus Muskeln, Knochen und tödlicher Energie. Sie konnte nicht sagen, wie es ihm so mühelos gelungen war, das Gewehr des Wächters zu packen, aber eben noch war die Mündung aus schwarzem Stahl auf sie gerichtet gewesen und im nächsten Augenblick hatte Hunter den Lauf zwischen den Gitterstangen des Tors zu einem steilen Winkel verbogen. Er warf dem Rest der Männer ihres Vaters einen warnenden Blick zu und nun wirkte keiner mehr versessen darauf, sich mit ihm anzulegen. Wieder ertönte Victor Bischops Stimme über das Headset. »Sagt mir endlich jemand, was zur Hölle da los ist? Wer ist da draußen bei euch?« Jetzt erkannte Corinne auch den Wächter namens Mason. Er hatte zum Haushalt der Bischops gehört, solange sie sich erinnern konnte. Ein freundlicher, aber ernster Stammesvampir, der ein Freund von Brock gewesen war und Jazz fast so sehr geliebt hatte wie sie. Damals hatte er sein rotblondes Haar elegant mit Pomade zurückgekämmt, jetzt war es kurz geschnitten wie eine hellorangene Kappe. Offensichtlich traute er seinen Augen kaum. »Miss Corinne?« fragte er zögernd und starrte sie ungläubig an. »Aber wie ist das möglich? Herr im Himmel, sind das … sind sie's wirklich?« Als sie stumm nickte, breitete sich auf seinem Gesicht ein Lächeln aus. Der Wächter flüsterte einen Fluch, packte das Headset an seinem Mantelkragen und zog es näher an den Mund. »Mr Bishop, Sir! Mason hier! Wir sind unten am Einfahrtstor und …« »Sir, Sie werden es nicht glauben, aber es ist gerade ein Wunder geschehen.« »Sie werden es nicht glauben, aber es ist gerade ein Wunder geschehen.« Die Frau war in Sicherheit. Sein Job war erledigt. Das sagte sich Hunter, nachdem er Corinne Bishop der Security-Einheit ihres Vaters übergeben hatte. Die Wächter öffneten ihr unverzüglich das Tor und überschlugen sich fast vor Entschuldigungen für ihren ungewollt feindseligen Empfang. Der, der Mason hieß, starrte sie mit feuchten Augen an und vor Erschütterung versagte ihm fast die Stimme, als er sich mit der Hand über das Gesicht fuhr und murmelte, dass er nicht fassen konnte, sie lebendig vor sich zu sehen. Mason winkte den anderen Wächtern vorzugehen, legte Corinne beschützend den Arm um die zierlichen Schultern und ging mit ihr den kopfsteingepflasterten Auffahrtsweg zum Anwesen hinauf. Hunter blieb am Tor stehen und sah ihr nach. Seine Aufgabe, sie sicher bei ihrer Familie abzugeben, war erfüllt. Jetzt konnte er zum Flughafen zurück, wo der Privatjet des Ordens auf ihn wartete und ihn zurück nach Boston bringen würde. Gleich würde Corinne Bishop wieder sicher im dunklen Hafen ihrer Familie sein, und schon in wenigen Stunden konnte er sich wieder der wichtigeren Aufgabe widmen, Dragos und seine Armee von Gen-1-Killern zu verfolgen. Und doch war da immer noch die Sache mit Myras Vision. Als die Wächter ihres Vaters sie weiter den Zufahrtsweg hinaufführten, sah sich Corinne zu ihm um. Der kalte Wind erfasste ihr langes, schwarzes Haar, dunkle Strähnen flatterten über ihre blassen Wangen und ihre Stirn. Sie öffnete den Mund, als wollte sie etwas sagen, aber die Worte waren verloren und der Wind nahm ihre Atemwolke mit sich fort. Ihr Blick verweilte auf ihn. Er spürte, wie dieser lange, gehetzte Blick ihn über die Entfernung hinweg suchte, so spürbar wie eine Berührung. Er beobachtete, wie Corinne Bishop immer weiter von ihm fortgeführt wurde, und sah plötzlich wieder das tränenüberströmte Gesicht und die wilde Verzweiflung der Frau aus Myras Vision vor sich. Er hörte ihre Stimme voller Angst und Qual. »Bitte, ich flehe dich an! Ich liebe ihn! Du musst ihn am Leben lassen!« Während sein Verstand ihn daran erinnerte, dass die Sehergabe des Kindes sich noch nie geirrt hatte, meldete sich in Hunter jetzt ein hartnäckiges, unvertrautes Gefühl zu Wort. Der kluge Taktiker in ihm schlug vor, dass die Vision ein Rätsel war, das gelöst werden musste. Der Killer in ihm sagte, dass Myras Vision ihn zu einem Feind führen konnte, der entdeckt und eliminiert werden musste. Aber es gab noch einen anderen Teil von ihm, und der sah in diesem Augenblick Corinne Bishop an, diese zarte Schönheit, die doch so stählern und unverwüstlich mit erhobenem Kopf aus Dragos' Kerkern hervorgegangen war. Und er konnte nicht begreifen, dass offenbar er derjenige sein sollte, der sie endgültig zerbrach, wie er es in Myras Vision getan hatte. Er spürte einen eigenartigen Respekt für sie, die in Dragos' Klauen so Entsetzliches durchgemacht haben musste. Und, was noch seltsamer war, er erkannte, dass nicht er derjenige sein wollte, der Corinne Bishop noch mehr Schmerz und Tränen verursachte. Dieser irrationale, viel zu menschliche Teil von ihm war es, der ihn schließlich dazu brachte, den Blick von ihr abzuwenden, sich umzudrehen und wieder auf seinen Wagen zuzugehen, der am Ende des Zufahrtsweges auf ihn wartete. Wenn er jetzt ging, standen die Chancen gut, dass er dieser Frau nie wieder begegnete. Er würde zurück nach Boston gehen, Vision hin oder her. Als er die ersten Schritte tat, flog die Tür des Anwesens auf, und der herzzerreißende Schrei einer Frau gälte durch die Nacht. »Corinne! Ich muss sie sehen! Ich will meine Tochter sehen!« Hunter blieb stehen und sah über die Schulter. Eine attraktive Brünette kam aus dem Haus gelaufen. Anscheinend hatte sie alles stehen und liegen lassen, war in einer weißen Saternbluse und einem engen, dunklen Rock hinausgerannt, ohne sich einen Mantel überzuziehen. Ihre hohen Absätze klapperten auf dem rutschigen Kopfstein gepflasterten Auffahrtsweg, als sie schluchzend auf die Wächter und Corinne zulief, die inzwischen auf halber Höhe angekommen waren. Corinne löste sich aus der Gruppe und lief ihr entgegen. »Mama!« Die beiden Frauen umarmten einander unter Freudentränen und flüsterten heftig miteinander. Victor Bishop folgte seiner erleichterten Stammesgefährtin auf dem Fuß. Der Vorstand des dunklen Hafens kam schweigend aus dem Haus. Sein Gesicht blass im Mondlicht, die schwarzen Brauen tief über seine dunklen, unverwandten Augen gesenkt. Ein erstickter Ruf drang ihm aus der Kehle. »Corinne!« Sie sah auf, als er ihren Namen sagte und sich ihr zögerlich näherte. »Ich bin's wirklich, Papa.« »Oh Gott, ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen.« Hunter beobachtete das Wiedersehen, hörte zu, als Corinnes erschütterter Vater versuchte, sich einen Reim darauf zu machen, was hier vorging. »Ich verstehe nicht, wie das möglich ist,« murmelte Bishop. »Du warst so lange fort, Corinne. Du warst doch tot.« »War ich nicht?« versicherte sie ihm, löste sich aus seiner Umarmung und sah ihrem fassungslosen Vater in die Augen. »Ich bin in jener Nacht entführt worden. Man hat euch Glauben gemacht, dass ich tot war, aber ich war's nicht. Ich wurde diese ganze Zeit über gefangen gehalten. Aber das ist jetzt alles nicht mehr wichtig. Ich bin einfach nur froh, wieder zu Hause zu sein. Ich dachte, ich würde nie wieder freikommen.« Victor Bishop schüttelte langsam den Kopf. Seine Brauen senkten sich tiefer und der Ausdruck der Verwirrung in seinem Gesicht verstärkte sich noch. »Ich kann es kaum glauben. Nach all den Jahren, wie ist es nur möglich, dass du jetzt vor uns stehst?« »Der Orden,« antwortete Corinne und sah durch die Gruppe von Bischops Wächtern zu Hunter hinüber. »Ich verdanke den Kriegern und ihren Gefährtinnen mein Leben. Sie haben den Ort gefunden, an dem ich gefangen gehalten wurde. Letzte Woche haben sie mich und einige andere Gefangene gerettet und uns zu einem sicheren Haus in Rhode Island gebracht.« Schon letzte Woche murmelte Bishop und klang überrascht und beunruhigt. »Und niemand hat daran gedacht, uns Bescheid zu geben. Man hätte uns informieren müssen, dass es dir gut geht. Man hätte uns sagen müssen, dass du lebst, verdammt nochmal!« Corinne nahm sanft seine Hand. »Ich musste es euch einfach persönlich sagen. Ich wollte dabei eure Gesichter sehen und euch umarmen.« Ihre Miene wurde plötzlich unendlich traurig, was selbst Hunter aus der Ferne nicht entging. »Ach, Papa, es gibt so viel, was ich dir und Mama erzählen muss.« Während Corinnes Mutter sie wieder heftig umarmte und ein Schluchzen unterdrückte, spannte sich Victor Bischops Kiefer immer mehr an. »Und dein Entführer?« »Guter Gott, bitte sag mir, dass der Bastard tot ist, der dich uns gestohlen hat!« »Das wird er bald sein,« antwortete Hunter und zog mit seinem Einwurf alle Blicke auf sich. »Der Orden ist ihm auf den Fersen und wird ihn bald haben.« Bischop musterte Hunter mit schmalen Augen von Kopf bis Fuß. »Bald ist nicht genug, wenn meine Familie in Gefahr ist, Krieger!« Er gab seinen Männern ein Zeichen. »Schließt das Tor und schaltet die Sensoren am Einfassungszaun ein. Wir sollten nicht länger hier draußen bleiben. Regina, bring Corinne ins Haus. Ich komm gleich nach.« Bischops Wachen kamen seinen Befehlen eilig nach. Als Corinnes Mutter sie zum Haus führen wollte, löste Corinne sich von ihr, lief noch einmal zur Hunter zurück und hielt ihm die Hand hin. »Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast.« Er starrte sie einen Augenblick an, hin- und hergerissen zwischen ihrem festen, unverwandten Blick und der zarten, blassen Hand, die sie ihm hinstreckte. Dann nahm er ihre schlanken Finger in seine. »Gern geschehen«, murmelte er und achtete darauf, ihre kleine Hand nicht mit seiner riesigen Pranke zu zerdrücken. Körperliche Berührungen war er nicht gewöhnt und hatte auch nie ein Bedürfnis nach Dankbarkeit gehabt, und doch fiel ihm jetzt auf, wie weich Corinnes Haut sich an seiner Handfläche und Fingerspitzen anfühlte, wie warmer Samt an seiner harten, schwieligen Waffenhand. Es hätte gar nichts bedeuten sollen, aber irgendwie weckte der Gedanke, diese junge Frau zu berühren, seltsames Interesse in ihm. Ungewolltes Interesse und ungerechtfertigt außerdem. Was nur allzu deutlich von Corinnes verzweifeltem Flehen aus Myras Vision unterstrichen wurde, das plötzlich wieder in seinem Kopf wiederhalte. »Lass ihn gehen, Hunter. Bitte, ich flehe dich an. Tu's nicht. Kannst du das nicht verstehen? Ich liebe ihn. Er bedeutet die Welt für mich.« Er ließ ihre Hand los, aber selbst nachdem der Kontakt abgebrochen war, verweilte ihre Wärme in seiner Handfläche, als er die Hand zur Faust ballte und wieder sinken ließ. Corinne räusperte sich leise und verschränkte die Arme vor der Brust. »Bitte richte allen im Orden, und auch Andreas und Claire reichen von mir aus, dass ich ihnen ewig dankbar sein werde für alles, was sie für mich getan haben.« Hunter senkte den Kopf. »Ich wünsche dir ein schönes Leben, Corinne Bishop.« Sie starrte ihn lange an. Dann nickte sie leicht, drehte sich um und ging zu ihrer Mutter zurück. Als die beiden Frauen zusammen über den Aufwärtsweg auf das Haus zugingen, trat Victor Bishop in Hunters Blickfeld. Auch er sah den beiden Frauen nach, und sobald sie außer Hörweite waren, stieß er einen leisen Fluch aus. »Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass dieser Augenblick jemals kommen würde,« murmelte er und sah sich wieder zu Hunter um. »Wir haben dieses Mädchen vor Jahrzehnten begraben. Oder vielmehr die Tote, die wir für sie gehalten haben. Es hat lange gedauert, bis Regina die Hoffnung aufgegeben hat, dass ihr vielleicht eine Verwechslung vorlag und die Leiche, die meine Männer Monate später aus dem Fluss gezogen haben, gar nicht ihre Tochter war.« Hunter hörte stumm zu und beobachtete, wie Bischops Gesicht zuckte und sich vor innerer Bewegung rötete. »Es hat Regina fast kaputt gemacht, Corinne zu verlieren. Sie hat immer auf ein Wunder gehofft. An dieser Hoffnung hat sie sich länger festgehalten, als ich es für möglich gehalten habe. Aber irgendwann hat sie sie doch aufgegeben.« Bishop fuhr sich mit der Hand über die gerunzelte Stirn und schüttelte langsam den Kopf. Und jetzt hat sie, Gott und dem Orden sei Dank, heute Abend doch noch ihr Wunder bekommen. Hunter ignorierte das Lob und beachtete auch die Hand nicht, die der Zivilist aus dem dunklen Hafen ihm hinstreckte. Er hielt seine Augen auf Corinne gerichtet, die sich immer weiter von ihm entfernte, als sie und ihre Mutter den Rest des langen Auffahrtsweges hinter sich brachten und dann durch die offene Tür das einladend erleuchtete Haus betraten. Er sah ihr nach, bis sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte und er sicher sein konnte, dass sein Schützling sicher im Schoß ihrer Familie angekommen war. In der entstandenen Stille räusperte sich Victor Bishop und ließ die Hand wieder sinken. »Wie kann ich dem Orden vergelten, was Sie heute Abend für uns getan haben?« »Passen Sie gut auf Sie auf«, sagte Hunter. Dann wandte er sich von Bishop ab und ging zu seinem Wagen zurück, der unten an der Straße auf ihn wartete. Lucan dröhnte der Schädel vor Wut, als er mit einigen Mitgliedern des Ordens im Techniklabor des Hauptquartiers saß. Die Ellbogen auf die Kante des langen Konferenztisches gestützt, lauschte er mit den anderen voller Abscheu, was Gideon über Murdoch herausgefunden hatte, den Agenten, der letzte Nacht aus dem Striplokal in Chinatown geflohen und seither noch nicht wieder aufgetaucht war. Außer, dass er Stammgast in diesen Bumslokalen ist, hat unser Freund Murdoch offenbar ganz spezielle Vorlieben bei seinen Blutwirten. Er mag sie blutjung. Laut seiner Personalakte bei der Agentur hat er jede Menge Dreck am Stecken. Missbrauch von Minderjährigen in mehreren Fällen und nicht nur zur Nahrungsaufnahme. Außerdem gibt es mehrere Einträge wegen exzessiver Gewaltanwendung, sowohl gegen Zivilbevölkerung der dunklen Häfen als auch gegen Menschen. Und denkt dran, was in seiner Agenturakte steht, dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. Wenn ich noch etwas tiefer grabe, dürfte sich noch viel mehr zu diesem Kau finden. Gideon hatte sich in die Akte des Vampirs in der Internationalen Stammdatenbank eingehackt, in der fast jeder lebende Stammesvampir aufgeführt war. Natürlich gab es Ausnahmen, wie Luken und eine unbekannte Anzahl von anderen Stammesvampiren der frühen Generation, die Jahrhunderte geboren waren, bevor es all diese Technologie gegeben hatte. Luken sah auf den Flachmonitor hinüber, auf dem im Vollbildmodus das Foto eines affektiert aussehenden, braunhaarigen Mannes mit einem schmierigen, selbstgefälligen Lächeln zu sehen war. Gibt es Familie? Irgendwen, dem wir auf den Zahn fühlen können, wo dieses Arschloch sich verkrochen hat? Gideon schüttelte den Kopf. Er hat sich nie nur Stammesgefährten genommen, und von irgendwelchen Verwandten steht nichts in den Akten. Noch was, Murdoch ist erst seit etwa fünfzig Jahren in Boston ansässig. Davor, als er diese besagten Probleme mit Kindern und Gewalt hatte, war er bei der Agentur in Atlanta. So wie es aussieht, wurde er auf seine aktuelle Position hier auf persönliche Empfehlung des regionalen Agenturdirektors befördert. Am anderen Tischende stieß Nikolais Gefährtin Renata, die schwarze Drillichhosen und Kampfmontur trug wie die männlichen Krieger, ein verächtliches Schnauben aus. Ihr kinnlanges, brünettes Haar schwang ihr ums Gesicht, als sie sich zurücklehnte und die Arme über der Brust verschränkte. Wie wird man einen problematischen Mitarbeiter los, indem man ihn woanders hin versetzt? Das war beim Waisenhauspersonal in Montreal damals Gang und Gäbe. Dieses Schwein, Murdoch, muss ausgeschaltet werden, sagte Rio, der Nico und Renata gegenüber saß. Seine topassfarbenen Augen glühten vor Verachtung, und das Netz von Narben, das seine ganze linke Gesichtshälfte entstellte, wirkte noch gefährlicher als sonst. Kate, der Krieger mit dem stachligen dunklen Haarschopf, nickte. Zu dumm, dass Hunter und Chase ihn letzte Nacht nicht im Club erledigt haben. Da hätten sie der Welt einen großen Gefallen getan. Murdoch ist Abschaum, stimmte Luke hinzu. Aber wenn er wirklich irgendwie mit Dragos oder seiner Operation in Verbindung steht, brauchen wir ihn lebend. Zumindest bis er uns dorthin geführt hat. Was ist mit Sterling? Es war Elise, die jetzt zögerlich das Wort ergriff und sich zu Luke in Umsa, der neben ihr saß. Während der Rest der im Techniklabor versammelten Gruppe die aktuellen Missionen und ihre neue Priorität, Agent Murdoch, aufzuspüren, durchgesprochen hatte, war Elise still und nachdenklich gewesen. Und nun war ihr die Besorgnis an ihren zusammengepressten Lippen und der Unruhe in ihren blassvioletten Augen anzusehen. Er ist schon seit fast vierundzwanzig Stunden fort. Hat er seither denn gar nichts von sich hören lassen? Einen Augenblick lang sagte niemand ein Wort. Sterling Chase' Abwesenheit überschattete alles im Raum. War das Thema, das sie alle beschäftigte, auch wenn niemand es ansprach. Kein Ton, antwortete Gideon. Sein Handy ist auf Mailbox gestellt und er ruft mich nicht zurück. Mich auch nicht, sagte Dante von der anderen Seite des Konferenztisches. Von allen Kriegern war Tess' Gefährte wohl Chase' bester Verbündeter. Als sich Chase für etwa einem Jahr dem Orden angeschlossen hatte, hatten er und Dante einander zuerst nicht ausstehen können. Seither waren sie gute Freunde und Waffenbrüder geworden und hatten einander unzählige Male den Arsch gerettet. Aber jetzt schien selbst Dante an Chase zu zweifeln. Ich habe Saban vor unserem Treffer nochmal versucht, aber keine Antwort. Der will anscheinend nichts mehr mit uns zu tun haben. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Elise sah zu Tegan hinüber, der neben ihr saß, und jetzt nach ihrer Hand griff und sie in seine nahm. Er ist zur Pflicht bewusst, um ohne jede Erklärung wegzugehen. Ist er das? Tegans Frage klang sanft, aber sein Kiefer war zusammengepresst, und der Blick, mit dem er seine beunruhigte Stammesgefährtin jetzt ansah, war wild und beschützerisch. Ich weiß, du willst nur das Beste von Chase denken, aber du musst ihn jetzt realistisch betrachten. Du hast ihn letzte Nacht gesehen, Elise. Du hast mir erzählt, wie er sich in der Kapelle mit ihr aufgeführt hat. War das noch der Chase, den du so gut kennst? Nein, antwortete sie leise. Senkte die Augen und schüttelte langsam ihren blonden Kopf. Vorhin hatte Elise ihnen allen von ihrem Streit mit Chase erzählt, wie aggressiv und obszön er sie angegriffen und danach das Hauptquartier verlassen hatte. Lucan war stinksauer gewesen, aber Tegan noch mehr. Auch wenn er mit den Gefühlen seiner geliebten Gefährtin für ihren ehemaligen Verwandten sehr behutsam umging, vibrierte der andere Gen eins immer noch spürbar vor Groll darüber, was Chase da getan hatte. Ich hätte ihn nicht ohrfeigen sollen, murmelte Elise. Ich wusste doch, dass er erregt war. Ich hätte einfach gehen und ihn allein lassen sollen, wie er es haben wollte. Ich hätte ihn nicht reizen sollen. Hey, sagte Tegan und hob ihr sanftes Kinn mit den Fingerspitzen. Du hast ihn letzte Nacht nicht rausgeworfen. Er ist freiwillig gegangen. Er sah zu Lucan hinüber. Machen wir uns nichts vor. Harbert ist seit einer ganzen Weile verdammt schlecht drauf. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir alle anfangen, ihn realistisch zu betrachten, statt ständig Entschuldigungen für ihn zu suchen. Wir sollten endlich zur Kenntnis nehmen, was sicher schon mehrere von uns in letzter Zeit von ihm gedacht haben. Lucan erkannte sofort, worauf Tegan anspielte. An Teggans vielsagendem Blick und dem Schweigen, das sich nach seiner Bemerkung über den Raum senkte wie ein Leichentuch. Hölle noch mal, natürlich wusste er, wovon die Rede war. Schließlich hatte er selbst damit Erfahrung. Vor noch gar nicht langer Zeit hatte er seine eigene Schlacht mit der heimtückischen Krankheit ausgetragen, die den gesamten Stamm heimsuchte. »Blutgehe«, sagte Lucan grimmig. Er sah in die Gesichter seiner um den Tisch versammelten Stammesbrüder, von denen außer Tegan keiner so gut wusste wie er selbst, was es bedeutete, Opfer der Blutgehe zu werden. Sobald ein Vampir das Maß verlor, ging es sehr schnell bergab mit ihm. Wer zu weit abstürzte, war für immer verloren. »Nimm's mir nicht übel, Tee, aber ich hoffe, du täuschst dich.« Teggans Blick blieb unbeirrt. »Und wenn nicht?« Als niemand das nun folgende Schweigen brach, zischte Dante einen Fluch. »Fiorimer, wir müssen Harvard finden, ihn zurück ins Hauptquartier bringen und ihm ordentlich den Kopf waschen. Jemand muss ihm sagen, dass er sich verdammt noch mal zusammenreißen soll, bevor es zu spät ist. Wenn es sein muss, werde ich ihm das höchstpersönlich in seinen Dickschädel hemmern.« Lucan wollte Dante zustimmen, aber je länger er darüber nachdachte, desto weniger war er überzeugt. Er schüttelte den Kopf. Chase wusste, was er tat, als er gegangen war. Und wenn er es nicht wusste, weiß er es jetzt. Wir haben eben wichtigeres zu tun, als schon wieder hinter Harvard herzuräumen. Er hat sich ohne Erlaubnis von der Truppe entfernt und das unmittelbar, nachdem er eine Mission vergeigt hat. Wenn Hunter nicht mit ihm auf Patrouille gewesen wäre, wäre sie vermutlich ganz gescheitert. Und vergessen wir nicht, dass es Chase war, der es nicht geschafft hat, bei Callens Rettungsaktion letzte Woche Lazare und Christoph Arker zu schützen. In der letzten Zeit hat er alles verbockt, was er angefangen hat. Ehrlich gesagt wird er für uns allmählich zum Problem. »Ich kann ihn suchen und ihm ins Gewissen reden«, beharrte Dante. »Ich meine Himmel, Lucan. Er hat sich doch im Kampf absolut bewährt. Er hat mir so oft den Arsch gerettet. Und seit er bei uns ist, hat er so viel für den Norden getan. Denkst du nicht, dass wir ihm noch eine Chance geben sollten?« »Nicht, wenn er mit seinem Verhalten die Ziele des Ordens in Gefahr bringt«, antwortete Lucan. »Und nicht, wenn seine Anwesenheit hier die Sicherheit des Hauptquartiers oder seiner Bewohner gefährdet, wie Tegan schon sagte, »keiner von uns hat Chase rausgeworfen.« »Er hat sich aus eigener Initiative von der Truppe entfernt.« Dante starrte ihn in grimmigem Schweigen an, so wie auch alle anderen, die um den Tisch versammelt waren. »Es war keine Entscheidung, die Lucan leicht fiel, aber er war der Anführer hier, und letztendlich war sein Wort Gesetz, und keiner der Krieger würde weiter über die Sache diskutieren. Nicht einmal Dante, der sich jetzt in seinen Stuhl zurückfallen ließ und einen leisen Fluch murmelte.« Lucan räusperte sich. »Also, wir waren bei Murdoch.« Bevor er den Satz beenden konnte, glitt die automatische Glastür des Techniklabors mit einem Zischen auf, und Rios Stammesgefährtin Dylan eilte in den Raum. Ihr sommersprossiges Gesicht war blass unter ihrem feuerroten Haar, und in ihren Augen stand die helle Panik. »Tess schickt mich!«, stieß sie hervor und kam auf dem glatten Boden schlitternd zum Stehen. »Sie ist in der Krankenstation. Sie braucht Hilfe sofort!« Dante schoss von seinem Stuhl auf. »Scheiße, kommt das Febi!« »Nein!«, Dylan schüttelte den Kopf. »Nichts dergleichen, mit Tess ist alles in Ordnung, aber Kellen Aker geht's gar nicht gut. Er hat schlimme Schmerzen und Krampfanfälle, und wir wissen einfach nicht weiter.« Die Versammlung löste sich hektisch auf. Alle eilten zur Krankenstation am anderen Ende des Korridors hinüber, Lucan und Dante voran. Dylan hatte nicht übertrieben. Kellen Aker ging es wirklich nicht gut. Der Junge krümmte sich vor Schmerzen in seinem Krankenbett, hielt sich den Unterleib und stöhnte. »Vor etwa einer halben Stunde ist sein Schwindel stärker geworden,« sagte Tess, als sich die Gruppe in den Raum drängte. »Kellens Großvater, der gen einst Zivilist Lazarow Aker, stand an der einen Seite des Bettes, Tess an der anderen. Ihre Hand ruhte leicht auf dem Rücken des Jungen, dessen Körper von einer weiteren heftigen Krampfwelle geschüttelt wurde. »Was hat Kellen?«, fragte die kleine Myra, die mit Gideons Gefährtin Savannah dabei stand. Das kleine Mädchen hielt ein offenes Buch an die Brust gedrückt, als hätte sie eben noch daraus vorgelesen. Ihre Augen waren groß vor Angst. »Wird er wieder gesund?« »Kellen hat schlimmes Bauchweh,« sagte Savannah zu ihr und sah zu Gideon und Lucan hinüber, während sie das Kind vom Bett wegführte. Sie redete und bewegte sich mit äußerster Ruhe, aber ihre dunkelbraunen Augen blickten besorgt. Tatsache war, dass niemand wusste, was Kellen Aker fehlte. Anstatt sich von seiner Entführung und Misshandlung zu erholen, schien er immer schwächer zu werden. Er musste Nahrung zu sich nehmen, so viel war sicher, war aber noch nicht in der Verfassung, alleine nach oben zu gehen und sich einen Blutwirt zu suchen. Schlimm genug, dass Lucan gezwungen gewesen war, Lazarow Aker und seinen Enkel im Hauptquartier des Ordens aufzunehmen, nachdem Dragos ihren dunklen Hafen dem Erdboden gleichgemacht und ihre ganze Familie ausgelöscht hatte. Wenn Kellens Zustand sich nicht bald besserte, wäre Lucan gezwungen, eine weitere Regel des Ordens zu brechen und einen Menschen ins Hauptquartier zu holen, damit er junge Nahrung zu sich nehmen konnte. Renata griff nach Myra's Hand. »Komm, Mäuschen. Du, Savannah und ich gehen jetzt ein Wäldchen raus. Wir kommen wieder, sobald es Kellen besser geht, okay?« Myra nickte, sah sich aber zu dem kranken Jungen im Bett um, bis die beiden Stammesgefährtinnen sie aus dem Raum führten. Kaum waren sie fort, krümmte sich der junge Vampir noch heftiger zusammen, speicheltroff aus seinem offenen Mund. »Bitte«, sagte Lazarow Aker, »bitte tut etwas, um meinem Jungen zu helfen. Er ist alles, was ich noch habe.« Dem Jungen entfuhr ein schreckliches Stöhnen. Er wirkte und keuchte, und dann beugte er sich über die Bettkante und erbrach sich mit einem heftigen Schwall. Dante sprang vor, zog Tess zur Seite und schirmte sie mit seinem Körper ab. Dylan und Rio holten hastig Papierhandtücher aus dem Schrank, während Elise sich daran machte, den Jungen zu beruhigen und zu säubern. Er wirkte und wirkte. Heftige Krämpfe schüttelten ihn, noch lange, nachdem sein Körper all das weniger ausgeschieden hatte, was er in sich hatte. Er versuchte, etwas zu sagen, eine beschämte Entschuldigung zu stöhnen, aber ihm gelang nur ein heiseres Krächzen. »Pssst«, flüsterte Elise und streichelte dem erschöpften Jungen über sein feuchtes Haar. »Ist schon gut, Kellen. Mach dir keine Sorgen. Du musst jetzt nur wieder gesund werden, das ist das Wichtigste.« Sie stand auf, einen Klumpen nasser Papierhandtücher in der Hand. »Ich glaube, ich weiß, wovon Kellen so schlecht geworden ist.« Luken starrte, und ein Gefühl von Übelkeit breitete sich in seinen eigenen Eingeweiden aus, als Dylan ihnen den durchweichten Papierklumpen hinhielt. Mitten darin war eine münzgroße silberne Scheibe. »Ach du Scheiße! Ach du Gottverdammte Scheiße!«, murmelte Gideon, ganz blass geworden. Er streckte die Hand aus und nahm das Objekt aus seinem nassen Nest aus Speichel und Magensäure an sich. »Ich glaub's nicht, verdammter Dreckskerl!« »Was ist das?«, fragte Tegan, so geworden wie alle anderen. »Ein GPS-Chip«, antwortete Gideon. »Ein gottverdammtes Ortungsgerät!« Er fuhr sich mit der Hand über den Kopf und drehte sich zu Luken um. »Wir sind gefährdet.« Luken stieß den Atem aus, und die ganze Dimension seines Fehlers traf ihn mit der Wucht eines Güterzugs. Denn jetzt ergab das alles einen Sinn. Kellen Arkas Entführung, dass die Rettungsmission viel zu einfach gewesen war, der gleichzeitige totale Vernichtungsschlag gegen den dunklen Hafen der Arkas, so dass dem Jungen nichts anderes übrig geblieben war, als sich unter den Schutz des Ordens zu begeben und zu ihnen ins Hauptquartier zu kommen. Dragos hatte die ganze Sache von Anfang bis Ende inszeniert. Jetzt wusste er, wo sie lebten. Und das schon seit Tagen. Seit Luken die Entscheidung getroffen hatte, die Zivilisten in den Sitz des Ordens einzulassen. Nun war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Dragos oder seine selbst gezüchtete Killerarmee vor ihrer Haustür standen. Bitte, Killerarmee vor ihrer Haustür standen. »Hast du Hunger, mein Schatz? Ich habe Tilda gebeten, dir etwas Leckeres zu machen, aber wenn du etwas essen möchtest, bevor im Esszimmer alles fertig ist, brauchst du es nur zu sagen, und ich bringe dir alles, was dein Herz begehrt. Nein, danke. Corinne wandte sich vom Fenster des Zimmers ab, in das man sie vor einer Weile gebracht hatte. Nachdem ihre Mutter sie ins Haus geführt hatte, war ihr Vater in seinem Arbeitszimmer verschwunden, um sich mit Mason und den anderen Wächtern seines dunklen Hafens zu beraten. Das ganze Getue um sie war Corinne unangenehm. Jetzt, wo sie wieder zu Hause war, wollte sie einfach nur etwas Zeit allein mit ihren Eltern verbringen, genug Zeit haben, um ihnen zu sagen, wie sehr sie ihre Familie vermisst hatte und wie verzweifelt sie ihre Hilfe brauchte. Als ihre Mutter jetzt begann, laut zu überlegen, ob sie die Küche bitten sollte, ein Essenstablett ins Zimmer hochzuschicken, ging Corinne zu ihr hinüber und hielt ihre Hände fest. »Ich will nichts, wirklich. Du musst nicht denken, dass du mich betüdeln musst. Aber ich kann doch gar nicht anders. Weißt du, wie oft ich darum gebeten habe, dich wieder betüdeln zu dürfen?« Regina Bischops Haut war feucht und kühl, und ihre Finger zitterten, als sie Corinnes Hand packte. In ihren liebevollen Augen standen die Tränen. »Herr im Himmel, dass du wirklich da bist. Ich seh dich an, ich fasse dich an, du bist lebendig und so schön wie eh und je, aber ich kann kaum glauben, dass das wirklich passiert. Es war ein einziger Albtraum für uns, als du verschwunden bist.« »Ich weiß«, sagte Corinne leise, »und es tut mir leid, was ihr alle durchgemacht habt. Lottie hat damals wochenlang geweint. Sie wird sich so freuen, dass du wieder zu Hause bist.« Corinne lächelte bei der Aussicht, ihre kleine Schwester wiederzusehen. Obwohl sie beide Stammesgefährtinnen waren, waren sie und Charlotte nicht blutsverwandt. Nichtsdestotrotz hatten sie einander heiß geliebt, vielleicht umso mehr, weil sie beide als Säuglinge ausgesetzt worden waren und ein richtiges Familienleben nur als Schützlinge der Bischops kennengelernt hatten. »Ist sie hier, Mutter?« »Aber nein, mein Liebes. Charlotte hat ihren eigenen dunklen Hafen in London, mit ihrem Gefährten und ihren beiden Söhnen. Ihr Jüngster und seine Stammesgefährtin sind übrigens erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal Eltern geworden.« Corinne spürte einen bittersüßen Schmerz in ihrem Herzen. Lottie, fünf Jahre jünger als Corinne, war zum Zeitpunkt ihrer Entführung ein schlagsiger Teenager gewesen. Jetzt war sie erwachsen, hatte einen Gefährten und erwachsene Kinder. Corinne hätte sich für ihre Schwester freuen sollen. Tief in ihrem Inneren tat sie das auch. Aber diese Neuigkeiten machten ihr nur wieder allzu schmerzlich bewusst, dass das Leben in ihrer Abwesenheit weitergegangen war. Weitaus schlimmer war allerdings die Erinnerung an alles, was sie verloren, all das Kostbare, was Dragos ihr in ihrer Gefangenschaft geraubt hatte. Jetzt, da sie endlich wieder hier im elterlichen Heim war, konnte sie all ihre Energie daran setzen, sich die verlorenen Stücke ihres zerbrochenen Lebens wiederzuholen. »Ich habe vorhin Sebastian gar nicht gesehen«, sagte sie und erinnerte sich an den gutaussehenden, lerneifrigen jungen Stammesvampir, der immer so geduldig mit seinen Adoptivschwestern umgegangen war. Im Jahr von Corinnes Entführung war er zwanzig gewesen. Inzwischen hatte er sicher seinen eigenen dunklen Hafen und lebte dort mit einer umwerfenden Stammesgefährtin und einem halben Dutzend Söhnen. Ein langes Schweigen folgte auf ihre Frage und Corinne holte ängstlich Atem. Regina Bishops Lippen bebten. »Natürlich, das könntest du ja nicht wissen. Wir haben Sebastian vor über vierzig Jahren an die Blutgier verloren.« Corinne schloss die Augen. »Oh Gott, nicht unseren lieben Sebastian.« »Ich weiß, mein Liebes«, die Stimme ihrer Mutter klang leise, nach all den Jahrzehnten immer noch voll Trauer über ihren Sohn. Sebastian hat sich in den Jahren nach dem Verschwinden sehr verändert. Wir wussten, dass er Probleme hatte, dass die Blutgier ihm zu schaffen machte. Aber er hat sich von uns zurückgezogen. Er hat versucht, seine Probleme vor uns zu verbergen, wollte keine Hilfe annehmen. In jener Nacht hatte er in der Innenstadt einen schrecklichen Amoklauf veranstaltet. Er kam blutüberströmt nach Hause, und niemand von uns konnte zu ihm durchdringen. Er war zum Rogue mutiert. Für ihn kam jede Rettung zu spät, und er wusste es. Sebastian war immer so scharfsichtig, so gescheit und sensibel. »Er hat sich im Arbeitszimmer deines Vaters eingeschlossen, und kurz darauf haben wir dann den Schuss gehört.« »Das tut mir so leid.« Corinne umarmte sie, spürte ihren Kummer, als ihre Mutter ein Schluchzen unterdrückte. »Das muss furchtbar gewesen sein.« »Das war es.« Ihre Mutter sah sie kummervoll an, als sie sich wieder aus der Umarmung löste. »Bevor man nicht selbst ein Kind verloren hat, und bis heute Nacht dachte ich, ich hätte sogar zwei verloren, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist, eine solche Leere in sich zu spüren.« Corinne sagte nichts, unsicher, wie sie antworten sollte. Sie spürte ihre eigene Leere in sich, trug an ihrem eigenen Verlust, selbst jetzt noch. Es war vor allem dieser Verlust, der sie nach Hause gebracht hatte, mehr noch als ihr eigenes selbstsüchtiges Bedürfnis nach Trost und der liebevollen Fürsorge ihrer Familie. »Du kennst doch dieses Zimmer noch, nicht?« fragte ihre Mutter abrupt und wischte sich die Augen. Halbherzig, aber dankbar über die vorübergehende Ablenkung, nahm Corinne ihre Umgebung genauer in Augenschein. Ihr Blick wanderte über das elegante dunkle Bett im Empire-Stil und den antiken Toilettentisch, die ihr nach all der langen Zeit immer noch so vertraut vorkam. Bettwäsche und Vorhänge waren anders, und die Wände waren nicht mehr mit schimmernder, pfirsichfarbener Seidentapete bespannt, sondern in einem angenehmen, matten Taubengrau gestrichen. »Das war früher mein Schlafzimmer.« »Ist es immer noch?« antwortete Regina mit gezwungener Fröhlichkeit in der Stimme. »Wir werden wieder alles ganz genau so herrichten wie früher, wenn du möchtest. Wir können gleich morgen anfangen, mein Liebes. Gleich morgen früh gehen wir dir eine neue Garderobe einkaufen, und wir können einen Termin mit meinem Raumgestalter machen, damit er uns das ganze Zimmer von oben bis unten General überholt. Wir bringen dir alles wieder in Ordnung, und es wird sein, als wärst du keinen Tag weg gewesen. »Es wird wieder alles wie früher, Corinne. Du wirst sehen.« Corinne war sich kaum bewusst, dass sie den Kopf schüttelte, bis sie die niedergeschlagene Mine ihrer Mutter bemerkte. »Nichts kann jemals wieder so sein wie früher. Es hat sich alles verändert.« »Wir kriegen das wieder hin, Liebes.« Ihre Mutter nickte, als könne allein ihre Gewissheit es wahrmachen. »Du bist jetzt zu Hause, und das ist das Einzige, was jetzt zählt.« »Nein«, murmelte Corinne. »Es ist zu viel passiert. Man hat mir schreckliche Dinge angetan, von denen ich dir erzählen muss. Dir und Papa.« Sie hatte nicht so damit herausplatzen wollen. Sie hatte vorgehabt, sich mit ihren Eltern hinzusetzen und ihnen die Umstände ihrer Gefangenschaft so schonend wie möglich beizubringen. Als sie jetzt zusah, wie in Regina Bishops hübsches Gesicht des Grauen stieg, wusste sie, dass es keine schonende Möglichkeit geben würde, ihnen die Wahrheit zu sagen. Die beiden hätten in der Öffentlichkeit als Schwestern durchgehen können. Beide wirkten jugendlich. Ihr Alterungsprozess war bei etwa 30 Jahren angehalten worden. So war es bei allen Stammesgefährtinnen aufgrund ihrer besonderen genetischen Eigenschaften und der lebensspendenden Kraft des Stammesblutes. Corinne war über siebzig, aber sie war kaum gealtert. Man hatte sie absichtlich jung erhalten, weil sie für ihren Entführer nur so von Wert war. Corinne sah, dass diese Erkenntnis nun auch Regina Bishop dämmerte, als hätte ihre Mutter sie bis zu diesem Augenblick noch gar nicht aus der Nähe angesehen. »Sag's mir«, flüsterte sie. »Sag mir, was mit dir passiert ist, Corinne. Warum würde jemand dir nur so etwas antun wollen?« Corinne schüttelte langsam den Kopf. »Warum würde jemand all den jungen Stammesgefährtinnen so etwas antun, die zusammen mit mir entführt wurden? Aus Wahnsinn vielleicht? Definitiv aus Bösartigkeit. Nur so lassen sich die Dinge erklären, die er getan hat, die Folter und Experimente. »Ach, Liebes«, rief Regina und keuchte auf. »Die ganze Zeit? All die Jahre hat man dir solche Dinge angetan? Aber wozu denn?« »Zu einem ganz spezifischen Zweck«, antwortete Corinne, und ihre Stimme klang ihr selbst Hölzern in den Ohren. »Unser Entführer hat uns in finstere Verliese eingesperrt und uns nicht besser behandelt als Vieh. Er brauchte unsere Körper, um seine Privatarmee zu züchten. Aber wir Frauen waren nicht seine einzigen Gefangenen. Er hatte noch einen. Eine Kreatur, von der ich nur in den Gruselgeschichten gehört hatte, die Sebastian, Loddy und mir früher immer erzählt hat, um uns Angst zu machen.« Alle Farbe wich aus dem Gesicht ihrer Mutter. »Wovon redest du?« »In diesem Labor war auch ein Ältester eingesperrt«, sagte sie. Regina Bishop schnappte entsetzt nach Luft, aber sie redete einfach weiter. »Auch mit ihm hat unser Entführer Experimente angestellt. Er hat ihn als Zuchtbullen benutzt, um Gen-1-Vampire zu zeugen, die dann in seinem Dienst aufwuchsen. Als Sklaven dieses Wahnsinnigen, der uns alle kontrollierte.« Einen langen Augenblick starrte ihre Mutter sie nur stumm an. Sie war blass geworden, und eine Träne rollte ihr die Wange hinunter, als ihr die ganze entsetzliche Wahrheit nun endlich aufging. »Oh, mein liebes Kind!« Corinne räusperte sich. Sie war so weit mit ihrer Geschichte gekommen, jetzt musste sie auch den Rest aussprechen. »Ich habe mich gewehrt, solange ich konnte, aber letztendlich waren sie stärker.« »Es hat lange gedauert, aber dann, vor dreizehn Jahren, soweit ich das schätzen konnte, haben sie von mir bekommen, was sie wollten.« Jetzt musste sie tief einatmen, um weiterreden zu können. »Ich habe in dieser schrecklichen Laborzelle einen Sohn geboren. Man hat ihn mir nur kurz nach seiner Geburt weggenommen. Irgendwo da draußen habe ich ein Kind, und jetzt, wo ich endlich frei bin, will ich ihn wiederhaben.« Irgendetwas stimmte nicht. Als Hunter den Wagen im privaten Hangar des Ordens am Flughafen parkte, musste er an Corinnes Wiedersehen mit ihrer Familie im dunklen Hafen zurückdenken. Er fragte sich, warum seine Raubtierinstinkte ihn immer wieder vor Victor Bishop warnten. Sie ihm zurückkehrten wie ein Jagdhund, der eine Fährte entdeckt hatte, die schon fast kalt geworden war. Fast, aber nicht ganz. Irgendetwas daran, wie Bishop auf Corinnes Rückkehr reagiert hatte, passte nicht ins Bild. Der Stammesvampir hatte erschüttert gewirkt, das schon, und es hatte ihn sichtlich bewegt, die junge Frau wiederzusehen, die er und die ganze Familie so lange für tot gehalten hatten. Wie jeder Vorstand eines dunklen Hafens war Bishop sichtlich besorgt über die Sicherheit seines Anwesens und seiner Bewohner gewesen, wachsam und wehrhaft, was alles zu erwarten war. Und doch hatte Hunter in Bishop noch etwas anderes gespürt. Etwas, das seiner nach außen zur Schau getragenen Verblüffung und Erleichterung über Corinnes unerwartete Heimkehr zu widersprechen schien. Victor Bischops Blick war irgendwie distanziert gewesen, als er seine Tochter angesehen hatte. Der Mann hatte irgendwie zögerlich gewirkt, seltsam abwesend, selbst als er sie umarmt und ihr gesagt hatte, wie erleichtert er war, sie wiederzusehen. Irgendwie war Victor Bishop Corinne gegenüber nicht ehrlich, so viel war sicher. Andererseits, wie gut kannte Hunter sich schon mit Gefühlen aus? Man hatte ihn erzogen, logisch zu denken und Tatsachen zu analysieren, keine Gefühle. Seine Instinkte waren auf Jagd und Kampf abgerichtet, um jede vorgegebene Zielperson aufspüren und eliminieren zu können. Was das anging, war er Experte und genau das erwartete ihn jetzt in Boston. Er musste den Agenten jagen, der aus dem Club in Chinatown geflohen war und Dragos und seine unbekannte Anzahl von Killern eigene Züchtung eliminieren. Und doch! Dieser Argwund ließ Hunter keine Ruhe, als er aus dem Fahrzeug stieg, das private Hangargebäude des Ordens betrat und auf den Privatjet zustapfte. Einer der Piloten kam auf die heruntergelassene Gangway der Chessner heraus und begrüßte ihn mit einem höflichen Lächeln. »Mr. Smith«, murmelte der Mann. Er und sein Co-Pilot arbeiteten für einen diskreten Charterservice und hielten sich rund um die Uhr für den Orden zur Verfügung. Hunter wusste wenig über das Arrangement, nur, dass die Menschen, die den Privatjet exklusiv für den Orden bereithielten, die Besten ihrer Zunft waren und fürstlich dafür bezahlt wurden, ihren spätnächtlichen Kunden keine Fragen zu stellen. »Wir haben die Freigabe für die Räubern und können starten, sobald Sie wollen, Mr. Smith.« Hunter nickte ihm leicht zu, doch seine Instinkte kribbelten immer noch, als er seinen Fuß auf die unterste Stufe der Gangway stellte. Und da traf ihn die Erkenntnis wie ein Blitz. Es war etwas gewesen, das Victor Bishop gesagt hatte. »Und dein Entführer?« hatte er Corinne gefragt. »Guter Gott, bitte sag mir, dass der Bastard tot ist, der dich uns gestohlen hat.« Obwohl weder Corinne noch Hunter irgendwelche Details erwähnt hatten, wo sie gefangen gehalten worden war oder von wem, hatte Victor Bishop abgeredet, als ob er wusste, dass nur ein einziger Mann für ihre Gefangenschaft verantwortlich war. Und zwar einer, der den Leiter des dunklen Hafens sichtlich nervös machte. Paranoid war der Begriff, der Hunter in den Sinn kam, als er sich jetzt erinnerte, wie hektisch und überstürzt Bishop den Wachen befohlen hatte, schnell die Schotten dicht zu machen und Bischops Gefährtin und Corinne ins Haus zu scheuchen. Jetzt, wo Hunter darüber nachdachte, hatte Victor Bishop sich verhalten wie ein Mann, der sich auf eine Belagerung seines Anwesens einstellte. Die Frage war nur, warum. »Stimmt etwas nicht, Mr. Smith?« Hunter antwortete nicht. Er trat von der Gangway herunter und stapfte davon. Seine Stiefel dröhnten über den Betonboden des Hangargebäudes. Er stieg wieder in den Wagen und ließ den Motor an. Die schwarze Limousine erwachte heulend zum Leben. Die Reifen kreischten, als sie das Gaspedal durchtrat. Er würde zurückfahren, sich Victor Bishop vornehmen und herausfinden, was er zu verbergen hatte. Herausfinden, was er zu verbergen hatte. Corinne saß mit ihrer Mutter am Esszimmertisch und sah zerstreut zu, wie Tilda die letzten Servierplatten aus der Küche des dunklen Hafens hereinbrachte. Das Essen sah wunderbar aus und duftete noch besser, aber sie hatte keinen Appetit. Immer wieder wanderte ihr Blick ins Foyer nebenan zu der geschlossenen Arbeitszimmertür ihres Vaters. »Er ist sicher jeden Moment fertig, Liebes.« Regina, die rechts neben ihr saß, lächelte sie an. »Er will bestimmt nicht, dass wir auf ihn warten und Tildas köstliches Essen kalt werden lassen.« Der Stuhl ihres Vaters am Kopfende des Tisches war leer. Auch für ihn war gedeckt worden, aber der Porzellanteller und das Kristallglas waren nur aus Tradition dort. Kein Stammesvampir nahm menschliche Nahrungsmittel oder Getränke zu sich. Corinne machte keine Anstalt, mit dem Essen zu beginnen. Sie starrte den leeren Mahagonistuhl an und versuchte, Victor Bishop durch reine Willenskraft von seinen Geschäften wegzuholen und ihn auf seinen Platz als Oberhaupt und Beschützer der Familie zu beamen. »Lass uns mit etwas Suppe anfangen«, sagte Regina und hob den Deckel von der großen Silberterrine, die zwischen ihnen auf dem Tisch stand. Eine aromatische Dampfwolke stieg aus der tiefen Schüssel auf. Sie senkte die Suppenkelle hinein und tat Corinne etwas Suppe auf. »Duftet das nicht köstlich? Das ist eine ganz besondere Rindfleisch-Bouillon mit Schalotten und Waldpilzen!« Corinne wusste, dass ihre Mutter nur versuchte, sich um sie zu kümmern und ihr ein Gefühl von Normalität zu vermitteln, in einer Situation, die alles andere als normal war. Sie sah zu, wie ihre Suppentasse aus Porzellan sich mit herzhafter Suppe und Gemüse füllte und am liebsten hätte sie geschrien. Denn sie konnte jetzt einfach nichts essen. Sie konnte gar nichts tun, bis sie nicht mit ihrem Vater gesprochen und er ihr versichert hatte, dass nichts und niemand, nicht einmal ein so sadistisches Monster wie Dragos, sie von ihrem Kind fernhalten konnte. Solange sie diese Worte nicht gehört hatte und glauben konnte, dass es tatsächlich möglich war, ihren Sohn zu finden und zurückzubringen, war ihr alles egal. »Vielleicht sollte ich zu ihm ins Arbeitszimmer gehen und dort mit ihm reden,« sagte sie, schob ihren Stuhl zurück und stand auf. Ihre Mutter legte ihren Löffel hin und runzelte die schmalen Brauen. »Liebes, was ist los?« Corinne ging aus dem Esszimmer und durch das Foyer und ihre Nervosität wuchs. Als sie sich der geschlossenen Flügeltür von Victor Bischops Arbeitszimmer näherte, ertönte plötzlich von drinnen ein lautes Krachen. Glas splitterte. »Papa?« Corinne schrak. Sie legte die Hand flach auf die Tür aus poliertem Holz und klopfte ein paar Mal panisch an. Jetzt drangen Kampfgeräusche nach draußen, Papier, das raschend zu Boden fiel und ein ersticktes Knurren. »Papa, alles okay da drin?« Sie drückte die Türklinke herunter. Nicht abgeschlossen, Gott sei Dank. Ihre Mutter und zwei der Wächter ihres Vaters, Mason und ein weiterer Stammesvampir, folgten ihr auf dem Fuß, als sie die Tür aufstieß und hineinging. Victor Bishop lag rücklinks auf seinem Schreibtisch und keuchte nach Luft unter dem gnadenlosen Griff der riesigen Pranke, die sich wie ein Schraubstock um seine Kehle geschlossen hatte. Der Angreifer ihres Vaters war der Letzte auf der Welt, den Wiederzusehen Corinne je erwartet hätte. »Hunter«, flüsterte sie ungläubig und voller Entsetzen. Ihre Mutter rief Victors Namen, dann brach sie in heftiges Schluchzen aus. Hinter Corinne bewegten Mason und der andere Wächter sich vorsichtig. Sie spürte ihre Anspannung, spürte, dass die beiden Stammesvampire ihre Chancen abwägten, die Waffen zu ziehen und den unvorhergesehenen Angreifer außer Gefecht zu setzen. Dass ihnen das nicht gelingen würde, sah Corinne in Hunters emotionslosem Gesicht. In seinen goldenen Augen lag eine eisige, tödliche Ruhe. Corinne erkannte sofort, dass dieser Krieger überhaupt keine Probleme damit hatte, andere zu töten. Er brauchte mit seinen starken Fingern nur fester zuzudrücken und hätte ihren Vater in Sekundenschnelle erwirkt. In diesem Augenblick äußerste Angst und Sorge spürte Corinne plötzlich, wie sich tief in ihr eine mächtige Kraft regte. Es war ihre Gabe, die sich nun mit einem leisen Summen in ihr erhob, ihre sonokinetische Energie, die ihr erlaubte, jedes beliebige Geräusch zu ohrenbetäubender Lautstärke zu manipulieren. Jetzt kribbelte die Gabe in ihr, war einsatzbereit. Aber sie konnte es nicht riskieren, nicht, wenn Hunter die Kehle ihres Vaters so umklammerte. Als sich Mason, der weniger Skrupel hatte als sie, Hunters Absichten auszutesten, zentimeterweise nach vorne schob, hielt Corinne ihn mit einem leichten Kopfschütteln davon ab. Sie war fassungslos und verwirrt. Warum war Hunter in den dunklen Hafen zurückgekommen? Was wollte er? Wie er hereingekommen war, brauchte sie nicht zu fragen. Die schweren Vorhänge der verglasten Terrassentür des Arbeitszimmers bauschten sich in der winterlichen Brise, die von draußen hereinkam. Er war heimlich hier eingedrungen und hatte es auf eine ganz bestimmte Zielperson abgesehen. Warum? murmelte sie. Hunter, warum machst du das? Sagen Sie's, ihr! Er richtete seinen gnadenlosen Blick wieder auf ihren Vater. Victor Bishop murmelte etwas und versuchte den unerbittlichen Klammergriff um seine Kehle zu lösen, aber es war aussichtslos. Seine Muskeln erschlafften und sein Kopf fiel mit einem hoffnungslosen Stöhnen auf den Schreibtisch zurück. Hunter verzog keine Miene. Sagen Sie die Wahrheit oder ich töte sie! Hier und jetzt! Corinnes Puls dröhnte ihr in den Schläfen. Sie wusste nicht, was größere Panik in ihr auslöste. Dass der Stammesvampir, bei dem sie aufgewachsen war, gerade mit dem Tod bedroht wurde oder das Grauen, das an ihr nagte, als sie Hunter jetzt ansah und erkannte, dass er kein Mann war, der voreilig handelte. Nein, was Hunter tat, tat er immer überlegt. Sie kannte ihn zwar erst seit kurzer Zeit, aber er hatte immer eine kühle, kompetente Reserviertheit an sich, die keinen Raum für irrationales Handeln oder Fehler ließ. Beim Gedanken, dass ihr Vater irgendwie den Zorn dieses Kriegers erregt haben musste, krampfte sich Corinnes Magen zusammen. Sie hatte die tiefe, instinktive Gewissheit, dass ihre Welt gleich für immer zusammenbrechen würde. Und sie wusste nicht, ob sie das vertragen konnte, nicht nach allem, was sie durchgemacht und überlebt hatte. Nein, sagte sie und wollte das Gefühl leugnen, das jetzt auf sie einstürmte. An dieses Leugnen klammerte sie sich, auch wenn es sich brüchig anfühlte. Bitte, Hunter, tu's nicht. Bitte lass ihn los. Er legte leicht den Kopf schief und sah sie an. Ein eigenartiger Ausdruck blitzte in seinen Augen auf, als hätte sie ihn kurz aus dem Konzept gebracht. Ob ihm Zweifel kamen? Aber er machte keine Anstalten, ihren Vater loszulassen. Dann runzelte er leicht die Stirn. Er weiß, was mit dir passiert ist in der Nacht, als du verschwunden bist. Er hat die ganze Zeit über gewusst, dass du entführt wurdest. Und auch von wem. Und er weiß noch sehr viel mehr. Das ist unmöglich. Ihre Stimme war tonlos, fast nur ein Hauch. Du täuschst dich, Hunter. Du machst einen schrecklichen Fehler. Papa, bitte sag ihm, dass er sich irrt. Victor Bishop schien darauf noch mehr in sich zusammenzusinken. Er schwitzte und zitterte, war unter Hunters gnadenlosen Händen völlig auf einen Zustand hilfloser Kapitulation reduziert. Das gut aussehende Gesicht, das Corinne als Kind immer solches Wohlgefühl eingeflößt hatte, war nun schlaff, gerötet und glänzte von Schweißperlen. In diesem Augenblick suchte er ihren Blick und murmelte etwas, das für eine lahme Entschuldigung klang. Corinne erstarrte. Schlagartig wich ihr das Blut aus Kopf und Gliedern und sie fühlte sich plötzlich so schwer, dass sie fast in die Knie brach. Mason und der andere Wächter spannten sich merklich an. Beide Männer warteten darauf, dass die Situation entweder völlig eskalierte oder sich beruhigte. Corinne spürte, wie ihre Mutter neben ihr heftig zu zittern begann. Sie war genauso erschüttert wie sie. Victor, du kannst so etwas nicht gewusst haben, beharrte Regina. Sie hielt sich die blasse Hand vor den Mund, so zart wie ein Vogel, und ließ sie dann langsam wieder sinken. Du hast um dieses Mädchen getrauert, als sie verschwunden war. Du warst genauso am Boden zerstört wie wir alle. Du kannst diese Gefühle nicht vorgetäuscht haben. Ich bin deine Stammesgefährtin. Ich bin mit dir blutsverbunden. Mir wäre doch aufgefallen, wenn du nicht aufrichtig gewesen wärst. Ja, schaffte er zu krächzen. Corinne beobachtete, wie die Sehnen in Handers riesiger Hand sich etwas entspannten, aber nur so, dass Bishop reden konnte. Er war immer noch gefangen, der Gnade des Kriegers immer noch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ja, Regina, ich habe um sie getrauert. Ich war am Boden zerstört, dass sie fort war. Ich hätte alles getan, um meine Familie zu schützen, und das habe ich auch. Ich habe nur versucht zu beschützen, was mir von meiner Familie geblieben war, und darum hatte ich keine Wahl, als zu schweigen. Corinne schloss die Augen, als ihr die volle Bedeutung dieser unerwarteten, bitteren Worte aufging. Sie war sprachlos, konnte nur den Kopf heben und in die ruhigen, goldenen Augen des Kriegers sehen, dessen Gesicht weder Überraschung noch Mitleid ausdrückte. Nur ernste Gewissheit. Ich hatte keine Wahl, wiederholte Victor Bishop. Ich hatte doch keine Ahnung, dass er solch einen Vergeltungsschlag gegen mich führen würde. Ihr müsst mir glauben. Victor, keuchte ihre Mutter, was willst du damit sagen? Seine Augen wanderten von Corinne zu seiner Stammesgefährtin, die über hundert Jahre lang Teil seines Lebens gewesen war. Er sagte, er würde mich schon dazu bringen, ihn zu unterstützen. Regina, so oder so. Ich dachte, ich sei schlauer als er. Ich wusste doch, dass ich über die besseren Verbindungen verfüg, als er. Aber das ist genau, was er von mir wollte. Meine Verbindungen. Er brauchte meine Unterstützung, um schneller innerhalb der Agentur aufsteigen zu können. Hunter, der immer noch seine mörderische Pranke um Bischops Kehle geschlossen hatte, stieß ein tiefes Knorren aus, als Corinnes Vater nun nach und nach sein hässliches Geständnis ablegte. Nein, berichtigte sie sich innerlich. Viktor Bischop war nicht ihr Vater. Nicht mehr. Er war ein Fremder für sie geworden, in diesen letzten Minuten mehr als in all den Jahrzehnten, die sie fortgewesen war. Als ich mich weigerte, mich seiner Sache anzuschließen, hat er mir gedroht, sagte Bischop. Seine Stimme war rau vor Verzweiflung. Mir war nicht klar, wozu ihr damals schon fähig war. Mein Gott, wie hätte ich denn wissen können, dass er so weit gehen würde? Wer hat dir gedroht, Viktor? fragte seine Stammesgefährtin. Jetzt zitterte sie nicht mehr und ihre Stimme und ihr Auftreten waren plötzlich fest und sicher. Wer hat uns unsere Tochter gestohlen? Jared Starken. Starken? Der Agenturdirektor? Murmelte Regina. Er ist über die Jahre mindestens ein Dutzend Mal hier gewesen, bevor und nachdem Corinne verschwunden ist. Herr im Himmel, Viktor, es muss jetzt fünfzig Jahre her sein, aber ich erinnere mich, dass du eine Rede auf seinem Empfang gehalten hast, als er in den Hohen Rat der Agentur gewählt wurde. Willst du etwa sagen, dass er etwas damit zu tun hatte? Corinne runzelte verwirrt die Stirn. Der unbekannte Name ließ eine wilde, verzweifelte Hoffnung in ihr aufsteigen. Vielleicht handelte es sich hier doch um einen Fehler. Wenn er nicht gewusst hatte, dass es Dragos gewesen war, der sie hatte entführen lassen, dann war Viktor Bishop vielleicht doch nicht so schuldig, wie sie befürchtete. Aber Handers grimmiger Blick nahm ihr sogar diese schwache Hoffnung. Er schüttelte vage den Kopf, als wüsste er, welche Richtung ihre Gedanken gerade genommen hatten. »Dragos hat viele Decknamen benutzt, diesen eingeschlossen. Gerard Starken und Dragos sind ein und derselbe Mann.« Corinne sah zu Viktor Bishop hinüber, suchte nach einem Funken von Ehrlichkeit in diesem Gesicht, das ihr fremd geworden war. »Hast du das gewusst?« »War dir klar, dass der Mann, den du als Gerard Starken kanntest, in Wirklichkeit ein Monster namens Dragos war?« Sein Stirnrunzeln vertiefte sich. Sein Blick war frei von jeglichem Eingeständnis. »Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß.« »Nein«, murmelte sie. »Hast du nicht. Du weißt, was man mit mir gemacht hat, aber du hast nicht nach mir gesucht. Ich habe gewartet. Jeden Tag habe ich gebetet. Ich habe mir gesagt, dass du nicht ruhen würdest, bis du mich gefunden hättest, bis ich gerettet und wieder zu Hause wäre, aber niemand hat je nach mir gesucht.« »Ich konnte nicht«, sagte er. Storken sagte mir, wenn ich mich gegen ihn stelle, würde das noch schlimmere Folgen haben. Wenn ich ihm meine politische Unterstützung versagte oder versuchte öffentlich zu machen, was er alles getan hatte, um seine Position in der Agentur zu erreichen, würde ich einen noch viel höheren Preis zahlen. Du musst verstehen, ihr alle müsst verstehen, dass ich das damals nur getan habe, um meine Familie zu schützen, was von ihr noch übrig war.« Regina holte zitternd Atem. »Und so hast du ihm einfach erlaubt, unsere Tochter zu behalten?« »Denn das war Corinne und ist es immer noch. Verdammt, wie konntest du nur so herzlos sein?« »Er hat mir keine andere Möglichkeit gelassen«, antwortete Bishop und seine Augen, die die eines Fremden waren, wanderten wieder zu Corinne zurück. »Storken hat mir gesagt, wenn ich versuche, dich zu finden oder irgendjemandem Anlass zur Vermutung gebe, dass er dich hat, wäre Sebastian der Nächste. Also habe ich geschwiegen und dafür gesorgt, dass seinen Forderungen Folge geleistet wurde.« Einen Augenblick lang versagte ihm die Stimme. »Es tut mir leid, Corinne. Das musst du mir glauben.« »Ich werde dir nie wieder irgendetwas glauben«, antwortete sie. Sie war zutiefst verletzt. Ja, aber ungebrochen. Sie hatte viel Schlimmeres durchgemacht. Das Ausmaß seines Verrates erschütterte sie, aber sie hatte immer noch einen langen, einsamen Weg vor sich. Als sie so dastand und versuchte, all das eben Gehörte zu verarbeiten, packte sie plötzlich neues Entsetzen. »Das Mädchen«, sagte sie, »und neue Puzzleteile seines Verrats fügten sich zusammen.« »Nachdem man mich entführt hat, wurde ein totes Mädchen aus dem Fluss geborgen.« Victor Bishop hielt ihrem entsetzten Blick stand. »Du warst fort, und Starken hat mir unmissverständlich klargemacht, dass du nie zurückkommen würdest. Solange es Fragen über dein Verschwinden geben würde, solange noch Hoffnung bestand, dass du noch am Leben sein könntest.« Die Erkenntnis senkte sich über sie, kalt und schwer wie Blei. »Du warst es, der alle davon überzeugen wollte, dass ich tot war.« »O Herr im Himmel, du hast ein unschuldiges Mädchen ermorden und in Stücke schneiden lassen, nur um deine eigenen Sünden zu vertuschen.« »Um das Miststück war es nicht schade,« konterte Bishop, als könnte er den Mord so rechtfertigen und klang jetzt verärgert. »Das war einfacher Straßenhalbschaum, hat sich unten am Fluss verkauft.« »Und was ist mit mir?« fragte Corinne und nun schwoll ihre eigene Empörung an und machte sich Luft. »Dann kann es dir um mich auch nicht schade gewesen sein. Du hast zugelassen, dass er mich entführt und all diese Zeit wie ein Tier im Käfig gehalten hat. Schlimmer noch als das! Hast du dich nie gefragt, was er mit mir machen würde? Hast du dir nie Gedanken gemacht, dass er mich foltern, entwürdigen, nach und nach zerstören würde? Konntest du dir nicht vorstellen, zu welchen Folterungen ein sadistischer Wahnsinniger wie er fähig sein würde, in einem abgelegenen Kaker, wo er mich und all die anderen entführten Stammes Gefährtin eingespart hat? Regina Bishop brach ein heftiges Weinen aus, doch Bishop schwieg und starrte Corinne und seine Gefährtin nur stumm und unberührt an. »Lass mich los«, knurrte er Hunter zu, dessen Finger sich nun wieder fester um seine Kehle geschlossen hatten. »Ich habe gesagt, du sollst mich loslassen. Du kannst jetzt zufrieden sein. Du hast doch jetzt das Geständnis, dass du mir abpressen wolltest. Hunter beugte sich über ihn. »Jetzt wirst du mir alles über Gerard Stalken erzählen, was du weißt. Wo er ist, wann du ihn zuletzt seine Verbündeten sind, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Agentur. Du erzählst mir jedes Detail, und zwar sofort. »Ich weiß aber nicht mehr,« keuchte Bischop. »Es ist über zehn Jahre her, dass ich überhaupt an den Mann gedacht, geschweige denn ihn gesehen habe. Mehr kann ich dir nicht sagen, das schwöre ich dir. Aber Hunter wirkte nicht überzeugt und schien noch nicht geneigt, Bischop aus seinem Todesgriff zu entlassen, nicht einmal dann, wenn er die Antworten bekam, die er wollte. An der Ruhe in seinen Augen erkannte Corinne, dass er ihn töten würde. Auch Bischop erkannte das, begann sich zu winden, bäumte sich auf der Schreibtischplatte auf, trat um sich und stieß dabei einen Stapel ledergebundener Bücher zu Boden. Jetzt brach Corinnes Gabe, die schon auf das Poltern der fallenden Bücher. Der Lärm schwoll an und explodierte zu einem mächtigen, langgezogenen Donnergrollen, das den Raum und alles in ihm zum Erbeben brachte. Corinne, hör auf, rief ihre Mutter und hielt sich die Ohren zu, als das Getöse immer lauter anschwoll. Bischop bläckte die Lippen und entblößte die Spitzen seiner Fänge. Vor Wut und Angst transformierten sich seine braunen Augen zum feurigen Bernsteingelb des Stammes und seine Pupillen zogen sich Schlitzen zusammen. Hunter jedoch blieb kühl, der Inbegriff der Selbstkontrolle. Er nahm den Ausbruch von Corinnes übersinnlicher Gabe nur am Rande zur Kenntnis und dann schien er die Ablenkung völlig auszublenden. Seine Augen behielten ihren normalen goldenen Farbton bei, sein Gesicht mit den scharfen Wangen, Knochen blieb schmal und angespannt, sein Ausdruck konzentriert, aber nicht wütend. Er schloss die Finger fester um Bischops Kehlkopf. Corinne öffnete die Lippen und keuchte heftig vor Erschöpfung. Sie zwang ihre Gabe sich wieder zu legen und wollte schon aufschreien, damit all dieser Wahnsinn endlich aufhörte, aber es war Regina, die zuerst sprach. Henry »Vivichon«, stieß sie hervor. Victor fauchte und es war schwer zu sagen, ob seine Wut sich jetzt auf seinen Peiniger oder seine erschütterte Stammesgefährtin richtete. Regina wandte den Blick von ihm ab, hob das Kinn und sprach direkt zu Hunter. »Ich erinnere mich an einen weiteren Stammesvampir, auch er ein Mitglied der Agentur. Er war fast immer mit Starken zusammen, wenn ich ihn in der Öffentlichkeit gesehen habe. Sein Name war Henry Vichon. Er war von irgendwo aus dem Süden, New Orleans, soweit ich mich entsinne. Wenn Sie Jared Starken finden wollen, oder wie auch immer er sich heutzutage nennt, fangen Sie mit Henry Vichon an. Hunter nickte ihr zum Dank zu, hatte aber die Hand immer noch fest um Bischopps Hals geschlossen. »Lass ihn los«, murmelte Corinne leise. Ihr war ganz elend nach allem, was sie gehört hatte, aber sie verspürte kein Bedürfnis nach Rache. Nicht einmal gegenüber ihrem Vater, der sie so herzlos verraten hatte. Bitte, Hunter, lass ihn gehen. Wieder warf er ihr diesen seltsamen Blick zu, wie vorhin, als sie ihn schon einmal gebeten hatte, Victor Bishop zu verschonen. Corinne konnte den seltsamen, düsteren Ausdruck nicht deuten, der jetzt in seinen goldenen Augen aufflackerte. Es war eine Frage, ein stummes Innehalten aus Unsicherheit oder Erwartung. Er ist es nicht wert, sagte sie. Lass ihn mit seinen Taten leben. Für mich existiert er nicht länger. Als Hunter seinen Griff löste, reute Bishop keuchend und hustend auf den Boden. Reginas Liebes Gesicht war fassungslos und vom Weinen gerötet. Sie hatte wieder angefangen zu schluchzen, entschuldigte sich bei Corinne, bat sie um Vergebung dafür, was Victor ihr angetan hatte. Sie versuchte Corinne in ihre Arme zu ziehen, aber der Gedanke Daran berührt zu werden, egal von wem war, mehr als sie jetzt ertragen konnte. Corinne wich zurück. Sie fühlte sich eingesperrt in diesem Raum, erstickt in diesem dunklen Hafen, der nun nicht mehr ihr Zuhause war und es niemals wieder sein würde. Die Wände schienen immer enger, um sie zusammen zu rücken. Der Fußboden senkte sich, ihr Magen hob sich und ihr wurde schwindelig. Sie musste hier raus. Als sie einen unsicheren Schritt auf die offene Arbeitszimmertür zuging, streckte Mason hilfsbereit die Hand aus, um sie zu stützen, aber sie wich ihm und seinem mitfühlenden Blick aus. Ich muss an die Luft, flüsterte sie und keuchte vor Anstrengung. Ich kann nicht. Ich muss hier raus. Und dann rannte sie los. Durch das Foyer des großen Hauses und auf die lange Auffahrt hinaus irgendwo aus der Nähe schallte fröhlich Weihnachtsmusik in die Nacht und Corinne spülte einen so großen unendlichen Kummer, dass ihr fast das Herz brach. Hastig atmete sie die kalte Nachtluft ein und dann rannte sie keuchend die verschneite Auffahrt hinunter. Corinne war bereits bis zum geschlossenen Einfahrtstor an der Straße gekommen, als Hunter Victor Bishop liegen ließ und aus dem dunklen Hafen auf den gefrorenen Rasen trat. Sie wirkte sehr klein und zerbrechlich trotz der inneren Stärke, die sie im Haus bewiesen hatte. Jetzt, wo sie dort draußen war, allein in der Dunkelheit, erkannte er, wie verletzt sie wirklich war. Sie zitterte am ganzen Körper, klammerte sich mit herabhängenden Schultern und tief gesenktem Kopf an die schwarzen eisernen Gitterstangen und kämpfte gegen einen Schmerz an, den er sich auch nicht annähernd vorstellen konnte. Sie weinte, als er sich ihr näherte, ihr Atem bildete helle Wolken in der Dunkelheit. Sie schluchzte leise und ihr Kummer schien aus ihrem tiefsten Inneren zu kommen. Hunter wusste nicht, was er sagen sollte. Er hatte keine Worte des Trostes für sie, hatte nicht die leiseste Ahnung, was sie jetzt vielleicht gern hören würde. Er streckte die Hand aus, um sie ihr auf die bebende Schulter zu legen, wie er es andere hatte tun sehen, spürte er das Bedürfnis, ihren Schmerz zu würdigen. Sie wirkte so einsam in diesem Augenblick, und er wollte ihr zeigen, dass er verstand, dass sie eben in diesem Haus etwas Wichtiges verloren hatte. Ihr Vertrauen. Bevor er sie berühren konnte, registrierte sie seine Anwesenheit. Schniefend hob sie den Kopf und sah über die Schulter zu ihm auf. Hast du ihm was getan? Hunter schüttelte langsam den Kopf. Er ist im Leben, wenn ich auch nicht verstehe, warum sein Tod so inakzeptabel für dich ist. Sie runzelte die schmalen Augenbrauen. Er hat mich einmal geliebt. Doch bis für ein paar Minuten ist er mein Vater gewesen. Wie konnte er mir das nur antun? Hunter starrte in ihre wild blickenden Augen und erkannte, dass sie von ihm keine Erklärung erwartete. Sie wusste so gut wie er, dass Victor Bischops Feigheit größer gewesen war, als seine Liebe zu dem Kind, das er bei sich aufgenommen und als seine Tochter aufgezogen hatte. Corinne sah über seine Schulter in die Dunkelheit. Wie konnte er nur die ganze Zeit mit sich leben und wissen, was er mit seinen Lügen angerichtet hat? Was er nicht nur angetan hat, sondern der ganzen Familie? Wie konnte er ruhig schlafen, nachdem er das Mädchen hat ermorden lassen, um ihren Tod als Teil seines Täuschungsmanövers einzusetzen? Er verdient die Gnade nicht, die du ihm heute Nacht erwiesen hast, antwortete Hunter. Er sagte es ohne Groll, stellte lediglich eine grausame Tatsache fest. Ich glaube nicht, dass er dir gegenüber genauso rücksichtsvoll gewesen wäre. Ich will seinen Tod nicht, flüsterte sie. Das könnte ich meiner Mutter, Regina nicht antun. Er wird sich ihr gegenüber rechtfertigen müssen, nicht mir, und auch nicht dir oder dem Orden gegenüber. Hunter stieß ein kehriges Knurren aus, alles andere als überzeugt. Der einzige Grund, warum Victor Bishop noch am Leben war, war die Bitte seiner verratenen Tochter. Hunter war bestürzt gewesen, als sie ihn gebeten hatte, den Mann zu verschonen, aber er hätte sich nicht wundern müssen. Schließlich hatte Myras Vision es vorausgesagt. Allerdings nicht so akkurat, wie er gedacht hatte. Die Situation war ihm irgendwie anders vorgekommen, und auch Corinne war anders gewesen. Sie hatte ihn nicht mit der leidenschaftlichen Verzweiflung angefläht, die er in Myras Vision gesehen hatte, sondern mit einer resignierten Erschöpfung. Und nicht nur das, überlegte Hunter, die Vision war auch anders ausgegangen, als die kleine Seherin ihm gezeigt hatte, denn er hatte nicht zugeschlagen. Der Ablauf von Myras Vision war verändert worden, und das war noch nie vorgekommen. Es fühlte sich falsch an, grundfalsch. Ein Teil von ihm wollte selbst jetzt noch in den dunklen Hafen zurück. Er war dafür ausgebildet, jeden Auftrag zu Ende zu bringen, damit ihm die Folgen nicht später zum Verhängnis wurden. Hunter hatte einen gebrochenen Mann vor sich gesehen, jemanden, der sich als beeinflussbar und schwach erwiesen hatte. Solche Leute konnten von Starkeren manipuliert werden, wie Dragos es vor all den Jahren noch getan hatte. Auch wenn Victor Bishop ihm heute Nacht trotz seines Reichtums und seiner politischen Verbindungen nur als schwacher Gegner erschienen war, brannte der erfahrene Killer in Hunter von dem Bedürfnis, den Job zu beenden. Angesichts dessen, was er von der kleinen Myra und ihrer außergewöhnlichen Gabe wusste, fragte er sich, wie es überhaupt möglich sein konnte, dass er sich Korinns Bitte nicht widersetzt und Bishop den prophezeiten Todesstoß versetzt hatte. Er sah, wie sie zitterte, als ein eisiger Windstoß durch das verschlossene Tor fuhr. »Ich muss hier raus,« murmelte sie und drehte sich heftig zu den hohen Gitterstangen um. »Ich gehöre nicht hierher. Jetzt nicht mehr.« Sie packte das Tor mit beiden Händen und rüttelte daran, immer fester, ein wortloser Schrei stieg ihr Kopf zurück und schrie zum Sternen übersäten Nachthimmel auf. »Lasst mich doch endlich raus, Gott verdammt, ich muss sofort hier raus!« Hunter stellte sich hinter sie und legte seine Hände über ihre. Sie erstarrte, jeder Muskel in ihr verharrte in regloser Anspannung. Obwohl sie doch eben noch gezittert hatte, fühlte sich ihr Körper an seiner Brust warm an. Es war eine lebendige Hitze, eine fast unerträgliche Präsenz, die seinen Sinnen einen Schlag versetzte wie ein Kurzschluss. Auch Corinne musste es gefühlt haben. Sie zog ihre Hände unter seinen hervor und verschränkte die Arme vor der Brust. Jetzt erst registrierte er, wie nahe sie einander waren. Kaum ein Zentimeter trennte ihren Rücken von seiner Brust und seinem Oberkörper. Ihr zierlicher Körper war am Käfig seiner Arme gefangen. Sie war so klein und zart, und doch strahlte sie eine trotzige Energie aus, die ihn anzog und verlockte ihren Duft einzuatmen, länger ihre unglaublich zarten kleinen Hände zu berühren und herauszufinden, wie sich ihr seidiges dunkles Haar an seiner stoppeligen Wange anfühlte. Er war es nicht gewohnt, in Versuchung zu geraten, geschweige denn, ihr nachzugeben. Und so blieb er in diesem verwirrenden Augenblick völlig reglos stehen und ignorierte die plötzliche Beschleunigung seines Pulses und die Hitze, die in seinen Adern aufflackerte. Als sie ihre Hände unter seinem losen Griff hervorzog und sich wegduckte, spielte Hunter sofort Erleichterung. Korin stellte sich neben ihn, als er näher an das Eisentor herantrat und es mit bloßen Händen so weit aufzwängte, dass sie beide hindurch schlüpfen konnten. Sofort schrillte oben im Haus der Alarm los, die Flutlichtanlage ging an und tauchte Eingang und Wände des dunklen Hafens in gleißendes Licht. Korin sah ihn unter dem Lichtschein an. Bring mich Er nickte ihr grimmig zu und winkte ihr, ihm zum Wagen zu folgen, den er vorhin weiter unten an der Straße abgestellt hatte. Sie rannten zusammen hin und Korin sprang auf den Beifahrersitz, während Hunter um den Wagen herum ging und sich ins Steuer setzte. Er fuhr los und registrierte, dass sie sich nicht ein einziges Mal umsah, sobald sie den dunklen Hafen hinter sich in der Dunkelheit zurückgelassen hatten. Sie saß steif neben ihm und starrte aus der Windschutzscheibe, ihr Blick abwesend in die Ferne gerichtet. Über zwanzig Minuten lang fuhren sie schweigend, dann hielt er in einem ruhigen Teil der Stadt am Straßenrand. Ich muss Meldung im Hauptquartier machen, sagte er und zog sein Handy aus der Tasche seines ledernen Trenchcoats. Korin schien ihn kaum zu hören, ihre ausdruckslosen Augen waren immer noch auf den fernen Horizont gerichtet. Hunter wählte und rechnete damit, dass sich Gideon mit seinem üblichen Standardspruch meldete, schieß los, aber stattdessen meldete sich Lucan. Wo bist du? Bin in Detroit aufgehalten worden, antwortete Hunter und registrierte bei seinem Anführer eine Spur von Ungeduld und Anspannung. Gibt es ein Problem? riet er laut. Gibt es neue Entwicklungen zu Dragos? Lucan murmelte einen finsteren Fluch. Kannst du laut sagen? Wir haben eben herausgefunden, dass er die Koordinaten des Hauptquartiers kennt. Das heißt, wir vermuten es. Vor ein paar Stunden hat Kellen Ager ein Ortungsgerät ausgekotzt. Gideon analysiert es gerade. Die Entführung war eine List. sagte Hunter und fügte für sich die Teile des Puzzles zusammen. So ergab das alles einen logischen Sinn. Die grundlose Attacke auf die Zivilisten in der letzten Woche. Dragos musste dafür sorgen, dass der Orden den Jungen aufnehmen würde, also hatte seine ganze Familie ermordet und ihren dunklen Hafen in Schutt und Asche gelegt. Der Junge musste isoliert werden, so dass dem Orden nichts anderes übrig blieb, als ihn zu seinem Schutz im Hauptquartier aufzunehmen. Und wir sind komplett drauf reingefallen, bemerkte Luke in knapp. Ich habe entschieden, gegen unser Protokoll zu verstoßen und den Jungen ins Hauptquartier zu holen. Zur Hölle nochmal! Ich hätte Dragos genauso gut die gottverdammte Tür öffnen und ihn zu uns herein bitten können. Hunter hatte Luke noch nie reuig erlebt. Wenn der Gen eins je Zweifel hegte, hatte er sie Hunter gegenüber nie geäußert. Dass er das jetzt tat, unterstrich nur den Ernst der Lage. Ich weiß, wie Dragos operiert, sagte Hunter. Ich habe gesehen, wie er denkt. Ich kenne seine Taktiken. Der junge Arger ist schon einige Tage am Hauptquartier. Zweiundsiebzig Stunden warf Luke hinein. Hunter hatte Corinnes Blick auf sich gespürt, als Dragos Name gefallen war. Jetzt lauschte sie stumm, ihr hübsches Gesicht im grünlichen Lichtschein der Armaturen Brett Beleuchtung wirkte erschrocken. Hunter spürte ihre Angst wie ein Kälteschauer, als er weiter mit Luke entsprach. Dragos musste wissen, dass das Ortungsgerät nicht lange unentdeckt bleiben würde. Lange vor diesem Manöver damit begonnen haben, seinen Angriffsschlag zu organisieren. Wenn er das Hauptquartier angreift, wird er es auf eine Weise tun, die dem Orden den größtmöglichen Schaden zufügt. Er will Blut sehen, antwortete Loken. Mein Blut. Ja. Hunter wusste aus seiner Zeit im Dienst des Macht besessenen Dragos, dass diese Schlacht zwischen ihm und dem Orden inzwischen sehr persönlich für geworden war. Dragos wollte das Hindernis, das seinen Zielen im Weg stand, vernichten. Und seine Wut würde ihn dazu zwingen, es auf eine Art und Weise zu tun, die Loken Thorn und seinen Untergebenen größtmögliche Schmerzen zufügen würde. Das Bostoner Hauptquartier war jetzt für niemanden mehr sicher, aber das brauchte Hunter Loken nicht zu sagen, das wusste er selbst. Seiner nüchternen Stimme war der Ernst der Lage anzuhören, aber sein Schweigen war noch beräter. Auf meiner Mission in Detroit hat es Komplikationen gegeben, sagte Hunter nun, was mit einem saftigen Fluch beantwortet wurde. Er gab Loken die Kurzzusammenfassung dessen, was im dunklen Hafen mit Corinne und ihrer Familie geschehen war, erzählte von seinem Verdacht, dass Victor Bishop etwas zu verbergen hatte und der Enthüllung, die Corinnes Zukunft schlagartig wieder ins Ungewisse katapultierte. Aber dafür hatte der Orden nun vermutlich eine neue Spur zu einem von Dragos früheren Verbündeten. Henry Vachon, sagte Luke nachdenklich, der Name, den Regina Bishop ihm gegeben hatte. Ich kenne ihn nicht, aber ich bin sicher, Gideon kann den Bastard aufspüren. Ich brauch dir wohl nicht zu sagen, wie wichtig es für uns ist, jeder Spur nachzugehen, die wir zu Dragos haben. Natürlich nicht, stimmte Hand dazu. Ich sage Gideon, er soll eine Suche in der internationalen Stammdatenbank durchlaufen lassen und melde mich wieder, sobald wir was zu Vachon haben. Vermutlich schon in der nächsten Stunde, sagte Lucan. Was ist mit Corinne? Ist sie noch bei dir? Ist sie, antwortete Hunter und warf ihr beim Reden einen Seitenblick zu. Sie ist hier bei mir im Wagen. Lucan stieß einen grunzlaut aus. Gut, ich will, dass du sie nicht aus den Augen lässt. Solange hier im Hauptquartier das Chaos herrscht, Hunter sah finster in Corinnes fragendes Gesicht. Du beauftragst mich mit ihrem Schutz? Momentan kann ich mir keinen sichereren Ort für sie vorstellen. Trotz der schlechten Neuigkeiten, die den Orden vor einigen Stunden erschüttert hatten, wollte Lucan keine der bereits zugewiesenen Patrouillen abblasen. Wenigstens hatte sich dadurch die Stimmung im Hauptquartier etwas gehoben. Von wegen. Dante kam es vor, als tickte der Countdown einer Zeitbombe, seit Kellen Arker Dragos Ortungsgerät ausgekotzt hatte. Alle verstanden, was das bedeutete, und die Gewissheit, dass ihnen jetzt Gefahr drohte, die jeden Augenblick über sie hereinbrechen konnte, hatte sie alle erschüttert. Aber Angst und Passivität würden den aufziehenden Sturm nicht verhindern. Sie mussten aggressiver vorgehen, jede Ecke genauestens untersuchen und jeden Stein umdrehen, wenn sie Dragos auch nur einen Zentimeter näher kommen wollten. Er musste aufgespült und aufgehalten werden, jetzt mehr denn je. Dieser Leitgedanke und die Wut, die er in ihm auslöste, waren das einzige, das Dante in dieser Nacht die Kraft gegeben hatte, sich von Tess loszureißen und zusammen mit Kate auf Patrouille zu gehen. Mit dem Herzen war er immer noch im Hauptquartier, aber mit dem Kopf die Stadt nach selbst den kleinsten Hinweisen zu dem entkommenen Agenten Murdoch, nach Dragos Killern, nach irgendwas. Und die ganze Nacht lang hatte ein Teil von ihm auch nach anderen Spuren Ausschau gehalten. Warte mal, sagte er zu Kate, der den schwarzen Rover eben auf eine heruntergekommene Uferstraße am Mystic River in Sothe lenkte. Hast du den Typ in der drüben gesehen? Kate ging etwas vom Gas und Späte in die Richtung, die Dante zeigte. Ich sehe da niemand aus, ein paar Nutten über dem Verfallsdatum mit Absätzen aus Plexiglas und Forever 21 Klamotten. Die Mädels haben echt klasse. Dante konnte nicht darüber lachen, obwohl Kate die Nutten an der nächsten Straßenecke sehr zutreffend beschrieben hatte. Ich glaube, das ist Harvard, sagte er, fast sicher, dass die riesenhafte dunkle Gestalt, die er eben um die Ecke einer heruntergekommenen alten Lagerhalle hatte schleichen sehen, ein Stammesvampir gewesen war. Und aufgrund seiner Körperhaltung und seiner Bewegungen hätte Dante schwören können, dass es Sterling Chase war. Anhalten! Ach, selbst wenn es Harvard war, ich glaube, das ist keine gute Idee, Mann. Ist ihm mir scheißegal, was du denkst, fuhr Dante ihn an. Seine Besorgnis um seinen desertierten Freund überlagerte alles andere. Fahr rechts ran, Kate, ich steig aus. Er wartete nicht ab, bis der Wagen ganz zum Stillstand gekommen war, sondern sprang sofort hinaus und sprintete auf das Gebäude zu, zu dem der Vampir gegangen war. Kate war direkt hinter ihm und fluchte leise, gab ihm aber trotzdem Rückendeckung. Sie gingen um die Ecke des Backsteingebäudes und fanden sich vor einem heruntergekommenen Bahnbetriebswerk. Auf einem Gleis standen mehrere rostige Graffiti überzogene Güterwaggons. Einer davon war so weit aufgestemmt worden, dass eine Person sich hineinzwängen konnte. Daneben hatte sich eine Gruppe Menschen um eine Metalltonne versammelt, in der Abfälle brannten. Sie wärmten ihre Hände darüber und ließen ein Crackpfeifchen herumgehen. Die Junkies sahen kaum auf, als Dante und Kate an ihnen vorbeigingen. Ihre Gesichter waren hohlwangig und gespenstisch. Sie stanken nach Drogen, Alkohol und verrotteten Kleidern. Ihre Haare waren verdreckt, ihre Körper stanken ungewaschen. Glasige Augen starrten blicklos vor sich hin, ihr Verstand war völlig an die Sucht verloren. Herr im Himmel, zischte Kate angewidert. Wenn Chase sich hier rumtreibt, geht er wirklich vor die Hunde. Dante konnte ihm nicht widersprechen. Er spürte, wie sich sein Kiefer verkrampfte, bis es wehtat. Mit Chase ging es rapide bergab. Das wusste er, seit er Lise ihnen erzählt hatte, was in der Kapelle passiert war. Und damit, dass er einfach abgehauen war, hatte er sein Schicksal so gut wie besiegelt. Aber noch war Dante nicht bereit, ihn aufzugeben. Er musste einfach daran glauben, dass Harvard noch nicht ganz verloren war. Wenn er am Hauptquartier passiert war und ihn wissen lassen, dass er gebraucht wurde. Und wenn das alles nichts fruchtete, würde Dante dem selbst zerstörerischen Vollidioten eine ordentliche Abreibung verpassen. Er ist da lang gegangen, sagte Dante. Er muss irgendwo da hinten sein. Kate zeigte mit dem Kinn auf den offenen Güterwaggon. Dante nickte. Das war so ziemlich der einzige Ort, an dem sich Chase hier verstecken konnte, auch wenn Dante, so gut wie alle anderen im Orden wusste, dass Chase seine übernatürliche Gabe einsetzen würde, wenn er nicht gefunden werden wollte. Er würde die Schatten herbeirufen und sich hinter ihnen verstecken. Gemeinsam näherten er und Kate sich dem Güterwaggon und Dante ging zu dem dunklen Türspalt. Der üble Gestank von noch mehr verlorenen Menschen drang zu ihm heraus, als er sich hochzog und sich schnell in dem dunklen Waggon umsah. Wie alle Angehörigen seiner Spezies sah er hervorragend im Dunklen, von Chase keine Spur unter den schlafenden Männern und Frauen, auch nicht bei der kleinen Gruppe, die sich unter einer gemeinsamen Decke aneinander kauerte und mit leeren Augen zu ihm aufstarrte. Chase war nicht da, nicht einmal in der dunkelsten Ecke. »Harvard«, sagte er und versuchte es trotzdem. Vielleicht war er ja doch da, und wenn er nur eine vertraute Stimme hörte, schweigen. Er wartete einen Augenblick ab. Ein Teil von ihm war betrübt über die gescheiterten Existenzen in diesem schmutzigen Güterwaggon und die anderen, die sich draußen über der Tonne mit dem brennenden Abfall des Hirn zudröhnten. Sie waren Fremde für ihn, und dazu noch Menschen mit einer Lebenserwartung von nicht einmal hundert Jahren, aber in ihren verlorenen, hoffnungslosen Gesichtern sah er seinen Freund, Sterling Chase. War es das, was Harvard bevorstand, wenn niemand seine Abwärtsspirale aufhalten konnte? Er wollte nicht darüber nachdenken, wollte sich nicht vorstellen, dass es schon so schlimm um Harvard stand. Er wollte nicht glauben, dass Taggen und Luken recht hatten und Chase dabei war, blutsüchtig zu werden. Es gab für ein Stammesvampir kein schlimmeres Schicksal, als der Blutgier zu verfallen und zum Rogue zu mutieren. Und war man einmal verloren, gab es kaum noch Hoffnung. Verdammt! stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Er sprang von dem Waggon auf den gefrorenen Boden bei den Gleisen und spürte beim Aufprall sein Handy in der Manteltasche. Er zog es heraus und drückte die Kurzwaldtaste. Sein Handy, sagte er noch schnell zu Kate und hörte, wie es am anderen Ende zum ersten Mal klingelte. Wenn Harvard sich tatsächlich irgendwo rumtreibt, hat er vielleicht sein Handy an? Aus einigen Metern Entfernung ertönte ein leises Klingelgeräusch. Kate hob die schwarzen Brauen. Seine silbernen Augen blitzten. Haben wir dich, Harvard? Sie sprinteten los, rasten beide über den Betriebsbahnhof auf das Klingeln zu. Dante wollte nicht hoffen. Ein kaltes Grauen warnte ihn davor. Denn selbst wenn er Harvard tatsächlich fand, würde ihm vielleicht nicht gefallen, was ihn erwartete. Und das wusste er. Mit gemäßigter Erwartung führte er Kate von den Gleisen fort Er musste den Anruf abrupt beenden, als das Telefon auf Mailbox umschaltete und fluchte. Wieder drückte er die Kurzwaldtaste und nun ertönte das Klingelgeräusch sogar noch näher. Hölle noch mal, sie mussten ihn praktisch schon erreicht haben. Aber da war niemand. Keine Seele, nicht sagte Kate und ging neben einem Haufen gefrorener Abdeckplanen in die Hocke. Er fing an zu graben und warf Müll in alle Richtungen, wühlte sich bis zum Boden des Haufens durch. Dann wurde er langsamer und stieß einen Fluch aus und Dante wusste, dass es eine Sackgasse war. Kate hielt das Handy in die Höhe. Sein Gesicht war vor Enttäuschung abgespannt, aber nicht überrascht. Er hat uns abserviert, Mann. Er war hier, wie du gesagt hast, aber er wollte nicht gefunden werden. Herbert! schrie Dante und war in diesem Augenblick einfach nur stinksauer. Vor Sorge tat ihm der Magen weh und sein Herz hämmerte wild. Jetzt schickte er seine Wut in alle Richtungen aus, wirbelte herum und suchte die Umgebung ab, auch wenn es gar nichts nützte. Chase! Gott verdammt noch mal! Ich weiß doch, dass du hier bist! Sag was! Kate drückte den Anruf weg und ließ das Handy in seine Tasche gleiten. Komm, lass uns hier verschwinden, abert es fort. Dante nickte stumm. Letzte Nacht hatte Sterling Chase den Orden nach zahlreichen Pannen und dummen Ausflüchten verlassen. Und jetzt hatte er den besten Freund fallen lassen, den und nachdem was heute Nacht hier geschehen war, musste Dante zugeben, dass es Chase absichtlich getan hatte. Der Harvard, den er kannte, hätte das nie getan. Kate hatte recht. Harvard war fort. Wahrscheinlich für immer. Wahrscheinlich für immer. Seit seinem Anruf beim Orden und auf ihrer Rückfahrt zum Detroiter Flughafen hatte Hunter keine zwei Worte mit ihr gewechselt. Nicht, dass Corinne nach Konversation gewesen wäre. Ihr brummte immer noch der Kopf von allem, was im dunklen Hafen geschehen war. Ihr Herz tat immer noch weh und klaffte auf wie eine schmerzende Wunde. Sie hatte in den Schoß ihre Familie zurückkehren wollen und war stattdessen so niederträchtig von ihr verraten worden. Und was noch schlimmer war, ihre Hoffnungen, mit Hilfe von Victor Bischops Macht und Einfluss ihren verlorenen kleinen Jungen zu finden, hatten sich nun völlig zerschlagen. Wem sollte sie jetzt noch trauen, wenn die einzige Familie, die sie je gehabt hatte, sie wissentlich einem Monster ausliefern konnte? Verzweiflung schnürte ihr die Kehle zusammen, als sie im dunklen Wagen saß und stumpfsinnig die im Mondlicht vorbeirasende Umgebung betrachtete, während Hunter sie durch das Labyrinth der privaten Zufahrtsstraßen des Flughafens navigierte und auf einen Komplex von gewölbten Hangargebäuden direkt neben dem öffentlichen Terminal und den Start- und Landebahnen zuhielt. Corinne musste die ganze Zeit an ihr Kind denken, das kostbare Baby, das Dragos ihr gleich nach seiner Geburt aus den Armen gerissen hatte. Er musste jetzt schon ein großer Junge sein, ein Teenager, der seine Mutter nie gekannt hatte. Dragos Gefangenen hatten weder Kalender noch Uhren gehabt, nicht einmal den kleinsten Komfort. Wie alt ihr Kind war, hatte sie nur auf eine einzige Weise schätzen können, in Abschnitten von neun Monaten, in dem sie die Schwangerschaften anderer gefangener Stammesgefährtinnen beobachtete. Seit sie ihren neugeborenen Sohn in den Armen gehalten hatte, waren bis zu ihrer Rettung vor einer Woche dreizehn Geburtszyklen vergangen. Trotz der entsetzlichen Art und Weise, wie es gezeugt worden war, hatte Corinne ihr Baby vom ersten Augenblick an innig geliebt. Es gehörte zu ihr, war ein unverzichtbarer Teil von ihr, egal wie brutal es auf diese Welt gekommen war. Sie erinnerte sich daran, wie schrecklich sie ihn vermisst hatte. Diesen Kummer spülte sie immer noch. Ihr Körper sagte ihr, dass er am Leben war, aber sie wusste nicht, wohin man ihn gebracht hatte oder was aus ihm geworden war. Das nagte auch jetzt noch an ihr. Wieder überkam sie dieses Gefühl abgrund tiefer Trauer, als Santa in einem anonymen Hangar Gebäude parkte, wo der schnittige weiße Privatjet auf sie wartete. Er nahm sein Handy heraus und telefonierte. Seine tiefe Stimme, die sie jetzt bloß als Hintergrundgeräusch wahrnahm, war seltsam tröstlich. Ihn einfach nur reden zu hören, so stark und ruhig und seine selbstbewusste Präsenz zu spüren, die alles in seiner Umgebung so mühelos kontrollierte, schien die anschwellende Gezeitenwelle ihrer Erinnerungen für sie irgendwie beherrschbarer zu machen. Sie fand Halt in seiner Stimme, als die schmerzhafte Woge der Erinnerung an ihr Baby und ihre Unfähigkeit, es festzuhalten und zu beschützen, jetzt immer weiter auf sie einströmte. Wenn das katastrophale Wiedersehen mit ihrer Familie heute Nacht ihr etwas gegeben hatte, um sich daran festzuhalten, dann war es ihr fester Entschluss, der umso eiserner geworden war, jetzt, wo sie erfahren hatte, wie brutal es sich anfühlen konnte, im Stich gelassen zu werden. Sie würde ihr Kind nicht aufgeben. Sie würde durch die Feuer der Hölle gehen, um ihn zu finden. Nicht einmal Dragos und sein dämonischer Wahnsinn würde sie davon abhalten können, ihren Sohn wiederzusehen. Sie würde nichts und niemandem erlauben, sich ihr in den Weg zu stellen. Hunter beendete sein kurzes Telefongespräch, stellte das Handy ab und ließ das winzige Gerät wieder in die Manteltasche gleiten. Sie sah zu ihm hinüber und im dämmerig erleuchteten Wagen innen trafen sich ihre Blicke. Alles okay bei deinen Freunden in Boston? Obwohl er ihr nicht von seinem ersten Anruf im Hauptquartier des Ordens erzählt hatte, hatte Corinne genug mitgehört, um zu wissen, dass während Hunters Abwesenheit etwas Schlimmes geschehen war. Dragos Name war gefallen und der eines Jungen aus seinem dunklen Hafen, der durch Dragos erst kürzlich seine Familie und sein Zuhause verloren hatte. Von dem Wenigen, das sie verstanden hatte, und so ausweichend und fast unfreundlich, wie Hunter sie jetzt ansah, musste es Dragos irgendwie gelungen sein, die Oberhand zu bekommen. Ist es schlimm, Hunter? Sind sie in Gefahr? Wir sind mitten in einem Krieg, antwortete er, und seine entnervend ruhige Stimme klang düster, aber nicht resigniert. Bis Dragos tot ist, sind alle in Gefahr. Er redete nicht nur von den Bewohnern des Hauptquartiers, nicht einmal von den Kriegern und der ganzen Vampirbevölkerung zusammen. Der Krieg, von dem Hunter sprach, hatte viel größere Dimensionen. Dragos war eine Gefahr für die ganze Welt. Wenn ein anderer so etwas gesagt hätte, hätte sie es vermutlich als dramatische Übertreibung verbucht. Aber das hier war Hunter und Übertreibungen waren ihm fremd. Er war sachlich und knapp, wählte seine Worte so exakt, wie er seine Taten ausführte, und dadurch wog seine Bemerkung so ungleich viel schwerer. Corinne ließ sich zurücksinken, unfähig, seine durchdringenden goldenen Augen auszuhalten. Sie drehte den Kopf und sah aus dem getönten Fenster auf der Beifahrerseite, beobachtete, wie sich die Eingangstür des kleinen Jets öffnete und die Gangway auf den Betonboden des Hangargebäudes hinabgelassen wurde. Schickst du mich nach Boston zurück? Nein. Hunter stellte den Motor des Wagens ab. Ich schicke dich nirgendwo hin. Du sollst vorerst bei mir bleiben. Logan hat mich mit deinem Schutz beauftragt. Sie sah von dem wartenden Flugzeug weg und wagte einen erneuten Blick auf ihren distanzierten Begleiter. Sie wollte argumentieren, dass sie keinen Beschützer brauchte, nicht jetzt, wo sie doch eben erst die Freiheit gewonnen hatte, so bitter diese erste Kostprobe auch gewesen war. Aber nun stellte sich ihr eine wichtigere Frage. Wenn wir nicht nach Boston zurückgehen, wohin fliegt dann dieses Flugzeug? New Orleans, antwortete er. Gideon konnte bestätigen, was Regina Bishop über Henry Vachon sagte. Ihm gehören mehrere Liegenschaften im Großraum New Orleans und er soll dort auch wohnen. Momentan ist Vachon unsere beste Verbindung zu Dragos. Corinne schlug das Herz bis zum Hals. Henry Vachon, die beste Verbindung des Ordens zu Dragos. Was bedeutete, dass er auch ihre beste Verbindung zu Dragos war? Vielleicht die einzige, die sie hatte, um herauszufinden, was mit ihrem Sohn geschehen war. So sehr sie die Vorstellung auch ablehnte, an Hunter oder sonst jemanden gebunden zu sein, sagte ihr Verstand, dass ihr wenig anderes übrig blieb. Denn mittellos und auf sich allein gestellt, konnte sie nichts erreichen. Wenn sie Henry Vachon und damit ihrem Kind näher kam, indem sie sich mit Hunter zusammentat, dann musste es eben sein. Für ihr Kind würde sie alles tun. Was wirst du machen, wenn du Vachon findest? fragte sie. Meine Mission ist einfach. Seine Verbindung zu Dragos feststellen und alles an nützlichen Informationen aus ihm herausholen, was ich kann. Dann die Zielperson neutralisieren, um potenzielle negative Auswirkungen zu verhindern. Du meinst, du hast vorhin umzubringen, sagte Corinne. Es war keine Frage, sondern eine grimmige Feststellung. Hunters Augen blickten unerschütterlich. Wenn ich feststelle, dass Vachon tatsächlich mit Dragos verbündet ist oder war, muss er eliminiert werden. Sie nickte schwach, war aber unsicher, was sie denken sollte. Sie konnte kein Mitleid für Henry Vachon empfinden, wenn er irgendetwas mit ihrer Entführung oder Gefangenschaft zu tun hatte. Aber ein anderer Teil von ihr fragte sich, wie Hunters brutaler Beruf und das viele Töten sich wohl auf ihnen auswirken würden. Mach dir nie zu schaffen, was du tun musst? Die Frage war ihr entschlüpft, bevor sie entscheiden konnte, ob sie ihr Zustand oder nicht? Bevor sie Zeit gehabt hatte, zu überlegen, ob sie die Antwort überhaupt wissen wollte. Bedeutet dir ein Leben wirklich so wenig? Hunter verzog keine Miene. Sein gut aussehendes Gesicht mit den hohen Wangenknochen und dem eckigen Kinn war starr, so unerbittlich wie scharfkantiger Stahl. Nur sein Mund schien weich, seine vollen Lippen, die weder grimmig waren, noch aber es waren seine Augen, die sie am meisten faszinierten. Unter seinem kurzgeschorenen hellbraunen Haarschopf waren seine Augen durchdringend, prüfend, aber so scharf, wie er sie jetzt ansah, schien er umso entschlossener nichts von sich preiszugeben. Ich bin ein Killer, antwortete er ihr ohne Entschuldigung oder Rechtfertigung. Dazu bin ich geboren, man hat mich hervorragend ausgebildet und ich bin gut in meinem Job. Und hier kommen nie Zweifel? Sie konnte einfach nicht anders. Sie musste weiter bohren, sie musste es wissen, wollte diesen furchterregenden Stammesvampir verstehen, der so einzelgängerisch und allein wirkte. Du hast nie hinterfragt, was du tust? Kein einziges Mal? In diesem Augenblick huschte ein düsterer Ausdruck über sein Gesicht. Sie meinte, ein ausweichendes Flackern in seinen Augen gesehen zu haben, kurz, aber unverkennbar. Doch eine Sekunde später blinzelte er es fort, zog den Zündschlüssel ab und ließ ihn in die Mittelkonsole des Wagens fallen. Nein, antwortete er schließlich. Ich hinterfrage nie, was meine Pflicht von mir verlangt. Niemals. Er öffnete die Tür auf der Fahrerseite und stieg aus dem Wagen. Das Flugzeug wartet. Wir müssen jetzt gehen, solange die Nacht noch auf unserer Seite ist. Sie sind jetzt auf dem Weg nach New Orleans. Lugin sah auf, als Gideon sein Gespräch mit Hunter beendete und zurück zum Konferenztisch des Techniklabors kam, wo Taggen und er über einigen ausgerollten Skizzen grübelten. Gab es noch irgendwelche Probleme mit Corinne Bishop oder ihrer Familie in Detroit? Klang nicht so, antwortete Gideon. Hunter hat gesagt, er hätte alles unter Kontrolle. Lugin stieß einen ironischen Grunzlaut aus, trotz des Ernstes ihrer Lage belustigt. Wo habe ich den Spruch bloß schon mal gehört? Berühmte letzte Worte von einigen von uns in den letzten anderthalb Jahren. Gideon hob eine Augenbraue über den Rand seiner hellblau getönten Sonnenbrille. Und normalerweise kam kurz darauf ein Anruf, dass die Situation, die angeblich so absolut unter Kontrolle war, gerade komplett den Bach runterging. In der Hinsicht hatte auch Lugin selbst sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert und das galt auch für Tegan oder Gideon. Trotzdem war es Hunter, über den sie jetzt redeten. Tegan schien zu ahnen, was er gerade dachte. Wenn ich den Mann nicht ab und an hätte bluten sehen, als er von einigen seiner übleren Missionen zurückkam, würde ich sagen, der Mann ist aus Stahl und Kabeln statt aus Muskeln und Knochen. Eine Maschine, der baut keinen Scheiß, sowas ist in seiner DNA nicht vorgesehen. Mit Hunter wird es keine Überraschung geben. Das will ich hoffen, antwortete Lucan. Wir haben weiß Gott auch so schon genug am Hals. Damit wandten die drei ihre Aufmerksamkeit wieder den Plänen zu, die Lucan auf dem Tisch ausgerollt hatte. Die Blaupausen waren ein Projekt, an dem er die letzten Monate über allein gearbeitet hatte, nachdem ihm aufgegangen war, wie anfällig das Hauptquartier wurde, je länger Dragos auf freiem Fuß war. Es waren die Pläne für ein neues Hauptquartier. Das Grundstück hatte er bereits gekauft, 80 Hektar in den Green Mountains in Vermont, und die Planung für das ausgedehnte, hochgesicherte Anwesen mit einem Bunkersystem auf dem allerneuesten Stand der Technik, das in seinen vielen unterirdischen Räumen und speziellen Einrichtungen eine ganze Kleinstadt beherbergen konnte, war fast abgeschlossen. Es war schlichtweg riesig. Genau der Ort, wie der Orden ihn jetzt brauchte, wo Dragos ihr Hauptquartier geortet hatte. Das Problem war nur, eine Anlage dieser Größe und Dimension zu bauen würde noch mindestens ein Jahr dauern, und sie brauchten jetzt sofort etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen, schlug Giddy nach einer Weile vor. Jeder von uns hat doch eigenes Geld und Immobilienbesitz, von dem es natürlich kein so sicher, wie es dieses Hauptquartier ist oder vielmehr war, aber es ist nicht so, dass wir keine Handlungsmöglichkeiten haben. Vielleicht wäre es die klügste und schnellste Lösung, wenn jeder von uns sich seine Gefährtin schnappt und mit ihr woanders unterkommt. Tagans grüne Augen glitzerten finster, als er Lucan einen ernsten Blick zuwarf. Es war nur zu offensichtlich, was der andere Gen Eins Krieger dachte. Auch wenn Lucan und er in der Vergangenheit nicht immer das beste Verhältnis zueinander gehabt hatten, waren sie die letzten beiden Gründungsmitglieder des Ordens. Seit der Gründung des Ordens vor über siebenhundert Jahren hatten sie Seite an Seite gekämpft und zusammen unzählige Höllen und Triumphe erlebt. Sie hatten füreinander getötet, füreinander geblutet, manchmal sogar füreinander geweint, nur um heute gemeinsam hier anzukommen. Gemeinsam, nicht getrennt. Und nun sah Lucan in Teggans Blick eine raue, mittelalterliche Wildheit. Er verstand sie, ihm ging es genauso. Der Orden teilt sich nicht auf, antwortete Lucan knapp, wütend, dass Dragos sie zwang, so etwas auch nur in Erwägung zu ziehen. Wir sind Krieger, Brüder. Wir sind eine Familie, wir werden niemandem erlauben, uns auseinander zu treiben. Gideon nickte stumm und feierlich. Ja, sagte er schließlich und sah ihnen in die Augen. Schön bescheuert von mir, was? Absolute Schnapsidee. Weiß auch nicht, wie mir so etwas einfallen konnte. Sie kicherten angespannt. Alle drei waren sich nur allzu deutlich der Tatsache bewusst, dass die restlichen Bewohner des Hauptquartiers ihnen die Entscheidung übertragen hatten, wie es mit ihnen allen weitergehen sollte. Und ihnen blieben verdammt wenige Möglichkeiten. Dragos hatte sie jetzt in der Falle und konnte jeden Augenblick zum Angriff übergehen. Reichen und Claire haben Immobilien in Europa, bemerkte Gideon. Wobei, ideal wäre es nicht, es wäre ein Riesenaufwand, das Hauptquartier zu verlassen und ins Ausland umzuziehen, besonders so kurzfristig. Lucan dachte über den Vorschlag nach. Was ist mit dem Techniklabor? Wir können es uns nicht leisten, den Druck von Dragos zu nehmen, selbst wenn wir hier ausziehen müssen. Wie schnell kannst du das alles woanders wieder aufgebaut Es wird schon eine Unterbrechung geben, antwortete Gideon. Aber nichts ist unmöglich. Was ist mit Tess? Taggans Frage traf sie wie eine Keule. Denkt ihr wirklich, sie kann in ihrem Zustand einen anstrengenden Umzug mitmachen? Und denkt ihr, Dante würde ein solches Risiko eingehen? Taggans schüttelte den Kopf und Logan wusste, dass er recht hatte. Sie konnten Tess und Dante nicht bitten, ihre Gesundheit oder die ihres Babys durch einen Umzug dieser Größenordnung aufs Spiel zu setzen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Logan seine Zweifel hatte, wie sinnvoll es war, das neue Hauptquartier des Ordens so weit fort von Dragos mutmaßlicher Kommandozentrale zu errichten. Vor Ort war es so viel leichter, den Bastard unter Druck zu setzen. Als Logan so hin und her überlegte, Lazaro Arca ging eben an der Glaswand des Techniklabors vorbei. Der Zivilist der ersten Generation blieb an der Glastür stehen, hob die Hand und bat um Einlass. Logan sah zu Gideon hinüber. Lass ihn rein. Gideon lehnte sich zu seiner Computerkonsole hinüber und drückte auf einen Knopf. Die Glastür des Techniklabors glitt mit einem leisen hydraulischen Zischen auf. Lazaro Arca trat effekteinflößend. Seine Gen-1-Gene verliehen ihm das Aussehen eines Kriegers, auch wenn er die neunhundert Jahre seines Lebens fernab von Kampf und Blutvergießen verbracht hatte. Bis Dragos Arcas Familie ins Visier genommen und ausgelöscht hatte. Wie geht es Kallen? fragte Luke in den Stammesältesten, dem die schrecklichen Belastungen der letzten Zeit mittlerweile anzusehen waren. Jede Stunde besser, antwortete Arca. Dieses Ortungsgerät war offenbar der Grund, dass es ihm so schlecht ging. Der Junge ist zäh, er schafft das schon, da habe ich keine Zweifel. Luke nickte ihm langsam zu. Das freut mich für euch beide, Lazaro. Es tut mir unendlich leid, dass deine Familie zwischen die Fronten unseres Krieges mit Dragos gerät. Du hast nicht darum gebeten und hast weiß Gott nicht verdient, was man dir angetan hat. Arcas dunkle Augen wurden etwas lebhafter, als er auf den Tisch zuging, um sich zu den Kriegern zu gesellen. Sein Blick fiel auf die ausgerollten Pläne, dann sah er wieder zu Lukin auf. Weißt du noch, was ich in der Nacht zu dir gesagt habe, als mein dunkler Hafen in Schutt und Asche gelegt wurde und mein einziger Sohn Christoph neben mir im Wagen erschossen wurde, wo wir auf Kallans Rettung warteten. Ich habe dir etwas versprochen. Lukin erinnerte sich nur allzu gut daran. Du hast mir gesagt, dass du uns helfen willst, Dragos zu vernichten. Du hast uns deine Hilfe angeboten. Ganz genau, antwortete Arca. Was immer ihr braucht, gehört euch. Der Orden hat meinen Respekt und meine ganze Loyalität, Lukin. Und besonders jetzt, nachdem das heute mit Kerlern passiert ist. Mein Gott, wenn ich daran denke, dass ihr alle jetzt in viel größerer Gefahr seid, einfach nur, weil ihr uns geholfen habt. Was das? Unterbrach ihn Lukin. Niemand macht euch einen Vorwurf, weder dir noch dem Jungen. Dragos hat euch benutzt. Er wird bezahlen für hat. Ich will helfen, sagte Arka wieder. Ein paar von den Frauen haben mir gesagt, dass ihr eben darüber beratschlagt, mit dem Hauptquartier umzuziehen. Lukins Blick wanderte von Tagan und Gideon zurück zu Arka. Wir hatten gehofft, das tun zu können, aber derzeit dürfte es nicht machbar sein. Warum nicht? Lukin zeigte auf die Entwürfe auf dem Tisch. Die Pläne sind fast fertig, aber sie können nicht rechtzeitig umgesetzt werden, um uns derzeit wirklich weiterzuhelfen. Unsere einzige Alternative wäre, unsere Operation ins Ausland zu verlegen. Aber soweit wir wissen, konzentriert Dragos seine Operation auf Neuengland. Da wäre es unklug, hier alle Zelte abzubrechen und ein paar tausend Meilen fortzurennen. Was ist mit Main? Lukin runzelte die Stirn. Wir haben ein paar Hektar Land hier und dort, aber nichts, was als Basis für das ganze Hauptquartier geeignet wäre, auch nicht als Übergangslösung. Ihr vielleicht nicht, antwortete Acker langsam. Aber zufällig habe ich genau das Richtige. Chase kam langsam zu sich. Ein widerlich süßer, rauchiger Gestank stieg ihm in die Nase und riss ihn aus einem tiefen, traumlosen Schlaf. Seine Augen wollten sich nicht öffnen. Sein Körper war träge, er lag beuchlängs auf einer kalten, harten Oberfläche ausgestreckt und seine Glieder fühlten sich wie Blei an. Er stöhnte, seine Kehle war völlig ausgedorrt und sein Mund wie voller Watte. Mit großer Anstrengung gelang es ihm, ein Augenlid zu heben und in seine stinkende Umgebung zu spähen. Er lag in einem alten Güterwaggon, der hier und da durchgerostet war, und durch die kleinen Löcher, die sich ins Metall gefressen hatten, drang von draußen gleißend helles Licht herein. Tageslicht. Licht da willkürlich mit Holzresten und Plastikplanen geflickt war. Nicht genug Schutz für ihn. Ein heller Sonnenfleck schien genau auf seinen nackten Handrücken und senkte ihm eine hässliche Brandwunde in die Haut. Daher der Geruch, der ihn geweckt hatte. Scheiße! Chase zog sich hoch und kroch hektisch auf allen Vieren in eine schattige Ecke. Da sah er, wo der andere üble Geruch im Gütervergong herkam. Nahe der Stelle, wo er geschlafen hatte, lag ein toter Mensch. Sein Gesicht war vor Entsetzen verzerrt und gespenstisch weiß. Jemand hatte ihm den grünen Armeeparker von den Schultern gerissen und seine Kehle war von Bisswunden übersät und an mehreren Stellen aufgerissen. In seiner Gier nach Nahrung hatte Chase den Mann praktisch zerfleischt. Er erinnerte sich an seinen schrecklichen Durst. Er wusste noch, wie er in den von Obdachlosen Junkies belegten Waggon geschlüpft war und wie sie beim Anblick seiner glühenden Augen und gebleckten Fänge schreiend davongerannt waren. Da hatte er sich den langsamsten der Gruppe geschnappt, das schwächste Tier der Herde gerissen. Der große Mann hatte sich nach besten Kräften gewehrt, hatte aber keine Chance gehabt. Nichts hätte die tierhafte Gier stoppen können, die in Chase tobte, als er den Menschen auf den verdreckten Boden des Waggons geworfen und getrunken hatte. Er hatte ihn ausgesaugt, ihn umgebracht. Eine Welle der Scham überrollte Chase, als er sah, was er getan hatte. Er hatte eine Grenze überschritten, einen unabänderlichen Grundsatz der Stammesgesetze gebrochen. Er hatte gegen seinen eigenen Ehrenkodex verstoßen, an den er sich sein ganzes Leben lang so unerschütterlich geklammert hatte. Und dann war da die Sache mit dem Orden. Er hatte sein Vertrauen verspielt. Als Dante und Kate ihn letzte Nacht entdeckt hatten und ihm in ihre Besorgnis gefolgt waren, hatte er sich in den Schatten des alten Betriebsbahnhofs verkrochen wie Ungeziefer. Sie hatten gewusst, dass er da war, dass er seine Gabe wenn sie bisher noch an ihn geglaubt hatten, dann hatte er ihr Vertrauen in ihn endgültig zerstört, indem er sich geweigert hatte, ihnen entgegen zu treten. Es tat ihm weh, sie auszuschließen, besonders Dante, aber es wäre noch schlimmer gewesen, sich vor einem seiner Brüder in diesem Zustand zu zeigen. Er hatte die ganze Nacht gejagt und schon einmal Nahrung zu sich genommen, aber sie hatte ihn nicht Durst hat ihn zum alten Industriegebiet am Flussufer getrieben, mitten in all das menschliche Elend, wo sich die Nutten und Junkies, Versager wie er selbst herumtrieben. Sein Durst hatte keine Scham gekannt, nur noch Verlangen und Gieren. Und Chase spürte sie immer noch, obwohl er doch erst vor wenigen Stunden definitiv mehr getrunken hatte, als gut für ihn war. Wütend Abgestoßen von seinem Anblick und Gestank. Er musste schleunigst hier raus. Während ihm schon wieder vor Hunger der Magen knurrte, zog Chase der Leiche den Mantel und dann das verblichene graue Sweatshirt und die ausgebeulten Jeans aus. Seine eigene Kleidung, die schwarzen Drillichhosen, die er trug, als er letzte Nacht das Hauptquartier des Ordens verlassen hatte, waren nach seinen ungezügelten Nahrungsaufnahmen blutgetränkt und ekelhaft. Er zog sie aus und zog die Sachen des Menschen an. Die Jeans und das Sweatshirt waren einem Angehörigen seiner Spezies eigentlich zu klein, und vermutlich waren sie nicht mehr gewaschen worden, seit ihr Vorbesitzer sie von der Halsarmee bekommen hatte. Aber das war Chase egal, solange er nur keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zog, indem er herumlief, als ob er jemanden ermordet hatte. Mit seinen ruinierten Sachen in einer Hand ging er zur Tür des Waggons hinüber, die einen Spalt geöffnet war. Er stieß sie weiter auf und starrte hinaus auf eine Szene, wie sie sich nur wenige Angehörige seiner Spezies freiwillig ansahen. Gleißendes Sonnenlicht strahlte von einem hellblauen Morgenhimmel und glitzerte im dreckigen Schnee und gefrorenen Matsch des Betriebsbahnhofs. Trotz der Hässlichkeit seiner Umgebung war es ein Augenblick magischer Schönheit, zum ersten Mal die Sonne an einem kalten Morgen zu sehen, die dem Elend um ihn herum trotzte. Sie trotzte sogar seinem brennenden Durst, sodass er innehielt und einfach nur diese wunderbare Welt betrachtete, in der er lebte und die ihm mit jedem heftigen Pulsschlag Chase hob den Arm, um seine hoch empfindlichen Augen vor dem unglaublich grellen Licht abzuschirmen. Er sah zum Himmel auf und ließ sich von der ungewohnten wunderbaren Morgensonne das Gesicht wärmen. Es begann zu brennen. Schon bald begann die Sonne ihn zu versengen. Wie lange würde es dauern, bis sie ihn verzehrt hätte? Wohl etwa eine halbe Stunde, schätzte er und genoss das säureartige Brennen auf Wangen und Stirn. Dreißig Minuten, und es würde für ihn keinen Hunger mehr geben, keine Scham mehr, keinen mühsamen Kampf mehr gegen den Abgrund, der so einladend, so gnädig dunkel und endlos schien. Einen langen, qualvollen Augenblick dachte er ernsthaft darüber nach und fragte sich, ob seine Willenskraft stark genug dafür war. Aber sogar hier versagte er. Als sein Durst die Klauen tiefer in ihn schlug, sprang Chase von dem Güterwagon auf den Boden. Er überquerte die Gleise und warf seine ruinierte Kriegermontur in den schwelenden Bauch einer rauchenden Mülltonne. Dann schlich er sich schnell davon, um sich einen sicheren Ort zu suchen. Dort würde er auf den Abend warten, bis er endlich wieder auf die Jagd gehen konnte. Sie waren in den frühen Morgenstunden in New Orleans angekommen und hatten sich ein Taxi vom Flughafen zu einem Hotel genommen, von dem Hunter annahm, dass es im Herzen des Touristenviertels lag. Der Straßenlärm und die Musik, die bislange nach Sonnenaufgang zu ihrem Fenster im dritten Stock heraufgedrungen waren, hatten ihn in ständiger Alarmbereitschaft gehalten. Er lauschte wachsam auf das leiseste Anzeichen von Gefahr. Nicht, dass er die Absicht gehabt hatte zu schlafen. Er brauchte so gut wie keinen Schlaf, höchstens eine oder zwei Stunden am Tag. So war er ausgebildet worden. Sein Körper war rund um die Uhr einsatzbereit, sein Verstand ständig wachsam, um sofort reagieren zu können. Corinne dagegen hatte nach ihrer Ankunft geschlafen wie eine Tote. Er wusste, dass sie körperlich völlig erschöpft gewesen war. Auch ihre Psyche war völlig überstrapaziert. Aber wenn sie am liebsten in Tränen ausgebrochen und sich in unproduktivem Selbstmitleid gesuhlt hätte, hatte sie sich doch mit bemerkenswerter Kraft gehalten. Sie wirkte entschlossen, seit sie den dunklen Hafen der Bischops verlassen hatte, sogar trotzig. Sie hatte keine Einwände gehabt, als er ihr gesagt hatte, dass sie jetzt unter seinem Schutz stand und auch kein unvernünftiges Getue veranstaltet, als er sie informiert hatte, dass seine Mission für den Orden sie beide direkt auf feindliches Gebiet zu Henry Vachon führen würde, einen bekannten Verbündeten ihres Entführers und Folterers. Corinne schien fast begeistert von dem Gedanken, was wachsame Neugier in ihm weckte. Jetzt lauschte er auf das Plätschern aus dem Badezimmer nebenan. Kurz nach Mittag war Corinne hineingegangen, um sich frisch zu machen, nachdem sie den ganzen Morgen geschlafen hatte, während er im dunklen Hotelzimmer hinter zugezogenen Vorhängen über Karten der Stadt und der Gemeinden im Umland grübelte. Er hatte registriert, dass sie vergessen hatte, die Badezimmertür ganz zuzuziehen, und die letzten siebenunddreißig Minuten, – so lange lag sie nun schon splitternackt in der Wanne – hatte er bewusst vermieden, den schmalen goldenen Lichtkeil anzusehen, der durch die Dunkelheit auf ihn fiel. Stattdessen zwang er sich, sich auf die ausgebreiteten Karten zu konzentrieren, die er bei der Ankunft aus der Hotellobby mitgenommen hatte. Es waren vereinfachte Stadtpläne für Touristen, die offenbar nur die nächstgelegenen Restaurants, Bars und Jazzclubs finden wollten. In Kürze würde Hunter von Gideon weitere Informationen über Henry Vachon bekommen. So lange wollte er die Zeit sinnvoll nutzen und sich mit den diversen Straßen und Stadtbezirken vertraut machen, bis er nach Sonnenuntergang hinausgehen und sich Vachons Stadt selbst ansehen konnte. Alles, nur um nicht ständig zu diesem Türspalt am anderen Ende des Raumes hinüber zu sehen. Sein Entschluss wurde auf die Probe gestellt, als er hörte, wie sie den Stöpsel herauszog und das Wasser in den Abfluss gurgelte. Ihre Haut quietschte am Porzellan und ein Plätschern zeigte an, dass sie aus der Wanne gestiegen war. Er sah, wie ihr schlanker Arm sich nach einem dicken weißen Handtuch auf einer polierten Metallstange an der Wand ausstreckte, hörte das Knistern von Frottee, als sie sich abzutrocknen begann. Hunter zwang sich wieder auf seine Arbeit zu sehen, die vor ihm auf dem Couchtisch lag. Mit absoluter Konzentration studierte er den Ausschnitt des Stadtplanes, wo sie gerade waren, entschlossen, sich das bunte Raster und die Straßennamen einzuprägen. Ihr Hotel lag in der historischen Altstadt, dem oberen French Quarter. Dieses Viertel umfasste die Blocks zwischen der Iberville Street und der St. Anne Street, war auf einer Seite von einer Straße namens North Rampart begrenzt und auf der anderen vom Mississippi. Durch den offenen Türspalt erhaschte er im schwach erleuchteten Badezimmer einen Blick auf Corinnes nackten Oberschenkel. Das Handtuch wanderte tiefer, dann stellte sie den Fuß auf den geschlossenen Toilettendeckel und trocknete sich ihre schlanke Wade ab. Die Hitze, die in seinem Bauch aufgeflaggert war, wanderte nun tiefer. Hunter wollte wegsehen. Das hatte er wirklich vor. Aber dann bewegte sie sich wieder und sein Blick fiel auf ihre kleine runde Brust. Die Brustwarze war dunkelrosa, ein verlockender Kontrast zu ihrer hellen samtigen Haut. Er starrte sie fasziniert an, denn er hatte noch nie eine nackte Frauenbrust gesehen. In Film und Fernsehen das schon, ab und an im Hauptquartier. Aber keines dieser unnatürlich prallen, überdimensional aufgeblasenen Exemplare konnte es mit der zarten Perfektion von Corinnes nacktem Körper aufnehmen. Er wollte mehr von ihr sehen. Es schockierte ihn, wie sehr er sich das wünschte. Als er ihr zusah, wie sie sich durch sein schmales Blickfeld bewegte, stieg heftige Erregung in ihm auf. Seine Haut fühlte sich heiß und irgendwie zu eng an, spannte sich zu fest über seiner Brust und seinem Hals und weiter unten wurde die Anspannung jede Sekunde größer. Sein Schwanz regte sich und wurde steif. Er stieß ein leises Knurren aus. Ob vor Schock oder Scham wusste er selbst nicht. Er wollte diese Neugier, diese unwillkommene sexuelle Erregung nicht. Man hatte ihn ausgebildet, von Kindheit an gnadenlos gedrillt, über solchen Grundbedürfnissen zu stehen. Und doch konnte er seine Augen nicht von Corinne Bishop losreißen. Selbst als er sich anders hinsetzen musste, weil seine Hose allmählich unerträglich eng wurde, starrte er hin und hoffte, einen längeren Blick zu erhaschen. Wünschte sich, dass sie kurz das große weiße Badetuch fallen ließ, sodass er seine Augen ganz an ihr weiden und die Neugier befriedigen konnte, die ihn mittlerweile dazu gebracht hatte, sich auf den Ellbogen zu stützen, um einen besseren Blickwinkel zu haben. Seine Schläfen dröhnten fast so beharrlich wie das Pulsieren zwischen seinen Beinen. Wäre er nicht so gnadenlos erzogen worden, wäre er wohl versucht gewesen, mit der Hand über seinen fordernd pulsierenden Schwanz zu streichen und sich Erleichterung zu verschaffen. Stattdessen kämpfte er mehr schlecht als recht dagegen an. In diesem Augenblick war er als Mann völlig auf sie konzentriert und Corinne hätte bewusstlos sein müssen, um den Blick seiner hungrigen Augen nicht auf ihrem Körper zu spüren. Vielleicht hatte sie wirklich etwas gespürt. Plötzlich drehte sie sich um und ging vom Türspalt weg. Dabei glitt ihr das Badetuch aus der Hand. Es fiel auf einer Boden und entblößte ihren Rücken und die obere Rundung ihres herzförmigen Pos. Er keuchte auf, ihm stockte der Atem, nicht von der femininen Schönheit ihres Körpers, sondern von der Brutalität dessen, was man ihr angetan hatte. Über ihren glatten Rücken zog sich ein Netz von feuerroten Narben, von den Schultern bis zum Po. Sie mussten von einer Peitsche stammen, und so schrecklich, wie ihre Haut an einigen Stellen zugerichtet war, wohl auch von einem Kettenstück. Hunter betrachtete sie mit dumpfer Faszination. Was hatte man ihr alles angetan? Wie tief hatte Dragos Grausamkeit sie verletzt? All die Erregung, die er noch vor einem Augenblick gespürt hatte, verpuffte schlagartig beim Anblick dieser Narben. In diesem Augenblick spürte er, wie ihn ein schwer fassbares und unvertrautes Gefühl überkam, das tief aus seinem Innern aufzusteigen schien, aus einem unbekannten Winkel seiner Seele, zu dem er schon lange keinen Zugang mehr hatte. Kummer darüber, was man ihr angetan hatte, überflutete ihn, zusammen mit heftiger Wut auf das Monster, das dafür verantwortlich war. Er stieß einen Fluch aus, unfähig, seine Verachtung zu verbergen. Corinnes Kopf fuhr herum, ihr nasses schwarzes Haar klatschte ihr gegen die nackten Schultern, als sie sich hastig mit dem Badetuch verhüllte. Durch den schmalen Türspalt trafen sich ihre Augen. Ihr Blick war unverwandt, herausfordernd und unendlich verletzt. Dass er ihre Narben gesehen hatte, musste sie mindestens so sehr verletzen wie die brutale Züchtigung selbst. Hunter wandte den Blick ab und nahm sich wieder seine Karten vor. Er wandte aus Respekt den Blick ab, aus einem Mitgefühl, von dem er bisher gar nicht gewusst hatte, dass er überhaupt dazu fähig war, und lauschte dem Geräusch von Corinnes nackten Füßen auf dem gefließten Badezimmerboden, als sie jetzt ein paar Schritte ging. Die Tür knarrte, als sie sie langsam schloss und verriegelte. Sie hatte ihn ausgesperrt. Sie hatte ihn ausgesperrt. Ja, natürlich, ich verstehe. Victor Bishop stand am selben Nachmittag am offenen Kamin seines Arbeitszimmers und führte ein Gespräch auf der gesicherten Leitung seines dunklen Hafens. Er hatte lange überlegt, ob es klug war, diesen Anruf zu tätigen, aber nur wegen der negativen Folgen, die die schlechten Neuigkeiten, die er zu überbringen hatte, womöglich für ihn haben konnten. Schließlich war er zu dem Schluss gekommen, dass es in seinem besten Interesse war, sein Bündnis zu erneuern. Er musste Dragos seine Loyalität bekunden, damit er wieder unter feindlichen Beschuss geriet. Schließlich war er zu dem Schluss gekommen, dass es in seinem besten Interesse war, sein Bündnis zu erneuern. Er musste Dragos seine Loyalität bekunden, damit er nicht wieder unter feindlichen Beschuss geriet. »Wenn ich weitere Informationen bekomme, können Sie sicher sein, dass ich Sie unverzüglich kontaktieren werde.« Er räusperte sich und verachtete sich dafür, wie unsicher seine Stimme klang. »Und bitte, wenn Sie dafür sorgen könnten, dass er weiß, dass ich mit diesen unerwarteten Entwicklungen nichts zu tun hatte. Ich habe sein Vertrauen nie missbraucht und stehe ihm selbstverständlich jetzt und in Zukunft loyal zu Diensten.« Am anderen Ende wurde das lediglich mit einer gemurmelten Abschiedsfloskel quittiert und der Anruf abrupt beendet. »Verdammt«, fauchte Bischop und nahm das Telefon vom Ohr. Er drehte sich um, fast versucht, das schnurlose Gerät gegen die nächste Wand zu werfen, da hielt er inne, überrascht zu sehen, dass er nicht allein war. Regina stand stumm hinter ihm und starrte ihn aus rot geränderten Augen vernichtend an. »Ich dachte, du wärst noch im Bett«, bemerkte er, bewusst barsch, ging an ihr vorbei und stellte das Telefon vorsichtig in seine Basisstation auf dem Schreibtisch zurück. »Du siehst müde aus, Lebes. Vielleicht solltest du dich noch eine Weile erholen.« Sie war sofort zu Bett gegangen, nachdem Corinne und der Krieger aus Boston den dunklen Hafen verlassen hatten. In den Stunden, die seither vergangen waren, hatte er nicht versucht, mit ihr zu reden. Er wusste, dass sein Geständnis letzte Nacht eine Kluft zwischen ihnen aufgerissen hatte, die sich nicht wieder überbrücken ließ. Nicht einmal seine Blutsverbindung mit Regina konnte retten, was jetzt zwischen ihnen zerbrochen war. Sie waren durch Blut und Schwur miteinander verbunden, aber ihr Vertrauen und ihre Liebe würden ihm nie wieder wirklich gehören. Er musste zugeben, dass ein Teil von ihm erleichtert war. Die Lüge war ihm so lange eine Last gewesen, es hatte ihn ungemein strapaziert, die Maske des fassungslosen, trauernden Vaters aufrecht zu erhalten, wo doch seine instinktive Verbindung zu Regina ihn jederzeit verraten konnte. Es fühlte sich gut an, dass nun endlich alles offengelegt war. Befreiend, auch wenn sich jetzt Reginas Verachtung in ihn einbrannte wie ätzende Säure. Sie strömte in ihn hinein, durch ihren anklagenden Blick und das wilde Dröhnen ihres Pulses, das in seinen eigenen Adern widerhallte. »Mit wem hast du gesprochen, Victor?« »Es war nichts Wichtiges,« antwortete er und warf ihr aus schmalen Augen einen Blick zu, der sie zum Schweigen bringen sollte. Sie gingen einen Schritt auf ihn zu, die Hände an ihren Seiten zu Fäusten geballt. »Du lückst mich wieder an, oder vielmehr immer noch. Es macht mich krank, wie lange du mich angelogen hast.« Wut loderte in ihm auf. »Geh zurück in dein Bett, Liebes. Du bist sichtlich überreizt, und ich möchte nicht, dass du Dinge sagst, die du später bereust.« »Ich bereue alles,« sagte sie und sah ihn mit einem gequälten Stirnrunzeln an. »Wie konntest du das alles nur tun, Victor? Wie konntest du mit dir leben nach allem, was du Corinne angetan hast?« »Was dir offenbar nicht in den Kopf will,« knurrte er, »ist, dass ich das alles für uns getan habe, für unseren Sohn. Als nächstes hätte Stalken sich nämlich Sebastian genommen. Ich konnte doch unseren Jungen, unser Fleisch und Blut nicht in Gefahr bringen.« Regina starrte ihn mit offenem Mund an, als hätte er sie geschlagen. »Corinne war auch unser Kind, Victor. Sie und Lottie waren genauso unsere Kinder wie Sebastian. Wir haben sie bei uns aufgenommen und geliebt wie unsere leiblichen Kinder.« »Du vielleicht, ich nicht,« fuhr er sie an und ließ die Faust auf den Tisch hinabsausen. Er spürte hilflose Wut beim Gedanken an Sebastian, den sensiblen, viel zu grüblerischen Jungen, seinen vielversprechenden Sohn, dem die Welt hätte zu Füßen liegen sollen. Der all das und noch mehr gehabt hätte, wenn Bishop sie nicht alle so sorgfältig in das Netz seiner Täuschungen eingesponnen hätte. Nicht sorgfältig genug, dachte er jetzt. Es war dieses Netz, in dem Sebastian sich schließlich verfangen und zuerst seine Persönlichkeit und dann seine Zukunft verloren hatte.« »Es ist nicht mehr von Belang,« murmelte Bishop seiner sichtlich aufgebrachten Stammesgefährtin zu. »Getan ist getan. Es war sowieso alles umsonst. Wir haben Sebastian verloren, trotz allem, was ich getan habe, um ihn zu schützen.« Regina starrte ihn mit einem wissenden Blick an. »Er war nie wieder ganz der Alte, nachdem Corinne verschwunden ist,« sagte sie, mehr zu sich selbst als zu Victor. »Ich erinnere mich daran, wie in sich gekehrt Basti wenig später wurde und wie er sich in diesen letzten Wochen von uns zurückgezogen hat, bevor die Blutgier ihn nahm.« Bishop hasste es, dass er ihn daran erinnerte. Er wollte nicht an den Augenblick zurückdenken, als ihm die schreckliche Erkenntnis kam, dass sein eigener Sohn zum Rogue mutierte. Verloren an seinen Durst, seiner Abhängigkeit nach Blut, dass doch der Stoff war, der dem ganzen Stamm Leben, Kraft und Macht verlieh. Basti war schwach gewesen. Aber endgültig in den Abgrund getrieben hatte ihn nicht seine Sucht, sondern sein eigener Vater. Selbst ohne Blutsverbindung hätte Regina ihm seine Schuldgefühle angesehen. »Was ist passiert, Victor? Du hast doch Sebastian verraten, nicht wahr?« Bishop biss die Backenzähne zusammen, wütend, dass sie ihn zwang, sich wieder an den schlimmsten Augenblick seines Lebens zu erinnern. Den zweitschlimmsten. Nichts konnte den Tag überbieten, als Sebastian betrunken von einem blutigen Amoklauf zurückgekommen war, sich eines von Victors eigenen Gewehren genommen und abgedrückt hatte. »Er hat es herausgefunden, nicht wahr?« drängte sie. »Du hast uns alle zum Sachen gehalten, aber ihn nicht. Er ist irgendwie dahintergekommen, was du getan hast.« »Halt den Mund!«, knurrte Bishop, als die unwillkommenen Erinnerungen auf ihn einströmten. Sebastian und sein Sinn für Organisation und Ordnung. Wie stolz er auf den Waffenschrank aus Mahagoni gewesen war, den er eigenhändig geschreinert hatte, als Geschenk für seinen Vater. Er hatte es als Überraschung geplant und begonnen, Victors geliebte antike Waffensammlung aus ihrem alten Schrank in den wunderschönen Neuen zu räumen. Da hatte er das Geheimfach auf dem Boden entdeckt, das Victors finsterste Geheimnisse enthalten hatte. Sebastian hatte von der Hura erfahren, die er hatte töten lassen, damit alle dachten, dass Corinne tot war. Da waren die Schneiderrechnungen für ein hastig angefertigtes Kleid nach Victors genauen Vorgaben. Die Notiz eines befreundeten Juweliers in der Innenstadt, mit der Skizze einer Halskette, die er bestellt hatte und die genau so aussehen sollte wie die, die Corinne in der Nacht ihres Verschwindens getragen hatte. Es war dumm gewesen, diese Andenken aufzubewahren. Er hätte sie längst verbrennen sollen, genau wie er jede Hoffnung begraben hatte, Corinne jemals wiederzusehen. Sebastian war über seine Entdeckung entsetzt gewesen, aber er hatte geschwiegen. Denn Victor hatte ihm verboten, von der Angelegenheit zu reden, hatte ihm sogar gedroht. Er hatte Sebastian gesagt, wenn er das alles öffentlich machte, riskierte er den Tod der ganzen Familie. Und unter der Last dieses schrecklichen Geheimnisses war Sebastian schließlich zusammengebrochen. Du warst es, sagte Regina mit hölzerner Stimme. Du bist schuld daran, was unserem Sohn geschehen ist. Mein Gott, du hast ihn dazu getrieben. In die Blutgier. Und dazu, sich in diesem Zimmer eine Kugel in den Kopf zu jagen. Bishop explodierte vor Wut. Halt den Mund, hab ich gesagt! Regina zuckte angesichts der scharfe seiner Stimme zusammen, aber sie wich nicht zurück. Mit zu Fäustengeballten Händen, die Knöchel weiß vor Wut, kam sie auf ihn zu. Du hast Sebastians Leben zerstört, genau wie Corinne's, aber das genügt dir offenbar noch nicht. Du würdest die immer noch verraten. Sie sah zum Telefon hinüber, das jetzt wieder in seiner Basisstation ruhte. Das hast du nicht. Der Anruf eben. Es ging dir darum, deinen eigenen Hals zu retten, selbst wenn das nur auf ihre Kosten möglich ist. So kann ich nicht leben, nicht mit dir. Du bist ein Feigling, Victor. Du widerst mich an. Er streckte die Hand über den Tisch und schlug sie mit der Faust so hart ins Gesicht, dass sie zu Boden fiel. Dann kam er um den Schreibtisch herum und starrte auf sie hinunter. Er kochte vor Wut. Seine Fänge füllten seinen Mund aus, doch sie hatte keine Angst vor ihm. Sie hob den Kopf und starrte ihm in die Augen, zuckte nicht einmal zusammen beim Anblick seiner transformierten Iris-Kreise, die ihr Gesicht in einen bernsteinfarbenen Schein tauchten. Ihre Zunge tastete nach dem kleinen Riss in ihrem Mundwinkel, aus dem Blut auf ihr Kinn sickerte. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, was man ihr all die Jahre angetan hat? fragte sie anklagend. Sie wurde vergewaltigt, Victor. Geschlagen und gefoltert. Man hat Experimente mit ihr angestellt, wie mit einem Versuchstier. Sie hat in diesem Gefängnis ein Baby bekommen. Jawohl, Corinne hat einen Sohn. Man hat ihn ihr weggenommen, und sie hat gedacht, du würdest ihr helfen, ihn zu finden, ihn zurückzubringen. Alles, was sie wollte, war, dass wir alle wieder eine Familie sind. Zusammen mit ihrem Kind. Bischop hörte ungerührt zu. Nicht einmal Reginas Tränen, die ihr jetzt die Wangen hinunterliefen, konnten zu ihm durchdringen. Er steckte schon zu lange und zu tief in der Sache drin. Statt Zeit mit Mitleid oder Reue über Dinge zu verschwenden, die er nicht ändern konnte, überlegte er bereits, wie er diese Situation zu seinem Vorteil verwenden konnte, um die Gunst von Jared Storkin zu gewinnen. Oder Dragos, wie der mächtige Mann sich heutzutage nannte. Schweigend sah er Regina beim Aufstehen zu, ohne ihr zu helfen. Sie verachtete ihn. Er spürte es daran, wie ihr Blut kochte. Ich will, dass du gehst, Victor. Ich will, dass du diesen dunklen Hafen heute Abend für immer verlässt. Das war eine so lächerliche Forderung, dass er laut herauslachte. Du erwartest, dass ich mein eigenes Haus verlasse? Das wirst du, antwortete sie so standhaft, wie er sie nie gesehen hatte. Dann, wenn du es nicht tust, werde ich deine korrupten Machenschaften dem ganzen Stamm enthüllen. Ich werde euch enttarnen. Dich, Jared Storkin, Henry Vachon, euch alle. Trotzig drehte sie sich um und ging auf die offene Tür des Arbeitszimmers zu. Doch er ließ sie nicht so weit kommen. Innerhalb eines Sekundenbruchteils war er von der Raummitte zu ihr gerast und verstellte ihr den Weg ins Foyer. Er packte sie wild an den Oberarmen und sprach durch zusammengebissene Zähne, »Du wirst gar nichts dergleichen tun, meine Liebe. Du wirst vielmehr darauf achten, in welchem Ton du mit deinem Gefährten redest, wenn du weißt, was gut für dich ist.« Ihre Augen wurden ein wenig größer, und er sah, wie sich beim Schlucken ihr Hals bewegte. Bis sie ihm antwortete, hatte er es für Angst gehalten. »Oder was?« fragte sie, viel kühner, als ihm lieb war. »Oder was willst du tun, Victor?« »Mich töten?« Obwohl es sehr selten vorkam, besonders in diesen modernen, zivilisierten Zeiten, wäre er nicht der erste Stammesvampir, der die Kontrolle über die wildere Seite seiner Natur verlor und seine Gefährten tötete. Als er Regina jetzt ansah, erkannte er, wie viel leichter es für ihn ohne sie sein würde. Sie würde seine Sünden mit ins Grab nehmen. Und wenn Corinne, was auch immer aus ihr wurde, jemals auf die Idee kam, sich ihm in den Weg zu stellen, würde er sie ohne Gewissensbisse zerquetschen wie eine Laus. Sie bedeutete ihm nichts mehr, noch weniger als damals in der Nacht, als Gerard Starken sie ihm gestohlen hatte. Unwillkürlich packte Bishop seine Stammesgefährtin fester. Sie runzelte die Stirn, ihr hübsches Gesicht verzog sich vor Schmerz. »Du tust mir weh«, beschwerte sie sich und warf einen nervösen Blick über seine Schulter, als hielt sie nach Hilfe Ausschau. Jetzt kochte er vor Wut, und ihm kam die kalte Erkenntnis, dass nicht nur ihr Vertrauen in ihn zerstört war, sondern auch seines zu ihr. »Es war sehr dumm von dir, mir zu drohen, Regina. Mit deiner Verachtung hätte ich vielleicht leben können. Aber wie du so zutreffend bemerkt hast, bist du zu einer Gefahr für meinen Lebensstil geworden. Du bist ein Risiko, das ich mir nicht leisten kann.« Das leise Klicken einer Patrone ertönte, die in die Kammer geladen wurde. Kaltes Metall drückte sich gegen seine rechte Schläfe. Victor erschrak. »Lassen Sie sie los, Sir. Sofort.« »Mason.« Er brauchte nicht hinzusehen. Er kannte die tiefe, ruhige Stimme eines seiner dienstältesten Wächter. Und er hatte den Mann oft genug in Aktion gesehen und wusste, dass er sich in einer äußerst brenzligen Lage befand. Mason war rechtschaffen bis zum Gehtnichtmehr und würde im Kampf nicht nachgeben, bevor er seinen Gegner getötet hatte. Und besonders, wenn es darum ging, die schöne Regina zu verteidigen. Bishop vermutete schon lange, dass Mason insgeheim mehr in ihr sah, als nur die Dame des Hauses. Er würde sie mit seinem Leben verteidigen. Da machte Bishop sich nichts vor. Das bedeutete, dass er sich die Hände schmutzig machen und sie beide auf dem Gewissen haben würde, sobald dieser Tag um war. Egal, dachte Bishop. Gnade kannte er nicht mehr. Er würde tun, was nötig war, um sein zukünftiges Leben in weniger komplizierte Bahnen zu lenken. Ich habe gesagt, sie sollen sie loslassen. Mason stieß die kalte Mündung seiner Pistole mit Nachdruck gegen Bishops Schläfe. Bishop gehorchte dem knappen Befehl und ließ Regina los, aber nur, um den Wächter im Glauben zu lassen, dass er die Situation unter Kontrolle hatte. Sobald er spürte, dass Mason den Finger am Abzug wieder entspannte, stürzte sich Bishop mit gebleckten Fängen auf ihn. Regina schrie auf, als er Mason die Waffe aus der Hand schlug und floh aus dem Arbeitszimmer, als die Pistole klappernd auf den Boden des Foyers aufschlug. Bishop sprang seinen Wächter an. Sie waren ebenbürtige Partner, Bishop im Vorteil wegen seiner wilden Entschlossenheit und seiner rasenden Wut, die ihm in Kopf und Adern dröhnte. Mit dem Aufbrüllen eines Wahnsinnigen packte er Mason am Kragen und warf ihn mit aller Kraft gegen die gegenüberliegende Wand des Arbeitszimmers. Er gab dem Wächter keine Sekunde, um zu reagieren, sondern sprang ihn gleich an und rammte ihm den Absatz seines italienischen Slippers in die Hoden. Der Vampir brüllte vor Schmerzen auf, seine Augen wurden zu glühenden Kohlen und seine Fänge schossen ihm aus dem Zahnfleisch. Bishop kicherte. Er merkte, dass er es genoss, dem anderen Mann Schmerzen zuzufügen. Er würde Mason langsam töten und Regina dann mit bloßen Händen erwürgen. Während ihm dieser Gedanke durch den Kopf schoss, registrierte er eine schnelle Bewegung im Foyer. Regina war zurückgekommen. Sie war gar nicht weit gegangen. Und was sie da in beiden Händen hielt, war Masons Pistole. Bishop warf den Kopf herum und sah sie scharf an, gerade als das metallische Klicken des Hahns ertönte und sie abdrückte. Die Kugel kam in einer kleinen Rauchwolke auf ihn zu. Er sprang im allerletzten Moment aus der Schusslinie und hinter ihm explodierte die Glastür in einem Scherbenregen. Durch das Loch in den dicken Vorhängen drang nachmittägliches Sonnenlicht herein und brachte eisige Dezemberkälte mit. Bishop schnaubte höhnisch und wollte sich schon über die zitternden Hände und die lausige Treffsicherheit seiner Stammesgefährtin lustig machen. Aber dann feuerte sie wieder. Sie feuerte wieder und wieder auf ihn, und dieses Mal hatte er keine Chance, dem Kugelhagel auszuweichen. Sie feuerte, bis sie das ganze Magazin auf ihn verschossen hatte. Er stolperte zurück und sah auf seine Brust hinunter, aus der ein roter Blutstrom drang. Er konnte ihn nicht stillen, konnte nur in fassungsloser Verblüffung auf das höllische Gemetzel starren. Er spürte, wie sich sein Herz anstrengen musste, um seinen Rhythmus beizubehalten. Bei jedem Atemzug schlugen sich eiserne Klauen in seine Brust. Ihm knickten die Beine weg. Und jetzt war Mason auf den Füßen und stand vor ihm, und sein hünenhafter Körper strahlte Feindseligkeit aus wie eine dunkle Gewitterwolke. Bishop wusste, dass sein Ende gekommen war. Die Kugeln allein würden ihn nicht töten, aber sie hatten ihn bitter benötigte Kraft gekostet. Seine Lungen waren perforiert, auch sein Herz, aber er klammerte sich an seine Wut. Das Einzige, was er in seinem letzten Augenblick noch hatte. Mit einem Aufbrüllen, das ihn von innen heraus zu zerreißen schien, versuchte Victor Bishop, sich auf seine Stammesgefährtin zu stürzen. Masons unnachgiebige Hände hielten ihn auf, packten ihn und hoben ihn vom Boden hoch, und dann flog er auch schon hinterrücks in die hohe Glastür, die sich auf den Rasen seines Anwesens öffnete. Sein Körper krachte durch Vorhänge und Glas und blieb zerschmettert und blutend auf dem gefrorenen Boden liegen. Er starrte in den Himmel auf, unfähig, sich zu rühren, unfähig, sich vor dem langsamen, qualvollen Tod zu retten, der ihn erwartete, als er staunend in das strahlende, gnadenlose Sonnenlicht aufblinzelte. Gnadenlose Sonnenlicht aufblinzelte. Dragos klappte wütend sein Handy zu, immer noch verärgert über die Neuigkeiten, die er vor einigen Stunden von seinem Leutnant in New Orleans bekommen hatte. Henry Vachon, ein alter Verbündeter aus seinen Agenturzeiten, würde offenbar schon bald Besuch von einem Mitglied des Ordens bekommen. Dass dem so war, bezweifelte Dragos keinen Augenblick. Nach den Informationen, die Vachon von einem extrem nervösen Victor Bishop in Detroit erhalten hatte, schätzte Dragos, dass ein Vergeltungsschlag des Ordens nur noch eine Frage der Zeit war. Um Vachon zu beruhigen und sicherzustellen, dass die Operation nicht noch einen weiteren wichtigen Verbündeten durch Lugens Krieger verlor, hatte Dragos Verstärkung nach New Orleans beordert. Was Victor Bishop anging, hatte der seinen Zweck schon vor langer Zeit erfüllt. Mittlerweile war er überflüssig geworden, auch wenn er Vachon angerufen und ihn katzbuckelnd gewarnt hatte. Wenn Bishop je so dumm wäre, ihm vor die Augen zu kommen, würde Dragos ihn mit größtem Vergnügen ins Jenseits befördern. Seine üble Stimmung der letzten Stunden wurde auch nicht besser vom höllischen Gerüttel seiner Limousine, als sein Fahrer in der Abenddämmerung eine abgelegene, ungeteerte Landstraße im Norden von Main entlangbrauste. »Musst du durch jedes gottverdammte Schlagloch fahren«, bellte er den Lakai an. Die gewinselte Entschuldigung, die darauf folgte, ignorierte er und starrte stattdessen aus dem Fenster auf scheinbar endlose dunkle Wälder und gefrorenes Marschland hinaus. »Wir sind vor über vier Stunden auf dem Festland angekommen, und seither werde ich hier hinten durchgerüttelt. Wie weit ist es denn noch?« »Gar nicht mehr weit, Meister. Laut Navigationsgerät sind wir fast da.« Dragos grunzte, den Blick immer noch auf die trostlose, vorüberrasende Landschaft gerichtet. Die letzte Ortschaft hatten sie vor etwa 160 Kilometern hinter sich gelassen, wenn man die heruntergekommene Ansammlung von fünfzig Jahre alten Wohnwägen und schrottreifen Fahrzeugen denn so nennen konnte. So hoch oben, im dünnbesiedelten Norden, war die menschliche Zivilisation offenbar nicht angekommen. Und wen es dennoch hierher verschlagen hatte, war vor dem kargen Land und der fehlenden Industrie wieder in die Großstadt geflohen. Nur die unerschrockensten Seelen würden sich für eine kümmerliche Existenz in dieser abgelegenen Gegend entscheiden. Oder Leute mit verdammt guten Gründen, um unterzutauchen, so weit weg wie nur möglich von der menschlichen Gesellschaft, die sie so verachteten. So wie die Männer, die Dragos gleich hier treffen würde. Die Behörden der Menschen nannten sie Terroristen. Verdrossene Bürger, die für ihre Unzufriedenheit und ihr persönliches Versagen alle verantwortlich machten außer sich selbst. Andere sahen sie als soziopathische Zeitbomben, die nur auf die nächste politische oder wirtschaftliche Krise warteten, um ihre Gewaltakte zu rechtfertigen. Wie auch immer, diese Männer waren Psychopathen und lebten außerhalb der Normen der menschlichen Gesellschaft. Untereinander nannten sie sich zweifellos Helden und Patrioten. Jeder einzelne der drei, die ihn jetzt erwarteten, würde es so weit gehen, sich freiwillig zum Märtyrer zu machen, um den Paar von ihnen nachzueifern, die es zu Berühmtheit gebracht hatten, indem sie aus Selbstgerechtigkeit und moralischer Empörung für ihre Sache ihr Leben riskiert und verloren hatten. Ihr leidenschaftlicher Glaube an ihre Ziele, ihre gefährliche Besessenheit und Tatkraft waren es gewesen, die Dragos auf diese Männer aufmerksam gemacht hatte. Die Tatsache, dass die ganze Gruppe seit zehn Jahren auf der Beobachtungsliste der US-Regierung stand, machte die Aussicht, sie anzuwerben, nur um so attraktiver. Vom Rücksitz seiner Limousine sah Dragos aus der Windschutzscheibe, als sein Fahrer vom Gas ging und auf eine noch schmalere, ungeteerte Straße einbog. Eigentlich nur noch ein Feldweg mit einer harten Kruste aus Schnee und Eis, der in dicht bewaldetes Gelände führte. Das Scheinwerferlicht der langen Limousine tanzte auf dem holprigen Weg. Außer schwachen Reifenspuren eines pritschen Wagens mit Schneeketten von seinem anderen Lakai hinterlassen, der das Treffen gestern für ihn arrangiert hatte, sah es so aus, als sei in dieser gottverlassenen Gegend schon seit Monaten niemand mehr gewesen. Dieser Lakai, ein ehemaliger Nachrichtenoffizier der Armee, wartete jetzt vor einem baufälligen Schuppen am Ende der Straße auf ihn. Er kam zur hinteren Tür auf der Beifahrerseite der Limousine, gerade als sie holpernd zum Stehen kam. »Meister«, grüßte er und senkte den Kopf, als Dragos ausstieg. »Sie warten drinnen auf sie. »Sag dem Fahrer, er soll Motor und Scheinwerfer abstellen und hier auf mich warten«, murmelte Dragos. »Es dürfte nicht lange dauern.« »Natürlich, Meister.« Dragos trat vorsichtig auf den vereisten Weg, der zu einer alten Scheune führte, aus der ein schwacher Lichtschein drang. Er konnte nicht anders. Er musste einfach stehen bleiben und das heruntergekommene Holzhaus mit seinen durchhängenden Balken und morschen Brettern betrachten, von dem ein Gestank nach Vieh, das sich hier früher befunden haben mochte, ausging. Und beim Gedanken an den Sieg, den er schon bald erringen würde, konnte er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Welche Ironie, dass ich ausgerechnet in dieser Bruchbude, in den Händen von ein paar extremistischen Hinterwäldlern, das perfekte Mittel befand, um den ach so mächtigen Lucan Thorn und seinen verdammten Orden ein für allemal zu Fall zu bringen. Corinne saß auf einem der beiden Betten im Hotelzimmer in New Orleans und seppte durch die Fernsehkanäle. Damit hatte sie sich eine Weile abgelenkt, um nicht in ihrem engen Quartier herumzulaufen wie eine Katze im Käfig. Aber der Neuigkeitswert von all dem Geplapper und Lärm und den grellen Bildern, die sich mit einem Knopfdruck der Fernbedienung auf den Bildschirm zaubern ließen, hatte sich schon lange abgenutzt. Sie sah zu Hunter hinüber, der ihr seit Sonnenuntergang jede Minute distanzierter, stiller und unnahbarer vorkam. Vor etwa einer Stunde hatte er Gideon mit seinem Handy angerufen und mit ihm seinen Plan diskutiert, Henry Wechons Häuser in der Gegend aufzuspüren und dort einzubrechen. Wenn er Wechon fand, würde er ihn zu einem isolierten Ort bringen und zu Dragos verhören. Er musste nur herausfinden, wo sich Wechon derzeit aufhielt, und einbrechen, ohne dabei gefangen oder getötet zu werden. Es klang alles sehr waghalsig und extrem gefährlich. Sie stellte den Fernseher ab und ließ die Fernbedienung auf dem Bett liegen. Dann stand sie auf, um sich den Stadtplan anzusehen, den Hunter auf dem Couchtisch am anderen Ende des Raumes ausgebreitet hatte. Inzwischen brauchte er ihn nicht mehr, sondern benutzte einen elektronischen auf seinem Handy. Sie studierte die eingekringelten Stellen, wonach den Informationen des Ordens Wechons Häuser lagen. Auf dem Flug aus Detroit und, seit sie mit Hunter im Hotelzimmer festsaß und auf den Abend wartete, hatte sich Corinne den Kopf darüber zerbrochen, wie sie Henry Wechon alleine aufspüren und ihre Bitte vorbringen konnte, ihren Sohn zurückzubekommen. Wenn sie zuließ, dass Hunter ihn zuerst fand, war Wechon so gut wie tot. Aber wenn es ihr nur irgendwie gelang, dieses Treffen zu unterbrechen und mit Wechon zu verhandeln, ihm das Wenige anzubieten, was sie hatte, hatte sie vielleicht eine Chance, ihr Kind zu finden. Die Vorstellung, sich schon wieder einem von Dragos loyalen Gefolgsmännern ausliefern zu müssen, machte ihr Sorgen. Aber wenn Henry Wechon wirklich in der Nacht ihrer Entführung dabei gewesen war, kannte sie ihn schon von seiner schlimmsten Seite. Sie hatte seine perversen Grausamkeiten schon einmal überlebt. Sie würde sich ihm und Dragos widerstellen, wenn sie so zu ihrem Sohn kam. Es war ein törichter, verzweifelter Plan, und höchstwahrscheinlich lief er auf glatten Selbstmord hinaus. Aber sie war verzweifelt, und sie war bereit, alles zu riskieren, was sie hatte, nur auf die Hoffnung hin, ihren Jungen wiederzusehen. Sie sah zu Hunter hinüber, der neben der gläsernen Schiebetür zum Balkon stand. Sein riesiger Körper bildete eine Silhouette im Mondlicht und im Schein der Straßenlampen unten auf dem Boulevard. Von draußen drang Musik zu ihnen herauf, die weiche Klage eines Saxophons. Jemand spielte den Blues. Jetzt ging auch sie langsam auf die Glastür zu, wie immer magisch angezogen von den tröstlichen Klängen dieser Poesie, von Tönen und Harmonien. Sie lauschte eine Weile und beobachtete den alten Mann an der gegenüberliegenden Straßenecke, der sein verbeultes Messinginstrument mit der ganzen Leidenschaft eines jungen Mannes spielte. »Wann brichst du auf, um Vachon zu suchen?« Hunter hob den Kopf und sah ihr in die Augen. »Sobald wie möglich.« »Gilirn sucht gerade alle verfügbaren Daten zu Vachonshäusern heraus. Alte Baupläne, Schaltpläne von Alarmanlagen, alles, was mir irgendwie helfen kann. Wenn er in der nächsten Stunde was Brauchbares findet, meldet er sich.« »Und wenn er nichts findet?« »Dann ziehe ich so los.« Corinne nickte, nicht überrascht von seiner unumwundenen Antwort. Er wirkte nicht wie einer, der sich von Hindernissen aufhalten ließ, selbst wenn das bedeutete, dass er sich ins feindliche Lager schleichen und sich dabei nur auf seinen Verstand und seine Waffen verlassen musste. »Denkst du, Vachon wird dir verraten, wo Dragos ist?« In Hunters Gesicht stand grimmige Zuversicht. »Wenn er es weiß, wird er es mir sagen.« Sie wollte nicht darüber nachdenken, wie genau er das bewerkstelligen würde. Auch konnte sie seinen durchdringenden Blick nicht länger als einen Moment ertragen, wenn er so wie jetzt nur einen halben Meter entfernt von ihr stand. Ihm so nahe zu sein und seine goldenen Augen auf sich zu spüren wie eine Berührung, erinnerte sie nur daran, wie aufgeschreckt sie gewesen war, als er sie diesen Nachmittag im Bad beobachtet hatte. Von wegen aufgeschreckt, verblüfft war sie gewesen, völlig schockiert von der glühenden Hitze in seinen sonst so unergründlichen Augen. Beim bloßen Gedanken daran durchfuhr es sie heiß, und dieses Mal gab es keine Tür mehr, die sie vor ihm schließen konnte. Sie hätte sauer sein sollen, dass er sie gesehen hatte, oder ängstlich, und Handers Blick beunruhigte sie nach wie vor. Aber nicht aus Angst, die sie doch eigentlich fühlen sollte, sondern aus Spannung. Denn der stoische Krieger hatte sie nicht wie ein Objekt angesehen, das er beschützen oder bemitleiden sollte, sondern er hatte sie als Frau wahrgenommen. Wenigstens, bis er ihre Narben gesehen hatte. Die äußerlichen Spuren dessen, was sie erlitten hatte, waren hässlich genug, aber die schlimmsten Verletzungen waren innerlich. Es gab immer noch einen wunden und verletzten Teil von ihr, der noch nicht wieder aus Dragos' Albtraumkerker herausgekommen war und der es vielleicht nie wieder hinaus ans Tageslicht schaffen würde. Sie hatte so viel von sich selbst in diesen feuchtkalten Laborzellen zurückgelassen, dass sie nicht sicher war, ob sie jemals wieder wirklich heilen konnte. Es war dieser Teil von ihr gewesen, der es nicht hatte ertragen können, in einem so kleinen Raum wie dem winzigen Bad des Hotelzimmers eingeschlossen zu sein. Sie hatte die Tür einen winzigen Spalt offengelassen, nur so viel, um sich zu versichern, dass sie aus der kleinen Nasszelle hinaussehen und sie jederzeit verlassen konnte, wenn sie wollte. Dass sie nicht eingeschlossen und hilflos auf die nächste Runde Folter wartete, von dem, der den Schlüssel hatte. Selbst jetzt noch schienen beim bloßen Gedanken an enge Räume und verschlossene Türen die vier Wände, um sie zusammenzurücken. Ihr Puls beschleunigte sich, ihre Kehle schnürte sich zusammen unter der Panikattacke, die in ihr aufstieg. Corinne drehte sich zu der breiten Schiebetür um, die auf einen kleinen Balkon mit Blick über die Innenstadt ging. Sie streckte die Hände aus und presste die Handflächen gegen das kühle Glas, konzentrierte sich auf ihre Atmung und versuchte ihr Herz durch Willenskraft zu beruhigen. Es half nichts. Was ist los? fragte Hunter und runzelte die Stirn, als sie ein paar Mal hastig Atem holte. Ist dir nicht gut? Luft, keuchte sie. Ich brauche Luft. Sie fummelte mühsam am Griff der Glastür herum, schaffte endlich, sie aufzureißen und taumelte auf den Balkon hinaus. Hunter war an ihrer Seite, als sie sich an das schmiedeeiserne Balkongeländer klammerte und keuchend die reinigende Nachtluft einatmete. Sie spülte seine Präsenz wie eine Hitzewand neben sich. Seine riesige Gestalt ragte nah neben ihr auf und beobachtete sie in stummer Besorgnis. Alles okay, murmelte sie. Doch ihr war immer noch schwindelig. Ihre Lungen waren immer noch wie in einem Schraubstock gefangen. Halb so wild. Geht schon wieder. Er streckte die Hand aus, nahm sanft ihr Kinn und drehte ihr Gesicht in der Dunkelheit zu sich hinüber. Sein Stirnrunzeln hatte sich vertieft, und diese durchdringenden, goldenen Augen blickten sie prüfend an. Es geht dir nicht gut. Nein, alles in Ordnung, ich habe mir etwas frische Luft gebraucht. Sie zog sich etwas zurück, und er ließ seine Hand sinken. Die Wärme seiner Berührung verweilte. Sie konnte die Linien spülen, die seine breiten Finger auf ihre Haut gezogen hatten, und stieß zitternd den Atem aus. Er starrte sie an, sah sie in der schwülen Nacht von New Orleans zittern. »Es geht dir nicht gut«, sagte er wieder. Dieses Mal war seine Stimme sanfter, aber nicht weniger entschieden. »Dein Körper braucht mehr Ruhe, und du brauchst Nahrung.« Sein Blick wanderte zu ihrem Mund. Dort verweilte er und versetzte sie in noch größeren inneren Aufruhr. »Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen, Corinne?« Gott, sie wusste es gar nicht mehr. Es musste schon über vierundzwanzig Stunden her sein, denn das letzte Mal hatte sie im Bostoner Hauptquartier vor ihrem Abflug nach Detroit etwas gegessen. Sie zuckte vage die Schultern. An das allgegenwärtige Hungergefühl hatte sie sich in der Zeit ihrer Gefangenschaft längst gewöhnt. Dragos hatte ihr und den anderen gerade genug zu essen gegeben, um sie am Leben zu erhalten. Manchmal, wenn ihre Rebellion ihr Isolationshaft eingebracht hatte, war es noch weniger gewesen. »Ich bin okay«, sagte sie, und Hunters musternder Blick und seine Besorgnis wurden ihr unbehaglich. »Ich musste einfach nur ein Weilchen draußen sein. Ich brauch nur frische Luft.« Er wirkte nicht allzu überzeugt und warf einen abschätzenden Blick über den Balkon hinunter auf die Straße. Die angenehme, abendliche Brise brachte Geräusche mit. Leute schlenderten vorbei, unterhielten sich und lachten, daneben rumpelten Autos über das Kopfsteinpflaster. Der Musiker an der Ecke ging von einem gefühlvollen Stück zum nächsten über, und der appetitliche Duft nach gebratenem Fleisch und würzigen Soßen ließ Corinnes Magen verräterisch knurren. Hunter sah sich wieder zu ihr um, den Kopf fragend zur Seite gelegt. »Na gut«, sagte sie. »Ich schätze, ich könnte schon etwas zu essen vertragen.« »Dann komm«, sagte er und stapfte schon wieder ins Zimmer zurück. Corinne folgte ihm. Ein Teil von ihr war einfach nur begierig, unten auf der belebten Straße zu sein, wieder mitten unter den Lebenden. Ein vorsichtigerer Teil von ihr wusste, wenn sie ihren Plan, Henry Vachon auf eigene Faust zu kontaktieren, heute Nacht in die Tat umsetzen wollte, sollte sie besser etwas in den Magen bekommen und sich rüsten für die verzweifelte Mission, die vor ihr lag. Sie landeten in einem kleinen Restaurant in einigen Straßenentfernung vom Hotel, abseits vom Touristenverkehr. Hunter fand nicht, dass es viel hermachte. Es war ein dunkles Kellerlokal mit nur etwa zwanzig Tischen und einer kleinen, grob gezimmerten Bühne mit winziger Tanzfläche. Das Trio auf der Bühne spielte ein langsames, sinnliches Stück, die Sängerin pausierte und nickte dem Pianisten und dem anderen, der gerade eine extrem traurige Sequenz auf seiner kurzen Messing-Trompete spielte, anerkennend zu. In der Luft mischten sich die Gerüche von fettigem Essen und exotischen Gewürzen, dem Rauch vom Grill und Parfum und sehr viel mehr menschlichen Körpern, als ihm lieb war. Aber Corinne schien sich hier ausgesprochen wohlzufühlen. Sobald sie auf der Straße die Musik, die aus dem Lokal drang, gehört hatte, war sie schnurstracks auf das Lokal zugegangen und hatte darauf bestanden, dort zu essen. Hunter war es einerlei, wohin sie ging. Da es ja ihr Körper war, der Nahrung brauchte, sollte ruhig sie entscheiden. Was seine eigenen Bedürfnisse anging, war es einige Tage her, dass er zum letzten Mal Nahrung zu sich genommen hatte. Er war schon länger ohne ausgekommen, aber es war unklug, seinen Gen-1-Stoffwechsel unnötig zu belasten. Er spürte den Durst in seinen Adern aufflammen, als er mit Corinne an einem Tisch in der Ecke saß, den Rücken zur Wand und den Blick über die Menschenmenge schweifen ließ, die das alte Kellerlokal bevölkerte. Er war nicht der einzige Stammesvampir, der eben das Angebot an Homo sapiens in Augenschein nahm. Er hatte die beiden Vampire schon entdeckt, als er und Corinne hereingekommen waren. Sie stellten keine Bedrohung dar. Es waren nur Zivilisten aus den dunklen Häfen, die müßig potenzielle Blutwirte begutachteten, genau wie er auch. Sobald sie bemerkten, dass er sie vom anderen Ende des Raumes aus beobachtete, verzogen sie sich in eine dunkle Ecke wie ein paar kleine Fische vor dem Hai. Als die jungen Männer verschwunden waren, sah er über den kleinen Tisch zu Corinne hinüber. »Ist dein Essen in Ordnung?« fragte er. »Es ist einfach Wahnsinn!« Sie stellte ihr Glas hin, das ein klares alkoholisches Mischgetränk auf Eiswürfeln enthielt, garniert mit einem dicken Limettenschnitt. »Alles hier ist, oder vielmehr war, einfach köstlich!« Er hätte sich die Frage eigentlich sparen können, so schnell und so begeistert, wie sie über ihren Fisch in Mandelkruste mit gedünstetem Gemüse hergefallen war, und davor hatte sie schon eine schale Suppe und zwei der knusprigen Brötchen aus dem Korb auf dem Tisch verdrückt. Doch obwohl sie das Essen sichtlich genossen hatte, schien sie stiller und nachdenklicher zu werden, je länger sie dort saßen. Er sah zu, wie sie mit der Fingerspitze über den Rand ihres Cocktailglases fuhr, und als sich über dem kerzenerleuchteten Tisch ihre Blicke trafen, fand er sich in ihren exotischen, dunklen Augen gefangen. Im Schein der Kerzenflamme spielte ihre Farbe von ihrem normalen Blaugrün zu dunklem Waldgrün. In Corinne Bishops Augen lag innere Qual. Ihre schlimmsten Geheimnisse waren tief hinter einem undurchdringlichen Dickicht von changierendem grünen verborgen. Er dachte nicht, dass sie ihm erzählen würde, was ihr gerade durch den Kopf ging, und obwohl er merkte, dass er wirklich neugierig wurde, hielt er es nicht für angemessen, sie zu fragen. Stattdessen saß er schweigend da, während sie die Augen schloß und sich im Rhythmus der Musik wiegte, die von der Bühne herüberdrang. Über dem Stimmenlärm und dem Tellergeklapper hörte er, wie Corinne das traurige Lied der Sängerin leise mitsummte. Nach einem langen Augenblick öffnete sie die Augen und merkte, dass er sie angesehen hatte. »Das ist ein alter Bessie-Smith-Song«, sagte sie und sah ihn erwartungsvoll an, als müsste er den Namen kennen. »Einer ihrer besten.« Er lauschte und versuchte zu verstehen, was Corinne so daran gefiel. Der Song klang gar nicht übel, sehr relaxed, aber der Text kam ihm banal vor. Eigentlich war das völliger Nonsens. Er zuckte die Schultern. »Schon komisch, worüber Menschen alle Songs schreiben. Diese Sängerin besingt ihr geliebtes neues Küchengerät.« Corinne war gerade dabei, den letzten Schluck aus ihrem Glas zu nehmen. Sie starrte ihn einen Augenblick an, und dann lächelte sie. »Tut sie nicht?« »Tut sie doch«, konterte er, ganz sicher, dass sie den Text nicht falsch verstanden hatte. Jetzt musterte er die Sängerin und nickte Corinne bestätigend zu, als das Lied wieder an die Stelle kam. »Genau da. Sie sagt, als ihr Mann sie verlassen hat, ist sie rausgegangen und hat sich die beste Kaffeemühle gekauft, die sie finden konnte. Und das sogar mehrmals.« Er runzelte die Stirn, fand einfach keinen logischen Sinn in diesem Text. »Und jetzt ist sie auf einmal verschossen in einen Tiefseetaucher.« Corinnes Lächeln wurde breiter, und dann lachte sie laut heraus. »Ich kenne den Text, aber darum geht's hier nicht. Ganz und gar nicht.« Ihre Augen blitzten immer noch belustigt, und nun sah sie ihn mit schiefgelegtem Kopf an, musterte ihn neugierig. »Was schmackst du eigentlich für Musik, Hunter?« Er war nicht sicher, was er antworten sollte. Die anderen Krieger im Hauptquartier hatten alles Mögliche gehört, aber er hatte sich nicht viel daraus gemacht. Über Musik hatte er noch nie nachgedacht, nie innegehalten und überlegt, ob ihm etwas gefiel oder nicht. Wozu brauchte man schon Musik? Jetzt sah er die großartige Corinne Bishop an, die nur um armes Länge entfernt von ihm saß, in Kerzenschein getaucht und ihn mit ihren schönen Augen anlächelte. Er schluckte heftig, erschüttert, wie wundervoll sie war. »Ich mag das hier«, antwortete er und konnte seine Augen nicht mehr von ihr losreißen. Schließlich war sie es, die den Blick senkte. Sie nahm sich die gestärkte weiße Serviette vom Schoß und tupfte sich die Mundwinkel ab. »Es ist schon lange her, dass ich so etwas Köstliches gegessen habe.« »Und natürlich der Blues. Früher habe ich diese Musik ständig gehört, bevor...« »Bevor man dich entführt hat«, sagte er und sah, wie ihre Mine einen nachdenklichen, gequälten Ausdruck annahm. Er wusste, dass sie sehr jung gewesen war, als Dragos sie entführt hatte. Damals musste sie sehr lebhaft und unternehmungslustig gewesen sein und viel gelacht haben, und Spuren davon konnte er auch jetzt noch in ihr sehen, als sie sich unbewusst zu dem lebhafteren Stück bewegte, das jetzt von der Bühne erklang und unter dem Tisch mit dem Fuß leise den Takt mitwippte. »Brock hat erzählt, dass er dich damals in Detroit immer in Tanzclubs begleitet hat.« »Begleitet hat?« Als Corinne den Kopf hob, lächelte sie ironisch in sich hinein. »Wenn er dir das erzählt hat, war er nur höflich. Ich war ein unausstehlicher Plagegeist, als Brock mein Bodyguard war. Damals habe ich ihn zu jedem Jazzclub im Umkreis von 80 Kilometern geschleppt. Er war gar nicht dafür, aber wenn er sich geweigert hätte, wäre ich irgendwie auf eigene Faust losgezogen, und das wusste er. Es muss die Hölle für ihn gewesen sein, auf mich aufpassen zu müssen.« Hunter schüttelte den Kopf. »Er hatte dich gern.« »Tut er immer noch.« Sie lächelte. »Es freut mich so für ihn, dass er in Jenner eine Gefährtin gefunden hat und glücklich ist. Brock hat im Leben nur das Allerbeste verdient.« Sie verstummte, als die Kellnerin kam um das Geschirr und das leere Glas. »Das für dich noch ein Wodka-Gimlet sein, Schätzchen?« Corinne winkte ab. »Lieber nicht, mir ist der eine schon zu Kopf gestiegen.« Auch Hunter lehnte ab. Sein Bier, das er bei ihrer Ankunft nur bestellt hatte, um den Schein zu wahren, stand unberührt da. Als die Bedienung wieder gegangen war, sah Corinne im flackernden Kerzenlicht zu ihm hinüber. Ihre Pupillen waren dunkle Teiche, hypnotisierend und bodenlos. Als sie redete, war ihre Stimme rauchig und leise, irgendwie zögerlich. »Und was ist mit dir, Hunter?« »Wie warst du so als Teenager? Irgendwie glaube ich nicht, dass du der wilde, impulsive Typ gewesen bist.« »War ich auch nicht«, stimmte er zu und dachte an seine trostlosen Anfänge zurück. Er war schon ernst und diszipliniert gewesen, solange er denken konnte. Das musste er auch sein. In einem Bereich seiner Erziehung zu versagen, hätte seinen Tod bedeutet. Noch immer sah sie ihn an, versuchte noch immer, sich ein Bild von ihm zu machen. »Du hast mal gesagt, du hättest keine Familie. Aber hast du immer in Boston gelebt?« »Nein«, antwortete er. »Erst seit letztem Sommer, als ich dem Orden beigetreten bin.« »Ach«, sie schien überrascht, wirkte befremdet. »Du bist erst seit kurzem bei ihnen?« Wieder sah sie auf den Tisch hinunter und wischte einige Brotkrümel zur Seite. »Wie lange hast du für Dragos gearbeitet?« »Jetzt war es an ihm, überrascht zu sein.« »In dieser ersten Nacht im dunklen Hafen von Claire und Andreas«, erklärte sie. »Jemand hat gehört, wie sie über dich geredet haben, dass du früher für Dragos gearbeitet hast.« Sie beobachtete ihn genau, vorsichtig. »Ist das wahr?« »Ja.« »Sie wusste es ja sowieso schon. Warum hätte er sich jetzt also am liebsten die Zunge abgebissen? Warum hatte er plötzlich den Impuls, ihr zu versichern, dass er keine Gefahr für sie darstellte, auch wenn er Dragos einmal gedient hatte? Das konnte er ihr nicht sagen, denn in seinem tiefsten Innern fragte er sich, ob es auch stimmte. War er wirklich keine Gefahr für sie?« »Myras Vision schien das Gegenteil zu besagen. Seit sie den dunklen Hafen von Detroit verlassen hatten, hatte er sich einzureden Versuch, dass sich die Vision durch seinen Kampf mit Victor Bishop bereits erfüllt hatte, wenn auch verändert und mit einem anderen Ergebnis als prophezeit. Aber etwas daran stimmte nicht. Die Visionen der kleinen Seherin waren bisher immer eingetroffen. Er wäre dumm zu denken, dass es jetzt anders sein konnte, nur weil er plötzlich von der schönen Corinne fasziniert war, die so viel Schlimmes durchgemacht hatte. Er hörte, wie sie schnell, aber leise den Atem ausstieß, als sie seine ehrliche Antwort in sich aufnahm. Statt sich auf dem kleinen Tisch nach vorne zu lehnen, bemerkte er, dass sie sich jetzt langsam vor ihm zurückzog, bis sie mit dem Rücken an der Stuhllehne angekommen war. Einen langen Augenblick schwieg sie und starrte durch das dämmerige Licht und den leichten Dunst, der über dem Raum hing. »Wie lange hast du ihm gedient?« fragte sie, jetzt auf der Hut. »Solange ich mich erinnern kann.« »Aber jetzt nicht mehr«, sagte sie und musterte sein Gesicht. Vermutlich suchte sie darin nach einem Zeichen, dass sie ihm vertrauen konnte. Er hielt sein Gesicht absichtlich neutral und versuchte zu entscheiden, ob womöglich sie etwas vor ihm zu verbergen hatte. »Jetzt tue ich für den Orden, was ich früher für Dragos getan habe.« Ihre Augen hielten seinen Blick stand, als es ihr aufging. »Du tötest für ihn?« »Du tötest für ihn«, sagte sie düster. Hunter senkte zustimmend das Kinn. »Ich will, dass Dragos ausgelöscht wird und alle, die ihm dienen. Und wenn ich ihn und jeden seiner Anhänger einzeln jagen und zur Strecke bringen muss.« Er stellte nur eine Tatsache fest, aber jetzt sah Corinne ihn mit einem seltsamen, weichen Gesichtsausdruck an, und in ihrem Blick lag eine Frage. »Was hat Dragos dir angetan, Hunter?« Zu seiner eigenen Verblüffung merkte Hunter, dass er die Worte nicht aussprechen konnte. Er hatte nie ein Problem damit gehabt, von der Isolation und dem gnadenlosen Drill seiner Kindheit und Jugend zu erzählen. Weder war er sich selbst wichtig genug gewesen, noch hatten andere ihm so viel bedeutet, um ihnen gegenüber auch nur einen Anflug von Demütigung dafür zu spüren, dass er wie ein Tier gehalten und aufgezogen worden war. Schlimmer noch als ein Tier. Als Gen 1 hatte er sich nie seine Abstammung geschämt. Er war gezeugt von einem Ältesten, dem letzten Außerirdischen, der zusammen mit seinen Brüdern die ganze Vampirrasse auf Erden gezeugt hatte. Dragos hatte den mächtigen Vampir jahrzehntelang in einem Versteck unter Drogen gehalten und in seinem Labor eingekerkert. Und er hatte die wilde Kreatur auf zahllose gefangene Stammesgefährtinnen losgelassen, so auch auf Corinne und all die übrigen kürzlich befreiten Frauen. Und auch auf die unbekannte Stammesgefährtin, die Hunter in diesen stinkenden Zellen geboren hatte. Er hatte keine Ahnung, was aus ihr geworden war, hatte keinerlei Erinnerung an sie. Aber als er jetzt Corinne Bishop ansah, auf deren zartem Rücken er diese schrecklichen Folterspuren gesehen hatte, spürte Hunter eine tiefe Scham und hätte am liebsten geleugnet, jemals mit Dragos oder den Schrecken seines Labors zu tun gehabt zu haben. Eine Sehne zuckte in seiner Wange. »Mach dir keine Gedanken, was Dragos mit mir gemacht hat,« antwortete er ihr. »Es war nicht schlimmer als das, was er dir angetan hat.« Ihr Stirnrünzeln vertiefte sich. Selbst im Dunkeln konnte er sehen, wie ihr die Röte in die Wange stieg. Zweifellos wusste sie, dass er ihre Narben meinte, von denen er nur wissen konnte, weil er sie vorhin im Badezimmer beobachtet hatte. Er rechnete damit, dass sie wütend werden würde. Das war wohl ihr gutes Recht. Er würde nicht leugnen, dass er hingeschaut hatte. Wahrscheinlich hätte er auch zugegeben, dass ihm das Gesehene gefallen hatte. Die ganze Nacht lang hatte er dagegen angekämpft, sie sich nackt in der Badewanne des Hotelzimmers vorzustellen. Die Erinnerung kam jetzt nur um so lebhafter zurück und hielt sich hartnäckig, trotz seiner Anstrengungen, sie aus seinem Kopf zu verbannen. Was ihre Narben anging, die waren schrecklich, minderten aber ihre Schönheit nicht. Jedenfalls nicht für ihn. Es verblüffte ihn, wie versucht er war, ihr das zu sagen, ob sie es nun hören wollte oder nicht. Corinne starrte ihn zu lange an. Dann schob sie ihren Stuhl zurück und stand auf. »Ich geh mal für kleine Mädchen«, murmelte sie. Er stand mit ihr auf und blickte über die Menge. »Ich komme mit.« »Aufs Frauenklo?« Sie warf ihm einen schrägen Blick zu. »Warte hier, ich bin gleich wieder da.« Obwohl er ihr am liebsten durchs ganze Restaurant gefolgt wäre, blieb ihm nichts anderes übrig, als untätig am Tisch zu warten. Er sah ihr nach, wie sie auf das Neonschild mit der Aufschrift Femme zuging, dann verschwand sie durch die dunkle Schwingtür. Corinne blieb nur eine oder zwei Minuten auf der Toilette, den Rücken an die Wand vor dem schartigen Porzellanwaschbecken und dem abgeplatzten Spiegel gelehnt. Nur solange sie brauchte, um wieder zu Atem zu kommen und ihre Gedanken zu sammeln, so gut sie konnte. Der eine Cocktail zum Abendessen war ihr direkt in den Kopf gestiegen. Warum sonst hätte sie mit Hunter am Tisch gesessen, über Musik geredet und Erinnerungen an die alten Zeiten geschwelgt, statt ihn zu fragen, was er und der Orden inzwischen über Henry Vachon herausbekommen hatten. Wenn Hunter ihre Narben nicht zur Sprache gebracht und sie so daran erinnert hätte, dass er sie und noch sehr viel mehr im Hotel gesehen hatte, würde sie jetzt vielleicht immer noch dort sitzen und sich in den einfachen Freuden von gutem Essen und Trinken verlieren. Und an die Musik, die sie als Mädchen so sehr geliebt hatte. Sogar die Gesellschaft ihres steifen Begleiters hatte sie genossen, was nur bestätigte, wie verheerend sich das bisschen Alkohol bei ihr ausgewirkt hatte. Sie trat aus der Toilette wieder in den verrauchten, höhlenartigen Gastraum. Ohne die stützende Wand im Rücken war ihr leicht schwindelig und sie war etwas unsicher auf den Beinen, als sie langsam auf die kleine Kombo und die volle Tanzfläche zuging. Corinne stand am Rand des abgetretenen Tanzparketts und beobachtete, wie sich die Paare, eng umschlungen im Kerzenlicht, zu dem langsamen Stück bewegten. Sie lächelte wehmütig und musste grinsen, als sie den schwülen, herausfordernden Liedtext erkannte. Wieder ein Bessie Smith-Song, wieder ein Flashback in ihrer Vergangenheit, zurück in eine Zeit, als sie unschuldig gewesen war und noch nicht gewusst hatte, wie grausam und hässlich das Leben sein konnte. Sie schloss die Augen und spülte, wie die vertraute, alte Musik sie wie eine Welle überströmte, sie in ihren sicheren Hafen lockte. Es war nur eine Illusion, das wusste sie. Sie konnte ihrer Vergangenheit nicht entfliehen, auch wenn sie sich noch so sehr danach sehnte, die Erinnerungen an alles auszuradieren, was sie durchgemacht hatte. Sie konnte nicht ignorieren, wo sie gewesen war, was sie verloren hatte, was für sie immer noch zu tun blieb. Das wusste sie alles. Aber als die Stimme der Sängerin sie am Rand der Tanzfläche einlullte, konnte sie ihrem überwältigenden Sog nicht widerstehen. Corinne wiegte sich langsam im Takt der Musik. Nur für eine Minute. Ein kleiner Luxus, den sie voll auskostete. Sie schloss die Augen und ließ sich einfach treiben. Als sie einen Moment später die Augen öffnete, stand Hunter direkt vor ihr. Er sagte nichts, überragte sie nur stumm, eine Wand von Muskeln und dunkler Energie, und sie spürte die Hitze seiner Präsenz über die wenigen Zentimeter, die sie voneinander trennten. Sein wie gemeißelt wirkendes, gut aussehendes Gesicht war so unergründlich wie immer, aber in seinen Augen glühte ein schwelendes Feuer. Es war derselbe Blick, den sie im Hotel in seinen Augen gesehen hatte, nur war da jetzt keine Tür mehr zwischen ihnen, die sie schließen, kein Ort mehr, wo sie sich vor dem erhitzten Blick dieses gefährlichen, tödlichen Mannes verstecken konnte. Aber es war nicht Angst, die jetzt durch ihre Adern strömte, als Hunter sie so ansah. Es war etwas völlig anderes. In diesem Augenblick sprang zwischen ihnen ein elektrischer Funke über. Unerwartet und stark. Nur so konnte sie erklären, dass sie auf einmal die Hände nach ihm ausstreckte und ihre Handflächen auf seinen breiten Schultern zu liegen kamen. Nur so konnte sie den Impuls verstehen, der sie dazu brachte, die Wange an seine starke Brust zu legen und zu flüstern. »Tanz mit mir, Hunter. Nur einen Moment.« Sie hielt sich an ihm fest und wiegte sich langsam zu Bessys Lied, das Ohr anhand des dröhnendes Herz gepresst. Er tanzte nicht, aber das machte ihr nichts aus. Seine Hitze umgab sie und gab ihr das Gefühl, sicher und geborgen zu sein, auch wenn er wahrscheinlich die gefährlichste Person im ganzen Raum war. Nach einem langen Augenblick legte er die Arme um sie. Seine großen Hände legten sich leicht und zögerlich auf ihr Kreuz. Er bewegte sich steif, fast unbeholfen. Jetzt konnte sie ihn gar nicht mehr atmen hören. Nur noch seinen Herzschlag, der immer lauter wurde. So intensiv, dass er fast jedes andere Geräusch übertönte. Sie hob den Kopf und sah zu ihm auf, die Hände immer noch auf seinen mächtigen Schultern. Seine goldenen Augen sprühten bernsteinfarbene Lichtfunken. Seine Pupillen hatten sich zu katzenartigen Schlitzen zusammengezogen. Er strahlte Verlangen aus, unverkennbar und heiß. Sie wich einen zögernden Schritt vor ihm zurück, brachte etwas Distanz zwischen sie, obwohl plötzlich auch ihr eigener Puls losraste. Vor Begehren. Die Intensität dieses Gefühls verblüffte sie. Verlangen war ihr fremd geworden. Nach allem, was sie durchgemacht hatte, dachte sie, dass sie sich nie wieder nach der Berührung eines Mannes sehnen würde. Aber das tat sie jetzt. So unglaublich und so dumm es auch war, in diesem Augenblick wünschte sie sich nichts sehnlicher, als von diesem steinernen, tödlichen Krieger berührt zu werden. Sie zwang sich, einen weiteren Schritt zurückzuweichen. Danke für den Tanz, murmelte sie, verwirrt angesichts der Hitzespirale, die so plötzlich in ihr aufgestiegen war. Danke für alles, dass du mich heute Abend hierher gebracht hast. Ich dachte, ich hätte längst vergessen, wie es sich anfühlt, normal zu sein. Sie sah zu Boden, fort von der sengenden Hitze seiner Augen. Ich hatte schon gedacht, ich könnte überhaupt nichts mehr fühlen. Als Antwort berührte er sie leicht, aber unnachgiebig unter ihrem Kinn. Er hob ihr Gesicht mit seinen Fingerspitzen an, bis sie sich wieder in die Augen sahen. Er senkte den Kopf. Und dann küsste er sie. Sanft und gemächlich streifte er ihre Lippen mit seinen. Er küsste sie fast zaghaft, als wüsste er nicht, wie er sich mehr nehmen sollte, als sie ihm freiwillig geben würde. So berauschend sein Mund sich auf ihrem anfühlte. Es war auch liebevoll. Das erste Mal, dass jemand sie so vorsichtig und voller Zärtlichkeit berührt hatte. Es verblüffte sie, dass ein so beeindruckender Mann wie Hunter solche Geduld und Selbstbeherrschung besitzen konnte. Leicht fiel es ihm nicht. Das sah sie schon im nächsten Augenblick, als sich ihre Lippen voneinander lösten und sie in seine goldenen Augen aufsah, die sich transformiert hatten und sie mit ihrer bernsteinfarbenen Hitze versenkten. Er hatte den Kopf tief gesenkt. Sein Mund war ganz nah bei ihrem. Die Spitzen seiner Fänge glänzten weiß hinter seiner Oberlippe, und seine Damaglyphen, die sich in eleganten Bögen und Schnörkeln seitlich über seinen Hals und um seinen Nacken zogen, füllten sich mit Farbe. Er wollte sie. Der Gedanke hätte sie eigentlich zu Tode ängstigen sollen. Stattdessen schmiegte sie sich enger an ihn, sah zu ihm auf und sehnte sich gegen alle Vernunft danach, dass er sie mit seinem sinnlichen Mund noch einmal küsste. Seine Hände zitterten auf ihrem Kreuz, wo er sie nach ihrem kurzen Tanz immer noch hielt. Als er eine Hand hob und ihr die Wange streichelte, war seine Berührung federleicht und trotz der rauen Schwielen seiner Waffenhand so sanft wie sein Kuss. Grin stieß den Atem aus, als er mit dem Daumenballen über ihre Unterlippe strich. Er hob ihr Kinn mit den Fingerknöcheln und senkte wieder den Kopf zu ihr. Und dann erstarrte er. Sein Körper spannte sich schlagartig an. Er schaltete auf Kriegermodus um, kalt und kampfbereit, und blickte wachsam über die Menge. »Wir haben ein Problem«, sagte er. »Wir ist es nicht sicher. Ich muss dich hier rausbringen.« »Was ist los, Hunter?« Sie versuchte seinem Blick zu folgen, aber er war über einen Kopf größer als sie. »Was siehst du?« »Vampire«, sagte er leise. »Eine ganze Gruppe kommt eben aus dem vorderen Teil des Restaurants herein. Es ist ein Gen 1 dabei. Einer von Dragos-Killern.« Corinnes Herz hämmerte gegen ihren Brustkorb. »Bist du sicher?« »Absolut«. Seine Antwort war so ernst, dass sie mühsam nach Atem rang. »Siehst du sie immer noch? Was machen sie?« »Sie durchsuchen die Menge.« Seine Hand suchte ihre und schloss sich fest um sie. »Ich schätze, die suchen uns.« Er zog sie tiefer in die Menge auf der Tanzfläche, schlängelte sich mit ihr zwischen den selbstvergessenen, tanzenden Paaren hindurch und ließ dabei den Eingangsbereich keine Sekunde aus den Augen. »Warum sollten die uns suchen?« fragte sie, als sie neben ihm hereilte und in ihrer Brust die Panik ihre dunklen Schwingen entfaltete. »Woher kann Dragos überhaupt wissen, dass wir in New Orleans sind?« »Jemand wird ihm gesagt haben, wo er suchen soll«, antwortete Hunter knapp. »Jemand, den ich hätte töten sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte.« »Victor Bishop«. Oh Gott, er hatte sie schon wieder verraten. Wie dumm sie doch gewesen war zu denken, dass er es nicht tun würde. Und noch schlimmer, das alles war ihre eigene Schuld. Sie hatte Hunter überredet, ihn zu verschonen. Jetzt konnte sie nur hoffen, dass dieser dumme Fehler sie beide nicht das Leben kosten würde. Ihr war ganz elend bei diesem Gedanken. Voller Reue und wütend auf sich selbst hielt sich Corinne an Hunters Hand fest, als er sie durch die Menge in den dunklen hinteren Teil des Lokals zog. Sie platzten aus der Hintertür. Hunter hatte nur ein Ziel vor Augen, Corinne Bishop in Sicherheit zu bringen. Als sich die Stahltür auf die Gasse hinter dem Lokal öffnete, stürzten zwei dort postierte Stammesvampire in den Anzügen der Agentur auf sie zu. Zu spät. Hunter hatte mit einem Blick festgestellt, dass sie keine Gefahr für ihn waren, noch bevor der erste dazu kam, nach der Waffe in seinem Gürtelholster zu greifen. Hunter ließ Corinnes Hand los, packte den ersten Mann am Kopf und riss ihn ruckartig herum. Seine Halswirbel knackten wie gedämpfte Schüsse und er fiel leblos zu Boden. Den zweiten hatte er genauso schnell erledigt. Hunter sah sich zu Corinne um, die hinter ihm stand und vor Schreck zur Salzsäule erstarrt war. »Komm«, sagte er, »wir haben nicht viel Zeit.« Sie rannten durch ein labyrinthartiges Gewirr schmaler Gassen und Hunter zog sein Handy aus der Hosentasche, rief in Boston an und gab Gedeon ein Update durch. »Scheiße«, murmelte der Krieger am anderen Ende. Wenn Dragos schon so unruhig ist, dass er seine Killer bis nach New Orleans runterschickt, ist wohl davon auszugehen, dass seine Verbindung zu Vachon immer noch aktiv ist. »Und seine Verbindung zu Bishop?«, antwortete Hunter, als er und Corinne gerade in einer besonders seltsamen Gasse an einem Voodoo-Laden vorbeirannten, wo es Hühnerfüße und andere Teile von toten Tieren zu kaufen gab. »Bishop nehme ich mir später noch mal vor.« Gedeon stieß heftig den Atem aus. »Brauchst du nicht, mein Alter. Victor Bishop wurde diesen Nachmittag in seinem dunklen Hafen getötet. Laut Berichte der Detroiter Agentur von heute hat er seine Stammesgefährtin angegriffen und wäre wohl auch noch weitergegangen, wenn nicht einer seiner eigenen Sicherheitsleute ihn daran gehindert hätte.« »Wer hat ihn getötet?« »Ein Typ namens Mason, Lautbericht.« Hunter quittierte es mit einem Grunzlaut und erinnerte sich daran, wie wachsam der Mann bei ihrer Ankunft am Tor gewesen war. Er sah zu Corinne hinüber, die nur mühsam mit ihm Schritt hielt und merkte, dass sie begriffen hatte, denn sie war ganz blass geworden. Wenigstens hatte Victor Bishop sie zum allerletzten Mal verletzt. Ein unvernünftiger Teil von ihm wünschte sich, den verräterischen Bastard mit eigenen Händen getötet zu haben, für alles, was er ihr angetan hatte. »Wir brauchen ein Versteck,« sagte er zu Gideon. »Ihr seid nicht im Hotel?« »Nein. Und die Karten und Waffen habe ich im Zimmer gelassen.« »Na, die kannst du jetzt vergessen. Dahin könnt ihr nicht zurück, mein Alter. Viel zu riskant.« Eine logische Schlussfolgerung, dachte Hunter. Wenn Dragors Männer die Stadt nach ihnen durchkämmten, war davon auszugehen, dass sie auch die Hotels der Gegend überprüfen würden. »Hör mal,« sagte Gideon, »du hast bei Vachon gerade deinen Überraschungsvorteil verloren. Lucan steht hier neben mir, und er sieht das auch so. Diese Mission, jetzt im Alleingang weiterzumachen, ist so riskant. Außerdem hast du noch die Frau dabei, an die du denken musst. Lucan sagt, Mission abbrechen, geht zum Flugzeug zurück. Ich bin gerade dabei, euch die Starterlaubnis zu besorgen, damit ich euch da schleunigst rausbekomme.« Hunter spürte, dass ihm eine Widerrede auf der Zunge lag. Das fühlte sich seltsam an. Er war doch erzogen, Befehle auszuführen und nie zu hinterfragen. Aber ein Teil von ihm wollte das hier zu Ende bringen, wollte, dass Henry Vachon und Dragors ihre Strafe dafür bekamen, was sie Corinne und all den anderen angetan hatten. Es war ein Jammer, diese Spur kalt werden zu lassen, nur weil er einen taktischen Vorteil verloren hatte. Aber bevor er das seinen Brüdern in Boston sagen konnte, meldete sich Gideon wieder. »Ich habe gerade mit den Piloten gesprochen, sie tanken auf und machen sich startklar. Wie weit seid ihr vom Flughafen weg?« Hunter rannte mit Corinne aus der Gasse und fand sich in einer Straße wieder, die er erkannte und die zu einer der Hauptstraßen des French Quarter führte. »Wir sind noch zu Fuß unterwegs, aber mit dem Wagen brauchen wir höchstens zwanzig Minuten.« »Na dann nix wie hin«, sagte Gideon. »Meld dich, sobald ihr in der Luft seid. Dann finden wir einen Ort, wo ihr beide unterkommen könnt, bis der Sturm hier oben sich wieder etwas gelegt hat. Wir können jetzt weiß Gott nicht riskieren, noch einen Mann zu verlieren.« »Noch einen?« Die Bemerkung überrumpelte ihn. Ein Gefühl der Kälte breitete sich in seinem Magen aus, beim Gedanken, einen seiner Brüder verloren zu haben. »Ist etwa einer tot?« »Scheiße, du weißt es ja noch gar nicht. Es ist Harvard. Er ist weg, abgehauen noch in der Nacht, bevor du nach Detroit geflogen bist, und seither ist er wie vom Erdboden verschluckt. Dante und Kate haben unten am Fluss in Southey sein Handy gefunden. So wie es aussieht, hat Chase uns den Laufpass gegeben und hat nicht vor, zurückzukommen.« Einen Augenblick schwieg Gideon nachdenklich. »Du hast gefragt, ob einer von uns gestorben ist. Ich sag dir was. Genau so fühlt es sich an. Das Einzige, was noch schlimmer wird, ist, wenn irgendwann einer von der Patrouille zurückkommt und sagt, dass er einen Rogue eingeäschert hat und sich rausstellt, dass es Harvard war.« »Ich hoffe, das wird nie passieren«, sagte Hunter, selbst verblüfft, wie ernst es ihm war. »Du und wir alle hier auf der Ranch. antwortete Gideon.« »Und jetzt hoffen wir mal, dass es sonst kein Ärger mehr gibt, okay? Also ab mit euch zum Flughafen, aber pronto. Meld dich, sobald ihr in Sicherheit seid.« »Alles klar«, antwortete Hunter grimmig. Er ließ das Handy wieder in die Tasche gleiten und rannte mit Corinne los, um sich ein Transportmittel zu besorgen, das sie aus der Stadt bringen würde.« Er bemerkte die Menschen nicht, bis sie ihn fast erreicht hatten. Chase hatte den Kopf gesenkt und den Mund am Hals einer Blutwirtin, der er vor ein paar Minuten aus einem Drogenschuppen in der übelsten Gegend der Stadt gefolgt war. Jetzt stieß er ein irritiertes Grunzen aus, als die Scheinwerfer des näherkommenden Fahrzeuges über die Ziegelwände der schmalen Seitenstraße glitten, wo er über seiner Beute kauerte. Der Streifenwagen schlich sich im Schritttempo zwischen den alten Mietskasernen heran, und auf halber Höhe wurde der seitlich montierte Suchscheinwerfer eingeschaltet. Chase duckte sich und zog den schlaffen Körper seiner Blutwirtin tiefer in die Schatten des Müllcontainers, der ihn nur so lange verbergen würde, bis die Cops unmittelbar davorstanden. Die Blondine stöhnte. Ob von dem Lustgefühl, als er an ihrer Halsschlagader saugte, oder dem Kokainrausch, der ihrem Blut einen widerlich süßen Nachgeschmack verlieh, konnte er nicht sagen. Sie wollte sich bewegen, aber er hielt sie nieder. Noch war er nicht völlig gesättigt, obwohl er wusste, dass er bereits mehr getrunken hatte, als gut für ihn war. Er trank gierig, und der Streifenwagen kam langsam immer näher auf ihn zu. Ein letzter Rest seines Verstandes riet ihm schleunigst, seine übernatürliche Gabe einzusetzen und die Schatten herbeizurufen. Er griff mit seinem Geist nach den Schatten aus und versuchte, sie mit seinem Willen zu lenken und die Dunkelheit um sich zu sammeln, um sich vor der Gefahr zu verbergen. Jetzt waren die Polizisten nur noch Sekunden davon entfernt, ihn mit ihrem widerlichen Suchscheinwerfer zu erfassen. Chase rief die Schatten herbei. Aber er schaffte es nicht mehr. Die Schatten waren schwach und flackerten. An und aus, an und aus. Und länger als ein paar Sekunden konnte er sie nicht mehr halten. Er fauchte frustriert. Wie lange würde es noch dauern, bis er seine Fähigkeit ganz verloren hatte? Er hatte gesehen, welche Auswirkungen die Blutgier auf andere hatte. Er kannte ihre zerstörerische Macht. Die Sucht würde seine angeborene Stammesgabe, dann seinen Verstand, seine Menschlichkeit und schließlich seine Seele zersetzen. Der Gedanke drang durch den Stumpfsinn seiner Gier, so bitter wie das drogenhaltige Blut, das ihm die Kehle hinabschoss. Mit einem Knurren riss er den Mund von der Wunde los und leckte darüber, um sie zu schließen, angewidert von sich selbst und der Frau, die er vermutlich völlig ausgesaugt hätte, wenn dieser Streifenwagen ihn nicht unterbrochen hätte. Er schleifte ihren fast bewusstlosen Körper tiefer hinter den großen Müllcontainer. In ein paar Minuten würde sie wieder zu sich kommen und sich an nichts erinnern. Sie würde ihre seltsame Lethargie abschütteln und aufstehen, um zu ihrer Sucht zurückzukehren, die sie überhaupt in diese verkommene Gegend geführt hatte. Und er? Chase grunzte. Sein Kopf summte immer noch, als er in der dreckigen Gasse kauerte und sich das Blut vom Kinn wischte. So langsam, wie dieser Streifenwagen heranschlich, war er gezwungen, länger hinter dem Müllcontainer zu bleiben, als ihm lieb war. Er wartete und beobachtete wachsam, wie der Wagen mit kreischenden Bremsen genau vor der Stelle anhielt, wo er kauerte. Die Sirene heulte kurz auf, und dann wurde das Blaulicht eingeschaltet und tauchte die Gasse in ein pulsierendes Licht. Eine der Wagentüren öffnete sich und wurde mit einem leisen Rums wieder geschlossen. »Ist da hinten wer?« Eine selbstbewusste, amtliche Stimme mit starkem Boston-Akzent. Harte Stiefelsohlen knirschten auf dem überfrorenen Asphalt. Ein knisterndes, statisches Rauschendrang aus dem Funkgerät, als sich der Mann näherte. »Rummlungern ist hier draußen verboten, besonders für euch degenerierte Junkies!« Wieder einen Schritt näher. Noch zwei, und der Mann würde direkt vor ihm stehen. »Pack deinen verdammten Junkie-Arsch hier weg, aber Dully, sonst nehmen wir dich mit auf die Wa...« Chase sprang aus seinem Versteck wie ein Wesen aus einem Albtraum. Mit einem riesigen Satz schwang er sich in die Luft und über den Kopf des verwirrten Korps hinweg. Wie eine Katze landete er auf der Kühlerhaube des geparkten Streifenwagens. Dann stieß er sich genauso geschmeidig ab und raste zu Fuß davon, bevor die beiden wackeren Gesetzeshüter auch nur registrieren konnten, was sie da eben mit angesehen hatten. Chase rannte mit aller Geschwindigkeit, die seine Stammesgene ihm verliehen. Wenigstens das hatte er immer noch. Die Kraft und Ausdauer seiner wilderen Natur. Und die Überdosis Blut, die er zu sich genommen hatte, verstärkte die Bestie in ihm noch. Es trieb ihn weiter, immer tiefer in die Nacht, fort von den hellen Lichtern und dem geschäftigen Vorweihnachtsverkehr auf den Hauptstraßen. Er wusste nicht, wie lange er schon so gerannt war. Er war nicht sicher, wo er war, als er endlich langsamer wurde, und bemerkte, dass er sich weit außerhalb der Stadt befand. Nicht länger durch Straßen, Parkplätze oder Wohnviertel raste, sondern durch schneebedecktes, offenes Land und dichte Waldstücke. Vor ihm erhob sich ein breiter, dicht mit Fichten bestandener Granithügel aus der Landschaft. Wie er sich vager erinnerte, war das eines der Naturschutzgebiete der Menschen, einer der wenigen übrig gebliebenen Flecken naturbelassener Landschaft, geschützt vor der aggressiven Ausdehnung des städtischen Großraums, der ihn von allen Seiten in seinem Würgegriff hatte. Dieser Ort rührte an etwas, das in einer dunklen Ecke seiner Erinnerung vergraben war, einen flüchtigen Gedanken, dass er diesen Ort kennen sollte. Er war vor Jahren einmal dort gewesen. Doch Chase schüttelte diese mentale Ablenkung ab, als er den Wald betrat. Ihm war egal, wo er war. Jetzt zählte nur, dass er in Bewegung blieb und die Lichter der Stadt weit hinter sich ließ. In einem dichten Waldstück ließ er sich in die Hocke sinken und lehnte seinen Rücken gegen den Stamm einer Hohneiche. Kahle Zweige zitterten über seinem Kopf, der Mond kämpfte sich mühsam durch die dicke nächtliche Wolkendecke. Lange war das einzige Geräusch, das er hörte, sein eigener keuchender Atem und der Rhythmus seines dröhnenden Herzschlags. Er saß da und fragte sich, wohin sein Durst ihn als nächstes führen würde. Eigentlich konnte es ihm verdammt egal sein. Er bläckte die Lippen von Zähnen und Fängen und saugte die Winterluft ein, zitternd von der Kälte und den schlimmen Bauchkrämpfen. Seine Darme waren vergiftet, überlastet von dem Blut, das er zu viel und zu oft zu sich genommen hatte, und doch konnte er an nichts anderes denken als die Frage, woher er seinen nächsten Schuss bekommen sollte. Er starrte in den mitternächtlichen Himmel auf, versuchte abzuschätzen, wie viel Zeit ihm noch zur Jagd blieb, bis ihn die Morgendämmerung wieder in ein Versteck trieb. Klare Sache, dachte er, und stieß ein belustigtes, halb wahnsinniges Kichern aus. Er brauchte der Bestie nur nachzugeben, die seine spitzen Klauen in ihn geschlagen hatte. Und doch war es die Bestie in ihm, die ihm zuflüsterte, als die Wälder um ihn gespenste still wurden. Er erstarrte. Das Raubtier in ihm war hellwach und in Alarmbereitschaft. Irgendwo in einiger Entfernung knackte in der Dunkelheit ein Ast. Und dann noch einer. Chase horchte stumm und reglos, wartete. Aus dem dichten Unterholz kam jemand gelaufen. Einen Augenblick später sah er ihn. Es war ein kleiner Junge, der da durch die dunklen Wälder rannte, so schnell er nur konnte, und sich dabei immer wieder panisch umsah. Er trug einen Winteranorak, aber der Reißverschluss stand offen und sein Hemd darunter war zerrissen und hatte dunkle Flecken. Es war eine so abrupte, bizarre Erscheinung, dass sie völlig surreal wirkte. Zuerst dachte Chase, der Junge wäre nur eine Halluzination, und sein von der Blutgier gebeutelter Verstand spielte ihm Streicher, bis ihm der scharfe Angstgeruch in die Nase stieg. Er roch Todesangst. Und Blut. Der Junge blutete aus einer kleinen Wunde am Hals, einer Bisswunde, wie Chase sofort bemerkte, und der Duft von frischen, roten Zellen traf ihn wie ein Güterzug. Er rollte sich auf alle Viere, als das Kind immer näher auf sein Versteck zurannte. Und dann war der Junge plötzlich nicht mehr allein. Aus der Dunkelheit, einige Meter hinter ihm, erschien eine Frau. Und dann noch ein Kind, dieses schon älter, ein Teenager mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen. Einen Moment später brach in einiger Entfernung ein Mann aus dem Dickicht, gefolgt von einer anderen Frau, die humpelte und schluchzte. Auch sie war blutbespritzt und hatte eine Bisswunde am Unterarm. Sie rannten alle in unterschiedlichen Richtungen auseinander, flohen wie ein aufgescheuchtes Rudel Rehe. Wie das Jagdwild, das sie waren, erkannte Chase. Und nun erkannte er endlich, in was er da hineingestolpert war. Blutclub. Darum also war ihm dieser Ort so vertraut vorgekommen. Er war wirklich schon einmal hier gewesen. Vor über zehn Jahren hatte er mit Quentin und einem Stoßtrupp der Agentur Gerüchte über eine illegale, nächtliche Treibjagd im Blue Hills Park am Stadtrand von Boston überprüft. Er brauchte das tierhafte Heulen der Vampire, die diese todgeweihten Menschen hetzten, nicht zu hören, um zu wissen, dass er mitten in einem Spiel für die perversesten Angehörigen seiner Spezies stand. Von den Stammesgesetzen seit Jahrhunderten verboten, waren Clubs, die Jagdpartien auf menschliche Beute als Sportveranstaltungen organisierten, inklusive allem anderen, wonach einem Vampir der Sinn stand, zwar verboten, konnten aber nicht völlig verhindert werden. Es gab immer Vampire, die den Gesetzen trotzten. Immer noch gab es in der besseren Gesellschaft diese geschlossenen Kreise mit handverlesenen Mitgliedern, die pervertierte Stammeselite, die solche Dienstleistungen in Anspruch nahm. Chase suchte in sich nach der Verachtung, die er für so etwas Verwerfliches hätte empfinden sollen. Er spürte Empörung aufflackern. Seine alte Agenturethik kribbelte vom Impuls einzugreifen, aber er war nicht stark genug, um seine Fänge in Schach zu halten, als der kupfrige Duft von frischem Blut durch das Dickicht drang. Hunger tobte in ihm, und sein Puls dröhnte heiß und wild durch seine Adern. Als sich die Menschen ihm in seinem unbeabsichtigten Jagdstand näherten, wo er kauerte, stand er auf. Mit bernsteinfarben glühenden Augen trat er aus seinem Versteck und verstellte ihnen den Weg. Sie kamen in einem tiefergelegten, lilafarbenen El Camino, den Hunter in New Orleans von der Straße requiriert hatte, am Flughafen an. Sein Besitzer hatte den Wagen am Bordstein stehen lassen, denn er war gerade in einen hitzigen Wortwechsel mit ein paar leicht bekleideten jungen Frauen an der nächsten Straßenecke verwickelt, die ihm offenbar Geld schuldeten. Während er sie anschrie und ihnen Obszönitäten zubrüllte, hatte Hunter Corinne auf dem Beifahrersitz untergebracht, war hinters Steuer geschlüpft und davongebraust, bevor der Mann überhaupt merkte, was los war. Der Jet des Ordens wartete schon auf sie, als sie den gestohlenen Wagen in das riesige private Hangargebäude fuhren. Corinne sah zu Hunter hinüber. Sie versuchte immer noch, seine sanfte Berührung im Jazzclub mit der tödlichen Effizienz in Einklang zu bringen, mit der er die beiden Agenten in der Gasse umgebracht hatte. »Diese Wachen vorhin in der Stadt«, murmelte sie, als sie den Wagen parkte und den Motor abstellte. »Du hast ihnen das Genick gebrochen wie Streichhölzer.« Seine Mine war undurchdringlich, völlig neutral. »Wir müssen los, Corinne. Gideon hat schon angerufen und den Piloten Bescheid gesagt. Sie warten schon auf uns.« Sie schluckte an dem Eisklumpen, der ihr im Hals saß, seit sie aus dem Club geflohen waren. »Du hast diese Männer umgebracht, Hunter. Kaltblütig ermordet.« »Ja«, sagte er ruhig, »bevor sie Gelegenheit hatten, dasselbe mit uns zu tun.« »Ich bin ein Killer.« Das hatte er erst letzte Nacht zu ihr gesagt. Er war in diese Rolle hineingeboren und speziell dafür ausgebildet, unaussprechliche Dinge zu tun. Bis jetzt waren das für sie einfach nur Worte gewesen, keine reale Gefahr. Jetzt saß sie neben ihm und würde ihm gleich aus dem gestohlenen Wagen in das Flugzeug folgen, das sie Gott weiß, wohin bringen würde. Doch als er jetzt aus dem Wagen stieg, zur Beifahrerseite hinüberkam, ihr die Tür öffnete und seine Hand hinhielt, nahm sie sie. Sie ging mit ihm über den Betonboden des Hangars auf die heruntergelassene Gangway des Privatjets zu. Hunter stieg vor ihr hinauf, dann winkte er ihr, ihm in die geräumige Kabine zu folgen. »Die Piloten müssen im Cockpit sein«, sagte er, als sie an ihm vorbei auf einen der sechs riesigen Ledersitze zuging. »Ich sage Ihnen, dass wir hier sind.« Corinne sah sich um und nickte. Aber als sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf Hunter richtete, schien plötzlich alles um sie herum schrecklich still zu werden. Seine Augen blitzten warnend und er streckte die Hand nach ihr aus. »Corinne, steig aus! Raus hier sofort!« Bevor sie reagieren konnte, brach etwas Riesiges aus dem geschlossenen Cockpitbereich hinter ihm hervor. Es war ein Stammesvampir, genauso riesig wie Hunter, von Kopf bis Fuß in schwarzer, hautenger Kampfmontur. Hunter wirbelte mit Lichtgeschwindigkeit herum, stellte sich seinem Angreifer entgegen und schaffte es, seine Hand zu packen, mit der er eine übel aussehende schwarze Pistole umklammerte. Schüsse ertönten, eine Kugel schlug über Hunters Kopf in der Decke ein, zwei weitere in den Seitenwänden der Kabine. Ein Fenster splitterte, und um das riesige Loch, das die Kugel hinterlassen hatte, breitete sich ein Spinnennetz von Rissen aus. Corinne kauerte sich hinter die hohe Lehne eines Ledersitzes und beobachtete mit Entsetzen und Verblüffung, wie Hunter die Handkante auf das Handgelenk seines Gegners knallte. Die Waffe fiel auf den Kabinenboden, Hunter trat sie mit dem Stiefel beiseite und versetzte dem Mann eine ganze Serie von Handkantenschlägen auf Hals und Kinn. Aber dieser ging nicht zu Boden wie die beiden Wächter vor dem Jazzclub. Er war Hunter absolut ebenbürtig, und als Corinne ihn in hellem Entsetzen anstarrte, erkannte sie, dass er ihm auch in der Kampftechnik ebenbürtig war. Der Mann packte Hunter am Genick, schleuderte ihn gegen die nächste Wand und versetzte ihm ein Sparfeuer von Schlägen auf Gesicht und Kopf. Hunter schaffte es, sich aus seinem eisernen Klammergriff zu winden. Mit einer Hand packte er das Handgelenk seines Angreifers und verrenkte ihm den Arm so heftig, dass Corinne Knochen knirschen hörte. Und doch stieß Hunters Angreifer lediglich ein Grunzen aus, wirbelte gleich wieder zu ihm herum und versuchte, die Oberhand zu gewinnen. So weit ließ Hunter es nicht kommen. Er knallte ihm den Stiefelabsatz seitlich gegen die Kniescheibe, rammte ihm die Faust in den Magen und dann gegen die Schläfe. Der Angreifer ging zu Boden. Beim Aufprall verrutschte seine schwarze Schimaske und entblößte sein Gesicht. Corinne keuchte erschrocken auf. Während Hunters dichtes Haar kurz geschoren war, war der andere Vampir völlig kahl rasiert. Ein verschlungenes Muster von Gen-1-Darmaglyphen zog sich um seine Ohren bis auf seinen Kopf hinauf. Bei jedem anderen Stammesvampir würden sie vor Wut und Schmerzen farbig pulsieren, aber ihre Farben waren gedämpft und zeigten keinerlei Gefühlsregung. Und unter den dicken, dunklen Augenbrauen blickten die grauen Augen des Angreifers so kalt und ausdruckslos wie Stahl. Er war so ruhig und kühl wie Hunter und genauso tödlich. Obwohl die beiden sich eigentlich nicht ähnlich sahen, waren sie doch ein und dasselbe. Beide geborene Killer. Beide dazu abgerichtet, auf Dragors Befehl zu töten. In dem Augenblick, den sie brauchte, um das zu erkennen, zielte Hunter mit dem Stiefel auf das Gesicht des anderen Mannes. Als sich seine Oberschenkelmuskeln anspannten und der Stiefelabsatz niederfuhr, rollte sich der andere Mann zur Seite und warf sich in die kleine Bordküche zwischen der Kabine und der zertrümmerten Cockpit-Tür. Während ein Arm gebrochen und nutzlos herabhing, streckte der Eindringling den anderen aus und riss einen Schrank voller Glasgeschirr um. Dann wirbelte er wieder zu Hunter herum und zückte eine lange, glitzernde Glasscherbe wie eine Klinge. Er stach zu, und Hunter konnte nur knapp ausweichen. Und dann rammte er seinem Angreifer die Faust in den Unterbauch. Der Schlag brachte ihn aus dem Gleichgewicht, und die gläserne Klinge fiel zu Boden und zerbrach unter ihren Füßen, als sich der Kampf in der Bordküche fortsetzte. Horin hätte weglaufen können. Das hätte sie wohl auch tun sollen. Aber Hunter mit diesem offenbar unbesiegbaren Killer allein zu lassen, kam überhaupt nicht in Frage. Sie kroch hinter dem Sitz hervor und sah sich um, wie sie ihm helfen konnte. Ihre Gabe war hier nutzlos. Ohne irgendein länger anhaltendes Geräusch konnte sie ihre Fähigkeit, Schallwellen zu verstärken, nicht herbeirufen. Aber wenn sie die Waffe in die Hand bekam, die nur einige Meter zwischen ihr und den Kämpfenden lag ... Sie hatte sie zu spät gesehen. Hunters Angreifer arbeitete sich bereits auf sie zu. Er wehrte Hunter ab und versuchte, die Waffe mit dem Fuß in seine Reichweite zu kicken. Sie wirbelten herum und versetzten einander Schläge, von denen andere Männer bewusstlos zusammengebrochen wären. Und dann griff Hunters Gegner so schnell, dass Corinne die Bewegung kaum wahrnehmen konnte nach der Waffe, hob sie auf und zielte ihm direkt ins Gesicht. Nicht! Corinnes Füße bewegten sich wie von selbst, noch bevor sie Atem holen und erneut schreien konnte. Sie rannte von hinten auf den anderen Mann zu und sprang ihm auf den Rücken. Mit einer Hand klammerte sie sich fest und krallte ihm die Fingernägel der anderen in Gesicht und Augen. Sie drückte zu, so fest sie nur konnte, kämpfte wie ein Tier, um eine von Dragos Bestien daran zu hindern, jemanden zu verletzen, der ihr etwas bedeutete. Der Killer verzog keine Miene. Er rammte ihr hart den Ellbogen gegen den Kopf und presste ihre Lippen gegen die Zähne. Sie schmeckte Blut, spürte, wie es ihr übers Kinn ran. Ihre Lippe war aufgeplatzt. Und dann wurde sie nach hinten geschleudert. Er hatte sie mit seinem breiten Rücken mühelos abgeworfen. Missglückt oder nicht, mit ihrem Angriff hatte sie den Killer einen Augenblick so weit abgelenkt, dass Hunter die Waffe beiseite schlagen konnte, gerade als der Eindringling wieder abdrückte. Hunter senkte den Kopf und rammte den anderen Mann mit seinem ganzen Körper, stieß ihn mit seiner mächtigen Schulter nach hinten auf die offene Tür zu, die auf die Gangway führte. Sie stürzten zusammen aus dem Flugzeug. Corinne stand auf, rannte zur Tür hinüber und sah, wie die beiden hart auf dem Betonboden des Hangars aufschlugen. Hunter sah kurz zu ihr hoch, nur um festzustellen, ob sie in Ordnung war. Sie spürte die Hitze seiner goldenen Augen in ihrem Gesicht, als sie auf das dünne Blutrinsal fielen, das sie sich eben vom Kinn wischte. Sie hörte sein tiefes Knurren, der erste Laut, den er während des ganzen gnadenlosen Kampfes von sich gegeben hatte. Als er sich wieder dem Killer zuwandte, der halb bewusstlos unter ihm auf dem Boden lag, bewegte er sich präzise und zielstrebig. Er nahm dem Angreifer die Waffe aus der schlaffen Hand und stand auf, dann setzte er sich rittlings auf den riesigen, schwarz gekleideten Körper und richtete die Mündung der Waffe auf den kahlrasierten, glyphenbedeckten Schädel. Nein, das tat er nicht, bemerkte Corinne jetzt. Er zielte nicht auf den Kopf des Killers, sondern auf den seltsamen Ring aus einem harten, schwarzen Material, den er wie eine Art Kragen um den Hals trug. Selbst von hier oben konnte sie sehen, dass die Augen des Killers sich vor Angst weiteten, als Hunter die Waffe auf den dicken Ring senkte. Jetzt endlich hatte er erkannt, dass er verloren hatte. Hunter feuerte. Auf den Schuss folgte ein so gleißender Lichtblitz, dass Corinne die Augen abschirmen musste. Einen Augenblick später war er vorbei, und von der Stelle, wo der Killer lag, stieg dünner Rauch auf. Sein riesenhafter Körper lag leblos auf dem Betonboden, sein Kopf säuberlich abgetrennt daneben. »Oh mein Gott«, flüsterte sie, unsicher, was sie da eben mit angesehen hatte. Hunter kam hinter der heruntergelassenen Gangway hervor, als sie auf der untersten Stufe angekommen war. »Bist du in Ordnung?« Sie nickte, dann schüttelte sie schwach den Kopf, versuchte zu verstehen, was hier soeben geschehen war. »Wie hast du... was hast du mit ihm gemacht?« Er war schon wieder stoisch geworden, aber beim Anblick ihrer aufgeplotzten Lippe blitzten in seinen Augen einige bernsteinfarbene Lichtfunken auf. Hunter führte sie von dem Gemetzel auf dem Boden fort, dann ginge noch mal zurück und zog den dicken schwarzen Ring vom verkohlten Hals des Killers. »Die Piloten waren tot noch bevor wir angekommen sind. Dragos muss seine Leute in der ganzen Stadt haben, und er wird uns mehr von dieser Sorte hinterher schicken. Wir müssen hier weg.« Er führte sie von der Leiche fort, und sie warf einen ungläubigen Blick zurück über die Schulter. »Willst du ihn einfach so liegen lassen?« Hunter nickte grimmig. »Die Hangartore stehen auf. Wenn der Morgen kommt, brennt die Sonne ihn weg.« »Und wenn nicht?« drängte sie. »Was, wenn Dragos oder seine Männer zuerst hier sind und sehen, was du getan hast? Was, wenn sie dich verfolgen?« »Dann wissen sie, was sie erwartet, wenn sie es versuchen.« Er hielt ihr die Hand hin, die Handfläche nach oben, wartete darauf, dass sie sie nahm. »Lass uns hier verschwinden, Corinne!« Sie zögerte, unsicher geworden. Aber dann schob sie ihre Hand in seine und ließ sich von ihm von dem Gemetzel wegführen. »Von dem Gemetzel wegführen.« Die Menschenfrau schrie auf, als sie Chase hinter der riesigen Eiche auftauchen sah. Ihr Gesicht war in den bernsteinfarbenen Schein seiner transformierten Augen getaucht, und sie stieß einen weiteren markerschütternden Schrei aus und versuchte, ihm auszuweichen. Er hätte sie leicht erlegen können. Das hätte er vielleicht auch getan. Aber im nächsten Augenblick erdröhnten die dunklen Wälder vom Ansturm des Blutklubs auf der Jagd nach der fliehenden Beute. Ein Vampir sprang mit einem gewaltigen Satz aus der Luft und stürzte sich auf einen der rennenden Männer. Als er seiner Beute die Fänge in den Hals schlug, kamen drei weitere Stammesvampire mit großer Geschwindigkeit aus den Schatten gerast und stürzten sich auf die entsetzten Menschen wie ein sabberndes Wolfsrudel. Da entdeckte Chase ein bekanntes Gesicht. Murdoch, der Dreckskerl. In seiner Zeit bei der Agentur hatte Chase genug Gerüchte über seine perversen Neigungen gehört, also hätte ihn nicht überraschen sollen, dass Murdoch jetzt aus der Dunkelheit hervorbrach und sich den kleinen Jungen im blutigen Hemd schnappte. Aber es überraschte Chase doch. Es lenkte seine Aufmerksamkeit von seinem eigenen Blutdurst effektiver ab als eine Dosis praller Mittagssonne. Es machte ihn wütend, Murdoch jetzt nach der Schlägerei vor einigen Nächten in Chinatown wiederzusehen. Was sich anfühlte, als sei es schon hundert Jahre her. Und er fand es abstoßend, wie Murdoch das Kinn zu Boden warf und es mit der Faust am Haar packte, um den zarten Hals in eine bessere Trinkposition zu bringen. Mit einem wilden Aufbrühen stürzte sich Chase auf den Vampir. Er stieß Murdoch von dem strampelnden, weinenden Jungen herunter. Während der Kleine panisch das Weite suchte, rollte Chase mit Murdoch in das schneebedeckte Brombeergestrüpp, stieß ihm die Faust ins Kinn und genoss das scharfe Knacken von splitternden Knochen. Einer von Murdochs Jagdgefährten bemerkte den Angriff. Er ließ den Menschen fallen, den er gefangen hatte, und sprang Chase auf den Rücken. Chase bäumte sich auf und warf ihn ab. Der Vampir wurde heftig gegen einen nahegelegenen Baum geschleudert. Murdoch begann ihn abzuschütteln, wäre fast entkommen. Aber bevor er die Chance bekam, hob Chase einen schweren Eichenast vom Boden auf und knallte ihn Murdoch gegen die Kniescheibe. Er heulte vor Schmerzen auf, rollte zur Seite und hielt sich sein zerschmettertes Knie, während Chase seine Aufmerksamkeit dem anderen Vampir zuwandte, der ihn durch gebleckte, blutverschmierte Fänge anfauchte und wieder zum Angriff überging. Chase wirbelte vom Boden auf, den harten Eichenast fest in der Hand gepackt, gerade als Murdochs Gefährte sich auf ihn stürzte. Chase stieß den Spitzenast mit einer raschen, wütenden Bewegung nach vorne und rammte ihn dem Bastard durch Fleisch und Brustbein mitten ins Herz. Die beiden übrigen Clubmitglieder verloren offensichtlich das Interesse an ihrem Sport, als einer ihrer Leute tot zusammenbrach und aus seiner klaffenden Brustwunde ein Blutschwall schoss und ein weiterer sich im gefrorenen Unterholz in Qualen wand. Sie erstarrten mitten in der Bewegung, ihre Klauen lösten sich von ihrer Beute und die entsetzten Menschen konnten entkommen. Chase fuhr zu ihnen herum, seine Augen schossen wütende, bernsteinfarbene Lichtstrahlen in die dunklen Wälder, und er hielt seine blutige Waffe fest in der Hand gepackt, bereit, sich die beiden übrigen Gesetzesbrecher auch noch vorzunehmen. Ohne ein einziges Wort stoben die Agenten in entgegengesetzten Richtung davon und verschwanden in der Nacht. Stille senkte sich wieder über die Wälder. Nur noch Murdochs qualvolles Stöhnen war zu hören. Chase atmete die klare Nachtluft ein. Langsam drang sein Verstand durch den dunklen Nebel seiner Wut und den brennenden Durst, den ihn immer noch in den Klauen hielt. Die Situation, in der er sich wiederfand, war alles andere als ideal. Ein toter Agent blutete auf dem Boden aus. Zwei weitere waren entkommen, die ihn garantiert identifizieren und behaupten würden, er hätte sie grundlos angegriffen. Bei seinem Ruf in letzter Zeit würde ihm kaum jemand glauben, wenn er sagte, dass er zufällig auf eine illegale Menschenjagd gestoßen war und nur getan hatte, was nötig war, um sie zu beenden. Und dann war da noch das Problem der geflüchteten Menschen. Er wusste so gut wie jeder Angehörige seiner Spezies, wie gefährlich es war, Menschen zurück zur Bevölkerung zu lassen, ohne vorher ihre Erinnerungen an den Stamm zu löschen. Der Stamm hatte sich jahrhundertelang äußerst vorsichtig verhalten. Aber mit ihrer friedlichen Koexistenz konnte es schlagartig vorbei sein, wenn nur genug hysterische Menschen Vampir schrien. Chase fauchte, hin- und hergerissen zwischen der Verantwortung für seine Spezies und dem tieferen, persönlicheren Bedürfnis, Murdoch-Informationen nach Dragos zu entreißen. Er wusste, was er tun musste. Er trat einen Schritt von Murdoch weg, um die geflohenen Menschen zu verfolgen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Da ertönten in der Ferne Sirenen und wurden jede Sekunde lauter. Das ließ ihn innehalten. Es konnte schon zu spät sein. Wütend starrte er auf Murdoch hinunter. Mit einem gemurmelten Fluch wuchtete er sich den verletzten Vampir auf die Schulter und raste mit ihm ins Dickicht davon. Im Tank des lilafarbenen Zuhälterschlittens war genug Benzin für eine Fahrt ins Umland. So weit entfernt von New Orleans' belebter Innenstadt gab es nur noch vereinzelt kleine Häuser. Viele waren immer noch beschädigt oder aufgegeben nach dem Wüten des Hurrikans, der vor Jahren hierhin durchgefegt war. Beim Fahren hielt Hunter wachsam den östlichen Horizont im Blick, wo das tiefe, dunkle Mitternachtsblau nach und nach den Pastelltönen der Morgendämmerung wich. Bald schon würde die Sonne aufgehen. Er sah zu Corinne hinüber, die schweigend auf dem Beifahrersitz saß. Ihre aufgeplatzte Lippe war angeschwollen. Sie hielt die Augen auf die leere Straße vor ihnen gerichtet und schien erschöpft. Ihre zarten Schultern zitterten. Er wusste nicht, ob vor Schock oder vor Kälte. »Wir halten bald«, sagte er. »Du musst dich erholen, und die Dämmerung kommt.« Sie nickte vage, fast unmerklich. Dann holte sie zitternd Atem und stieß ihn langsam wieder aus. »Hast du ihn gekannt?« Hunter brauchte nicht zu fragen, wen sie meinte. »Ich habe ihn heute Nacht zum ersten Mal gesehen.« »Aber du und er...« Sie schluckte, dann wagte sie einen Seitenblick auf ihn. »Ihr hattet genau dieselbe Kampftechnik, und keiner von euch hätte aufgehört, bevor einer von euch beiden tot war. Ihr habt beide so wild und erbarmungslos gekämpft und seid dabei völlig emotionslos geblieben. Wir wurden beide zum Töten ausgebildet.« »Auf Dragos' Befehl!« Er spürte, dass sie ihn beim Reden anstarrte, sah im Augenwinkel ihre erschrockene Miene. »Wie viele von euch gibt es?« Hunter zuckte die Schultern. »Ich kann nur raten. Man hat uns nie voneinander erzählt. Dragos hat uns völlig isoliert aufgezogen, mit nur einem Lakai als Betreuer, der sich um unsere Grundbedürfnisse gekümmert hat. Wenn wir dann aktiv in Dienst traten, machten wir unsere Arbeit immer alleine.« »Hast du viele Leute umgebracht?« »Genug«, antwortete er. Dann runzelte er die Stirn und schüttelte den Kopf. »Nein, es sind noch nicht genug.« »Erst wenn ich weiß, dass Dragos endgültig ausgeschaltet ist und wenn ich jeden einzelnen der anderen Killer ausschalten muss, um ihn zu kriegen, dann wird es genug sein.« Sie wandte den Blick wieder der Straße zu, still und nachdenklich. »Was war das für ein Ding, mit dem du den Killer am Flughafen getötet hast? Er hatte eine Art Halsband um. Du hast es eingesteckt, als wir gegangen sind, und ich hab gesehen, dass du beim Schießen darauf gezielt hast. Und dann gab es diese blendend helle Explosion.« Hunter konnte den grellen Lichtblitz immer noch vor seinem inneren Auge sehen. Manchmal spürte er immer noch den Druck seines eigenen engen Halsbandes, das er in der Nacht abgelegt hatte, als er dem Orden beigetreten war. »Das ist ein spezieller Mechanismus, den Dragos entwickelt hat, um uns zu absoluter Gehorsamkeit zu zwingen. Es enthält konzentriertes UV-Licht und kann nicht beschädigt oder entfernt werden, ohne den Detonationsmechanismus auszulösen. Nur Dragos kann den Sensor deaktivieren.« »Oh mein Gott«, flüsterte sie. »Es ist eine Fesse, eine tödliche.« »Jedenfalls ist sie effektiv.« »Und was ist mit dir?«, fragte Corinne. »Du trägst nicht so ein Halsband.« »Nicht mehr.« Sie beobachtete ihn genau. Ihre Augen wichen nicht von ihm, als er von der Hauptstraße abbog und einer Seitenstraße folgte, die zu einer verlassenen Häuserzeile führte. »Wenn du so ein schreckliches Ding auch getragen hast, wie hast du es dann geschafft, dich davon zu befreien?« »Dragos blieb nichts anderes übrig, als es mir abzunehmen.« Letzten Sommer hatte ein Treffen mit seinen Verbündeten in einem abgelegenen Anwesen bei Montreal abgehalten. Der Orden hat es herausgefunden und einen Angriff gestartet. Dragos hat mir befohlen, die Stellung zu halten und das Anwesen zu verteidigen, während er und seine Männer durch den Hintereingang geflohen sind.« Corinne hörte still zu und er spürte, wie sie begriff. »Er hat dich allein gegen den ganzen Orden rausgeschickt?« »Es war ein Selbstmordkommando.« Hunter zuckte die Schultern. »Das hat mir nur gezeigt, wie verzweifelt er war und wie sehr er mich verachtete. Er wusste so gut wie ich, wenn ich nicht im nächsten Moment aus dem Haus stürzen und mich den Kriegern entgegenstellen würde, hätten er und seine Verbündeten keine Chance mehr zu fliehen. Ich sagte ihm, ich würde es tun, aber nur, wenn er mir dafür die Freiheit schenken würde.« Er hatte schon lange nicht mehr an diese Nacht in den Wäldern von Montreal zurückgedacht. Tatsächlich hatte seine Reise in die Freiheit schon früher begonnen. In der Nacht, als er sich auf Dragos Befehl in das abgelegene Blockhaus eines Gen 1 namens Sergei Yakut geschlichen hatte, um ihn zu töten, und unerwartet in die hypnotisierenden, spiegelartigen Augen eines kleinen Mädchens gestarrt hatte. »Es war Myra, die mir den Mut gegeben hat, meine Freiheit einzufordern,« sagte er, und beim bloßen Gedanken an das Kind breitete sich in seiner Brust ein warmes Gefühl aus. »Myra ist eine Seherin. Sie hat die Gabe der Vorhersehung. Ich habe mich selbst in ihren Augen gesehen, und zwar frei von Dragos. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich überhaupt nicht gewusst, dass man auch anders leben kann.« »Sie hat dir das Leben gerettet,« murmelte Corinne. »Kein Wunder, dass du sie so gern hast.« »Ich würde mein Leben für sie geben,« antwortete er automatisch. Und das war die reine Wahrheit. Die Erkenntnis erschreckte ihn irgendwie, aber er konnte nicht leugnen, dass er das kleine Mädchen sehr gern hatte. Sie hatte wilde Beschützerinstinkte in ihm geweckt, und genau so war es auch mit der schönen Frau, die jetzt neben ihm saß. Aber während er für Myra ein warmes Gefühl der Zuneigung hatte, waren seine Gefühle für Corinne Bishop völlig anders. Sie gingen viel tiefer, brannten mit einer Intensität, die jeden Augenblick, den sie zusammen verbrachten, stärker zu werden schien. Er begehrte sie. So viel war ihm bewusst geworden, als sie sich geküsst hatten. Er wollte sie wieder küssen, und das war ein Problem. Was die anderen Gefühle anging, die sie in ihm weckte, so war er ratlos, was er davon halten sollte. Genauso wenig wollte er es genauer wissen. Er hatte für den Orden seine Pflicht zu tun, und für Ablenkungen war da kein Platz, egal, wie groß die Versuchung auch war. Dieses Mal dauerte es lange, bis Corinne antwortete. »Jedes Kind verdient es, jemanden zu haben, der es beschützt und dafür sorgt, dass es glücklich ist. Dafür hat man doch Familie, oder?« Als sie ihn jetzt ansah, schien ihre Miene beunruhigt, irgendwie gehetzt. »Siehst du das nicht auch so, Hunter?« »Keine Ahnung.« Er bremste vor einem dunklen, kleinen Einfamilienhaus mit verbarrikadierten Fenstern und einer durchhängenden Veranda. Es wirkte verlassen, wie auch all die anderen armseligen Häuser, die stehen geblieben waren, seit das Hochwasser damals zurückgegangen war. Rissige, unkrautüberwucherte Zementfundamente zeigten die Stellen an, wo früher andere Häuser gestanden hatten. »Das hier sollte es tun«, sagte er zu Corinne und stellte die Automatikschaltung auf Paten. Sie starrte ihn vom anderen Ende der Sitzbank des Alcomino immer noch seltsam an. »Du hast nie irgendjemanden gehabt? Nicht mal als Kind? Nicht mal deine Mutter?« Er stellte den Motor ab und zog den Zündschlüssel ab. »Da war niemand. Man hat mich der Stammesgefährtin, die mich in Dragos Labor geboren hat, noch als Säugling weggenommen. Ich habe keine Erinnerung an sie. Der Lakai, den Dragos mir als Betreuer zugeteilt hat, war für meine Aufzucht verantwortlich. Ihr Gesicht war ganz blass geworden. »Du bist im Labor auf die Welt gekommen? Man hat dich deiner Mutter weggenommen?« »Wir alle«, antwortete er. »Dragos hat unser ganzes Leben vom Augenblick unserer Empfängnisse ankontrolliert. Er hat alles dafür getan, um uns zu perfekten Tötungsmaschinen zu machen, nur ihm allein loyal. Er hat uns gezüchtet, damit wir seine Killer sind, seine Jäger und nicht mehr.« »Hunter.« »Jäger.« Das Wort klang ihr Hölzern auf der Zunge. »Ich habe gedacht, du heißt so. Ist das dein Name?« Er konnte ihre Verwirrung sehen. Ihr Stirnrunzeln vertiefte sich, als sie stumm all das Gehörte verarbeitete. »So hat man mich vom Tag meiner Geburt an genannt. Das ist, was ich bin. Was ich immer sein werde.« Oh mein Gott. Ihre Stimme zitterte ein wenig, und in diesem Augenblick huschte ein Ausdruck über ihr Gesicht, den er nicht einordnen konnte. Es sah aus, als sei ihr eben eine entsetzliche Erkenntnis gekommen. Alle Babys, die in Dragos Labor geboren wurden, wurden weggebracht. Wurden die alle so aufgezogen wie du? All diese armen kleinen Jungen, das ist aus ihnen geworden.« Sie hatte es nicht als Frage formuliert, aber er antwortete ihr mit einem unumwundenen, düsteren Nicken. Corinne schloss die Augen und sagte nichts mehr. Sie wandte den Kopf ab und sah zum dunkel getönten Fenster der Beifahrerseite hinaus. In der langen, unbehaglichen Stille, die sich plötzlich zwischen ihnen ausbreitete, öffnete Hunter die Fahrertür. »Warte hier. Ich gehe das Haus überprüfen, ob es als Unterschlupf taugt.« Sie antwortete ihm nicht, sah ihn nicht einmal an und schmiegte ihr Gesicht an die rechte Schulter. Als er davon ging, dachte er, er hätte auf ihrer Wange Tränen gesehen. Sobald Hunter ins Haus gegangen war, stürzte Corinne aus dem Wagen. Die lange Fahrt in dem engen Raum allein hätte schon ausgereicht, eine Panikattacke auszulösen, besonders nach allem, was sie heute Nacht am Flughafen mit angesehen hatte. Aber es war etwas viel Schlimmeres, das sie aus dem Wagen und hinaus in die feucht-kalte Morgenluft trieb. Vor Angst und Entsetzen hob sich ihr fast der Magen, als sie auf das Hausfundament im Hof des verlassenen Nachbargrundstücks zustolperte. Sie ließ sich auf den feuchten Beton sinken und vergrub das Gesicht in den Händen. In all ihren unzähligen Albträumen, was wohl aus ihrem Sohn geworden war, hatte sie sich niemals das grausame Schicksal vorgestellt, das Hunter ihr eben beschrieben hatte. Hunter! Herr im Himmel, das war nicht mal ein richtiger Name, nur eine Bezeichnung für ein Objekt, genau wie man Gegenstände als Dolch oder Pistole bezeichnete oder jedes andere beliebige Werkzeug, das nur zu dem einzigen Zweck erschaffen war, zu töten. Unbedeutend. Austauschbar. Unmenschlich. Sie wischte sich die Tränen ab, die zu fließen begonnen hatten, noch bevor Hunter aus dem Wagen gestiegen war. Es tat ihr weh, was er durchgemacht hatte, aber es brach ihr fast das Herz zu denken, dass ihr kleiner Junge, das süße kleine Baby, das sie auf den ersten Blick so geliebt hatte, immer noch in dieser schrecklichen Welt gefangen war, die Dragos erschaffen hatte. Ein Schluchzen stieg ihr in der Kehle auf, als sie das süße Gesichtchen des schreienden Säuglings vor sich sah, den sie vor dreizehn Jahren geboren hatte. Immer noch konnte sie seine winzigen, fuchtelnden Fäustchen vor sich sehen, als die Hebamme, eine Lakaien, ihn ans andere Ende des Labors getragen hatte, um ihn zu waschen und ihn in ein schlichtes, weißes Handtuch zu hüllen. Sie konnte immer noch seine Augen sehen, blaugrün und mandelförmig wie ihre eigenen, und sein dermaglyphenbedecktes Köpfchen mit dem seidigen, schwarzen Haarschopf, genau wie ihr eigenes. Ihr Sohn musste auch ihre sonokinetische Gabe von ihr geerbt haben, genau wie seine Gen-1-Stärke und Kraft von der Kreatur, die ihn gezeugt hatte. Die Gabe, die Corinne ihrem Sohn mitgegeben hatte, war etwas, das Dragos ihm nicht nehmen konnte. Diese Fähigkeit würde ihn immer als ihren Sohn auszeichnen. Egal, was Dragos ihm angetan hatte in all den Jahren, die er ihnen nach seinen perversen Zielen und Idealen abrichten konnte. Ihr Sohn hatte auch einen Namen. Corinne hatte ihn ihm zugeflüstert in dem Augenblick, als sie einander im Entbindungsraum zum ersten Mal in die Augen gesehen hatten. Er hatte sie gehört, auch wenn er erst wenige Minuten auf der Welt war, da war sie sich ganz sicher, und er hatte sie auch Rufen und Weinen hören, als die Hebamme ihn einen Augenblick später auf Nimmerwiedersehen fortgetragen hatte. Gott, wie viele Tage, Wochen und Monate, wie viele Jahre hatte sie darum getrauert, dass er aus ihrem Leben verschwunden war. Und jetzt wurde ihr ganz elend bei der Vorstellung, in was er da hineingeboren worden war und was in den dreizehn Jahren unter Dragos Kontrolle aus ihm geworden sein musste. Eine verzweifelte Hoffnung regte sich in ihr. Vielleicht war ihm eine solch schreckliche Existenz ja erspart geblieben. Vielleicht hatte man ihn ihr zu einem anderen Zweck weggenommen. Vielleicht hatte man ihn nicht mit einem tödlichen UV-Halsband an Dragos' Launen gekettet und gezwungen, als Tötungsmaschine zu existieren, ohne zu wissen, wer er wirklich war, ohne dass ihn jemand in den Arm nahm, ihn tröstete und liebte. Und wenn er tatsächlich einer der vielen Gen-1-Jungen war, die Dragos als Killer in seinem Labor züchtete, dann hatte er dieser entsetzlichen Sklaverei vielleicht irgendwie entfliehen können. Hunter hatte es ja auch geschafft. Oder vielleicht lebte ihr Sohn überhaupt nicht mehr. Eine Schrecksekunde lang wünschte sie sich sogar, er wäre tot, wenn auch nur, um ihm die trostlose Existenz zu ersparen, die Hunter ihr beschrieben hatte. Aber er lebte. Das wusste sie, so wie jede Mutter es wusste, egal wie lange sie ihr Kind nicht mehr gesehen hatte oder wie weit sie von ihm entfernt war. In ihrem tiefsten Innern spürte sie deutlich, dass ihr kleiner Junge immer noch am Leben war. Irgendwo. Die Aussichtslosigkeit, ihn zu finden, wenn sie noch nicht einmal wusste, wo sie nach ihm suchen sollte, lastete schwer auf ihr, als sie allein auf dem Zementklotz saß und in die riesige leere Einöde hinausstarrte, die wahrscheinlich einmal ein hübsches Wohnviertel in einem Vorort von New Orleans gewesen war. Jetzt war davon so gut wie nichts mehr übrig. Die Familien in alle Winde zerstreut, die Häuser vernachlässigt und verfallen, unzählige Menschen auseinandergerissen von einer Naturgewalt, der sie völlig machtlos ausgeliefert gewesen waren. In den Jahrzehnten ihrer Gefangenschaft bei Dragos hatte sie ihren eigenen Sturm überstanden. Noch hatte er sie nicht besiegt, noch nicht gewonnen. Und solange sie lebte, würde ihm das auch nicht gelingen. Sie konnte nur beten, dass ihr Sohn auch so widerstandsfähig war. Hunter war es doch auch gelungen, zu fliehen und ein neues Leben zu beginnen. Aber andererseits hatte Hunter den Orden gehabt, um ihm aus seiner früheren Existenz herauszuhelfen. Er hatte Myra gehabt, die den entscheidenden Hoffnungsschimmer in ihm geweckt hatte, dass es überhaupt eine Chance, einen Ausweg für ihn gab. Was hatte ihr Sohn? Er wusste nicht, dass es jemanden gab, der ihn liebte und befreien wollte. Er konnte nicht wissen, dass es Hoffnung für ihn gab. So klein sie auch war. Dass jemand sich danach sehnte, ihn zu finden und ihm das Leben zu geben, das er verdiente. Aber Corinne wusste nicht, wo ihr Sohn war, ganz zu schweigen, ob er überhaupt gerettet werden konnte. Und dann waren da noch Hunter und der Orden. Für sie war ihr Sohn nur eine weitere von Dragos' Tötungsmaschinen, die zu zerstören sie sich alle geschworen hatten. Vor allem Hunter, der von allen am besten wusste, wie gefährlich die anderen seiner Spezies waren. Der Orden hatte Dragos und allen, die ihm dienten, den Krieg erklärt. Und das aus gutem Grund. Sie würden ihr Kind als Feind betrachten. Obwohl sie gar nicht daran denken wollte, machte ein entsetzter Teil von ihr sich Sorgen, dass sie damit womöglich Recht hatten. Corinne wischte sich mit dem Handrücken die feuchte Wange ab, als Hunter aus dem Haus nebenan kam. Er sah sie dort sitzen und stapfte zu ihr herüber, eine dunkle Silhouette gegen den schwachen Schein der aufziehenden Morgendämmerung. Seine großen, schwarzen Kampfstiefel knirschten im Schlamm verkrusteten Gras, und bei jedem wiegenden Schritt seiner langen, muskulösen Beine flatterte sein Mantel wie ein schwarzes, ledernes Segel hinter ihm her. Beim Näherkommen machte er ein finsteres Gesicht. »Warum bist du aus dem Wagen gestiegen?« Sie wischte hastig die letzte Träne fort. »Ich mag keine Engräume. Außerdem war's eine lange Nacht, und ich bin müde.« Er blieb vor ihr stehen und starrte fragend zu ihr hinunter. »Du weinst.« »Nein.« Ihre Lüge war nicht sonderlich überzeugend, aber zu ihrer Erleichterung ging Hunter nicht weiter darauf ein. Er starrte auf ihren Mund, und sein Stirnrunzeln verstärkte sich. »Deine Lippe blutet wieder.« Instinktiv tastete sie mit der Zunge nach dem kleinen Riß, den der andere Killer ihr früher in der Nacht beigebracht hatte. Sie schmeckte Blut, nur einen Hauch, kein Grund zur Beunruhigung. Aber Handers Augen waren immer noch auf sie gerichtet. Seine Pupillen zogen sich zusammen, und in seinen goldenen Iriskreisen blitzten bernsteinfarbene Lichtfunken auf. »Die Morgendämmerung kommt«, sagte er, und seine Stimme war ein tiefes, heiseres Knurren. »Komm mit mir. Das Haus steht schon länger leer. Als Unterschlupf ist es in Ordnung.« Sie stand auf und folgte ihm, in dem verlassenen Haus roches nach Schimmel und sauer nach Salzwasser und getrocknetem Schlamm. Hunter ging voran und zog die steifen Vorhänge zu, die immer noch über dem zerbrochenen Wohnzimmerfenster hingen. Über ihren Köpfen ließ ein Deckenventilator die hölzernen Flügel hängen wie eine umgedrehte Tulpe, völlig verquollen vom Hochwasser, das die ganze Gegend tagelang überschwemmt hatte. Nur wenige Möbelstücke waren im Haus geblieben, außer den zerschmetterten Erinnerungen, den abgeblätterten Tapeten und den staubbedeckten Trümmern, die den Boden übersähten. Hunter stieg darüber hinweg und suchte den besten Weg für sie. Er blieb vor einem offenen Durchgang in der Diele stehen und winkte ihr, hineinzugehen. »Ich hab da drin eine Ecke freigemacht, damit du dich eine Weile hinlegen kannst.« Corinne ging zu ihm hinüber und schaute hinein. Der Fußboden war größtenteils von der Dreckschicht freigefegt, die das übrige Haus bedeckte. Eine dünne Schlamm verkrustete Matratze war gegen die rückwärtige Wand gestellt worden, festgeklemmt hinter einer massiven, vom Sturm ruinierten Kommode. Hunter zog seinen langen Ledermantel aus und breitete ihn in der Mitte des Zimmers auf dem gefekten Boden aus. »Für dich, zum Schlafen«, sagte er, als sie ihm einen fragenden Blick zuwarf. »Und du?« »Ich melde mich beim Orden zurück und halte deinem anderen Zimmer wache, solange du schläfst.« Er drehte sich um und wollte an ihr vorbei in die Diele zurückgehen. »Warte, Hunter!« Sie schlang die Arme um sich, fühlte sich jetzt schon zu verlassen in diesem trostlosen kleinen Raum. »Leibst du hier bei mir? Nur bis ich eingeschlafen bin.« Er starrte sie schweigend an, fast länger, als sie aushalten konnte. Sie wusste, dass er vermutlich der Allerletzte war, bei dem sie sich Trost holen konnte, besonders nach dem, was sie ihn heute Nacht hatte tun sehen. Nach allem, was sie von seiner Erziehung und seiner persönlichen Mission für den Orden gehört hatte, wusste sie, dass dieser tödliche Mann der denkbar schlechteste Verbündete war, den sie haben konnte, um ihr Kind zu finden und zu retten. Aber als sie Hunter jetzt in diesem dämmerigen, sturmverwüsteten Haus ansah, sah sie keine Unbarmherzigkeit oder Brutalität an ihm, sondern dieselbe Zurückhaltung und Zärtlichkeit wie im Jazzclub in der Stadt, kurz bevor er sie so unerwartet auf der Tanzfläche geküsst hatte. Jetzt glomm in seinen goldenen Augen dieselbe Hitze, und sein heißer Blick wanderte langsam zu ihrem Mund. Corinne war sprachlos geworden, stand reglos, unsicher, was sie mehr beunruhigte. Der Gedanke, ihn wieder zu küssen, oder, dass er sich jetzt womöglich einfach umdrehte und sie hier allein ließ. »Leg dich hin«, murmelte er. Seine Stimme klang belegt und etwas heiser, und hinter seiner sinnlichen Oberlippe glänzten beim Sprechen die Spitzen seiner Fänge. Corinne wich vor ihm zurück und ließ sich auf seinem ausgebreiteten Mantel nieder. Er bewegte sich langsam und raubtierartig auf sie zu und ließ sich neben sie sinken, als sie sich zögerlich auf ihrer Seite des angenehm weichen schwarzen Ledermantels ausstreckte. Sein Körper war eine lange Hitzewand an ihrem Rücken und Po. Seine Schenkel drückten fest und hart gegen ihre. Und obwohl sie beide noch komplett angezogen waren, erwachte in ihr jedes Nervenende und knisterte Verspannung. Begehren erwachte tief in ihr und breitete langsam federleichte Schwingen aus, ließ ihr Herz höher schlagen und nahm ihr den zitternden, flachen Atem. Hunter legte den Arm um sie. Ein schweres Band von Knochen und Muskeln hielt sie sanft an sich gedrückt. Jeder Zentimeter seines Körpers strahlte Kraft aus. Aber statt Angst oder Unbehagen darüber so eingezwängt zu sein, fühlte sich Corinne beschützt. Sie fühlte sich sicher, ein Gefühl, das sie schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gehabt hatte. Sicher und geborgen in den Armen des tödlichsten Mannes, den sie je getroffen hatte. Am frühen Vormittag war im Bostoner Hauptquartier des Ordens für Lucan und die anderen Bewohner normalerweise Schlafenszeit. Aber nicht heute. Und obwohl niemand etwas Entsprechendes gesagt hatte, wußte Lucan als Vorstand dieses Haushaltes, der sich laufend vergrößerte, dass sich die Anspannung, die sie alle ergriffen hatte, ihrem Höhepunkt näherte. Selbst Myra neben Renata am riesigen Esszimmertisch wirkte gedämpft. Die scharfsichtige kleine Seherin vertilgte die letzten Bissen ihrer Pfannkuchen und Würstchen ungewöhnlich still, statt wie sonst nonstop zu quasseln. Das spontane Frühstückstreffen war Gabriels Idee gewesen. Lucan hatte darauf bestanden, dass die weiblichen Ordensmitglieder zusammen mit ihren Kriegern unten im Hauptquartier aßen, statt wie sonst oben im Haus. Obwohl es sich seltsam anfühlte, die gesamte Belegschaft in seinem und Gabriels Quartier zu haben, neunzehn Personen waren um den langen Tisch, eine Spezialanfertigung, die Gabriel vor Monaten von einem Handwerker aus den dunklen Häfen bestellt hatte, versammelt, war ihm das, weiß Gott, lieber, als die anderen tagsüber aus den Augen zu lassen, wenn er nichts tun konnte, um sie zu schützen. Sie schützen? Ach, Scheiße! Was für ein verdammter Witz das inzwischen geworden war! Lucan war sich nur zu bewusst, dass der Orden noch niemals zuvor so anfällig gewesen war wie jetzt. Das einst so sichere Hauptquartier war nur noch eine brüchige Fassade, jetzt, wo Dragos seine genauen Koordinaten kannte. Und laut Hunters Statusmeldung vor einigen Stunden ging Dragos jetzt anscheinend auch andernorts zur Offensive über. Einer von Dragos' Gen-1-Killern hatte ihr Hangargebäude auf dem Flughafen angegriffen, die beiden Charterpiloten waren tot und Hunter saß mit der Zivilisten Corinne Bishop in New Orleans fest. Derzeit hatten sie sich in einer Ruine des Hurricanes Katrina verkrochen und warteten auf den Sonnenuntergang und Lukens Instruktionen. Dann war da noch die nach wie vor ungelöste Angelegenheit von Sterling Chase verschwinden. Lucan hatte den Krieger für suspendiert erklärt, seit er sich unerlaubt von der Truppe entfernt hatte, aber Tatsache war, dass es ihn belastete, Harvard verloren zu haben. Es belastete sie alle, und seine Abwesenheit in der Runde am Tisch und auf den nächtlichen Missionen wurde vom ganzen Orden schmerzlich empfunden. Aber ihn zurückzuwünschen brachte ihn nicht zurück, und da es Chase Entscheidung gewesen war zu gehen, musste es auch seine eigene Entscheidung sein, wieder zu ihnen zurückzukommen. Das einzig Positive derzeit im Hauptquartier war Brocks und Jenners Rückkehr aus Alaska letzte Nacht. Der hünenhafte Stammesvampir aus Detroit und seine hübsche Stammesgefährtin saßen Lucan gegenüber am anderen Tischende und unterhielten sich mit Kate und Alex, Brocks lange dunkle Finger mit Jenners schlanken, blassen verschlungen. Die Tatsache, dass Jenna keine Stammesgefährtin war, schien für ihre Beziehung zu Brock keine Rolle zu spielen. Andererseits konnte man Jenna Darrow schon nicht mehr als Normalsterbliche bezeichnen, da sie seit ein paar Wochen ein winziges Körnchen aus außerirdischer DNA und Biotechnik in der Wirbelsäule mit sich herumtrug. Und in ihren wenigen Tagen in Alaska hatte die kleine Darmoglyphe, die sich vor ihrer Abreise so unerwartet in ihrem Nacken gebildet hatte, begonnen, sich auf ihre Schultern auszubreiten. Es war schon verdammt seltsam, ein Hautmuster des Stammes auf der Haut eines Menschen zu sehen und dann auch auf der einer Frau. Außerdem hatte Jenners Wundheilung sich inzwischen extrem beschleunigt, fast wie bei Angehörigen von Lukens Spezies, und sie verfügte über übernatürliche Kraft und Schnelligkeit. Die ehemalige Polizistin aus Alaska mauserte sich definitiv zu einer erstklassigen Kriegerin. Nur konnte niemand sagen, wie weit Jenners genetische Transformation noch gehen würde. »Herrgott, was für ein Höllentrip das doch gewesen war«, dachte Luken und sah in die um den Tisch versammelte Runde. Die meisten dieser Gesichter waren ihm vor anderthalb Jahren noch unbekannt gewesen, und nun waren sie ihm schon so vertraut wie Familienangehörige. Selbst Lazarow Arka und sein Enkel Callan fühlten sich nach den paar Tagen, die sie im Hauptquartier waren, kaum noch wie Fremde und fast schon wie Mitglieder der Ordensfamilie an. Lazarow hatte sich als starker, ehrenhafter Mann erwiesen. Luken war nach wie vor beschämt, angesichts seines Angebots dem Orden seine Festung in Maine als Übergangshauptquartier anzubieten. Es war eine Rettungsleine, die sie dringend brauchten und die er so bald wie möglich in Anspruch nehmen würde. »Ich will dir noch mal für dein Angebot danken, Lazarow«, sagte er und sah zu Arka hinüber, der an der linken Tischseite saß, und mit einem müßigen Lächeln der lebhaften Diskussion zwischen seinem jungen Enkel und der kleinen Myra über ein Buch folgte, das sie kürzlich gelesen hatten. Lazarow Arkas dunkelblaue Augen blickten Luken feierlich an. »Bitte! Kein Grund, mir zu danken. Ich schulde dir und dem Orden mehr, als ich euch jemals vergelten kann. Ihr habt Callan das Leben gerettet, und mir auch. Ich werde immer in eurer Schuld stehen. Außerdem, fügte er hinzu und hob die massige Schulter, »steht mein Anwesen im Norden praktisch leer, seit ich es in den 1950ern gebaut habe.« Alenor fand die ganze Idee lächerlich. Sie hat mich ausgelacht und gesagt, ich wäre verrückt, als ich ihr sagte, dass ich einen gesicherten Bunker unter dem Haus haben wollte, wie so viele Menschen in der Zeit des sogenannten Kalten Krieges. Sie meinte, im Fall einer nuklearen Katastrophe wollte sie lieber wie der Rest der Bevölkerung in Flammen aufgehen, als unter unserem Haus zu schmoren wie Sardinen in der Büchse. Ich konnte sie nie überreden, dort oben auch nur eine einzige Nacht zu verbringen. Meine Elli war so halsstarrig, wie sie schön war. Lucan sah die Wehmut in der Miene des Stammesältesten, als er von seiner Stammesgefährtin sprach. Es war praktisch das erste Mal, dass er ihren Namen erwähnte, seit sie und der Rest der Familie Arka bei dem Anschlag auf ihren dunklen Hafen umgekommen waren. Alle Noarker und alle anderen in dem privaten Anwesen waren auf Dragos Befehl in ihrem Anwesen verbrannt worden. So viele Todesopfer, nur weil Dragos den Orden zu fassen bekommen wollte. Lazarow Arka stieß einen Seufzer aus und schüttelte den Kopf. Ich hatte schon gar nicht mehr an diesen Ort gedacht oder an Ellys Abneigung dagegen. »Wie ich dir schon sagte, wenn du findest, dass das Anwesen euren Zwecken dienlich ist, gehört es euch.« Lucan nickte ihm dankend zu. »Das werden wir heute Nacht entscheiden. Wir fahren rauf und sehen es uns an.« Ein paar Plätze weiter, auf der anderen Tischseite, suchte Gedeon Lucans Blick und meldete sich mit weiteren Details. »Ich habe jede Menge Kette und Kommunikationssoftware auf einen Laptop gespielt, den wir mitnehmen. Wir fotografieren alles von innen und außen und importieren die Bilder. Dann rechnet die Software sie uns sofort in Grundrisse und Diagramme um. Ich habe auch Satellitenempfänge eingepackt, damit wir gleich ein paar Kommunikationsgeräte anschließen und die Tests durchlaufen lassen können, die ich brauche, um den Umzug vorzubereiten.« Lucan konnte ein Grinsen kaum unterdrücken, als Gedeon begeistert in seinen Technikmodus schaltete. »Der ganze Hightech-Hokuspokus ist ganz allein dein Bier, solange wir da oben sind.« Ihm fiel auf, dass Savannah neben Gedeon sehr still wurde, als von der Planung ihres Trips diese Nacht in den Norden die Rede war. Auch Gedeon war die Reaktion seiner Gefährtin nicht entgangen. Er drückte sanft ihre Hand auf dem Tisch. »Mach dir keine Sorgen, Schatz, ist doch bloß ein Erkundungstrip, keine Mission. Ganz ohne Waffen und Sprengstoff. »Hm, zu dumm auch«, fügte er mit einem schiefen Grinsen hinzu. Selbst von seinem Platz aus konnte Lucan sehen, dass Savannahs sanfte, braune Augen ernst blickten. Mehr noch als das, ihr stand das helle Entsetzen in den Augen, und ihre Stimme war sanft und so verletzt, wie Lucan sie noch nie gehört hatte. »Verdammt, Gedeon! Darüber kann ich keine Witze machen. Nicht mehr! Das wird mir alles viel zu real!« Abrupt stand sie vom Tisch auf und begann, ihren leeren Teller und ihr Besteck abzuräumen. Wie in einer stummen Demonstration weiblicher Solidarität folgten Gabrielle, Elise und Dylan Prompt zu Wenners Beispiel, räumten ab, was sie konnten, und verschwanden dann hinter ihr durch die Schwingtür in die Küche nebenan. Gedeon räusperte sich. »Da muss ich wohl etwas die Bogen glätten, bevor wir heute Nacht aufbrechen.« »Vielleicht auch ein bisschen zu Kreuze kriechen.« »Sie macht sich eben Sorgen um dich«, sagte Tess zu Gedeon, die Hand auf ihren riesigen Babybauch gelegt. »Wie sehr wird sie dich nie merken lassen, weil sie weiß, dass sie für dich stark sein muss. Aber deshalb ist es trotzdem so.« Gedeon nickte, und Tess warf ihrem eigenen Gefährten Dante, der neben ihr saß, einen zärtlichen Blick zu. »Jede von uns macht sich jedes Mal Sorgen, wenn einer von euch auf eine Mission hinausgeht. Jedes Mal, wenn ihr das Hauptquartier verlasst, nehmt ihr unsere Herzen mit.« »Kostbare Ladung«, sagte Dante, hub ihre Hand von ihrem Babybauch und drückte die Lippen in ihre Handfläche. Tess lächelte, aber dann verzerrte sich ihr Gesicht zu einer schmerzerfüllten Grimasse. Sie holte hastig Atem und stieß ihn mit einem leisen Zischen wieder aus. »Dein Sohn ist ganz schön unruhig heute Morgen. Ich sollte besser in unser Quartier zurück und mich etwas hinlegen.« Dante sprang sofort auf und half ihr behutsam beim Aufstehen, mit Renata, Jenna und Alex als Stützen. Luken war auf den Füßen, bevor er es registrierte, genau wie alle anderen blutsverbundenen Stammesvampire im Raum. Alle standen in nervösem Schweigen da und sahen vermutlich genauso hilflos aus, wie sie sich fühlten. »Ist schon gut«, presste Tessa vor, zu atemlos für Lukens Geschmack. Sie ging langsam und vorsichtig, den einen Arm stützend um den Bauch gelegt und klammerte sich mit der anderen Hand fest an Dante, der sie sanft vom Tisch wegführte. Eigentlich war sie erst in ein paar Wochen fällig. Doch obwohl Luken in diesen Dingen kein Experte war, sah es ganz so aus, als konnten sie mit dem jüngsten Neuzugang des Ordens schon früher rechnen als bisher angenommen. »Schaffst du es zum Sofa nebenan, Schatz?« fragte Dante angespannt und besorgt ganz der hingebungsvolle zukünftige Vater. Tess tat die Frage mit einem knappen Winken ab. »Ich will ein Stück gehen. Es ist besser, wenn ich mich ein bisschen bewege. Wenn ich mich erst mal hinlege, stehe ich wohl sobald nicht mehr auf.« »Okay«, sagte Dante. »Danne machen wir das jetzt schön langsam, ja? So ist's gut, Schatz. Schön langsam. Du machste das super.« Das Paar verabschiedete sich von den anderen und machte sich gemächlich auf den Rückweg in sein Privatquartier. Gerade als Tess und Dante gegangen waren, kam Gabriel mit Savannah und den anderen wieder ins Esszimmer zurück. Nach einigen Minuten unbehaglichen Schweigens drehte sich Myra besorgt zu Renata um. »Kommt Tess' Baby schon?« Renata betrachtete nüchtern die nervösen Gesichter im Raum. Dann wandte sie sich mit einem mütterlichen, geduldigen Lächeln wieder Myra zu. »Ja, ich glaube schon, Mäuschen. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis das Baby kommt.« Myra runzelte die Stirn. »Hunter soll sich mal besser beeilen und heimkommen, sonst verpasst er das Baby. Wo ist er überhaupt?« »Immer noch auf einer Mission«, schaltete sich Nico jetzt ein, ganz die Vaterfigur, die er für das kleine Mädchen geworden war. »Khanter hat ein paar wichtige Sachen in New Orleans zu erledigen, aber er kommt zurück, sobald er kann.« »Na aber hoffentlich«, erklärte Myra. »Denn vor Weihnachten muss er doch daheim sein. Wisst ihr, dass er noch nie Weihnachten hatte? Ich hab ihm versprochen, dass ich ihm Weihnachtsschmuck für sein Zimmer bastle.« Als das Kind die bevorstehenden Feiertage erwähnte, vertiefte sich das Schweigen im Esszimmer noch. Logan spürte, dass die Blicke der anderen ihm absichtlich auswichen. Jeder wartete darauf, dass er jetzt den bösen Spielverderber machen und der arglosen Kleinen verkünden würde, dass es im Hauptquartier kein Weihnachten geben würde. Hölle noch mal, er war nicht mal sicher, ob es zu Weihnachten überhaupt noch ein Hauptquartier geben würde. Und verdammt, das waren keine zwei Wochen mehr. Renata ging neben Myras Stuhl in die Hocke. »Ich hab eine Idee, Mäuschen. Zeigst du mir, was du für Hunter bastelst?« »Okay«, antwortete sie und drehte sich mit einem fröhlichen Grinsen zu Kellen um. »Willst du's auch sehen?« »Klar«. Der Teenager zuckte die Schultern, als wäre es ihm völlig egal, aber er war schon aufgestanden und schlurfte schlagsig hinter Renata und Myra her.« »Renata hat recht, was das Baby angeht«, Svenna sprach zu allen im Raum. »Mütterlicherseits habe ich jede Menge Hebammen in der Familie und bin oft genug bei Geburten dabei gewesen. Wahrscheinlich handelt es sich nur noch um ein paar Tage, bis Tess in die Wehen kommt. So, wie sie sich bewegt, könnten es auch nur noch Stunden sein.« Luken runzelte die Stirn. »Tage oder Stunden? Wir brauchen noch ein paar Wochen.« Lazzaro Arca warf ihm einen weisen Blick zu. »Die Natur hat sich noch nie darum gekümmert, wann es uns passt.« Luken stieß einen Grunzlaut aus, sich dieser Wahrheit nur allzu bewusst. Er wusste auch, dass sie wertvolle Zeit gewinnen konnten, wenn sie es irgendwie schafften, Dragos einen empfindlichen Schlag zu versetzen und den Bastard wieder in den Untergrund zu treiben. Sie brauchten Zeit, um den vermutlich unumgänglichen Umzug des Hauptquartiers zu planen, und Tess und Dante hatten es verdient, ihr Baby unter zumindest annähernd normalen und friedlichen Bedingungen zu bekommen. Er sah zu Gideon hinüber. »Was denkst du? Wie schnell kannst du die ganze Technik wieder zum Laufen kriegen, wenn sich herausstellen sollte, dass ein Umzug in Arcas Anwesen realistisch ist?« »Das merken wir dort oben. Ich nehme den Laptop mit. Wenn es keine Probleme mit der Satellitenverbindung gibt, kriege ich unser System in ein paar Stunden wieder in Gang. Aber das Komplettpaket mit Netzwerk, Telefon, Sicherheitskameras, warme Sensoren, Bewegungsmeldern und so weiter, dürfte mindestens ein paar Wochen dauern.« Luken seufzt einen Fluch. »In Ordnung. Also nicht die besten Bedingungen, aber wir müssen eben das Beste draus machen. Was ist mit Spuren zu Dragos?« fragte er die versammelte Gruppe. »Wissen wir schon irgendwas Neues, wo Murdoch steckt?« »Nichts hundertprozentiges«, antwortete Tegan vom anderen Tischende. »Ich habe einige seiner bekannten Verbündeten verhört, aber sie wussten nichts. Seit dem Vorfall in Chinatown neulich hat ihn niemand mehr gesehen oder von ihm gehört. Seither streckt Rowan innerhalb der Agentur seine Fühler für uns aus. Wir finden den Bastard schon, so oder so.« Luken nickte grimmig. »Besser früher als später. Momentan ist er unsere beste Chance, Dragos zu fassen. Solange wir das weiter verfolgen, macht Hunter eine Erkundungsmission zu Henry Vichon in New Orleans. Mit seinem Angriff letzte Nacht hat Dragos uns eine Verbindung zu Vichon bestätigt.« Er erntete einige ernste Blicke aus der Gruppe. Sie wussten alle, wie knapp Hunter und seine zivile Begleiterin den Zusammenstoß mit einem von Dragos' Killern überlebt hatten. Am betroffensten wirkte Brock. Was verständlich war, schließlich kannte er Corinne Bishop noch aus seiner Zeit im dunklen Hafen ihrer Familie in Detroit, wo er als ihr Bodyguard angestellt gewesen war. Der Krieger war außer sich gewesen, als man ihm die Details von Corinnes verhängnisvollem Wiedersehen mit Victor Bishop erzählt hatte und zu welchen Enthüllungen es durch ihre Heimreise nach Detroit gekommen war. Er war immer noch sichtlich aufgebracht über diese Neuigkeiten. »Henry Vichons abschauen, mit oder ohne aktive Verbindung zu Dragos?« knurrte er wütend. »Der Bastard gehört gehängt, gestreckt und gevierteilt. Aber die Vorstellung gefällt mir gar nicht, dass Hunter Corinne unbewacht lassen muss, solange er die Informationen sammelt, die wir brauchen.« »Das macht mir auch Sorgen,« antwortete Lukin. »Hunter sagt, dass sie vorerst an einem sicheren Ort sind, aber sie brauchen einen besseren Unterschlupf. Die Hotels in der Stadt können wir nicht riskieren und den dunklen Häfen der Gegend können wir auch nicht trauen, denn es ist davon auszugehen, dass jemand in der Zivilbevölkerung da unten geheime Verbindungen zu Henry Vichon oder zu Dragos selbst unterhält.« »Und was ist mit den Menschen?« fragte Savannah. »Und sofort drehten sich alle zu ihr um.« »Ich weiß jemanden, bei dem Sie eine Weile sicher unterkommen könnten. Es ist nicht weit von der Stadt, aber so ziemlich der gottverlassendste Winkel, den man sich nur vorstellen kann.« »Savanna«, barf Gideon langsam ein. »Wir können Sie doch nicht bitten...« »Wen meinst du?« fragte Lukin. Savannah sah ihm in die Augen. »Meine Schwester Emily. Sie lebt seit über siebzig Jahren im Metschafferleiher-Sumpf, und sie ist absolut vertrauenswürdig. Dass Gideon und ich heute am Leben sind, haben wir allein ihr zu verdanken.« Gideon nickte, wenn auch zögerlich. »Savanna und ich verdanken Emily Dupree unser Leben. Sie ist absolut zuverlässig, Lukin. Darauf würde ich mein Leben verwetten. Das habe ich sogar schon getan.« »Emily weiß, was Gideon ist«, fügte Savannah hinzu. »Sie weiß Bescheid, seit er vor über dreißig Jahren eines Nachts bei ihr aufgetaucht ist und mich gesucht hat, und sie hat unser Geheimnis all die Zeit bewahrt.« Lukin war alles andere als begeistert von der Eröffnung, dass ein Mensch in den Sümpfen von Louisiana von der Existenz des Stammes wusste. Trotzdem wäre es dumm, die Möglichkeit nicht in Erwägung zu ziehen, die Savannah und Gideon ihm eben angeboten hatten. Bündnisse mit Menschen waren kaum seine erste Wahl. Was ihnen anging, kamen Menschen als Bündnispartner an absolut allerletzter Stelle. Aber die Situation war heikel und die Zeit momentan definitiv nicht auf der Seite des Ordens. »Was denkst du, wie lange es dauert, deine Schwester zu kontaktieren?« »Ich kann sie sofort anrufen«, sagte Savannah. »Ich weiß, dass sie uns helfen wird. Ich brauche ihr nur zu sagen, wann sie mit ihren Gästen rechnen kann.« »Sag ihr, sie sind nach Sonnenuntergang da«, antwortete Lukin. »Gang da«, antwortete Lukin. Corinne hatte bis in den späten Nachmittag durchgeschlafen, und obwohl Hunter sich inzwischen am anderen Ende des kleinen Schlafzimmers auf den Boden gehockt hatte, konnte er immer noch die weichen Rundungen ihres Körpers an seinem spüren und roch immer noch den Duft ihres Haares und ihrer Haut von den Stunden, die er sie umarmt und über ihren Schlaf gewacht hatte. Jetzt beobachtete er sie, wie sie ein- und ausatmete, wartete gespannt auf jedes langsame Atemholen, beobachtete gebannt, wie sich unter der zarten, alabasterweißen Haut an ihrem Halsansatz ihr Pulsschlag beschleunigte. Trotz der körperlichen Distanz, die er zwischen sie gebracht hatte, hatte sein Hunger nach ihr nicht nachgelassen. Er begehrte sie auf eine Weise, die ihn verblüffte, die selbst den primitivsten Stammesdurst überstieg. Seine Sehnsucht nach ihr hatte ihn schon vorher beunruhigt, aber jetzt, nach den Folterqualen, sie fast den ganzen Tag in den Armen zu halten, beherrschte sie all seine Sinne. Und noch schlimmer, auch seinen Verstand. Er war damit beschäftigt gewesen, für ihre Bequemlichkeit zu sorgen, statt seine Erkundungsmission der heutigen Nacht vorzubereiten. Er versuchte, sich wieder auf den Anruf zu konzentrieren, den er vor ein paar Stunden vom Orden erhalten hatte. Sie hatten einen sicheren Unterschlupf für Corinne und ihn gefunden, etwa eine Stunde fahrt westlich der Stadt gelegen. Nach Sonnenuntergang würde er sie dorthin bringen und dann alleine losziehen, um Henry Vachons Häuser zu überprüfen und hoffentlich zuverlässige Informationen zu finden, wo der Bastard steckte. In seiner Vorfreude, einen von Dragos' Leutnants zu fassen zu bekommen, konnte das Raubtier in ihm die Abenddämmerung kaum erwarten. Auf ihrer behelfsmäßigen Pritsche auf dem Boden stieß Corinne ein leises Stöhnen aus. Hunter sprang auf die Füße, Dragos und seine Kollegen waren schlagartig vergessen in dem Augenblick, als sie sich zu regen begann. Ihre Beine zuckten, kämpften heftig gegen unsichtbare Fesseln an, und ihr Mund verzerrte sich zu einer Grimasse, als sie keuchend nach Luft rang. Hunter ließ sich hinter sie auf seinen Ledermantel gleiten und zog sie an sich. Er wusste nicht, was er sagen sollte, um sie zu beruhigen. Diesbezüglich hatte er keinerlei Erfahrung, also schlang er einfach nur locker die Arme um sie und hielt sie fest, während sie sich wand und um sich schlug. Jetzt keuchte sie heftig und flüsterte unverständlich vor sich hin, und ihre Panik schien mit jeder Sekunde größer zu werden. Er spürte das hektische Ticken ihres Pulses, und dann plötzlich schrie sie auf, keuchte ein einziges Wort und vor Schreck wachte sie auf, ihr Gesicht keinen Zentimeter von seinem entfernt. Corinne riss die Augen auf. »Keine Angst«, sagte er zu ihr, die einzigen Worte, die ihm einfielen, als er in ihre entsetzten, blau-grünen Augen starrte. Langsam hob er die Hand und strich ihr eine dunkle Haarsträhne aus der feuchten Stirn. »Bei mir bist du in Sicherheit, Corinne«. Sie nickte ihm schwach zu. »Ich hatte einen Albtraum. Ich dachte, ich wäre wieder dort, in diesem schrecklichen Kerker.« »Nie wieder«, sagte er zu ihr. Das war ein Versprechen, und eines, für das er bereit war zu sterben, wie er jetzt erkannte. Sie zuckte nicht vor ihm zurück, als er ihr weiter über ihre zarte Wange und das Kinn streichelte. Doch ihre Augen blieben unablässig auf ihn gerichtet und musterten ihn. »Wie lange bist du bei mir geblieben?« »Eine Weile.« Sie schüttete schwach den Kopf und hatte offenbar nichts dagegen, dass seine Finger in die seidige Wärme ihres offenen Haares wanderten. »Du bist lange geblieben. Du hast mich festgehalten, damit ich schlafen konnte.« »Du hast mich darum gebeten«, antwortete er. »Nein«, antwortete sie sanft. »Ich habe dich nur gebeten, bei mir zu bleiben, bis ich eingeschlafen bin. Das war sehr lieb von dir.« Ihre Augen waren in solch offener Dankbarkeit auf ihn gerichtet, dass es ihn beschämte. Als sie jetzt widersprach, war ihre Stimme leise geworden. Als viele ist ihr schwer, die Worte zu finden. »Ich bin es nicht gewohnt, dass mich jemand im Arm hält. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie es ist, liebevoll oder zärtlich berührt zu werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich fühlen soll.« »Wenn es dir unangenehm ist.« »Nein«, antwortete sie schnell, streckte die Hand aus und legte sie ihm leicht auf die Brust. Dort blieb sie liegen, ein schmaler Hitzefleck auf dem schweren Dröhnen seines Herzens. »Nein, du bist mir gar nicht unangenehm, Hunter. Gar nicht.« Er runzelte die Stirn und sah zu, wie seine riesige Hand die unglaublich zarten Konturen ihres Gesichts streichelte. Seine Fingerspitzen waren schwielig von der Arbeit mit Waffen und Gewalt, rau gegen die samtige Vollkommenheit ihrer Haut. »Du bist das Zarteste, was ich je berührt habe. Ich will vorsichtig mit ihr sein. Ich hab Angst, dass du mir in meinen groben Pranken zerbrichst.« Ihre Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln, und am liebsten hätte er sie geküsst. »Deine Hände sind sehr sanft, und ich mag es, wie du mich gerade berührst.« Ihr geflüstertes Lob schoss wie ein Blitzschlag durch seinen ganzen Körper. Sein Puls dröhnte ihm in den Ohren, Blut schoss durch seine Venen und Arterien wie ein plötzlich anschwellender Lavastrom. Die Spitzen seiner Fänge fuhren sich aus, reagierten so eindeutig wie auch ein anderer Teil seiner Anatomie. Er kämpfte gegen die fiebrige Reaktion seines Körpers an, sicher, dass er sie unterdrücken konnte, als er die Linie ihres Kiefers nachfuhr und dann mit dem Daumenballen über ihre sinnlich geschwungene Unterlippe strich. Gott, wie weich sie war! So wunderschön! Sie stieß einen leisen, wohligen Säufzer aus, während er sie weiter so mit seinen Händen und Augen studierte. »Bist du immer so vorsichtig und zärtlich mit deinen Frauen?« Er zuckte die Schultern, hätte fast zugegeben, dass es keine anderen Frauen gegeben hatte. Keine einzige. Man hatte ihn zur Maschine erzogen, ohne jeden Körperkontakt, außer wenn er bestraft wurde. Bis zu diesen letzten paar Tagen mit Corinne hatte er gar nicht gewusst, dass man auch anders leben konnte. »Intimität hatte in meiner Ausbildung keinen Platz«, sagte er zu ihr. »Für diese Art von Kontakt bin ich nicht ausgebildet.« »Nun, du machst es jedenfalls hervorragend, wenn du mich fragst.« Wieder lächelte sie, und wieder reagierte sein Körper mit heißem Verlangen. Er wusste, dass sie die Vibration spüren musste, die durch jede Zelle seines Körpers summte. Sie musste die harte Beule seiner Erregung spüren, die sich beharrlich gegen ihren Schenkel presste, der irgendwie zwischen seine Beine geraten war, als sie so nebeneinander lagen. Nicht einmal einen Zentimeter voneinander getrennt. Er wollte sie küssen, etwas von dem Schmerz lindern, der in ihm aufstieg, als er seine Hand um ihren zarten Nacken legte und sie näher an sich zog. Sie leistete keinen Widerstand. Keine Sekunde lang. Hunter bewegte sich auf sie zu und drückte seinen Mund auf ihren. Als sie sich letzte Nacht geküsst hatten, war es unerwartet gewesen, zart und zögerlich. Dieser Kuss war etwas völlig anderes. Ihre Lippen verschmolzen, ihre Hände suchten und tasteten, sie hielten einander fest in den Armen. Dieser Kuss war hungrig und drängend, gierig in ihrem Verlangen. Hunter legte seine Hand um Corinnes Hinterkopf und zog sie fester an sich. Jeder Schlag seines Herzens schoss ihm wie Feuer durch die Adern. Seine Fänge pulsierten, schossen ihm in voller Länge aus dem Zahnfleisch und füllten seinen Mund aus. Sein Schwanz pulsierte an ihrem wunderbar weichen Körper, entzündete etwas Animalisches in ihm, das er nicht mehr kontrollieren konnte. Er dachte nicht, dass sein Verlangen noch wilder werden könne, aber dann spürte er, wie Corinnes Zunge über seine Oberlippe glitt und Einlass forderte. Er stöhnte etwas Unverständliches, unfähig, Worte zu bilden, wo er so kurz davor war, die Beherrschung über seinen Körper zu verlieren. Mit einem rauen Keuchen öffnete er den Mund und verlor fast den Verstand, als Corinnes Zungenspitze hineinschoss. Sie küssten sich lange. Sein ganzer Körper war steinhart vor Anspannung, während Corinne in seinen Armen immer weicher und gefügiger wurde, immer mehr dahin zu schmelzen schien. Er spürte ihre weichen Brüste, die sich an seine Brust drückten, und neugierig geworden, griff er hinunter und rieb mit der Handfläche über den dünnen Stoff ihres Pullovers. Er umschloss einen der kleinen Hügel mit der Hand und staunte, wie erotisch es sich anfühlte, sie zu streicheln und ihr zitterndes, lustvolles Keuchen zu hören. Jetzt konnte er ihr nicht nahe genug sein. Er brauchte mehr davon. Mehr von ihr. Sein Puls raste und sein Verlangen tobte mit einer Intensität, die ihn fast überwältigte. Hunter rollte sie unter sich auf den Rücken und legte sich auf sie, presste den Mund in einem fordernden Kuss auf ihren und rieb seinen wild pulsierenden Schwanz an ihrem Becken. Obwohl er noch nie einen Orgasmus gehabt hatte, schlug das Verlangen danach nun seine eisernen Klauen in ihn. Er spürte, wie Corinne sich unter ihm wandte, hörte ihr Stöhnen, als er ihr mit den Händen die Arme hinaufstrich. Sein Herz hämmerte wild vor Gier und sein Verlangen, sie zu besitzen, sie ganz für sich zu beanspruchen, überwältigte ihn. Er brauchte einen Augenblick, bis er erkannte, dass Corinne immer noch stöhnte, aber nicht, weil sie denselben wilden Hunger spürte, der in ihm pulsierte. Es klang beunruhigend, nach Angst. Er hatte ihre Hände über ihrem Kopf festgehalten, die Finger wie Handschellen um ihre zarten Handgelenke geschlossen. Sie wandte sich immer noch unter ihm, und durch den stumpfen Nebel seiner egoistischen Gier verstand er plötzlich, dass sie sich wehrte, sich vom unnachgiebigen Druck seines Körpers befreien wollte. Ihr Stöhnen wurde zu einem Wimmern, dann zu einem atemlosen Schluchzen. Sofort rollte Hunter von ihr herunter, angewidert von sich selbst. »Tut mir leid«, stieß er hervor und fühlte sich wie ein Vollidiot, als sie hastig vom Boden aufstand und die Arme wie einen Schutzschild vor der Brust verschränkte. »Corinne, ich wollte nicht. Tut mir leid.« Sie warf ihm einen niedergeschlagenen Seitenblick zu. »Du musst dich nicht entschuldigen. Ich hätte dich nicht lassen dürfen. Ich hätte wissen müssen, dass ich das nicht kann«, sagte sie und holte zitternd Atem. »Ich kann das nicht, Hunter? Vielleicht war es verrückt zu denken, dass ich es jemals wieder könnte.« Als sie sich von ihm abwandte, versuchte er schnell wieder einen klaren Kopf zu bekommen. »Ist es wegen Nathan?« Ihr Kopf fuhr zu ihm herum. Ihre Mine war bestürzt, die Augen vor Schreck weit aufgerissen, ihre Stimme war fast unhörbar leise. »Was hast du da gesagt?« »Nathan«, antwortete er. »Das ist der Name, den du im Schlaf gerufen hast, bevor du aus deinem Albtraum aufgewacht bist. Ist er der Grund, dass du es nicht kannst? Weil dein Herz einem anderen Mann gehört?« Sie atmete nicht. Sie starrte ihn scheinbar eine Ewigkeit bewegungslos an. »Du hast keine Ahnung, wovon du redest«, antwortete sie schließlich. Die Worte waren abgehackt und endgültig. »Ich habe keinen Namen von irgendjemandem im Schlaf gerufen. Das musst du dir eingebildet haben.« Das hatte er nicht. Aber er wollte sie nicht noch weiter reizen. Was eben noch zwischen ihnen gewesen war, war in diesem Augenblick vorbei. Obwohl sein Puls immer noch hämmerte, sein Schwanz immer noch steif war und Erlösung forderte, konnte er sehen, dass sie jetzt nichts mehr von ihm wollte. Ihr Schweigen zog sich immer länger hin. Ihr Gesicht verschloss sich, als sie jetzt vor ihm zurückwich. Argwöhnisch geworden. Der Ausdruck in ihren Augen wirkte irgendwie anklagend, als hätte sie sich plötzlich daran erinnert, dass er ein Fremder für sie war. Vielleicht sogar ein Feind. Er fühlte sich unbeholfen, beschämt und verwirrt. Gefühle, die ihm bis jetzt fremd gewesen waren und die diese Frau an ihm weckte, weil sie ihm etwas bedeutete und weil sie ihn jetzt so in die Enge getrieben ansah und noch weiter auf Distanz zu ihm ging. Die Erinnerung an Myras Vision traf ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Corinnes Bitten, ihre Tränen, wie sie ihn anflehte, das Leben des Mannes zu verschonen, den zu verlieren sie nicht ertragen konnte. Und jetzt war Hunter sicher, dass er auch seinen Namen kannte. Nathan. Er wusste nicht, warum er so die Zähne zusammenbiss, aber das tat er. Er presste den Kiefer so fest zusammen, dass seine Backenzähne schmerzten. Hunter, setzte Corinne an und brach mit einem zittrigen Seufzer ab. Was eben zwischen uns passiert ist, wird nicht wieder vorkommen, beendete er den Satz für sie. Seine Lust und sein Stolz verbissen sich in ihn wie Sporen, aber er zwang die nutzlosen Gefühle nieder und klammerte sich stattdessen an die eiserne Disziplin, mit der er immer so gut gefahren war, die ihn aber zu verlassen schienen, als er jetzt den verwirrten, verletzten Ausdruck in Corinne Bishops wunderschönen Augen sah. »Bald geht die Sonne unter«, sagte er zu ihr. »Dann fahren wir.« Sie zuckte zusammen. Jetzt wirkte sie besorgt. »Wohin?« »Man hat uns ein sicheres Haus arrangiert. Dort bleibst du, solange ich meine Mission für den Orden fortsetze.« Er drehte sich um und ließ sie allein im Raum zurück. »Mr. Masters, ich weiß die Großzügigkeit, die Sie meiner Kampagne gegenüber in den letzten Monaten bewiesen haben, außerordentlich zu schätzen. Ihre Firmenspende...« Der Senator hob eine sorgfältig gezupfte Augenbraue und sah erneut auf den dicken Scheck hinunter, den er soeben erhalten hatte. »Nun, Sir, um ganz ehrlich zu sein, eine Spende dieser Höhe ist beschämend. Noch nie da gewesen, um genau zu sein.« Auf seinem edlen Besuchersessel legte Dragos unter seinem Kinn die Fingerspitzen aneinander und lächelte dem aufstrebenden Politiker zu, dem er an seinem Schreibtisch gegenüber saß. »Gott segne die Demokratie und das oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten.« »In der Tat!« Der Senator kicherte etwas unbehaglich. Sein Adamsapfel drückte sich gegen den gestärkten weißen Kragen seines Smokinghemds und die schwarze Fliege. Er trug sein makellos frisiertes, goldblondes Haar locker aus dem gutaussehenden Gesicht zurückgekämmt, und seine leicht ergrauten Schläfen ließen ihn, der noch keine vierzig war, weise und distinguiert wirken. Dragos fragte sich noch, ob diese distinguierten Silberfäden aus einem teuren Friseursalon stammten, dann entschied er, dass es ihm egal war. Es waren die Politik des Senators und seine Verbindungen zu den einflussreichen Kreisen der Menschen, an denen Dragos vor allem interessiert war. »Es ehrt mich sehr, dass Sie und Terra Global solches Vertrauen in die Ziele meiner Kampagne zeigen«, sagte er und nahm eine ernsthafte Miene an, mit der er sich als Bostons charmantester, begehrtester Junggeselle wahrscheinlich alles eingeheimst hatte, was er in seinem privilegierten jungen Leben jemals hatte haben wollen. »Sie haben meine persönliche Garantie dafür, dass die von Ihnen gespendeten Mittel auch kluge und umsichtige Verwendung finden werden.« »Diesbezüglich hege ich keinerlei Zweifel, Senator Clarence«. »Bitte«, sagte er, ließ den Scheck in die obere Schreibte-Schublade gleiten und verschloss sie. »Nennen Sie mich doch Robert!« »Ach was, nennen Sie mich Bobby! Das tun alle meine Freunde!« Dragos erwiderte das aalglatte Lächeln. »Dann also, Bobby!« »Ich möchte, dass Sie wissen, Mr. Masters, dass ich Ihr Engagement für die wirklichen Probleme, die solchen Einfluss auf unsere große Nation haben, teile. Ich habe versprochen, in Washington mein Bestes zu geben, damit wir endlich wieder den Platz einnehmen, der uns als erster Nation dieser Welt zukommt. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass mein Kampf jetzt, wo ich die Ehre habe, dieses Amt zu einem so wichtigen Zeitpunkt unserer Geschichte einzunehmen, erst richtig beginnt. Ich bin hier, weil ich wirklich etwas bewegen will.« »Natürlich«, sagte Dragos und wartete geduldig die patriotischen Highlights einer Standardrede ab, die er auf Bobby Clarence' Wahlkampftour schon mehrfach gehört hatte. »Sie und ich haben viele gemeinsame Interessen, beispielsweise Ihr aktives Engagement gegen den Terror. Ich bewundere Ihre Kompromisslosigkeit gegenüber denen, die sich an solch erbärmlichen Aktivitäten beteiligen. Ich rechne es Ihnen hoch an, dass Sie in Fragen der nationalen Sicherheit eine so unnachgiebige Haltung einnehmen.« Hinter seinem Schreibtisch beugte sich Bobby Clarence vor und machte mit geübter Eindringlichkeit die Augen schmal. »Nur unter uns beiden, Drake, wenn ich sie so nennen darf.« Dragos winkte ihm weiter zu reden und lächelte in sich hinein, während er den Menschen die Erlaubnis gab, ihn mit einem seiner vielen Decknamen anzureden. »Ganz unter uns gesagt, ich wäre nicht dagegen, wieder öffentliche Hinrichtungen einzuführen, um diesen ganzen Terroristen-Schweinen den Gar auszumachen, besonders unseren hausgemachten amerikanischen wie derzeit wie Unkraut aus dem Boden schießen. Diese Bastarde sollte man an ihren Eiern aufhängen und ein ausgehungertes Hunderudel auf ihrer Eingeweide loslassen. Das ist meine Meinung.« Aber leider würden meine Berater mir davon abraten. »Denn sowas macht sich im Wahlkampf nicht allzu gut.« Er brach ein kumpelhaftes Gelächter aus, und Dragos lachte mit, wenn auch nicht aus denselben Gründen. Er lachte aus persönlicher Belustigung und seiner fast schwindelerregenden Vorfreude auf den Augenblick, wenn er endlich all die nötigen Knöpfe drücken würde, um ein für allemal über den Orden zu triumphieren. Die Gegensprechanlage auf dem Schreibtisch des Senators summte. Er entschuldigte sich höflich, dann hielt er den Hörer ans Ohr und drückte auf den Knopf. »Ja, Tavia?« »Mhm, in Ordnung.« »Hach, verflixt, so spät ist es schon. Bitte rufen Sie das Büro des Vorsitzenden an und entschuldigen Sie mich, ja? Sagen Sie ihm, ich bin in meiner letzten Besprechung des Tages und er soll schon mal ohne uns zu der Benefizgala gehen. Wir kommen so bald wie möglich nach.« »Ja, ich weiß, wie sehr er Planänderungen in letzter Minute hast, aber ich fürchte, da muss er jetzt durch.« Bobby Clarence zwinkerte Dragos verschwörerisch zu. »Sagen Sie ihm, ich werde noch von einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit abgehalten. Das sollte ihn vorerst beschäftigen, bis wir da sind.« Der Senator beendete das Gespräch mit seiner Assistentin und hob entschuldigend die Schulter. »Niemand hat mir gesagt, dass so ein Wahlerfolg der einfachste Aspekt eines öffentlichen Amtes ist. Ich schaffe kaum, meinen Terminkalender einzuhalten, besonders um diese Jahreszeit. Ich sag Ihnen, im letzten Monat habe ich mehr Zeit in einem verdammten Smoking verbracht, als im Schützengraben, wo ich hingehöre.« »Sie sind eben ein vielgefragter Mann«, antwortete Dragos und spürte, dass die Erbitterung über Bonzenpartys und die gesellschaftlichen Anlässe der oberen Zehntausend auch nur zur öffentlichen Fassade dieses jungen Aufsteigers gehörte. Bei den Wahlen hatte sich das sicher gut gemacht. Und das war alles, worauf es Dragos ankam. Schließlich hatte er eine Menge Geld investiert, damit dieser Überflieger aus Cambridge ihn mit den wahren Mächtigen der Menschheit bekannt machte. »Sie haben Termine, und ich sollte sie nicht länger aufhalten«, verkündete Dragos und erhob sich vom Besuchersessel, obwohl ihm der Senator eilfertig versicherte, dass er alle Zeit der Welt für ihn hätte. »Ich danke Ihnen, dass Sie mich so kurzfristig und so spät am Tag noch empfangen konnten.« Senator Clarence kam um den Schreibtisch und half Dragos in seinen Kaschmirmantel. Dann schüttelte er ihm freundlich die Hand. »Es war mir ein Vergnügen, Drake. Kommen Sie bald wieder. Ich bin jederzeit für Sie da.« Er ging mit Dragos zur Tür hinüber und öffnete sie für ihn. Auf der anderen Seite stand eine sehr großgewachsene, äußerst attraktive junge Frau in einem anthrazitgrauen Businesskostüm und hochgeschlossener beigefarbener Bluse, die Hand eben zum Anklopfen erhoben. Ihr dichtes, dunkelbraunes Haar trug sie im Nacken zu einem langen Pferdeschwanz zusammengefasst. Keine einzige Strähne fehl am Platz. Insgesamt war das ein Look, der an einer weniger schönen Frau vielleicht unattraktiv gewirkt hätte, aber nicht an ihr. »Ach, Tavia!« rief Bobby Clarence, als Dragos direkt vor ihr stehen blieb. Er war hingerissen vom Anblick der jungen Frau, die nur wenige Zentimeter vor ihm stand. Sie wich sofort einen Schritt zurück. Ihr intelligenter Blick wanderte von Dragos fasziniertem Lächeln zum glatten Grinsen ihres Chefs. Der Senator legte Dragos die Hand auf die Schulter. »Drake, haben Sie meine persönliche Assistentin Tavia Fairchild schon kennengelernt?« »Es ist mir ein Vergnügen«, schnurrte er und senkte grüßend den Kopf. »Mr. Masters«, antwortete sie, nahm seine ausgestreckte Hand und schüttelte sie mit einem geschäftsmäßigen Händedruck. »Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, uns kennenzulernen, aber ich kenne ihren Namen aus diverser Korrespondenz des Senators.« »Tavia hat ein unheimliches Gedächtnis für Namen und Gesichter«, prahlte ihr stolzer Chef. »Sie ist meine Geheimwaffe, sorgt immer dafür, dass ich pünktlich und auf dem Laufenden bin, oder versucht es zumindest.« »Davon bin ich überzeugt«, antwortete Dragos und verschlang sie mit den Augen. Ihre hellgrünen Augen blickten fast etwas nervös, und sie schlug die dunklen Wimpern nieder, bevor sie ihre Aufmerksamkeit von ihm abwandte, und er fragte sich, ob die Frau instinktiv spürte, dass er unter seinem konservativen Anzug und Kaschmirmantel mehr war, als er zu sein vorgab. Dragos beobachtete bezaubert, wie sie sich jetzt dem Senator zuwandte und ihm ein kleines Päckchen in Geschenkpapier reichte, verziert mit einer roten Schleife und einem fröhlichen Stechpalmenzweig. »Für die Gattin des Vorsitzenden, eine antike Brosche, die ich letztes Wochenende in einem Laden auf der Newbury Street gefunden habe. Ich dachte mir, da sie Kameen sammelt...« »Was habe ich Ihnen gesagt, Drake?« sagte Bobby Clarence und zeigte mit seinem perfekten, eckigen Kinn in ihre Richtung, nahm das Geschenk und schüttelte es ein wenig. »Geheimwaffe! Sie schafft es immer, mich besser aussehen zu lassen, als ich wirklich bin.« Tavia Fairchild schien das Lob zu überhören und blieb unerschütterlich bei der Sache. »Soll ich in der Garage anrufen, damit Sie den Wagen für Sie vorfahren, Senator Clarence? Das wäre wunderbar, Tavia, danke!« Der Senator gab Dragos einen kameradschaftlichen Klaps auf die Schulter, als sich seine hübsche Assistentin wieder zu ihrem Schreibtisch umdrehte und ihr Telefon abnahm, um seinem Fahrer Bescheid zu geben. »Kann ich Sie überreden, mitzukommen, Drake? Dann könnten wir uns noch etwas länger unterhalten, und ich würde Sie mit Vergnügen einigen der guten Leute auf der heutigen Benefizskala der Rettungseinsatztruppen vorstellen. Ich glaube, Sie werden dort eine Menge Gleichgesinnter treffen, die sich sicher gern mit Ihnen über einige der Fragen austauschen, die wir eben besprochen haben.« Dragos gestattete sich ein mildes Lächeln. »Ich fürchte, ich bin leider schon anderweitig beschäftigt.« Er hatte, weiß Gott, dickere Fische im Visier als die Hinterwäldler von der Bosner Feuerwehr und Polizeigewerkschaft. »Danke für das Angebot, aber ich sollte jetzt wirklich gehen.« »Sind Sie sicher?«, drängte der Senator mit einem gewinnenden Grinsen. »Allein schon das Essen dürfte es wert sein. Diese Jungs mögen gutes Essen, und gut dürfte es schon werden, wenn die Portion fünfhundert Mäuse kostet und vom besten italienischen Sternekoch von North ein zubereitet wird.« »Ich bin wirklich untröstlich,« sagte Dragos. »Aber ich halte eine sehr strenge Diät. Die italienische Cuisine bekommt mir nicht.« Oh, tut mir leid zu hören. Bobby Clarence ging kichernd zu einem Schrank in der Nähe hinüber und fuhr in seinen sündhaft teuren, seidengefütterten Mantel. »Aber Sie kommen doch morgen zu meiner kleinen Weihnachtsfeier, nicht?« Dragos nickte. »Die würde ich mir um nichts auf der Welt entgehen lassen.« »Ausgezeichnet!« »Telvia hat sich wirklich selbst übertroffen. Sie hat die ganze Sache für mich auf die Beine gestellt, bis hin zu den handgeschriebenen Einladungskarten.« »Was Sie nicht sagen.« Dragos sah sich mit einem taxierenden Blick zu der jungen Frau um, die sich inzwischen ebenfalls Mantel und Handtasche geholt hatte und gerade dabei war, ihren Computer herunterzufahren und das Bürotelefon auf Anrufbeantworter umzustellen. »Ich soll das ja nicht herum erzählen,« fügte Senator Clarence hinzu. »Aber wir haben morgen Abend einen besonderen, unangekündigten Ehrengast. Ein guter Freund und Mentor von mir aus meinen Cambridge-Zeiten. Ich bin sicher, ihn kennenzulernen dürfte interessant für Sie sein, Drake.« Obwohl der junge Politiker so oft diskret machte, brauchte Dragos keine weiteren Hinweise, um zu erraten, dass der VIP und gute Freund von Bobby Clarence kein anderer als sein ehemaliger College-Professor war, der sich an einen weiteren aufgehenden Stern der Politik gehängt hatte und so zum zweitmächtigsten Mann des Landes aufgestiegen war. Genau diese Verbindung war es, die Bobby Clarence für Dragos so wichtig machte. Schon morgen Nacht würde Dragos den Verstand und die Seelen beider Männer besitzen. »Bis dann, also«, sagte er und schüttelte dem arglosen Senator begeistert die Hand. Dann sah er sich zu Bobby Clarence hübscher Assistentin um und nickte ihr höflich zu. »Miss Fairchild, es war mir ein Vergnügen, Sie endlich auch persönlich kennenzulernen.« Während sie ihm mit ihren scharfsinnigen Augen nachsah und das optimistische Wiedersehen des Senators bis ins Foyer hinaushalte, verließ Dragos das Büro und ging auf den Lift zu. Bis er unten angekommen und in seine eigene, wartende Limousine gestiegen war, tat ihm von seinem breiten, zufriedenen, gierigen Lächeln schon der Kiefer weh. Gierigen Lächeln schon der Kiefer weh. Die Fahrt zu dem sicheren Haus, das der Orden für sie arrangiert hatte, dauerte etwa eine Stunde. Vor einigen Kilometern hatten sie die Autobahn verlassen und fuhren nun über eine ungeteerte Landstraße, die weit in ein tief gelegenes Sumpfgebiet mit vereinzelten Ansammlungen gespenstischer, moosbewachsener Zypressen führte. Als Hunter in eine Einfahrt abbog, Corinne nahm mal an, dass es eine war, obwohl nichts darauf hindeutete, glühten im Licht der Frontscheinwerfer dicht über dem Boden mehrere gelbe Augenpaare auf, und es raschelte im dichten Gebüsch, als sich die Sumpfkreaturen in die Dunkelheit ihres wilden Lebensraumes zurückzogen. »Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?« fragte Corinne, als Hunter tief in die Dunkelheit hineinfuhr. »Sieht nicht wie eine Gegend aus, wo jemand ein Haus hinstellen würde?« »Irrtum ausgeschlossen«, antwortete er. »Hier wohnt Emily Dupree.« Es war das erste Mal, dass er auf der Fahrt etwas zu ihr gesagt hatte. Jetzt war er wieder ganz der teilnahmslose Soldat. Nicht, dass sein geschäftsmäßiger Ton sie überraschen sollte, so wie die Dinge vorhin zwischen ihnen gelaufen waren. Sie hätte gern darüber geredet, ihm ihre Panikreaktion erklärt, nachdem doch zuerst alles so angenehm, so unglaublich lustvoll gewesen war. Aber dann war es ihr doch so peinlich gewesen, dass sie lieber geschwiegen hatte. Das und ihr abgrundtiefer Schreck, den Namen ihres Sohnes aus Hunters Mund zu hören. Darauf war sie nicht vorbereitet gewesen und war es nach wie vor nicht. In ihr hatte sich der Instinkt gemeldet, ihr Kind zu schützen und seine Existenz zu leugnen, wenn sie ihn so vor Entdeckung und Schaden schützen konnte. Genauso wie ihre Hand vor einer offenen Flamme zurückzucken würde. Die Lüge war ein Reflex gewesen, und nun klaffte sie zwischen ihr und Hunter wie ein gähnender Abgrund. Sie wandte den Blick von seinem undurchdringlichen Gesicht ab, als der Wagen langsamer wurde und die Scheinwerfer auf die verwitterten grauen Holzschindeln eines rustikalen, alten Hauses fielen, das sich tief zwischen die geisterhaften, moosbehangenen Bäume schmiegte. Eine ältere schwarze Frau in einer geblümten Kittelschürze stand auf der überdachten Veranda und sah sie kommen. Sie hatte die Arme über ihrem üppigen Busen verschränkt, aber als sich der Wagen näherte und anhielt, hob sie die Hand und winkte ihnen langsam zur Begrüßung zu. Hunter stellte den Motor ab und ließ die Wagenschlüssel in die Tasche seines Ledermantels gleiten. »Warte hier, bis ich dir sage, dass es okay ist, rauszukommen.« Als sie aus dem Wagen stieg und zum Haus hinüberging, um die alte Frau zu begrüßen, fragte sich Corinne, was um alles in der Welt ihnen hier schon gefährlich werden konnte. Aber an seiner Körperhaltung, der harten Linie seiner Schultern und seinem lockeren Gang erkannte sie, dass es seine Ausbildung war, die eben seine Handlungen bestimmte. Nachdem sie so viele Stunden auf so engem Raum mit ihm verbracht hatte, fiel es ihr nur allzu leicht zu vergessen, wie riesig er war und wie tödlich er sein konnte. Er strahlte Gefahr aus, selbst ohne seine spezielle Ausbildung, die ihn zu einem von Dragos tödlichsten Fußsoldaten gemacht hatte. Nachdem sie seinen Mund so sanft auf ihrem gespürt hatte, vergaß sie nur allzu leicht, wie gnadenlos seine Hände sein konnten, wenn er Feindaktivität spürte oder vermutete. Er ging einfach kein Risiko ein, egal wie klein es schien. Corinne wollte seine Vorsicht als unbegründet abtun, aber wenn er übervorsichtig war, dann nur, weil er sie effektiv beschützen wollte. Wie sie jetzt mit einiger Beschämung erkannte. Er bewegte sich mit pantherartiger Geschmeidigkeit und militärischer Präzision. Und als er zu ihrer gütig lächelnden Gastgeberin hinaufging, machte sich Corinne einen Augenblick lang Sorgen, dass die alte Frau vor Schreck aufkreischen und vor ihm davonlaufen würde. Aber sie tat es nicht. Corinne hörte ihre tiefe, rauchige Stimme durch die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite. Sie hieß Hunter und sie willkommen und bat sie zu sich herein. Hunter sah sich zu Corinne um und nickte leicht. Dann kam er zu ihr herüber und öffnete ihr die Tür, bevor sie alleine aussteigen konnte. Er ging mit ihr zu der älteren Frau zurück und legte Corinnes Hand in ihre ausgestreckte Handfläche. Trübe, milchige Augen schossen hin und her, als Emily Dupree herzlich Corinnes Hand ergriff. Sie hatte ein breites, strahlendes Lächeln, das echte Herzlichkeit ausstrahlte, und als sie redete, war ihre heisere, alte Stimme angenehm und melodisch. »Hallo, Kleines!« Hunter stellte sie einander kurz vor, während Emilys blinde Augen sie in der Dunkelheit suchten. Sie tätschelte Corinne mütterlich die Hand. »Komm rein, Kind, ich hab den Wasserkessel aufgesetzt und schon den ganzen Mittag einen Gamboeintopf auf dem Herd.« »Klingt lecker«, sagte Corinne, und hatte keine Wahl, als Emily Dupree die knarrenden Verandatreppen hinaufzufolgen. Sie sah sich zur Hand da um. Er war zurückgeblieben, das Handy schon ans Ohr gedrückt. Vermutlich machte er Meldung beim Orden und ließ ihn wissen, dass sie ohne Zwischenfälle angekommen waren. Das Haus machte von außen nicht viel her, aber im Innern waren die Möbel neu und gepflegt, die Wände in warmen Erdfarben gestrichen und mit Kunstwerken und gerahmten Familienfotos von Jahrzehnten dekoriert. Besonders ein Bild fiel Corinne sofort ins Auge, als sie hinter Emily Dupree herging und darüber staunte, dass die alte Frau sich so völlig ohne Hilfe oder Zögern im Haus zurecht fand. Corinne blieb stehen, um sich das Foto genauer anzusehen. Es war keine neue Aufnahme. Den seltsamen Kleidern und dem Gelbstich nach musste es sogar schon alt sein. Aber das Gesicht der strahlenden jungen Frau mit der Afrofrisur war unverkennbar. Corinne hatte sie im Hauptquartier des Ordens in Boston getroffen. »Meine kleine Schwester Savannah«, bestätigte Emily Dupree, die zurückgekommen war und sich neben Corinne gestellt hatte. »Halbschwester eigentlich. Wir hatten dieselbe Mama. Gott hab sie selig.« »Das wusste ich gar nicht«, sagte Corinne und folgte der grauhaarigen Frau in ihre fröhliche, gelb gestrichene Küche im hinteren Teil des Hauses. Der Teekessel auf dem Herd hatte eben begonnen zu pfeifen. Emily tastete nach dem Schalter und stellte das Gas unter dem Kessel ab, während der abgedeckte Topf Gambo auf der Flamme daneben blubberte. Sie öffnete den Schrank und nahm zwei große Steinguttassen heraus. »Kennst du meine Schwester?«, fragte sie und fuhr mit ausgestreckten Fingern über die Arbeitsfläche, bis sie die Blechdose gefunden hatte, die dort stand. »Ich hab sie nur kurz kennengelernt«, antwortete Corinne, unsicher geworden, wie viel sie einer Außenstehenden vom Orden verraten durfte, selbst wenn es sich um ein Familienmitglied handelte.« Savannah machte einen sehr netten Eindruck. »Ja, mein Schwesterchen ist ein absoluter Schatz, das kann ich dir sagen«, bestätigte Emily, ein Lächeln in der Stimme. »Wir sprechen uns nur ein paar Mal im Jahr, aber jedes Mal ist es, als hätten wir eben erst aufgehört und als wäre sie nie fortgegangen.« Corinne sah zu, wie die alte Frau Teebeutel in die Tassen legte und dann nach einem Topflappen griff, der auf einem kleinen Saughaken vorne am Herd hing. Sie wollte schon ihre Hilfe anbieten, aber Emily Dupree kam wirklich bemerkenswert gut alleine zurecht. Mit dem Zeigefinger der einen Hand markierte sie den Tassenrand und goss das heiße Wasser ein, ohne sich zu verbrühen und ohne dass auch nur ein Tropfen daneben ging. Corinne selbst hätte es nicht besser hingekriegt. »Und wie geht es ihrem tollen Mann?« fragte Emily beiläufig und trug die beiden dampfenden Tassen zum Tisch hinüber. »Wenn du meine Schwester kennengelernt hast, musst du auch Gedien getroffen haben. Die beiden sind praktisch unzertrennlich seit ...« »Himmel, das müssen jetzt schon mindestens dreißig Jahre her sein.« Die alte Frau setzte sich und winkte Corinne, sich auf den Stuhl neben ihr zu setzen. Da sich Hunter draußen Zeit zu lassen schien, setzte sie sich und blies sachte über ihre Teetasse. »Hm«, machte Emily nachdenklich. Ihre blinden Augen blickten Gedanken verloren. »Kaum zu glauben, dass dieser Albtraum schon so lange her ist.« »Albtraum?« fragte Corinne und nippte vorsichtig an ihrem heißen Tee. Sie konnte nicht leugnen, dass sie neugierig geworden war, mehr zu erfahren. Nicht nur über diese Frau, die sie und Hunter so gastfreundlich aufgenommen hatte, sondern auch über das Paar, das offensichtlich ein so unverzichtbarer Bestandteil des Ordens war. »Ich denke nicht gerne daran zurück, Kind. Es war so ziemlich der schlimmste Augenblick meines Lebens.« Sie streckte die Hand aus, legte sie auf Corinnes und tätschelte sie. »Zu viel Blut wurde in dieser Nacht vergossen. Fast hätte es draußen in meinem Vorgarten zwei Tote gegeben.« »Ich wusste, dass Gedeon anders war, schon als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin. Das war natürlich Jahre, bevor mir das Alter das Augenlicht genommen hat. Ich wäre nie darauf gekommen, was er wirklich war, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.« »Diese Schusswunde hätte ihn eigentlich umbringen sollen, und Savannah auch, wenn er sie nicht gerettet hätte. Wenn er sie nicht ins Handgelenk gebissen und ihr sein Blut gegeben hätte.« Corinna tappte sich dabei, dass sie den Atem angehalten hatte und gebannt lauschte. »Sie haben mit angesehen, wie er sie mit seinem Blut genährt hat? Sie wissen, was er ist, Emily?« »Stammesvampir,« die alte Frau nickte. »Ja, das weiß ich. Sie haben mir alles anvertraut in dieser Nacht, sich mir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und dieses Geheimnis werde ich mit ins Grab nehmen, wenn meine Zeit gekommen ist.« Emily trank von ihrem Tee. »Der Mann da draußen. Er ist auch einer von Gedeihens Spezies. Sogar eine blinde, alte Frau wie ich merkt das. Er strahlt so eine dunkle Energie aus. Ich habe sie gespürt, noch bevor er aus dem Wagen gestiegen ist.« Corinne starrte in ihre Tasse. »Hunter kann ein bisschen furchteinflößend wirken, aber ich habe das Gute in ihm gesehen. Er ist ehrenhaft und mutig, genau wie Savannas Gideon.« Emily stieß ein leises Schnauben aus. Immer noch hielt sie Corinnes rechte Hand und rieb müßig mit dem Daumen über das Muttermal in Form einer Träne, die in die Wiege einer Mondsichel fiel. Sie fuhr seine Konturen nach, und Corinne erkannte, dass sie es studierte. »Genau wie Iris,« murmelte sie, und ihre glatte Stirn furchte sich. »Sibanna hat genau dasselbe Muttermal, nur ist Iris auf dem linken Schulterblatt.« »Mama«, sagte immer, »dorthin haben die Feen sie geküsst, bevor sie sie in Mamas Bauch gelegt haben. Aber Mama war selbst ein wenig von den Feen geküsst.« Corinne lächelte. »Jede Stammesgefährtin hat dieses Muttermal irgendwo an ihrem Körper.« »Hm-hm«, sann die alte Frau. »Dann sind du und Savannah wohl auch so eine Art Schwestern, nicht?« »Schätze, ja«, stimmte Corinne ihr zu, gewärmt vom Tee und der freundlichen Akzeptanz ihrer Gastgeberin. »Wohnen Sie hier schon lange, Emily?« Sie nickte mit ihrem grauen Zopf. »Zweiundsiebzig Jahre und keinen Tag weg gewesen. Ich bin im Zimmer nebenan auf die Welt gekommen, genau wie Savannah. Aber als sie ankam, war ich schon groß und alt genug, um bei ihrer Geburt zu helfen. Ich bin vierundzwanzig Jahre älter als meine kleine Schwester.« »Zweiundsiebzig«, dachte Corinne und musterte das alte Gesicht und das silbergraue Haar. Wenn man sie in Dragors Laborgefängnis nicht die ganze Zeit mit dem Blut des ältesten Zwangs gefüttert hätte, wäre ihr Körper mittlerweile etwa zwanzig Jahre älter und gebrechlicher als der von Emily Dupree. Es kam ihr jetzt merkwürdig vor, dass ausgerechnet das, was sie aus tiefster Seele verabscheute, die lebensspendenden Nährstoffe einer außerirdischen Kreatur, ihr ermöglicht hatten, Dragors Folter zu überleben. So war sie jung und stark geblieben, als sie sich einfach nur hatte hinlegen und sterben wollen. Und wegen dieses außerirdischen Bluts hatte sie irgendwo da draußen einen Sohn, ein Stück ihres Herzens, das ihr nun immer weiter zu entgleiten drohte. »Haben Sie noch mehr Familie?«, fragte sie Emily, als der Schmerz in ihrer Brust größer wurde, als sie glaubte, ertragen zu können. Die alte Frau strahlte. »Aber ja, zwei Töchter und einen Sohn und acht Enkelkinder. Meine Familie lebt jetzt in der ganzen Gegend verstreut. Die Kids haben den Sumpf nie so geliebt wie ich. Sie haben ihn nicht so in Fleisch und Blut wie ich und mein verstorbener Mann. Sie sind in die Stadt gezogen, sobald sie konnten. Oh, sie kommen fast jede Woche vorbei und schauen nach mir, ob ich klarkomme und helfen mir mit dem Haus. Aber es ist nie genug, besonders je älter ich werde. Wenn man alt wird, möchte man alle seine Lieben so nah bei sich haben wie nur möglich.« Corinne lächelte und drückte ihr sanft die warme, faltige Hand. In diesem Augenblick kam ihr nur allzu gelegen, dass die alte Frau blind war und die Träne in ihrem Augenwinkel nicht sah. »Ich glaube nicht, dass das eine Altersfrage ist, Emily.« Die alte Frau legte leicht den Kopf schief. In ihrem Gesicht breitete sich ein nachdenklicher Ausdruck aus. »Du hast dein Kind wohl schon sehr lange nicht mehr gesehen.« Corinne erstarrte und fragte sich plötzlich, ob diese trüben Augen nicht doch mehr sahen, als sie annahmen. Obwohl sie sich völlig lächerlich vorkam, hob sie ihre freie Hand und wedelte kurz vor Emilys Augen herum. Keine Reaktion. Hatte die alte Frau irgendwie ihre Gedanken gelesen? Sie sah über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass Hunter außer Hörweite war. »Woher wissen Sie?« »Oh, ich bin keine Hellseherin, wenn du das meinst«, sagte Emily mit einem leisen Kichern. »Savanna ist die einzige in unserer Familie, die wirklich übersinnliche Fähigkeiten hat. Laut unserer Mama war das Mädel mehr Zigeunerin als Cajun, aber wer weiß das schon. Savannas Vater war kaum mehr als ein Gerücht in unserer Familie. Mama hat praktisch nie von ihm erzählt. Und was mich angeht, bin ich einfach nur lange genug Hebamme gewesen, um zu erkennen, wenn eine Frau geboren hat. Etwas ändert sich an Frauen, wenn sie ein Kind auf die Welt gebracht haben. Wenn man für solche Dinge sensibel ist, kann man sie spüren. Ich schätze, es ist einfach Intuition.« Corinne versuchte nicht, es zu leugnen. »Ich habe meinen Sohn seit seiner Geburt nicht mehr gesehen. Man hat ihn mir kurz darauf weggenommen. Ich weiß nicht einmal, wo er jetzt ist.« »Kind«, keuchte Emily. »Das tut mir so leid für dich. Und auch für ihn, denn ich kann spüren, dass du ihn sehr lieb hast. Du musst ihn finden und darfst dabei die Hoffnung nicht aufgeben.« »Er bedeutet mir alles«, antwortete Corinne leise. Aber selbst als sie das sagte, wusste sie, dass es nicht ganz richtig war. Denn auch jemand anders hatte inzwischen begonnen, ihr etwas zu bedeuten. Jemand, dem sie die Wahrheit anvertrauen wollte. Jemand, den sie zurückgewiesen und angelogen hatte, während er ihr nichts als Zärtlichkeit bewiesen hatte. Und davon war ihr ganz elend. Sie hasste die Wand, die er zwischen ihnen errichtete, und wollte sie einreißen, bevor sie noch höher wurde, selbst wenn das bedeutete, dass sie sich ihm völlig offenbaren musste. Sie wollte ihm vertrauen, und das bedeutete, dass sie ihm eine Chance geben musste. Und entweder lag sie damit richtig, oder sie täuschte sich in ihm. Sie wusste nur, dass sie das riskieren musste. »Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Emily. Ich will mal nachsehen, wo Hunter so lange bleibt.« Als die alte Frau zustimmt nickte, stand Corinne vom Tisch auf und ging in den vorderen Teil des Hauses zurück. Noch bevor sie hinaus auf die Veranda gekommen war, sah sie, dass Hunter und der lilafarbene Wagen fort waren. Er war auf seine Mission aufgebrochen, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Murdoch kam mit einem erstickten Schrei zu sich. Chase sah zu, wie der Vampir an seiner Kette mit den Armen ruderte und versuchte, sich zu befreien. Er hatte ihn am Dachbalken eines alten, leeren Getreidespeichers, irgendwo am Arsch der Welt, etwa zwei Meter über dem Boden an den Knöcheln aufgehängt. Aus den stundenalten Schnittwunden und Prellungen, die seinen nackten Körper übersäten, tropfte immer noch Blut auf den Boden. Die Luft im Speicher war bitterkalt. Eine zusätzliche Folter für den Bastard, der sich störrisch geweigert hatte, Chase zu sagen, was er wissen wollte. Fast den ganzen Tag, den sie in diesem rattenverseuchten Unterschlupf verbracht hatten, hatte Chase versucht, aus Agent Murdoch Informationen herauszuprügeln. Ohne Erfolg. Als draußen die vorne untergegangen war und sein Durst sich wieder gemeldet hatte, war Chase dünner Geduldsfaden gerissen. Er hatte Murdochs eigenes Messer genommen und versucht, die Wahrheit stückweise aus ihm herauszuschneiden. Irgendwann war der Vampir ohnmächtig geworden. Chase hatte es zuerst gar nicht bemerkt. Erst als seine eigene Hand vom Blut des anderen Mannes rot und glitschig war, der riesige Körper schlaff herabhing und auf Schmerzen nicht mehr reagierte. Und so hatte Chase die Klinge wieder hingelegt und gewartet. Nun beobachtete er, wie Murdoch mühsam zu sich kam. Seine Ketten klirrten in dem engen Unterschlupf. Er hustete und spuckte Blut auf den Boden. Auf dem verdreckten Beton hatte sich bereits eine riesige Blutlache gebildet, die schon gerann, und Blut und Pisse verwandelten die schimmligen Überreste von uraltem Viehfutter und den eisüberkrusteten Rattenkot in eine aufgeweichte Masse. Die glänzende rote Pfütze frischer roter Zellen zog seine Augen magisch an. Er sehnte sich danach, die Aufgabe einfach zu vergessen, die er hier zu Ende bringen musste und stattdessen nach draußen auf die Jagd zu gehen. Murdoch bäumte sich auf, schlug um sich und zischte, als seine trüben Augen auf Chase fielen, der ihn von der anderen Seite des Getreidespeichers mit unverwandtem Blick betrachtete. »Bastard«, brüllte er, »du hast keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst.« Chase schlang sich das Ende der anderen langen Kette, die er Murdoch in einem Slipknoten um den Hals gelegt hatte, fester um die Faust und riss hart daran. »Heißt das, du spuckst endlich aus, was ich von dir wissen will!« Er stand auf und wickelte sich beim Näherkommen langsam die Kette um die Faust. In einem knappen Meter Entfernung blieb er stehen. »Wie ist deine Verbindung zu Dragos? Und ich warne dich. Sag mir noch einmal, der Name sagt dir nichts, und ich schlage dir deine verdammte Fresse zu Brei, und zwar so lange, bis du auspackst!« Murdoch stieß ein wütendes Knurren aus. Seine schmalen, blutverkrusteten Augen glühten Bernsteinfarben. »Er bringt mich um, wenn ich mit dir rede!« Chase zuckte die Schultern. »Und ich bringe dich um, wenn du's nicht tust. Klassische Zwickmühle! Und da ich hier die Kette halte und dich mit diesem Messer in kleine Häppchen schneide, schlage ich vor, du reizt mich jetzt nicht weiter.« Murdoch stachte ihn wütend an. Er hatte die Zähne zusammengebissen, aber in seine glühenden Augen war jetzt eine Spur Angst getreten. »Es gibt andere, die näher an Dragos Operation dran sind als ich. Was immer du suchst, ich bin nicht derjenige, der dir weiterhelfen kann.« »Aber leider bist du gerade der Einzige, den ich habe. Also strapaziere meine Geduld nicht länger und rede endlich.« Um seinen Worten den nötigen Nachdruck zu verleihen, wickelte sich Chase die Kette enger um die Faust. Scheiße, er hasste es, dem Mann so nahe zu sein. Nicht nur, weil er den starken Drang hatte, dem Sportsfreund wegen seiner Blutclub-Aktivitäten den Schädel einzuschlagen, von seinen anderen Perversionen ganz zu schweigen, sondern wegen all dieses gottverdammten Bluts. Obwohl Stammesblut für die eigene Spezies keinen Nährwert hatte, zischte der wilde Teil von Chase beim Anblick und Geruch von so viel frischem Hämoglobin wie eine Wiebe in seiner Magengrube. Murdoch konnte kaum entgehen, dass Chase' Fänge vollständig ausgefahren waren und in seinen Augen dasselbe bernsteinfarbene Feuer loderte wie in seinen eigenen, zugeschwollenen Augenschlitzen, wenn auch nicht aus Schmerz, Angst oder Wut, sondern von seinem Hunger, der ihn mittlerweile praktisch ständig in seinen eisernen Klauen hielt. Dieser wilde Teil von ihm fauchte, als er sich zwang, sich ganz nah vor Murdoch zu stellen. »Sag mir, wo ich Dragos finde?« Als die Antwort nicht schnell genug kam, riss Chase den Arm zurück und rammte Murdoch die Kettenumwickelte Faust wie einen Hammer gegen die Schläfe. Der Vampir heulte auf und spuckte mit einem dunkelroten Blutschwall einen Zahn aus. Chase' Magen verkrampfte sich heftig, und eine wilde, böse Euphorie schoss ihm durch die Adern, als er zusah, wie Murdoch noch mehr Blut auf den Betonboden erbrach. Eine kranke Schadenfreude drängte ihn, zu einem weiteren Schlag auszuholen, den wimmernden Mistkar zu breit zu schlagen, wie er es verdiente. Es erschreckte ihn, wie mächtig die Dunkelheit in ihm wurde, wie unglaublich brutal er geworden war und wie tief der Wahnsinn nun schon in ihm wurzelte. Tatsächlich entsetzte es ihn. Er zwang das Gefühl mit aller Kraft nieder, streckte die Hand aus und packte Murdoch am Kinn. Es kostete ihn Anstrengung, seine Stimme zu finden, während diese wilde, innere Schlacht in ihm tobte, und als er endlich redete, klang seine Stimme rau und heiser. Er bleckte die Lippen von Zähnen und Fängen und fauchte. »Wo ist Dragos?« »Ich weiß es nicht«, keuchte Murdoch. Chase hob den Kettenschlagring, um wieder zuzuschlagen. »Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß nur, dass er den Orden vernichten will.« »Was du nicht sagst«, unterbrach Chase ihn knapp. »Jetzt erzähl mir endlich was, was ich noch nicht weiß. Sonst mach ich kurz einen Prozess mit dir.« Murdoch holte ein paar Mal hastig Atem. »Okay, okay. Er hat einen Plan. Er will euch alle loswerden, den ganzen Orden. Er sagt, das muss er, denn nur dann hat er eine Chance, seinen Masterplan erfolgreich durchzuführen.« »Masterplan?«, wiederholte Chase und hatte das Gefühl, dass er jetzt endlich weiterkam. »Was zur Hölle hat Dragos vor?« »Bin mir nicht sicher. Ich gehöre nicht zum inneren Kreis. Ich war einem seiner Leutnants, unterstellt, der aus Atlanta nach Boston kam. Er war auch Friens Vorgesetzter.« »Wie hieß dieser Leutnant?«, fragte Chase. »Und wo finde ich ihn?« »Den kannst du streichen«, antwortete Murdoch. »Seit letzter Woche hat niemand mehr von ihm gehört. Also durfte er Dragos verärgert haben, und das überlebt keiner. Dragos gibt niemandem die Chance, ihn zweimal zu enttäuschen.« Chase knurrte einen Fluch. »Okay. Dann erzähl mir mehr von diesem inneren Kreis. Wer gehört noch dazu?« Murdoch schüttelte den Kopf, und ein Regen von Blutstropfen ging auf Chase' Stiefel nieder. »Niemand weiß, wer ihm so nahe steht. Da ist er sehr vorsichtig.« »Was genau will er gegen den Orden unternehmen?« »Ich weiß es nicht. Irgendwas Großes, an dem er schon eine Weile arbeitet, wie man hört. Er hat versucht, das Hauptquartier zu orten. Bevor Frayne getötet wurde, hat er was von einem Lockvogel erwähnt. Eine Art Trojaner.« »Ach du Scheiße«, murmelte Chase. Ein schrecklicher Verdacht stieg in ihm auf, als er überlegte, wie Dragos so etwas angehen würde. Durch den Nebel seines bohrenden Hungers dachte er an die Nacht von Kellen Arkers Rettungsaktion zurück. Nach der Vernichtung von Lazaro Arkers dunklem Hafen war dem Orden nichts anderes übrig geblieben, als die beiden überlebenden Mitglieder der Familie zu ihrem Schutz im Hauptquartier aufzunehmen. War die ganze Sache etwa genau so gelaufen, wie von Dragos geplant? Konnte dieser Bastard diesen Vorfall benutzt haben, um irgendwie an das Hauptquartier des Ordens heranzukommen? Um was zu tun? Die Möglichkeiten waren endlos, und jeder einzelne fuhr ihm wie ein eiserner Spieß in den Magen. Chase musste sich konzentrieren, um seine Aufmerksamkeit wieder dem Verhör zuzuwenden. »Was weißt du noch über seine Pläne?« »Das ist alles, mehr weiß ich nicht.« Chase warf dem Vampir einen schmalen Blick zu. Seine Wut und sein Argwohn flackerten wieder auf, und er schüttelte den Kopf. »Ich glaube dir nicht. Vielleicht muss ich dir doch noch etwas auf die Sprünge helfen.« Wieder rammte er Murdoch die Faust gegen den Kopf. Ihm platzte die Wange auf, und beim Anblick und Geruch von noch mehr Blut konnte Chase ein tierhaftes Knurren nicht unterdrücken. »Rede endlich, verdammt!« zischte er, und der letzte Rest seiner Menschlichkeit wurde von der Bestie in ihm verschlungen. »Ich frage dich zum allerletzten Mal.« Jetzt endlich wirkte Murdoch überzeugt. Er hustete, ein nasses, gebrochenes Geräusch. »Dragos unterwandert die Exekutivbehörden der Menschen. Er hat jede Menge Lakaien bei der Polizei gemacht, die für ihn Augen und Ohren offen halten. Und in letzter Zeit spricht er viel von einem Politiker, diesem neuen Senator, der vor kurzem gewählt wurde.« Die Politik der Menschen war Chase schon lange herzlich gleichgültig. Aber selbst er hatte schon von dem vielversprechenden jungen Cambridge-Absolventen gehört, der für einen schnellen Aufstieg in die Bundespolitik bestimmt schien. »Wie kommt der hier ins Spiel?« fragte Chase. »Da musst du schon Dragos fragen,« nuschelte Murdoch durch seine aufgeplatzte Lippe und den anschwellenden Kiefer. »Was immer er plant. Dieser Clarence dürfte eine wesentliche Rolle spielen.« Chase dachte einen Augenblick darüber nach. Dann starrte er den Agenten voll Verachtung an. »Bist du sicher, dass das alles ist, was du mir sagen kannst?« »Ich erfahre nicht noch was Interessantes, wenn ich dir auf der anderen Seite auch noch ein Loch in deinen kranken Schädel prügle.« »Ich hab dir alles gesagt. Ich weiß nicht mehr. Ich geb dir mein Ehrenwort.« »Dein Ehrenwort?«, murmelte Chase leise. »Denkst du im Ernst, ich geb einen Scheiß auf das Ehrenwort eines pädophilen Mitglieds im Blutclub, der sich mit krankem Abschaum wie Dragos gegen seine eigene Spezies verschworen hat.« In Murdochs Augen trat ein wachsamer, besorgter Glanz. Sein starker Südstaaten-Akzent wurde noch verstärkt vom Blut, das ihm aus dem Mundwinkel ran. »Du hast gesagt, du willst Informationen, und ich hab sie dir gegeben. Fair ist fair, Chase. Mach mich los. Lass mich gehen.« Chase lächelte, ehrlich belustigt. »Dich laufen lassen. Aber nicht doch. Für dich ist es hier zu Ende. Die Welt wird ein viel besserer Ort sein, ohne solche wie dich.« Murdoch antwortete mit einem panischen Kichern, als wäre ihm klar geworden, dass er keine Hoffnung hatte, hier lebend herauszukommen. »Oh, das ist ein starkes Stück, Sterling Chase. Deine Selbstgerechtigkeit kennt keine Grenzen, was? Die Welt wird ein besserer Ort ohne mich darin. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut, mein Alter? Ich mag ja sein, was du mich genannt hast, aber du selbst bist auch nicht besser.« »Fresse«, knurrte Chase. »Denkst du, mir ist nicht aufgefallen, dass deine Augen die reinsten Hochöfen sind, und deine Fänge sind inzwischen ständig ausgefahren. Hab ich recht?« »Ich hab gesagt, du sollst deine Fresse halten, Murdoch.« Aber er tat es nicht. Verdammt, der Kerl hielt einfach nicht sein Maul. »Wie tief kann so ein Junkie wie du sinken? Du bist doch kurz davor, hier auf allen Vieren zu gehen und mein Blut von diesem zugekackten Betonboden aufzuschlabbern. Wenn deine selbstgerechten Kumpels vom Orden dich so sehen könnten. Ein Rogue, wie er im Buche steht. Tu der Welt deinen Gefallen und befreie sie von dir.« Das war mehr, als Chase tolerieren konnte. Er konnte es nicht ertragen, die Wahrheit zu hören, schon gar nicht von Abschaum wie Murdoch. Er schmetterte dem Vampir seine kettenbewehrte Faust ins Gesicht und brachte seinen Körper an der Kette zum Schwingen. Dann riss er Murdoch zurück und drosch so lange gnadenlos auf ihn ein, bis sein Gesicht zu einer blutigen Masse geworden war. Bis Murdochs Körper leblos herabhing und er seine schreckliche Stimme für immer zum Schweigen gebracht hatte. Chase ließ die Kette von seiner pulsierenden Faust fallen. Dann löste er die Kette an der Murdoch hing. Mit einem schweren Rums schlug die Leiche auf dem Boden des alten Getreidespeichers auf. Die Kette rasselte hinterher. Chase drehte sich um und ging hinaus. Das Tor ließ er für die anderen nächtlichen Raubtiere offen, damit sie sich an dem Kadaver satt fressen konnten. Und was dann noch von Murdoch übrig blieb, würde die Morgensonne beseitigen. Würde die Morgensonne beseitigen. Ausnahmsweise sieht's mal so aus, als hätten wir Glücklücken. Gideon stand in der Mitte des höhlenartigen Luftschutzbunkers unter Lazaro Akers dunklem Hafen aus der Zeit des Kalten Krieges, einige Stunden nördlich von der Stadt Augusta in Maine gelegen. Wie Acker ihm schon gesagt hatte, konnte die Anlage es in Größe und Komplexität auch nicht annähernd mit dem Hauptquartier des Ordens aufnehmen, aber Luken musste Gideon zustimmen. Sie war die beste und einzige Ausweichmöglichkeit, die sie im Augenblick zur Verfügung hatten. Auf einem abgelegenen, von unberührtem Wald bedeckten 80 Hektar Grundstück versteckt, das in den letzten Jahrhunderten vermutlich mehr Elche und Schwarzbären als Menschen gesehen hatte, war das Anwesen praktisch unauffindbar. Das Haus selbst war eine Festung aus Stein und dicken Balken mit zehn Zimmern auf 750 Quadratmetern, rustikal verglichen mit dem eleganten Herrenhaus des Ordens in Boston oder der luxuriösen Stadtvilla, in der Lazaro Acker und seine Familie vor Dragos Vernichtungsschlag gelebt hatten. Das umliegende Gelände war abweisend und undurchdringlich, es bildete eine natürliche Umfassungsmauer aus hoch aufragenden Fichten und dichtem, dornigem Unterholz. »Ich wünschte, ich könnte euch mehr bieten«, sagte Acker neben Luken. Sein kantiges Gesicht wirkte faltig im blassen Licht der Sicherheitslampe an der Decke des Tunnels, der hinauf ins Haus führte. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie tief ich die Rolle meiner Familie in Dragos' Plänen bedaure, dass er Kellen als Köder benutzt hat.« »Vergiss es«, antwortete Luken. »Ohne Dragos wäre keiner von uns jetzt in dieser Lage. Und was dieses Anwesen angeht, »wie Gideon schon sagt, schafft es für uns einen Vorteil, den wir gerade bitter nötig haben.« Acker nickte, als die drei ihren Marsch durch den langen, unterirdischen Tunnel wieder aufnahmen. »Obwohl das Haus all die Jahre nicht bewohnt wurde, hat eine hiesige Firma sich in meinem Auftrag um Pflege und Instandhaltung gekümmert.« »Lass sie wissen, dass ihre Dienste nicht länger benötigt werden«, antwortete Luken. »Wenn du sie ausbezahlen musst, um den Vertrag zu kündigen, lass es mich wissen und ich veranlasse das. Der Orden übernimmt alle entstehenden Kosten.« »In Ordnung«, sagte Acker. »Was denkt ihr, wie bald ihr mit dem Umzug beginnen könnt?« Luken warf Gideon einen schmalen Blick zu. »Kannst du die erste Ladung Ausrüstung für morgen Nacht zum Transport fertig machen?« Über dem Rand seiner hellblau getönten Sonnenbrille blickten Gideons Augen scharf und entschlossen. »Knapper Zeitplan ist aber machbar. Wegen des Materials und der Dicke der Wände hier unten durfte WLAN nicht funktionieren, und ich muss alles auf Koaxialkabel umstellen, aber doch, das kriege ich bis morgen Nacht schon hin.« Luken nickte. »Dann sind wir im Geschäft.« Gideon trat zu Acker hinüber. »Bevor wir wieder fahren, würde ich mir gern dein Sicherheitssystem hier unten noch mal ansehen, Lazaro.« »Ja, natürlich.« Während sich Gideon und Acker über weitere Einzelheiten des Anwesens unterhielten, vibrierte Lukens Handy in seiner Manteltasche. Er nahm den Anruf entgegen. Es war Gabriel. »Was gibt's, Süße?« fragte er. »Alles okay zu Hause?« »Äh, ja und nein,« antwortete sie. Selbst wenn ihr zögerlicher Tonfall sie nicht verraten hätte, hätte er sofort gespürt, dass etwas nicht stimmte. Durch die Blutsverbindung zu seiner Stammesgefährtin spürte Luken den Mix von Aufregung und Nervosität in ihren Adern wie seine eigene. »Was ist los?« »Es ist Tess,« sagte sie. »Luken, sie hat Wehen. Das Baby kommt.« Hunter ließ den gestohlenen El Camino in mehreren Meilen Entfernung von Emily de Pree's Haus im Sumpf stehen und ging die restliche Strecke nach New Orleans zu Fuß zurück. Im ersten von Henry Vachons Häusern war niemand, und so machte er sich daran, die anderen dunklen Häfen aufzusuchen, deren Adressen Gideon ihm gegeben hatte. Nach über einer Stunde Erkundungstrip hatte er nur in Erfahrung gebracht, dass Henry Vachon einen fürstlichen Lebensstil pflegte. Sein Anwesen war groß genug für ein Dutzend Leute, wurde aber nur von ihm und einem kleinen Wachtrupp gewöhnlicher Stammesvampire bewohnt. Hunter pirschte sich an die hintere Seite des Hauses heran und reduzierte ihre Zahl um drei, indem er den an der Tür postierten Männern effizient die Kehlen durchschnitt. Er schlich sich in das ehemalige Dienstbotenquartier und ging dann rasch und geräuschlos die Treppe in den ersten Stock des Anwesens hinauf. Oben erwartete ihn ein Gen-1-Killer. Hunter hatte die Klinge immer noch in der Hand und warf sie, aber der andere Mann war genauso gut ausgebildet wie er. Instinktiv spürte er den Angriff kommen und er schlug reflexartig den Dolch zur Seite. Hunter stemmte sich mit beiden Händen seitlich an die Treppenwand und holte zu einem Tritt aus, als sich sein Gegner eben auf ihn stürzen wollte. Sie prallten im Flug zusammen, landeten hart auf der Treppe und rollten ein paar Stufen hinunter, bis Hunter es schaffte, die Oberhand zu bekommen. Er hatte noch eine Klinge in seinem Waffengürtel. Jetzt zog er sie und schlitzte dem Gen-1 mit einer raschen Handbewegung den Hals auf, schnitt durch schwarze Nylon-Kampfmontur, Haut, Muskeln und Knochen. Der Killer sank zusammen und blutete auf der Treppe aus. Und Hunter stand wieder auf und stieg zum Wohnbereich des Hauses im ersten Stock hinauf. Hinter einer geschlossenen Tür am Ende des Flurs hörte er eine Bewegung. Er stapfte auf die Tür zu und trat sie aus den Angeln. Als die Holzsplitter auf den eleganten Teppich eines luxuriösen Schlafzimmers hinabregneten, sah er im Augenwinkel eine Gestalt hastig im Badezimmer nebenan verschwinden. Im nächsten Sekundenbruchteil war Hunter ihr gefolgt. Henry Vichon kauerte auf dem Marmorboden zwischen dem vergoldeten Toilettensitz und der tiefen, in den Boden eingelassenen Badewanne. Er hatte ein Handy in der Hand und tippte hektisch in die winzige Tastatur. Hunter hob die Faust, ließ die blutige Klinge fliegen und trennte ihm einen Finger ab. Der Vampir zischte auf vor Schmerzen, die Augen panisch vor Überraschung und Angst. Das Handy glitt ihm aus der Hand und zersprang auf dem harten, glänzenden Steinboden. »Was zur Hölle suchst du hier?« fragte Vichon schrill. »Was willst du von mir?« Hunter legte den Kopf schief. »Das dürftest du doch wissen. Ich will Informationen.« »Du bist ein Idiot, wenn du denkst, dass ich dir irgendwas sage!« konterte Vichon und umklammerte schützend seine verstümmelte Hand. Auf seinem weißen Seidenhemd breitete sich ein Blutfleck aus wie eine aufblühende Blume, und auch seine maßgeschneiderte graue Hose hatte schon Blutflecken. »Solche wie du können meine Loyalität nicht brechen. Die nehme ich mit mir ins Grab!« Hunter trat einen Schritt näher, von der Herausforderung völlig unbeeindruckt. »Ich kann dir auf über hundert Arten maximalen Schmerz zufügen, ohne dich zu töten. Und ich kenne hundert weitere, die dich dazu bringen werden, um den Tod zu betteln. Eine davon wird dir schon die Zunge lösen.« Vichon stand unbeholfen in der Ecke auf. Seine Socken waren blutgetränkt und der Marmorboden spiegelglatt. »Ist der Orden den Preis wert, den du dafür bezahlen wirst, dir Dragos zum Gegner zu machen? Du machst dich zur Zielscheibe, wenn du den verrätst, der dich geschaffen hat, Killer!« Hunter schüttelte den Kopf. »Dragos hat gar nichts erschaffen. Er ist ein Zerstörer und feigling und wahnsinnig außerdem. Er ermordet Unschuldige und foltert hilflose Frauen und Kinder. Dragos und alle seine Anhänger werden schon sehr bald tot sein. Und was dich angeht, Henry Vichon, wird es mir ein Vergnügen sein, dich mit eigenen Händen ins Jenseits zu befördern.« Die Miene des Mannes veränderte sich ein wenig. Zwischen seinen Brauen bildete sich eine steile Falte. »Mich? Was hab ich dir getan?« »Nicht mir, sondern ihr«, antwortete Hunter und fand es seltsam schwer, die Wut aus seiner Stimme herauszuhalten. »Der kleinen Bischop?« Vichon wirkte ehrlich erstaunt, aber nur einen Augenblick. Dann verzog er die Lippen zu einem obszönen Lächeln. »Ach ja, die gefällt dir wohl, was? Der würdest du wohl gern an die Wäsche. Ja, da muss ein Mann schon blind sein, um das nicht zu wollen. Sogar so einer wie du, der als Maschine erzogen wurde.« In Hunter flackerte heiße Wut auf, aber er schluckte den Köder nicht. Sollte Vichon nur von ihm denken, was er wollte. Seine Meinung und seine ganze Existenz waren nicht von Bedeutung. »Dragos plant einen Angriffsschlag gegen den Orden. Du wirst mir sagen, wann, wo und wie er ausgeführt werden soll.« Vichon starrte ihn nur an. Ein beunruhigendes Glitzern lag in seinen dunklen Augen. »Hast du sie gefickt, Killer? Oder würdest du nur gerne?« »Es wurde ein Sender in den Magen eines Zivilisten eingeführt«, fuhr Hunter fort und ignorierte die Bemerkung, wenn auch mit zusammengebissenen Zähnen. »Wenn Dragos diesen Sender benutzen will, um das Hauptquartier des Ordens zu orten, hat er vor, es zu stürmen. Oder plant er gleich einen Vernichtungsschlag?« »Die Kleine ist schon eine scharfe Nummer«, schnurrte Vichon. »Glaub mir, ich weiß, wie seine Frau einem Mann den Kopf verdreht, dass er vergisst, wer und was er wirklich ist. Wie viel Disziplin es braucht, um so einer heißen, engen Muschi zu widerstehen.« »Rede nicht von ihr«, fuhr Hunter ihn an, verblüfft, wie wütend er wurde, als er dieses Stück Scheiße, so obszön über Corinne sprechen hörte. Seine Augen brannten heiß und bernsteinfarben in seinem Schädel, und als er zu reden versuchte, merkte er überrascht, dass seine Fänge voll ausgefahren waren und ihre Rasiermesser scharfen Spitzen sich in seine Zunge bohrten. In mörderischer Wut starrte er Henry Vichon an. »Du Abschaum stehst zu tief unter ihr, um ihren Namen auch nur zu erwähnen.« »Unter ihr?« Hunter gefiel das amüsierte Kichern gar nicht, das zwischen Henry Vichons schmalen Lippen hervordrang. »Ich war nicht unter ihr, ich hatte sie von vorne und von hinten, und das nicht nur einmal. Dragos und ich haben uns abgewechselt, als wir sie uns damals aus diesem Club in Detroit geholt haben. Temperamentvolles kleines Miststück. Sie hat gekämpft wie eine Furie, und das noch Jahre, nachdem er sie zu den anderen gesperrt hat. Genützt hat es ihr wenig.« Damit war es um den letzten Rest von Hunters Selbstbeherrschung geschehen. Er sprang Henry Vichon an und warf ihn so heftig gegen die Wand, dass von der Wucht des Aufpralls der glänzende Marmor sprang. In diesem Augenblick merkte er gar nicht, wie blind vor Hass er war, wie verloren an die Explosion seiner Wut, bis er Blut auf der Zunge schmeckte und sah, dass er Vichon seine Fänge und Zähne in den Hals geschlagen hatte. Mit einem wilden Schrei biss Hunter zu, durch Sehnen und tief in das empfindliche Fleisch. Er riss dem Vampir die Kehle auf und brachte seine schreckliche Stimme für immer zum Schweigen. Überall war Blut, in seinen Augen und seinem Haar. Es rann ihm übers Kinn und lief ihm wie bitteres Gift die Speiseröhre hinunter. Er starrte auf das Gemetzel hinunter, auf Vichons übel zugerichteten, zuckenden, verendenden Körper, den er immer noch in seinen blutigen Händen gepackt hielt. Und eine Sekunde lang wurde ihm seltsam schwindelig. Vor seinem inneren Auge blitzten Bilder auf. Vichon, der sich Corinnes langes, dunkles Haar um die Faust gewickelt hatte und sie niederhielt, während er sie vergewaltigte. Es war so deutlich, so gottverdammt realistisch. Wut brandete in Hunter auf. Er warf den Kopf zurück und heulte, während sich immer neue Bilder vor sein inneres Auge drängten. Vichon und Dragos, wie sie den Ältesten beobachteten, der gefesselt und betäubt auf einem langen Labortisch lag, und unweit davon war ein Käfig mit etwa zwei Dutzend Frauen. Die eingesperrten Stammesgefährten entschrien und weinten, als Enlakai eine von ihnen herauszerrte und zum Tisch führte wie ein Opferlamm zum Altar. Hunter stöhnte, ganz elend bei der Erkenntnis, was er da eben mit ansah. Aber wie war das möglich? Wieder sah er ein Bild vor sich. Dieses Mal war es Vichon, der im Schutz der dunklen Nacht die Verladung von schwerer Laborausrüstung in mehrere riesige Fernlaster überwachte. Zahllose Kisten wurden in die wartenden LKWs verladen, und Dragos stand dabei, kontrollierte den Vorgang und nickte zufrieden. Verdammt nochmal! Das waren Vichons Erinnerungen, die in seinem Blut gespeichert waren. Hunter hatte seinen widerlichen Geschmack immer noch auf der Zunge. Jetzt spürte er, wie seine Gabe zum Leben erwachte und sich ihm zum allerersten Mal in seinem Leben offenbarte. Er konnte die in ihrem Blut gespeicherten Erinnerungen anderer Stammesvampire sehen. Herr im Himmel! War das etwa seine Gabe, von der er sein ganzes Leben lang nichts gewusst hatte? Bei dieser Gewissheit wurde ihm ganz elend. Er wollte den bitteren Geschmack von Vichons Blut aus dem Mund bekommen, aber stattdessen stürzte er sich auf den zerfetzten Hals des Vampirs und trank weiter. Hals des Vampirs und trank weiter. Chase tippte die Nummer schon zum dritten Mal in den Tastenblock der öffentlichen Telefonzelle, dann stieß er wie auch die vorigen Male einen deftigen Fluch aus und knallte den Hörer auf die Gabel zurück, noch bevor es am anderen Ende zum ersten Mal geklingelt hatte. Scheiße! murmelte er und fuhr sich mit den Fingern über den Kopf, wo schon fast die ganze Nacht eine üble Migräne hämmerte. Er wusste, warum er die hatte. Derselbe schneidende Schmerz wütete auch in seinen Eingeweiden und drängte ihn, den Anruf zu vergessen, für den er doch sowieso zu feige war, und sich Produktiveren zuzuwenden. Sein Körper zitterte heftig vom Bedürfnis nach Nahrung. Er versuchte, den kalten Krampf in seinen Adern zu ignorieren, der seinen ganzen Körper zum Zittern brachte und ihn rastlos und nervös machte. Wenigstens seine Fänge hatten sich zurückgezogen, und seine Augen warfen keinen bernsteinfarbenen Schein mehr auf die schmutzige dunkle Ecke in der City, wo er stand. Auch spiegelten sich im abgeplatzten Chromgehäuse des Telefons keine geschlitzten Katzenaugen. Wenigstens war er noch nicht völlig verloren. Auch wenn dieser sengende Hunger ihn jetzt ständig in den Klauen hatte, noch hatte die Blutgier ihn nicht endgültig gepackt. Noch war er kein Rogue. Er war verdammt schlecht drauf, und er wusste es. Aber noch war sein Verstand nicht so zersetzt, dass er Murdochs Geständnis vergessen hätte, und was das für den Orden bedeutete, erschreckte ihn zutiefst. Wieder nahm er den Hörer ab und hämmerte die Nummer in die Tastatur, die ihn zu Gideons gesicherter Verbindung ins Hauptquartier umleiten würde. Als es am anderen Ende zu klingeln begann, hielt er den Atem an. Beim zweiten Läuten wurde abgenommen. »Ja?« Chase runzelte die Stirn, aus dem Tritt gebracht. Das war nicht Gideons vertrauter britischer Akzent. Er setzte zum Sprechen an, aber seine Stimme klang rostig. Seine Kehle war ausgedörrt und brannte vor Durst, den er jetzt unbedingt ignorieren musste. Er schluckte und versuchte es noch einmal. »Tagin, bist du das?« »Harvard«, antwortete der Gen-1-Krieger ausdruckslos. Es war keine Begrüßung und erweckte nicht einmal den Anschein von Freundlichkeit. »Was zur Hölle willst du?« Er wusste, dass er es nicht anders verdient hatte, aber es tat trotzdem weh. Chase holte tief Atem und stieß ihn langsam wieder aus. »Bin überrascht, dass du Telefondienst machst, Tagin,« sagte er und hoffte, dass er das Eis am anderen Ende etwas brechen konnte. »Gideon lässt doch sonst niemanden an sein Hightech-Spielzeug ran.« »Ich sag's nochmal, Harvard, was willst du?« So viel zum Thema Eisbrechen. Das hätte er sich eigentlich denken können. Schließlich war er derjenige, der den Orden verlassen hatte. Es gab keinen Grund, warum sie ihn zurücknehmen oder auch nur seine Existenz zur Kenntnis nehmen mussten. Chase räusperte sich. »Ich muss Lucan sprechen. Es ist wichtig.« Tagin grunzte. »Pech für dich. Jetzt hast du mich an der Strippe. Also rede endlich oder verschwende nicht länger meine Zeit.« »Ich habe Murdoch gefunden,« platzte er heraus. »Wo?« »Ist jetzt egal, er ist tot.« Ein paar Meter weiter trat eine Nutte auf den Gehweg und schlenderte auf roten Highheels langsam auf Chase zu. Ihre kurze Winterjacke stand auf und enthüllte jede Menge Bein und Busen und viel zu viel nackten Hals für seinen fragilen Geisteszustand. Chase riss den Blick von seinem potenziellen Mitternachts-Neck los und ließ die Stirn gegen das kühle Metall der Telefonzelle sinken. »Murdoch hat mir Informationen gegeben, die Lucan hören muss. Sieht nicht gut aus, Tagin.« Der Krieger stieß einen deftigen Fluch aus. »Habe ich auch nicht erwartet. Sag mir, was du weißt.« »Dragos fährt größere Geschütze auf. Laut Murdoch hat er Lakaien bei der menschlichen Polizei gemacht und anscheinend hat er ein Auge auf einen Bosner Politiker geworfen. Murdoch hat diesen neuen Senator erwähnt, der eben ins Amt gewählt wurde.« »Scheiße«, sagte Tagin. »Das gefällt mir ganz und gar nicht.« »Kannst du laut sagen,« stimmte Chase ihm zu. »Aber das ist nicht das Schlimmste. Murdoch sagte mir, Dragos will den Orden vernichten und hätte von einer Art Trojaner geredet. Ich habe das ungute Gefühl, das hat was damit zu tun, dass die Akers letzte Woche ins Hauptquartier gekommen sind.« »Was du nicht sagst,« bemerkte Tagin und klang jetzt gelangweilt. »Update für dich, Harbert. Nachdem du vor ein paar Nächten deinen großen Abgang gemacht hast, hat der Junge ein Ortungsgerät ausgekotzt. Er hat absolut keine Erinnerung daran, wo es herkam oder wie es in ihn reingekommen ist. Da seine Entführer ihn praktisch sofort bewusstlos geschlagen haben, durften sie es ihm gewaltsam eingeführt haben.« »Scheiße«, zischte Chase. »Also hatte Murdoch recht. Und jetzt weiß Dragos, wo das Hauptquartier ist.« »So sieht's aus,« antwortete Tagin. »Was ist dann der Plan? Wie will Luke in die Situation da drüben angehen? Ihr könnt doch nicht einfach tatenlos rumsitzen und auf Dragos Angriffsschlag warten.« Am anderen Ende herrschte berättes Schweigen, und schließlich sagte Tagin, »Was wir diesbezüglich unternehmen, ist Ordenssache, mein Alter?« Er sagte es ohne Feindseligkeit, hat er sich aber klar genug ausgedrückt. Ordenssache, die mit Außenstehenden nicht diskutiert wurde. Chase gehörte nicht mehr dazu. »Es sei denn, du ruhst an, weil du zurückkommen willst,« fuhr Tagin fort. »Wenn dem so ist, warne ich dich. Wenn du Luke in überzeugen willst, wirst du wahrscheinlich alles brauchen, was du bei deinem Jurastudium gelernt hast. Das Gleiche gilt für Dante. Der ist stinksauer auf dich, mehr als alle anderen hier.« Chase schloss die Augen über die wohlverdiente Standpauke, ließ den Kopf hängen und stieß einen langen Seufzer aus. Das Allerletzte, was Dante jetzt brauchen konnte, war diese Art von Ärger, wo seine Gefährtin doch schon in ein paar Wochen ihren Sohn bekommen würde. »Wie geht's ihm und Tess?« murmelte Chase. »Haben Sie sich schon auf einen Namen für das Baby geeinigt?« Tagin schwieg lange. »Warum kommst du nicht zurück ins Hauptquartier und fragst dir das selber?« »Nö«, antwortete Chase automatisch, hob den Kopf und sah zu den Junkies und Nutten hinaus. All den Versagern, die in dieser heruntergekommenen Straße in der übelsten Gegend von Boston herumlungerten. »Ich bin gerade gar nicht in der Stadt. Weiß noch nicht, wenn ich wiederkomme.« Tagin schnitt ihm mit einem leisen Fluch das Wort ab. »Jetzt hör mal gut zu, Herbert. Du bist komplett am Arsch. Wir wissen beide, was da los ist, also versuch nicht mir was vorzumachen. Du hast ein ernstes Problem. Vielleicht steckst du schon tiefer in der Scheiße, als du denkst. Aber schon die Tatsache, dass du jetzt mit mir sprichst, dass du dastehst und dich fragst, ob du noch klar im Kopf bist oder dir schon alles scheißegal ist, sagt mir, dass du immer noch eine Chance hast. Du kannst wieder zurückkommen, aber du musst es tun, bevor für dich jede Hilfe zu spät kommt.« »Ich weiß nicht«, murmelte Chase. Ein Teil von ihm wollte das Friedensangebot sofort annehmen. Aber es gab noch einen anderen Teil von ihm, der sich gegen das Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder Vergebung sperrte, und dieser Teil von ihm konnte nicht aufhören, die junge, nur allzu willige Frau anzustarren, die ihren knapp bekleideten Hintern inzwischen demonstrativ an der roten Ziegelwand des Nachbargebäudes geparkt hatte. Auch sie hatte ihn beobachtet und war zweifellos erfahren genug, das Interesse in seinen halbgeschlossenen Augen zu sehen. »Chase«, sagte Tegan nachdrücklich, als die Sekunden ohne Antwort verstrichen. »Du musst dich entscheiden, mein Alter. Was soll ich Lucan sagen?« Die Nutte nickte ihm zu und begann, zu ihm herüber zu schlendern. Chase spürte, wie ihm ein Knorren in der Kehle aufstieg. Jetzt loderte der Hunger hell auf, der so knapp unter der Oberfläche seines Bewusstseins lauerte. Trotz all seiner Anstrengung, ihn niederzukämpfen, sein Zahnfleisch pulsierte und seine Fänge schossen heraus. »Chase, Gottverdammt!« Schon nahm er den Hörer vom Ohr, als Tegans tiefe Stimme durch das Plastik vibrierte. »Du gräbst dir dein eigenes Grab!« Chase legte den Hörer auf und trat aus der Telefonzelle, um die junge Frau mit sich in die Schatten zu zerren. Hunter raste zu Fuß durch New Orleans. Vom Ansturm der Erinnerungen aus Henry Vichons Blut brummte ihm noch immer der Kopf. Er hatte unaussprechlich Ekelhaftes gesehen, und alles war mit Dragors Zustimmung ausgeführt worden. Einiges davon hatte sich der perverse Vichon auch selbst ausgedacht. Es kostete Hunter die ganze Disziplin seiner Ausbildung, die schlimmste dieser Erinnerungen zurückzudrängen. Wie Corinne als hilfloses junges Mädchen in der Nacht ihrer Entführung von den beiden Stammesvampiren vergewaltigt und gefoltert worden war. Stattdessen konzentrierte Hunter sich nun auf eine völlig andere Erinnerung, die er Henry Vichon in den letzten Augenblicken seines Lebens ausgesaugt hatte. Als er seinen letzten Atemzug getan hatte, und Hunter hatte dafür gesorgt, dass er die größtmöglichen Todesqualen ausstand, hatte Vichons Blut ihm die Adresse eines Lagerhauses in der Nachbargemeinde Maddery gezeigt. Dorthin hatte er in den letzten Monaten einen Teil der Ausrüstung aus Dragos überstürzt abgebautem Labor liefern lassen. Die Firma war günstig in Autobahn- und Schienennähe gelegen. Der flache weiße Backsteinbau lag an einer Straßenecke neben einem leer stehenden Bürogebäude gegenüber einem zweigeschossigen Wohnblock. Hunter bewegte sich geräuschlos über den mondhellen, eingezäunten Firmenparkplatz, vorbei an einigen Miet-LKWs und dauergeparkten Wohnmobilen, die sich den schwachen gelben Lichtkreis einer einzigen Sicherheitslampe teilten. So spät war der Laden bereits geschlossen, das Rollgitter hinter den Glastüren an der Gebäudefront heruntergelassen. Hunter flitzte an der Überwachungskamera vorbei, die an der oberen Ecke der Fassade montiert war, und ging um das Gebäude herum. Auf halbem Weg fand er eine Metalltür mit der Aufschrift »Kein Zugang«, packte den Türgriff und verbog ihn, bis der Mechanismus des Schlosses brach. Dann schlüpfte er hinein und suchte sich die Nummer des Lagerabteils, die Vichons Blut ihm geliefert hatte. Es war am rückwärtigen Ende der Halle gelegen. Hunter riss das massive Vorhängeschloss mit einem kräftigen Ruck los, öffnete die Tür aus verstärktem Stahlblech und trat in die etwa dreizehn Quadratmeter große Zelle. Als er über die Schwelle trat, spürte er ein schwaches Vibrieren in seinem Innenohr, sah hinunter und merkte, dass er mit dem Fuß den stummen Alarm eines Bewegungsmelders ausgelöst hatte. Ihm blieb wohl nicht viel Zeit, bis jemand darauf reagierte. Zum Glück gab es im Lagerabteil nicht viel zu sehen. Direkt neben dem Eingang stand ein feuerfester Safe und im hinteren Teil zwei gedrungene, runde Behälter aus rostfreiem Stahl mit hydraulischem Vakuumverschluss, der aussah wie ein Lenkrad aus poliertem Metall. Er erkannte die Behälter aus Henry Vichons Erinnerungen wieder, aber auch ohne seine Gabe hätte er gewusst, welchem Zweck sie dienten. Tieftemperatur-Lagerbehälter. Sie waren an ein riesiges, tragbares Stromaggregat angeschlossen und laut einer Digitalanzeige betrug die Innentemperatur minus hundertfünfzig Grad Celsius. Hunter öffnete den Verschluss des Behälters, der ihm am nächsten war, und hob den schweren Deckel. Eisige Wolken von flüssigem Stickstoff quollen aus der Öffnung. Hunter wedelte sie beiseite und sah hinein auf unzählige Glasröhrchen im Kälteschlaf. Er brauchte keine herauszuziehen, um zu wissen, dass sie Zell- und Gewebeproben aus Dragos Geheimlabor enthielten. Die Resultate von Experimenten und Gentests, wie Hunter nur raten konnte, als er die unzähligen Glasröhrchen anstarrte, die sorgfältig in mehreren Reihen im Behälter aufgeschichtet waren. Ebenso verblüfft wie abgestoßen wandte Hunter seine Aufmerksamkeit dem kleinen Safe zu. Er brach ihn auf und fand einen Stapel Akten, Ordner und Fotos sowie eine Handvoll USB-Sticks darin. Er musste das alles, den gesamten Inhalt von Vichons Lagerabteil, dem Orden bringen. Mit diesem Ziel im Sinn ging er zum Parkplatz nebenan hinüber und schloss einen der Laster kurz, die draußen im Dunkeln standen, fuhr ihn zum Seiteneingang und ließ ihn dort stehen, während er ins Lagerabteil zurücklief, um die Sachen zu holen. Er hatte bereits den Safe und einen der Lagerbehälter in den Kastenwagen geladen und war eben dabei, wieder umzukehren und den letzten zu holen, als er merkte, dass er nicht allein war. Der stumme Alarm war offenbar direkt zu Dragos gegangen, denn draußen vor dem offenen Lastwagenanhänger kauerte ein Gen-1-Killer in Kampfposition. Der riesige Mann drückte sich auf den Fußballen ab und sprang nach vorne, bildete in seiner Kampfmontur eine pechschwarze Silhouette gegen den Nachthimmel. Er prallte gegen Hunter und warf sie beide weiter in den Lastwagen hinein. Sie fielen gegen den Behälter und unter der Wucht ihres Aufpralls erklang der rostfreie Stahl wie eine Glocke. Hunter stieß sich vom Boden ab und rammte dem Killer die Schulter in den Magen. Der Mann fiel auf den Rücken, war aber sofort wieder auf den Füßen und stürzte sich mit gezücktem Dolch auf Hunter. Ein heftiger Kampf folgte. Hunter sah seine Chance, als der Killer einem seiner Schläge auswich und dabei Kopf und Hals ungeschützt ließ. Hunter schlug ihm mit der Handkante hart auf den Killkopf und landete einen Volltreffer, der dem Vampir die Luftröhre abdrückte. Der Killer keuchte und taumelte einen Augenblick, dann warf er Hunter einen mörderischen Blick zu und griff ihn wieder mit seiner Klinge an. Hunter schlug sie mit dem Arm zur Seite, riss den Ellbogen nach hinten und bekam das Handgelenk des Killers zu fassen. Mit einem heftigen Ruck riss er den Unterarm des Killers herunter und brach ihn mit einem scharfen Knacken über seinem Oberschenkel. Als die Klinge klappernd auf den Boden des Lasters fiel und der Killer einen Satz nach vorne machte, packte Hunter das schwarze UV-Halsband und knallte den Kopf des Gen 1 gegen die Kante des Tieftemperaturlagerbehälters. Blut spritzte auf, aber noch wollte der Killer nicht aufgeben. Er schlug Hunter auf die Kniescheibe und hätte ihn damit zu Fall gebracht, doch Hunter hatte den Schlag kommen sehen und konterte ihn mit einem Tritt. Dann griff er um den Stahlbehälter mit dem flüssigen Stickstoff herum, packte den Deckel und riss heftig daran. Er löste sich und Hunter riss ihn ganz auf. Bevor der Killer sein Gleichgewicht wiederfinden konnte, zerrte Hunter ihn vom Boden hoch, stieß ihn mit dem Kopf in den wabernden Stickstoffdampf, warf den Deckel zu und klemmte den Mann darunter ein. Es dauerte nur wenige Minuten und der Vampir hörte auf, sich zu wehren. Der Körper erschlaffte, Arme und Beine wurden reglos in der eisigen Wolke, die sich aus dem Behälter auf dem Boden ergoss. Nach ein paar Minuten hob Hunter den Deckel. Der Kopf des Killers war tiefgefroren, sein Mund in einem Schrei erstarrt, die blauen Lippen und stumpfen, blicklosen Augen bedeckt von Eiskristallen. Hunter stieß die Leiche beiseite. Als sie mit einem harten Rums auf dem Boden aufschlug, zerbrach das dicke schwarze Halsband knisternd in mehrere Teile und fiel ab. Nachdem er sich dieser Störung entledigt hatte, ging Hunter in das Lagerabteil zurück, um den anderen Tieftemperatur Lagerbehälter zu holen und in den Laster zu laden. Lagerbehälter zu holen und in den Laster zu laden. Corinne hatte ein Bad genommen und trocknete sich eben ab, als sie drüben im Gästeschlafzimmer ein Geräusch hörte. »Emily«, rief sie aus der Tür, die sie wie üblich einen Spalt offengelassen hatte. Es musste schon nach Mitternacht sein, aber Corinne war viel zu nervös, um zu schlafen. »Sekunde, ich komm sofort raus!« Sie faltete den dicken, rosafarbenen Chenie-Bademantel auseinander, den ihre Gastgeberin ihr gegeben hatte, und der sich wie Samt anfühlte und nach Sonnenwarmer, auf der Leine getrockneter Baumwolle roch, schlüpfte hinein und knotete hastig die Kordel zu. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass ihre Narben verborgen waren, zog sie die Badezimmertür etwas weiter auf und trat ins Schlafzimmer. Es war gar nicht Emily. Es war Hunter, blutüberströmt, mit Prellungen auf seinen scharfen Wangenknochen. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt, die Knöchel waren aufgeschürft und blutig. Noch nie hatte sie ihn so gesehen, so gezeichnet von der Gewalt seines brutalen Berufs. »Mein Gott«, flüsterte sie schockiert und besorgt, und näherte sich ihm langsam. »Hunter, bist du in Ordnung?« »Das ist nicht mein Blut«, sagte er ungerührt, seine tiefe Stimme so ruhig wie eh und je. Als er begann, seinen blutgetränkten Ledermantel auszuziehen, eilte Corinne hinüber, um ihm zu helfen. »Die auch«, sagte sie und beäugte seine blutverkrusteten Stiefel. Während er sich bückte, um einen Stiefel aufzubinden, kauerte sie sich hin und nahm sich den anderen vor. Sie spürte, dass er sie in einem seltsamen Schweigen beobachtete. Irgendwie anders als sonst. Jetzt schien er sie zu mustern. Seine halbgeschlossenen, dunkelgoldenen Augen blickten immer noch rätselhaft, aber mit einem weichen Ausdruck darin, den sie noch nie an ihm gesehen hatte. »Ich nehme das«, sagte sie und hob mit einer Hand seine riesigen Kampfstiefel auf, den langen Ledermantel mit der anderen. »Komm mit.« Sie drehte sich um, um die Sachen ins Badezimmer zu bringen. Hunter folgte ihr. Sie legte Mantel und Stiefel in die Wanne und griff nach einem der sauberen Waschlappen, die säuberlich gefaltet auf der Kommode lagen. Sie hielt ihn unter den Wasserhahn der Wanne und wrang das warme Wasser aus, während sich Hunter über das Waschbecken neben der Tür beugte. Sie war die ganze Nacht wütend auf ihn gewesen, weil er einfach gegangen war, ohne ihr etwas zu sagen. Sie hatte sich Sorgen gemacht, dass er bei seinem gefährlichen Job für den Orden womöglich getötet worden war. Jetzt war sie einfach nur erleichtert, dass er heil wieder zurückgekommen war, auch wenn er aussah, als käme er direkt aus einem Kriegsgebiet. Sie setzte sich auf den Rand der Badewanne und sah zu, wie er kaltes Wasser ins Waschbecken laufen ließ und sich das Gesicht schrubbte. Als er fertig war, schöpfte er sich mit der Hand Wasser in den Mund, gurgelte und spuckte aus. Das tat er mehrmals, als könnte er einen hartnäckigen Geschmack nicht loswerden, egal wie sehr er es versuchte. Wasser tropfte von seinem Kinn, als er zu ihr hinüber sah. Die kantigen Winkel seines Gesichtes schienen im hellen Schein der Lampe über dem Waschtisch noch ausgeprägter. »Dein Hemd ist auch hinüber,« sagte sie und bemerkte, dass auch der schwarze Stoff seiner Kampfmontur blutgetränkt war. Sie ging zu ihm hinüber und legte den feuchten Waschlappen auf den Rand des Waschbeckens. Er sagte nichts, als sie den Saum seines klebrigen, blutgetränkten Hemdes anhob und seinen glyphenbedeckten Oberkörper und seine breite, muskulöse Brust entblößte. Er machte ihr Platz, als sie das Waschbecken mit kaltem Wasser volllaufen ließ und das Hemd hineinlegte. Unterdessen schrubbte er sich mit dem Waschlappen sauber und ließ ihn dann blutig ins Waschbecken zu seinem Hemd fallen. »Du hast Henry Vichon gefunden?« Es war keine Frage, denn sie hatte den Beweis, als das Wasser im Waschbecken sich rot färbte. Sie sah Hunter an, der ernst nickte. »Du hast ihn umgebracht?« Sie erwartete, dass er es sachlich und emotionslos bestätigte, so wie er sonst immer reagierte. Stattdessen nahm Hunter sanft ihr Gesicht in seine Hände, senkte den Kopf und küßte sie mit einer Behutsamkeit, die er den Atem nahm. Als sein Mund sich wieder von ihrem löste, sah er ihr ruhig, aber mit wilder Intensität in die Augen. »Henry Vichon wird dir nie wieder etwas tun.« Corinne spürte, wie sie unter Hunter's zärtlichem Kuss dahinschmolz. Und auch ihr Herz schmolz ein wenig, gewärmt davon, wie vorsichtig er sie jetzt berührte und wie zärtlich er sie mit seinen hypnotisierenden, goldenen Augen ansah. Sie hätte beides gerne länger ausgekostet, aber jetzt bildete sich in ihrem Magen ein eisiger Angstklumpen. Vichon war tot. Die Neuigkeit, dass eines der Monster aus dem schlimmsten Albtraum ihres Lebens nicht mehr am Leben war, hätte sie freuen sollen. Das tat es auch, aber mit Henry Vichons Tod war die Verbindung zu Dragos, die einzige Verbindung, die Corinne hatte, um ihren Sohn zu finden, nun ebenfalls gekappt. Zögernd entzog sie sich Hunters sanften Händen. »Hast du noch etwas über Dragos oder seine Operation aus ihm herausbekommen?« Hunter nickte ernst. »Nachdem ich mit ihm fertig war, habe ich in einem anderen Stadtteil ein Lagerabteil mit Laborausrüstung gefunden und mit einem Safe mit elektronischen Daten und Aktenordnern voller Fotos und Notizen aus dem Labor. Ein schwacher Hoffnungsfunken glomm in ihr auf. Was für Akten, was für Laborausrüstung, wo ist dieses Lagerabteil? Wir müssen hin und das alles genau untersuchen. Dieses Material kann uns direkt zu Dragos führen.« Hunter nickte. »Ich habe alles mitgenommen. Es ist in einem Laster, den ich hinter dem Haus beim Sumpf versteckt habe. Aber du hast recht. Es müssen Hinweise dabei sein, die den Orden zu Dragos führen können. Ich will das alles so bald wie möglich nach Boston schaffen.« Am liebsten wäre Corinne aus dem Haus zu diesem Laster gerannt, um alles zu durchwühlen, was er gefunden hatte. Sie hatte das sichere Gefühl, dass der entscheidende Hinweis, der zu ihrem Sohn führte, irgendwo in diesen Akten und Laborunterlagen verborgen war. Das musste er einfach, oder sie hatte so gut wie keine Chance mehr, ihr Kind jemals wiederzusehen. Sie sah zu Hunter auf und wusste, dass es falsch gewesen war, ihm die Existenz ihres Sohnes zu verheimlichen, dass sie ihn hintergangen hatte. Sie starrte in seine ernsthaften Augen, die sie so eindringlich ansahen, und spürte, wie dasselbe Schuldgefühl sich in ihr regte wie schon vorhin. Er küßte sie wieder, und ihre Schuldgefühle wurden noch schlimmer, noch bohrender angesichts der Tatsache, dass Hunter so sanft und lieb zu ihr war. Corinne blickte beschämt zu Boden. Jetzt hat er sie wirklich Angst. »Ich muss dir was sagen«, sagte sie leise. »Ich hätte es dir schon lange sagen sollen. Ich hätte dir erzählen sollen, was in Dragos Kerker mit mir passiert ist, aber ich hatte Angst. Ich musste erst sicher sein, dass ich dir vertrauen kann.« »Ich weiß, was sie mit dir gemacht haben.« Seine tiefe Stimme vibrierte in ihren Knochen und erhob ihr Kinn, bis sie ihm wieder in die Augen sah. »Ich weiß, was Dragos und Vashon dir in der Nacht deiner Entführung angetan haben. Ich weiß, wie sie dich vergewaltigt haben.« Das war nicht, was sie ihm hatte verraten wollen, aber trotzdem brannte Corinne der Atem in den Lungen. Sie war verwirrt, entsetzt. Ihr war ganz elend beim Gedanken, dass Hunter von ihrer tiefsten Demütigung wissen konnte. In jener Nacht hatte sie sterben wollen. Ein Teil von ihr war auch gestorben, als man ihr auf so entsetzliche Weise die Unschuld geraubt hatte. Ihre Stimme zitterte ein wenig. »Woher weißt du das?« »Vashon. Er hat damit geprahlt, kurz bevor ich ihn getötet habe.« In Hunters goldenen Augen glühten bernsteinfarbene Lichtfunken. »Ich habe ihm mit den Fängen die Kehle aufgerissen. Ich konnte meine Wut nicht kontrollieren, als mir klar wurde, was dieser sadistische Hundesohn dir angetan hat und dass er es genossen hat.« Corinne lauschte seinem Bericht, vorübergehend von ihrem Geständnis abgelenkt. Sie konnte kaum glauben, dass dieser steife, disziplinierte Krieger ihr gerade sagte, dass er die Kontrolle verloren hatte. Wegen etwas, was man ihr angetan hatte. »Ich habe dafür gesorgt, dass er einen qualvollen Tod hatte,« fuhr Hunter fort. »Ich wollte, dass er leidet. Ich wollte ihn bluten sehen.« »Und geblutet hat er«, dachte Corinne, weniger abgestoßen als verblüfft vom Ausmaß der Gewalt, die Hunter dem anderen Mann angetan hatte. So wie er noch vor ein paar Minuten ausgesehen hatte, musste er praktisch in Vachons Blut gebadet haben. »Es war sein Blut, das mir gezeigt hat, was er getan hat, Corinne. Ich habe Henry Vachons Untaten gesehen, all seine Geheimnisse. Sein Blut hat mir alles gezeigt.« Sie runzelte die Stirn, unsicher, was er ihr damit sagen wollte. »Das verstehe ich nicht.« »Ich verstehe es auch erst seit heute Nacht,« sagte Hunter. »Als ich für Sean die Zähne in den Hals geschlagen habe, habe ich etwas von seinem Blut geschluckt. So was ist mir noch nie passiert. Sobald es mir die Kehle hinuntergelaufen ist, konnte ich plötzlich seine Erinnerungen sehen.« »Du bist ein Blutdeuter«, antwortete sie. »Du hast bisher gar nichts von deiner Gabe gewusst?« Er schüttelte den Kopf. »Dragos hat dafür gesorgt, dass alle seine Kehler so wenig wie möglich über ihre Abstammung wussten oder über die Dinge, die sie einzigartig machten.« Ich hatte keine Ahnung von meiner Gabe, bis Vachons ekelhaftes Blut sie geweckt hat. Und jetzt kannte er das ganze Ausmaß ihrer Entwürdigung. Herr im Himmel, konnte er wirklich mit angesehen haben, wie oft sie geschlagen und vergewaltigt worden war? Hatte er gesehen, wie man sie ausgezogen, ihren Widerstand gebrochen und sie unaussprechlichen Foltern unterzogen hatte, genau wie all die anderen Gefangenen in Dragos Karkazellen?« Korin wandte sich von Hunter ab. Sie fühlte sich bloßgestellt und schmutzig, und sie schämte sich zutiefst. Es war ihr peinlich, dass er nun mit allen schrecklichen Einzelheiten ihrer Tortur vertraut war, an die nicht einmal sie selbst sich erinnern wollte. Langsam ging sie ins Schlafzimmer hinüber, brauchte Raum, um ihren Atem zu finden und ihre Gedanken zu sammeln. Sie merkte nicht, dass Hunter ihr gefolgt war, bis sie seine warmen Hände spürte, die sich von hinten sacht auf ihre Schultern legten. Hunter drehte sie zu sich herum. Er sagte nichts, sondern legte einfach nur die Arme um sie und hielt sie fest, drückte sie an seinen starken, warmen Körper. Korin klammerte sich an ihn. Sie brauchte das Gefühl seiner schützenden Arme zu sehr, um sich diesen Trost zu versagen. Hunter senkte den Kopf, hob ihr Kinn und küßte sie langsam und zärtlich. Seine nackte Brust war warm und samtweich unter ihren Händen. Sie spürte die schwachen Erhebungen seiner Darmaglyphen und wie sich unter ihren wandernden Fingerspitzen sein Herzschlag beschleunigte. Sie zog sich von seinem Kuss zurück und sah ihm in die halb geöffneten Augen. Seine goldenen Iriskreise glühten Bernsteingelb, ihre Pupillen zogen sich rasch zusammen und die Luft knisterte von der Hitze seines Verlangens. Sie wusste, wohin das führen würde, und zu ihrer Verblüffung entsetzte sie der Gedanke gar nicht so, wie sie erwartet hätte. Aber sie konnte nicht so tun, als hätte sie diesbezüglich Erfahrung, als wüßte sie, wie sie ihn berühren sollte, wie sie mit ihm zusammen sein sollte. Wieder küßte er sie, und sie spürte, wie seine Fänge sanft ihre Lippen streiften. Unter ihren Händen waren seine Glyphen pulsierend zum Leben erwacht, und sein Atem ging keuchend und heftig. Hunter, warte mal. Sie wusste nicht recht, wie sie das sagen sollte, musste ihm aber irgendwie verständlich machen, was es für sie bedeutete, mit ihm zusammen zu sein. Ich habe das noch nie gemacht. Du weißt, was damals passiert ist, als ich ... Sie konnte es nicht sagen, konnte die Worte nicht aussprechen, die Dragos und seine abscheulichen Taten in diesen Augenblick einlassen würden, der doch nur ihr und Hunter allein gehörte. Du musst wissen, dass ich noch nie Liebe gemacht habe. Er starrte sie an. Etwas Düsteres und Besitzergreifendes lag in seinen verhangenen, bernsteinfarbenen Augen. Ich auch nicht. Er schüttelte langsam den Kopf, während er zärtlich ihre Wange streichelte. Noch nie. Corinne schluckte. Ein Augenblick verschlug es ihr die Sprache. Noch nie? Du auch nicht? Sein Finger wanderte über ihr Kinn und glitt dann langsam über ihre Lippen. Intimität war verboten. Das Bedürfnis nach physischem Kontakt wurde als Schwäche angesehen. Es war ein Makel, sich überhaupt nach irgendetwas zu sehnen, besonders nach Lust. Wieder küsste er sie, und in seiner Brust stieg ein leises Knurren auf. Ich habe nie gewusst, wie es ist, sich nach der Berührung einer Frau zu sehnen oder danach eine Frau zu küssen. Und jetzt tust du es? fragte sie zögerlich. Seit ich dich getroffen habe, Corinne Bishop, denke ich praktisch an nichts anderes mehr. Sie konnte sich ein Lächeln über dieses Geständnis nicht verkneifen, obwohl er es ihr mit Verwirrung und sogar leichter Verstimmtheit gesagt hatte. Sie hob die Hand und schlang die Finger um seinen Nacken. Er nahm den Hinweis, senkte den Kopf und küsste sie wieder. Dieses Mal war der Kuss sengend. Sie spürte seine Leidenschaft daran, wie hungrig er ihren Mund mit seinem bedeckte und an seiner fordernden Zunge, die sich gierig zwischen ihre Lippen drängte, sobald sie den Mund öffnete, um Atem zu holen. Sie ließ sich von ihm zu Bett ziehen. Er schälte ihr den Bademantel herunter, ließ sie vorsichtig auf die Matratze hinuntergleiten und streckte sich neben ihr aus. Ihre Lippen waren immer noch aufeinandergepresst. Ihre Hände erkundeten einander mit begierigem Interesse. Und Corinne spürte, wie er mit den Fingern eine der Narben nachfuhr, die ihren Oberkörper verunstalteten. Die meisten ihrer Wunden waren durch die Zwangsfütterung mit dem Blut des Ältesten gut verheilt, aber einige hatte man ihr mit der Absicht zugefügt, bleibenden Schaden anzurichten. Um den Geist der jungen Frau zu brechen, die länger gegen ihre Unterjochung angekämpft hatte, als klug war. Nicht, flüsterte sie. Ihre Stimme klang erstickt und ängstlich. Bitte, Hunter, schau sie nicht an. Ich will nicht, dass du all das Hässliche an mir siehst. Nicht heute Nacht. Sie erhoffte, er würde seine Finger von den schrecklichen Narben nehmen, aber stattdessen verweilten sie dort. Er stützte sich auf den Ellbogen und betrachtete sie langsam von Kopf bis Fuß. Sein heißer Blick ließ sich alle Zeit der Welt, ihre Narben zu studieren, die Hinterlassenschaften der wiederholten Foltern mit Elektroschocks und diversen Abstrafungen, die oft wochenlang angedauert hatten. Sie wusste, wie schrecklich sie für ihn aussehen musste, aber Hunter betrachtete sie mit offener Bewunderung, als wäre sie das Schönste, was er je gesehen hatte. Ich finde nichts an dir abstoßend, murmelte er. Die Narben sind nur Narben. Dein Körper ist weich und stark, einfach perfekt. Ich könnte nie genug davon kriegen, dich anzuschauen. Ich weiß, dass ich nie genug davon kriegen werde, dich so zu berühren. Wie, um das zu betonen, senkte er den Kopf auf ihren Oberkörper und küßte sie auf die Stellen, wo ihre Haut am schlimmsten entstellt war. Langsam arbeitete er sich zu ihrem Mund hinauf und drückte ihr einen weiteren Besitz ergreifenden, schwindelerregend heißen Kuss auf die Lippen. Jetzt füllten sich seine Glüfen mit dunkleren Farben. Das elegant verschlungene Gen-1-Muster schillerte Indigo-Blau, Golden und Weinrot. Den satten Farben der Erregung. Corinne berührte die wunderschönen Bögen und Schnörkel und fuhr mit den Fingern über seinen Unterbauch, wo das außerirdische Hautmuster im Bund seiner Drillichhose verschwand. Sie fuhr mit der Fingerspitze über die harte Beule in seiner weiten schwarzen Hose. Hitze drang in ihre Handfläche, als sie versuchsweise ein wenig tiefer ging. Hunter stöhnte leise an ihrem Ohr auf. Seine riesige Hand senkte sich auf ihre, und seine langen Finger umschlossen ihre und drückten sie auf die harte Beule seiner Erektion. Sie spürte keinerlei Angst oder Unsicherheit, als sie ihn berührte. Seinen Schwanz unter dem zugeknüpften Hosenschlitz fühlte sich riesig an, hart wie Stein. Zu ihrer Verblüffung spürte sie bei diesem Gedanken nicht den erwarteten Panikstoß, der alles ruinieren würde, sondern einen heftigen, sinnlichen Kick. Hunter vergrub seinen Mund in ihrer Halsbeuge und machte sie mit seiner Zunge verrückt, während sie durch den dünnen Stoff seiner Hose seinen riesigen, dicken Schwanz erkundete. Sie spürte, wie er ihr vorsichtig die Hand zwischen die Beine schob, sie mit der Handfläche umschloss und sanft streichelte. Lust erwachte tief in ihr. Eine köstliche Hitze strömte ihr bis in die Finger und Zehenspitzen. Viel zu schnell hörte er wieder auf, nahm ihre Hand und legte sie auf seinen Schwanz. Er half ihr, seine Hose aufzuknüpfen und warf den Rest seiner Kleider zur Seite. Nun lagen sie nackt nebeneinander und küßten und streichelten sich lange. Ließen sich Zeit, einander zu erkunden. Corinne konnte seine Erektion spüren, die sich stählern an ihre Hüfte drückte. Sein Schwanz weckte eine erhitzte Neugier in ihr, das heftige Bedürfnis, ihm näher zu sein, ihn tief in sich aufzunehmen. Sie schlang ihr Bein um seines, sodass sich ihre Hüften noch enger aneinanderpressten als zuvor. Hunter biss die Zähne zusammen. Sein Kiefer war so angespannt, dass ihm fast die Backenzähne zersprangen. Als sie mit den Fingern über seine massige Schulter strich und sich daran freute, wie sich seine Darmaglyphen durch ihre Berührung mit Farbe füllten, bemerkte sie, dass er heftig zitterte. Er hielt sich zurück, ließ sie das Tempo bestimmen. Sie beugte sich vor und küßte ihn, ließ ihn mit ihrer Zunge wissen, dass sie bereit für ihn war. Dass sie wußte, was jetzt mit ihnen passieren würde und dass sie einverstanden war. Hunter stöhnte und zog sie näher zu sich heran, und sein mächtiger, erregter Schwanz stieß heftig zwischen ihre Schenkel. »Komm rein«, flüsterte sie an seinem Mund. Sie griff hinunter und führte ihn hin. »Liebe mich, Hunter.« Seine breite Eichel stieß gegen ihre Mitte, heiß und unnachgiebig. Sie hob sich ihm entgegen und seufzte dann mit reiner, ungezügelter Lust auf, als er mit einem langen, gemächlichen Stoß in sie eindrang und sie völlig ausfüllte. Hinter ihren geschlossenen Lidern wallten Tränen auf. So intensiv war ihre Verbindung. Empfindungen überfluteten sie. Jede Faser ihres Körpers und ihrer Seele reagierte auf seine glorreiche Invasion. Sein ganzer Körper fühlte sich unter ihren Händen hart wie Stein an. Er zitterte heftig vor Entspannung, denn er hielt sich zurück, bewegte sich so behutsam, vorsichtig und andächtig in ihr, dass ihr die Tränen kamen. Er trieb sie mit seinen Stößen auf eine Lust zu, die sie nie gekannt, geschweige denn für möglich gehalten hatte, und fing ihr Stöhnen mit einem sinnlichen Kuss auf. Und dann brandete eine Explosion der Lust in ihr auf. Die Welle ihres ersten Orgasmus trug ihre Sinne himmelwärts und sie kam mit einem erstickten Schrei. Hunter verlor sich an die lustvollen Geräusche und die verblüffende Kraft von Corinnes Leidenschaft. Sie fühlte sich so gut an. Ihr zierlicher Körper erschauerte und erbebte, ihre Scheide massierte seinen harten Schwanz und er pumpte immer weiter. Noch nie hatte er etwas so Wunderbares gespürt. Nie hätte er sich vorstellen können, dass solche Lust überhaupt möglich war. In diesem Augenblick beherrschte sie ihn ganz, forderte, dass er die Zügel schießen ließ, auch wenn er sich Zeit lassen, jede Sekunde dieses Augenblicks voll auskosten wollte. Er wollte vorsichtig und sanft mit Corinne sein, nachdem sie von anderen Männern so schrecklich missbraucht worden war. Und so hielt er sich eisern zurück, selbst als sie unter ihm erschauerte und die Kontraktionen ihrer Scheide ihn fast um den Verstand brachten. Er küßte und streichelte sie, hielt sie fest an sich gedrückt und vögelte sie mit äußerster Selbstbeherrschung, bis ihr Orgasmus seinen Höhepunkt erreicht hatte und abzuflauen begann. Sie keuchte zitternd an seinem Ohr, dann stockte ihr der Atem und er spürte etwas Warmes und Feuchtes an seiner Wange. Wieder erbebte sie in seinen Armen und durch die Benommenheit seiner Lust erkannte er, dass sie weinte. »Horin«, keuchte er, zog sich abrupt zurück und sah sie besorgt an. Angesichts ihrer Tränen konnte er sich nicht mehr rühren. »Um Gottes Will, ich tue dir weh!« »Nein«, flüsterte sie und schluchzte leise. »Nein, das tut überhaupt nicht weh. Es fühlt sich so gut an. Du zeigst mir Gefühle, die ich noch nie gespürt habe, Hunter. Ich wusste nicht, dass es so sein kann. Es ist überwältigend, wie gut du dich anfühlst. Bitte hör nicht auf!« Erleichtert, dass sie in Ordnung war, küßte er sie und fand wieder zu seinem Rhythmus zurück. »Ich darüber, dass sie beim Sex mit ihm vor Lust weinte, hätte er sich am liebsten mit den Fäusten auf der Brust herumgetrommelt und seinen Stolz zur Zimmerdecke hinaufgebrüllt. Das war ein seltsamer Impuls. Animalisch, besitzergreifend und wild, aber er wurde von diesen Gefühlen überwältigt, als er auf Corinnes Tränen feuchtes, wunderschönes Gesicht hinuntersah und sie durch geöffnete Lippen keuchte, während er sie mit langen, genüsslichen Stößen vögelte. Sie stöhnte, als sie das Tempo beschleunigte, grub ihm die kurzen Fingernägel in die Schultern und klammerte sich an ihn. Sie schlang die Schenkel um seine Hüften und zog ihn fester an ihren Körper. Ihre nasse, heiße Scheide umschloss ihn fest wie ein Handschuh und molk ihn, und an seiner Schwanzwurzel begann sich eine wilde Welle aufzubauen, die immer höher anschwoll. Er knurrte vor Anstrengung, sich zurückzuhalten, aber er schaffte es nicht. Corinnes Scheide molk ihn weiter und trieb ihn zu einem fiebrigen Tempo, das ihn nur noch gieriger machte. Mit jedem heftigen Stoß drang er tiefer in sie ein, immer schneller, bis die aufgebaute Anspannung aus ihm herausbrach und ihm in einer tosenden Welle durch die Adern rollte. Er unterdrückte seinen Schreide, das ganze Haus erschüttert hätte, und vergrub sein Gesicht an Corinnes zarter Halsbeuge. Sein ganzer Körper zuckte und verkrampfte sich, und mit einem sengend heißen Strom schoss der erste Orgasmus seines Lebens aus ihm heraus. Er murmelte etwas Unverständliches, als sein Schwanz mit köstlicher Intensität gegen ihre enge, warme Scheide zuckte. Er konnte den abgehackten Fluch nicht zurückhalten, genauso wenig wie die schlagartige Wiederbelebung seines Schwanzes in ihr. Schon war er wieder steif, jedes Nervenende kribbelte und war bereit, wieder von vorne anzufangen. Corinne fuhr ihm langsam mit den Fingern über den Rücken und bewegte sich leicht unter ihm. Eine wortlose Einladung. Das ließ er sich nicht zweimal sagen. »Kannst du noch, oder brauchst du eine Pause?« fragte sie mit einem sinnlichen Lächeln in den Augen, als er auf sie heruntersah. »Alles, was ich brauche, ist mehr«, knurrte er. »Mehr von dir.« »Ich auch.« Sie schlang ihm die Arme um den Nacken und zog ihn zu sich herunter für einen langen, leidenschaftlichen Kuss. Sie schob ihm die Zunge zwischen die Lippen und es war um ihn geschehen. Hunter stieß tief in sie, füllte sie aus. Jetzt konnte er sein Verlangen nach ihr nicht länger zügeln. Jetzt, wo er mit Corinne zum ersten Mal in seinem Leben wahre Lust erlebt hatte, war keine Disziplin dieser Welt stark genug, um ihn zurückzuhalten. Er legte die Hand auf ihre Brust und küßte sie genauso fiebrig zurück. Ihre Zungen spielten miteinander, während ihre Körper sich im selben wilden Rhythmus bewegten und beide gleichermaßen gaben und nahmen. Sie kam zuerst, keuchend und stöhnend. Ihr zierlicher Rücken bäumte sich unter ihm auf, und ihre Scheide schloß sich um ihn wie eine zuckende Faust. Er kam sofort nach ihr, erschauerte heftig und pumpte weiter mit einem so wilden Verlangen, dass es ihn völlig beherrschte. Als er sie fest an sich presste und spürte, wie sein Samen sich in einem heißen Schwall tief in sie ergoss, spürte Hunter ein Glücksgefühl, das alles andere überlagerte. Für den Bruchteil einer Sekunde spielte er mit dem Gedanken, ein normales Leben zu führen, ohne die dunkle Vergangenheit, die ihn geprägt hatte. Er fragte sich, unsinnigerweise, wie sein Verstand ihm sagte, wie es wohl wäre, eine Frau an seiner Seite zu haben und das zu erfahren, was einige der anderen Krieger mit ihren Gefährtinnen hatten. Träumen war ein gefährlicher Luxus, aber nicht gefährlicher als die leidenschaftliche Fürsorglichkeit und das animalisch besitzergreifende Gefühl, das ihn beim Gedanken an Corinne überkam. Heute Nacht hatte er für sie getötet und würde es sofort wieder tun, wenn sie in Gefahr war. Und während er sich so an ihrem Körper sättigte und Trost in ihren sanften Armen fand, musste er sich fragen, ob nicht er selbst die größte Gefahr für ihr Glück darstellte. Größte Gefahr für ihr Glück darstellte. Dante ging unruhig auf dem Korridor vor der Krankenstation des Hauptquartiers auf und ab und versuchte nicht darüber nachzudenken, dass seine schöne, tapfere Tess auf der anderen Seite der Tür gerade Höllenqualen ausstand. Sie hatte die ganze Nacht lang Wehen gehabt, bis jetzt in den Morgen hinein. Die Kontraktionen waren immer stärker geworden und kam nun mit jeder verstreichenden Stunde in immer kürzeren Abständen. Tess machte die ganze Sache wie ein Champion. Dafür dachte er jedes Mal, wenn er sie unter dem Ansturm der neuesten Wehe stöhnen hörte, er würde gleich in Ohnmacht fallen. Weshalb er es vor einer kurzen Weile schließlich für besser gehalten hatte, auf den Korridor hinauszugehen. Das allerletzte, was Tess jetzt brauchte, war ein Gefährte, der an ihrem Bett weiß wie ein Laken wurde und umkippte. Durch ihre Blutsverbindung spürte er Tess Schmerzen wie seine eigenen. Er wünschte sich so sehr, ihr das alles abnehmen zu können. Schmerzen waren kein Problem für ihn. Es war vielmehr der Gedanke, dass die Frau, die er liebte, solche Qualen ausstand, der ihn fast dazu brachte, entweder etwas kaputt zu schlagen oder in die Ecke zu kotzen. Aber er spürte auch, wie stark Tess war, und staunte über die Zähigkeit, die schlichtweg wunderbare Kraft der Frauen, die seine Gefährtin die Ausdauer gab, sich durch ihre Erschöpfung und diese langen Qualen zu kämpfen, die nötig waren, um ihr Kind auf die Welt zu bringen. Er spähte durch das kleine Sichtfenster ins Krankenzimmer. Gabriel und Elise standen rechts und links an ihrem Bett. Sie waren vor einigen Stunden gekommen und wechselten sich dabei ab, Tess die Hand zu halten, ihr mit einem feuchten Tuch über die Stirn zu wischen und ihr Eiswürfel zum Lutschen zu geben, als sich die Geburtschein bei endlos dahin zog. Gedeon überwachte ihre Vitalfunktionen. Er hatte Dante feierlich geschworen, dass er es mit geschlossenen Augen machen würde, um nicht mehr von Tess zu sehen, als Dante lieb war. Aber die Beste im Team war Savannah, die Hebamme. Dass sie aus einer Hebammen-Dynastie stammte, gab Dante die nötige Zuversicht, dass alles auch wirklich gut gehen würde. Zumindest hoffte er es inständig. In der Zwischenzeit kam er sich verdammt hilflos vor. Wieder ging er einmal den Korridor auf und ab und fragte sich, wo zum Teufel Harvard steckte, wenn man ihn brauchte. Wenn Chase jetzt hier gewesen wäre und mit ansehen würde, wie Dante im Korridor herumspukte wie ein Geist, hätte er ihm eine ordentliche Standpauke gehalten. Er hätte Dante die Leviten gelesen, dass er so ein Weichei war und ihn womöglich mit einem Tritt zurück ins Krankenzimmer befördert. Scheiße, Dante vermisste den großmäuligen Krieger wirklich, der seit über einem Jahr sein bester Freund im Orden gewesen war. Ex-Krieger und ehemaliger Freund, verbesserte er sich in Gedanken, immer noch stingsauer wegen dieser ganzen beschissenen Situation. Da half auch nicht, dass Chase letzte Nacht angerufen hatte, um ihn zu sagen, dass er Lukens ausdrücklich im Befehl zuwidergehandelt und Murdoch alleine zur Strecke gebracht hatte. Und wozu? Außer, dass er vage erwähnt hatte, dass Dragos möglicherweise an einem Bostoner Politiker interessiert war, hatte Chase aus dem Bastard nur herausbekommen, dass Dragos versuchte, das Hauptquartier zu orten. Eben die News von gestern. Nachdem was Tegan den anderen über sein kurzes Gespräch mit Chase erzählt hatte, klang es nicht so, als ob er bald wieder von sich hören lassen würde. Wenn überhaupt. Tegan war der Ansicht, dass sich Chase auf einem steilen Abwärtskurs befand. Er hatte das Wort Rogue erwähnt, was weder Dante noch die anderen Krieger akzeptieren wollten, dem sie aber auch nicht wirklich widersprechen konnten. Wieder ging Dante im Korridor auf und ab, fuhr sich mit der Hand durch sein dunkles Haar und stieß einen leisen Fluch aus. Er sollte sich besser an den Gedanken gewöhnen, dass Havert nicht mehr zum Orden gehörte. Er war kein Teil ihres Lebens mehr. Dante hätte sich am liebsten in den Hintern getreten, bei der Erinnerung an seine Diskussion mit Tess neulich, als es um Chase als möglichen Paten ihres Sohnes ging. Er hatte sich den Mund fusselig reden müssen, um sie zu überzeugen, dass auf Chase in einer so wichtigen Sache wirklich Verlass war. Und dann war der Bastard einfach abgehauen und er stand wie ein Vollidiot da. Tess hatte diesbezüglich definitiv die besseren Instinkte gehabt. Gideon war über ihre Bitte überrascht und erfreut gewesen, und sowohl er als auch Savannah hatten die Verantwortung mit Freude und Überzeugung angenommen. Wenn Dante und Tess etwas passieren sollte, konnten sie sich keine besseren Ersatzeltern für ihren Sohn wünschen. Beruhigt von diesem Gedanken sah Dante auf. Eben streckte Elise ihren blonden Kopf aus der Tür der Krankenstation. »Es ist soweit«, sagte sie, und ihre blassvioletten Augen strahlten. »Das Baby ist jetzt fast da, Dante!« Sofort rannte er ins Zimmer, sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Er stellte sich ganz nahe zu seiner Stammesgefährtin, nahm ihre Hand und drückte ihr einen hingebungsvollen Kuss in die feuchte Handfläche. »Tess«, flüsterte er mit belegter Stimme. Freude und Sorge schnürten ihm die Kehle zu. »Wie geht's dir, meine Engel?« Sie setzte zu einer Antwort an, aber dann verzog sie heftig ihr Gesicht und ihre Hand packte seine so fest wie ein Schraubstock. Savannah sagte ruhig zu ihr, sie solle pressen, es sei fast geschafft. Tess zog sich am Krankenhausbett hoch und stieß ein markerschütterndes Heulen aus, und Dante wurden die Knie weich, aber er riss sich zusammen. Schlimm genug, dass er die letzte Stunde damit verbracht hatte, die Korridorwände anzustarren, jetzt würde er Tess keine Sekunde mehr von der Seite weichen. Die Presswehen zogen sich über quälend lange Minuten hin. Dann wies Savannah Tess an, sich wieder hinzulegen und zu entspannen. Keuchend sah sie zu Dante auf, die Stirn von Schweißperlen bedeckt. Er wischte sie mit dem Tuch weg, das Gabriel ihm gegeben hatte, und drückte seiner wunderschönen Gefährtin einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. »Hast du eine Ahnung, wie sehr ich dich lebe«, murmelte er und sah ihr in die ultramarinenblauen Augen. »Du bist der Wahnsinn, Tess, so wahnsinnig tapfer. Du erführst unserem Baby eine wunderbare Mutter.« Sie bläckte die Lippen, ein weiteres Heulen explodierte aus ihrer Kehle und übertönte ihn. Dante spürte, wie eine gewaltige, sengende Schmerzwelle durch Tess zierlichen Körper schoss, schlimmer als alle zuvor. Das waren Höllenqualen, und er beschloss sich, jeden Gedanken an ein weiteres Baby abzuschminken, denn so etwas wollte er ihr nie wieder zumuten. »Okay, Leute«, sagte Savannah, ihre Stimme so beruhigend wie ein Balsam. »Fast geschafft. Noch einmal pressend, Tess, er ist fast da.« Dante beugte sich zu ihr herunter und flüsterte ihr Dinge zu, die nur für ihre Ohren bestimmt waren. Er ermunterte und lobte sie dafür, was sie ihm heute Nacht schenkte, und schwor ihr seine Liebe, die so unendlich war, dass er sie auch nicht annähernd in Worte fassen konnte. Er hielt ihre Hand, als sie die letzte Wehe durchstand, und schrie vor Freude auf, als endlich sein Sohn zum Vorschein kam, ein winziges, rosafarbenes, schreiendes, strampelndes Bündelchen, das Savannah mit erfahrenen Händen in die Höhe hielt. Und er weinte ohne Scham, als er Tess im nächsten Augenblick in die schönen, euphorischen Augen sah und sie mit jeder Faser seines Herzens liebte. Er beugte sich hinunter und küßte seine Stammesgefährtin, zog sie in seine Arme und teilte die Euphorie dieses Augenblicks mit ihr, der inmitten von so viel Umwälzungen und Kampf nur umso kostbarer war. Nach ein paar Minuten kam Savannah mit dem unglaublich kleinen Bündel wieder, das ihr neugeborener Sohn war. »Du kannst es sicher kaum erwarten, ihn zu halten«, sagte sie und legte Tess das Baby in die Arme. »Ein schönes Kind, ihr beiden. Absolut perfekt in jeder Hinsicht.« Tess begann wieder zu weinen, berührte zärtlich die winzigen Wangen des Babys und das rosige kleine Mündchen. Dante betrachtete staunend sein Kind und die Frau, die ihm dieses Wunder gegeben hatte, genauso kostbar für ihn wie das unglaubliche Geschenk ihrer Liebe. Er strich ihr eine feuchte, blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich erdanke dir«, sagte er leise zu ihr. »Danke, dass du mein Leben so vollkommen machst.« »Ich liebe dich«, antwortete sie, hob seine Hand an die Lippen und küsste ihn mitten auf die breite Handfläche. »Willst du deinem Sohn nicht Hallo sagen?« »Unserem Sohn«, sagte er. Tess nickte, so stolz und schön, und er nahm das kleine Bündel in die Arme. Der Säugling war winzig in seinen riesigen Händen. Dante kam sich ungeschickt vor, versuchte unbeholfen, eine angenehme Position für ihn in seinen viel zu großen Armen zu finden. Endlich hatte er heraus, wie er ihn halten musste, und gab sich die größte Mühe, alles richtig zu machen. Tess lächelte zu ihm auf, und ihre Freude strömte ihm mit seinem eigenen Glücksgefühl durch seine Adern. Gott, sein Herz war so voll, dass es fast explodierte. Dante sah auf das rosige Gesichtchen ihres Kindes hinunter. »Willkommen auf der Welt, Xander, Raphael«. Am selben Morgen stand Corinne neben dem Bett und beobachtete den schlafenden Hunter. Er lag nackt auf dem Bauch, den riesenhaften Körper mit der wunderschönen, glüfenbedeckten Haut und den mächtigen Muskeln auf dem Bett ausgestreckt, schlief wie ein Toter und schnarchte leise. Es war eine unglaubliche Nacht mit ihm gewesen, und nie hatte sie sich zufriedener gefühlt als in seinen Armen, nachdem sie sich geliebt hatten. Aber diese Nacht war schon seit einer geraumen Weile vorbei, und außer in den wenigen Stunden, die sie es geschafft hatte, die Augen zuzumachen und ein wenig zu schlafen, kreisten all ihre Gedanken nur um eine einzige Sache, so schnell wie möglich ihren Sohn zu finden. Dieses Bedürfnis war es, dass sie schon vor Sonnenaufgang aus dem Bett getrieben hatte. Sie war aus Hunters Armen geschlüpft und nach draußen in den Sumpf gegangen, um den Laster zu suchen, den er nach seiner Rückkehr von Henry Vichon dort abgestellt hatte. Sie hatte Glück gehabt, der weiße Kastenwagen hinter Amelies Haus am Fluss war nicht abgeschlossen. Corinne war hineingeklettert und hatte fast eine Stunde damit verbracht, die Akten, Berge und Fotos aus dem aufgebrochenen Safe durchzusehen. Dragos Laborberichte, das Dokumentationsmaterial von Jahrzehnten. Sie hatte jede einzelne Akte durchgeblättert, auf der Suche nach irgendetwas, das ihr Aufschluss über das Schicksal ihres Sohnes und der anderen Säuglinge geben konnte, die im Labor zur Welt gekommen waren. Sie hatte medizinische Diagramme und Testergebnisse gefunden, tausende Seiten von Abkürzungen und Fachbegriffen, die ihr gar nichts sagten. Und was alles noch schwieriger machte. Keine dieser Akten enthielt irgendwelche Namen. Wie ein herzloses Inventar enthielten Dragos Aufzeichnungen nur Fallnummern, Kontrollgruppen und trockene Statistik. All diejenigen, deren Leben er im höllischen Wahnsinn seines Labors ruiniert hatte, bedeuteten ihm gar nichts. Noch weniger als nichts. In einem hilflosen Wutanfall hatte sich Corinne durch die restlichen Aktenstapel gegraben. Am liebsten hätte sie das ganze verdammte Zeug in winzige Fetzen gerissen. Und dann, fast am Boden des Safe angekommen, streiften ihre Finger das glatte Leder eines Aktenkoffers. Sie hatte ihn herausgezogen, sich den Inhalt in den Schoß geleert und durchgeblättert, auf der Suche nach selbst dem winzigsten Hoffnungsschimmer. Die handgeschriebenen Einträge waren ebenfalls unpersönliche Inventarlisten wie die anderen Akten. Nur war etwas an ihnen anders. Etwas, das die feinen Härchen in Corinnes Nacken sich vor Argwun aufstellen ließ, das bald zu einer schrecklichen Gewissheit wurde. Mit dem ledernen Aktenkoffer in den Händen näherte sie sich dem Bett, wo Hunter eben wach wurde. Er musste ihre Anwesenheit im stillen Schlafzimmer gespürt haben. Sein Kopf schoss vom Kissen auf und eröffnete die durchdringenden goldenen Augen. Er sah, dass sie angezogen war und immer noch heftig atmete, denn sie war den ganzen Weg zu Emilys Haus gerannt. »Was ist los?« fragte er stirnrunzelt. »Wo kommst du her?« Sie konnte ihm die Wahrheit nicht länger verheimlichen, nicht nach ihrer gemeinsamen Nacht. Das war sie ihm schuldig. Sie schuldete ihm ihr Vertrauen. »Ich musste es wissen,« sagte sie leise. »Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte nicht untätig in deinen Armen liegen und wissen, dass Dragos Akten hier in der Nähe waren.« »Du hast das Haus verlassen, ohne mir etwas zu sagen.« Hunter setzte sich auf, rutschte zum Bettrand und schwang seine riesigen nackten Füße auf den Boden. Jetzt runzelte er nicht mehr nur die Stirn, sondern machte ein ausgesprochen finsteres Gesicht. »Du kannst nirgends hingehen, ohne dass ich dabei bin und dich beschütze, Corinne. Es ist jetzt nicht sicher für dich. Nicht mal am Tag.« »Ich musste es wissen,« wiederholte sie. »Ich musste nachsehen, ob ich da irgendetwas finde, das mir hilft, ihn zu finden.« Ein düsterer Ausdruck flackerte über Hunters hartes, gut aussehendes Gesicht. Es wirkte wie Angst, wie grimmige Erwartung. Mit gerunzelter Stirn sah er zu dem großen Aktenkoffer in ihren Händen. Ihre Kehle war wie ausgedörrt. Als sie nicht sofort etwas sagte, schluckte sie heftig und zwang sich, die Worte auszusprechen. »Ich musste wissen, ob die Akten, die du, Henry Vichon, abgenommen hast, Informationen enthalten, die mich zu meinem Kind führen können, das ich in Dragos Labor geboren habe.« Hunter starrte sie an, dann wandte er den Blick ab. Er stieß einen deftigen Fluch aus und fuhr sich mit der Hand über den Kopf. »Du hast einen Sohn.« Und obwohl seine Stimme ruhig war und weder Wut noch sonst eine Emotion darin lag, klang er trotzdem anklagend. »Ja«, sagte sie. Jetzt sah er sie nicht mehr an. Eine seltsame Kluft begann sich zwischen ihnen auszubreiten und wurde jede Minute größer. »Ich wollte es dir sagen, Hante, ich wollte es dir schon früher sagen, aber ich hatte Angst. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden, wem ich vertrauen konnte.« Die emotionale Distanz zwischen ihnen genügte ihm offenbar nicht. Er stand vom Bett auf und ging nackt zur anderen Seite des Zimmers hinüber, brachte so viel räumliche Distanz zwischen sie wie nur möglich. »Dieses Kind«, sagte er und warf ihr einen finsteren Blick zu. »Er ist Gen 1, wie ich. Gezeugt vom Ältesten, mit dem Dragos seine kranken Experimente gemacht hat.« Korin nickte, die Kehle wie zugeschnürt. »Von allem, was sie mir in der Gefangenschaft angetan haben, war das Schlimmste, dass sie mir mein Baby weggenommen haben. Ich habe ihn nur kurz gesehen, gleich nach seiner Geburt, und dann war er fort. Das Einzige, was mich in dieser ganzen schrecklichen Zeit am Leben gehalten hat, war der Gedanke an ihn. Ich hätte nicht einmal zu träumen gewagt, dass ich jemals befreit werden würde. Nach meiner Rettung habe ich mir geschworen, dass ich bis zum letzten Atemzug darum kämpfen werde, meinen Sohn wiederzufinden.« »Das ist ein Versprechen, das du nicht wirklich halten kannst, Korin. Dein Sohn ist fort. Er war fort vom Augenblick an, als Dragos ihn dir aus den Armen nahm.« Das wollte sie nicht hören, und sie würde sich auch nicht damit abfinden. »Wenn er tot wäre, würde ich es wissen. Das Herz einer Mutter schlägt neun Monate lang zusammen mit dem ihres Kindes, Tag und Nacht, und tief in meinem Herzen spüre ich, dass das Herz meines Sohnes immer noch schlägt.« Hunter stieß einen heftigen Fluch aus und sah sie jetzt nicht einmal an. Sie redete weiter, entschlossen, sich ihm zu erklären. »Ich habe versucht, die Jahre zu zählen, aber es war schwierig. Soweit ich das schätzen konnte, durfte mein Sohn jetzt etwa dreizehn sein. Er ist noch ein kleiner Junge.« »Inzwischen ist er ein Killer, Korin.« Hunters tiefe Stimme zitterte und erschreckte sie mit einer Wut, die sie weder erwartet hatte noch deuten konnte. Sein Gesicht war angespannt, seine Haut straff über seinen scharfen Wangenknochen, und er biss die Zähne zusammen. »Wir waren nie kleine Jungen. Keiner von uns. Verstehst du? Wenn dein Sohn noch am Leben ist, ist er ein Killer wie ich. Mit dreizehn war ich fertig ausgebildet und im Töten erfahren. Du kannst nicht erwarten, dass es für ihn anders war.« Bei diesen barschen Worten spülte sie einen scharfen Schmerz in der Brust. »Das muss es aber. Ich muss glauben, dass ich ihn finden werde, wenn er noch lebt, und in meinem Herzen weiß ich, dass es so ist. Ich werde ihn beschützen, so wie ich es am Tag seiner Geburt nicht konnte.« Hunter wandte sich schweigend von ihr ab und schüttelte langsam den Kopf. Korin stellte den ledernen Aktenkoffer ab, ging zu ihm hinüber und legte ihm die Hand auf die Schulter. Die Damaglyphen unter ihrer Handfläche pulsierten heiß von seiner Wut, aber sie bemerkte, wie die stürmischen Farben unter ihrer Berührung blasser wurden. Sein Körper reagierte auf sie, selbst wenn er entschlossen schien, sie abzuglocken. »Ich muss mein Kind finden, Hunter. Ich muss ihn sehen und berühren, damit er weiß, dass ich ihn liebe. Jetzt, wo ich frei bin, muss ich ihn finden. Ich will ein besseres Leben für ihn und werde alles dafür tun.« Sie ging um ihn herum und stellte sich vor ihn, zwang ihn, sie anzusehen. »Hunter, ich muss mich wieder an den Tag erinnern, an dem mein Sohn geboren wurde. Vielleicht haben Dragos oder seine Lakaien irgendetwas gesagt oder getan, das mich zu meinem Kind führen könnte. Vielleicht ist da noch etwas in meinen Erinnerungen verborgen. Du musst mir helfen.« Hans das Gesicht wurde noch angespannter, als ihm aufging, worum sie ihn bat. Er packte ihre Hand und zog sie mit einem geknurrten Fluch von seiner Schulter. »Ich soll dir helfen. Weißt du, was das bedeuten würde?« »Ja«, gab sie zu. »Und ich weiß, dass ich zu viel von dir verlange. Aber ich bitte dich darum, weil du momentan meine einzige Hoffnung bist. Wahrscheinlich bist du die einzige Hoffnung, die ich habe.« Er starrte sie an. Ob ungläubig oder angewidert, konnte sie nicht sagen. Seine Augen glühten bernsteingelb, aber davon ließ sie sich nicht abschrecken. Das konnte sie nicht. Nicht jetzt, wo sie doch so kurz davor war, die Antworten zu finden, die sie so verzweifelt suchte. »Hunter, bitte«, flüsterte sie. »Bitte trink von mir.« »Bitte trink von mir.« Als er so in Corinnes aufrichtiges, flehendes Gesicht starrte, hatte Hunter das Gefühl, als hätte eine Kanone ihm einen Bauchschuss verpasst. Er konnte nicht glauben, was sie ihm davor schlug. Vor allem erkannte er, dass er wütend war, weil sie ihm die ganze Zeit über die Existenz ihres Sohnes verheimlicht hatte. Eines Killers wie ihm, verdammt nochmal. Sie stand da und bat ihn, ihr bei der Suche nach ihrem Kind zu helfen, aber Hunter wusste, dass sie am Ende dieser Suche nur Enttäuschung und Kummer erwartete. Kummer, den er ihr höchstpersönlich zufügen würde, wenn dieser Junge sich als Killer vom selben Schlag erwies wie Hunter in seinem Alter. Und es bestand nur wenig Hoffnung, dass dem nicht so sein würde. Hunter wusste nur allzu gut, welche gnadenlose Konditionierung das Kind in seinem kurzen Leben bereits durchlaufen haben musste. In diesem Augenblick erinnerte er sich wieder an Myras Vision. Und jetzt verstand er auch, was sie bedeutete. Jetzt erkannte er mit absoluter Gewissheit, um wessen Leben Corinne ihn in dieser Prophezeiung angefleht hatte. Und ihm ging auf, dass der Name, den sie vor einigen Nächten in ihrem Albtraum ausgerufen hatte, nicht der eines Geliebten, sondern der des Kindes war, das sie an Dragos Wahnsinn verloren hatte. »Hilf mir, mein Baby zu finden, Hunter«, sagte sie, und die zarte Berührung ihrer Hand an seinem Gesicht war eine Bitte, die ihr abzuschlagen über seine Kräfte ging. »Hilf mir, Nathan zu finden.« Er dachte an die Tränen, die sie vergießen würde, wenn er zuließ, dass Myras Vision wahr wurde. Er dachte daran, welchen Hass sie für ihn empfinden würde, wenn sie ihren Sohn tatsächlich fand, nur um ihn sofort wieder zu verlieren. Dieses Mal für immer, wenn Hunter gezwungen war, ihm den prophezeiten Todesstoß zu versetzen. Solchen Schmerz wollte er ihr nicht zufügen. Und dann war da noch die andere Sache. Corinne war eine Stammesgefährtin, und wenn er ihr Blut trank, würde er damit eine Verbindung zu ihr aktivieren, die nur der Tod auflösen konnte. Wenn er sich erlaubte, ihr Blut zu kosten, würde nicht einmal ihr Hass ihn von ihr fernhalten können. »Corinne«, sagte er sanft, zog ihre Hand fort und nahm sie in seine. »Ich kann nicht tun, warum du mich bittest. Selbst wenn meine Gabe, die Erinnerungen von anderen aus ihrem Blut zu lesen, nicht auf meine eigene Spezies beschränkt ist, hätte das weit reichende Konsequenzen.« »Ich weiß, was es bedeutet«, beharrte sie. »Willst du es nicht einmal versuchen?« »Mit Normalsterblichen funktioniert es nicht«, erklärte er und hoffte, sie davon abzubringen. »Ich habe mich mein ganzes Leben von ihnen genährt, ohne dass es je irgendwelche übernatürliche Auswirkungen hatte. So wie es aussieht, funktioniert meine Gabe nur mit den Erinnerungen von Stammesvampiren. Und wenn ich jetzt von dir trinke, was wird dann mit uns? Du bist eine Stammesgefährtin. Unsere Blutsverbindung wäre unauflöslich.« Sie schlug die Augen nieder. »Du musst mich für den schlimmsten Abschaum halten, dich so zu bedrängen. Du hast jedes Recht, dich für eine Frau aufzusparen, die dir als Gefährtin würdiger ist.« »Gott nein«, murmelte er, entsetzt darüber, wie sie ihn missverstanden hatte. »Das ist es doch gar nicht. Jeder Mann, den du dir zum Gefährten erwählst, kann sich glücklich schätzen. Verstehst du das nicht? Ich bin doch derjenige, der unwürdig ist.« Er hob ihr Kinn und flehte sie mit den Augen an, zu begreifen, dass es ein voller Ernst war. »Wenn ich dein Blut trinke und meine Gabe wirklich so funktioniert, wie du hoffst, will ich nicht derjenige sein, der dich enttäuscht.« »Wie könntest du das?« fragte sie mit verwirrt gerunzelter Stirn. »Wenn meine Gabe funktioniert und wir deinen Sohn finden, will ich nicht, dass du mich verachtest, wenn sich herausstellt, dass wir dem Jungen nicht mehr helfen können.« Sie schüttelte leicht den Kopf. »Dich verachten? Denkst du, ich könnte dich irgendwie dafür verantwortlich machen, was mit Nathan passiert ist? Das werde ich nicht, Hunter, niemals.« »Nicht einmal dann, wenn ich gezwungen wäre, mit ihm zu kämpfen und ihm etwas anzutun.« Jetzt wurde ihre Miene ängstlich und wachsam. »Das würdest du nicht tun.« »Wenn es darum geht, dich zu beschützen, hätte ich keine Wahl,« antwortete er grimmig. »Corinne, wenn ich dir helfe, ihn zu finden, kann ich nicht versprechen, dass das Ergebnis auch so ausfällt, wie du dir erhoffst.« Sie dachte einen langen Augenblick darüber nach, während Hunter mit sich rang, ob er ihr von der Vision erzählen sollte, die ihn quälte, seit er die wunderschöne Corinne Bishop zum ersten Mal gesehen hatte. Ein törichter Teil von ihm hoffte auf einen Ausweg, dass seine Gabe ihre Bluterinnerungen nicht lesen konnte, oder dass er Myras unfehlbarer Sehergabe irgendwie trotzen und Corinnes Tränen und ihr vergebliches Flehen um Gnade abwenden konnte. In der Zeit, die er für diese mentale Folter brauchte, holte Corinne tief Atem und sah ihm wieder ins Gesicht. Da war kein Zögern in ihren Augen, nur kühne, felsenfeste Entschlossenheit. »Du, Santa, wenn ich dir auch nur ein wenig bedeute, dann tu es bitte. Ich akzeptiere jedes Risiko und ich vertraue darauf, dass du tust, was du tun musst.« Bei ihren tapferen Worten wurde ihm ganz elend vor Angst. Beim Gedanken daran, was ihnen beiden da bevorstand, krampfte sich sein Magen zusammen. Aber dann kam Corinnea, fasste ihr langes, dunkles Haar mit der Hand und strich es zur Seite, entblößte ihren Hals vor ihm und legte den Kopf zur Seite. Und er wusste, diesem Angebot zu widerstehen, ging über seine Kräfte. »Bitte«, flüsterte sie, »bitte tu es für mich.« Sein heißer Blick fiel auf den schwachen Puls, der unter ihrer zarten Haut schlug. Speichel schoss ihm in den Mund, seine Fänge schossen aus seinem Zahnfleisch und erinnerten ihn wild daran, wie lange es schon her war, seit er das letzte Mal Nahrung zu sich genommen hatte. Henry Vachons ekelhaftes Blut war mehr Gift als Nahrung gewesen, und er sehnte sich danach, seinen üblen Geschmack mit etwas Süßem und berauschendem zu tilgen, wie dem Nektar, der so verlockend durch Corinne's Adern floss. »Bitte«, murmelte sie wieder, und nun konnte er der Versuchung nicht länger widerstehen. Hunter legte den Mund auf ihren Hals und biss vorsichtig zu, senkte die rasiermesserscharfen Spitzen seiner Fänge in die zarte Haut, sie keuchte auf, ihr Körper spannte sich an vom kurzen Schmerz, den er ihr zugefügt hatte, und dann schmolz sie an ihm, ihre Muskeln wurden schlaff und gefügig, als er den ersten Schluck ihres Blutes in seinen Mund sog. Oh Gott! Sie war so viel mehr, als er sich je hätte vorstellen können. Ihr warmes Blut schoss über seine Zunge wie Balsam, er spürte, wie sein Körper, seine Zellen es absorbierten, wie es in jede Faser seiner Seele drang. Sie war süß und warm auf seiner Zunge, ihr charakteristischer Blutduft nach aromatischer Bergamott und zarten Feilchen erfüllte seine Nase. Er atmete ihn ein, betäubte seine Sinne mit ihrem köstlichen Geschmack, der sich für den Rest seines Lebens unauslöschlich in jede Faser seines Körpers und seiner Seele eingeprägt hatte. Obwohl er es nur aus Mitleid, aus reiner Notwendigkeit herausgetan hatte und es gar keine echte Blutsverbindung zwischen ihm und seiner Gefährtin war, reagierten seine Stammessinne auf Corinnes warmen, süßen Geschmack, als gehörte sie ihm ganz. Erregung brandete in ihm auf, ein Verlangen, das durch seine Adern schoss wie ein Flächenbrand und direkt in seinen Schwanz fuhr. Er packte sie fester, presste sie an sich und trank weiter. Tief in ihm entzündete sich eine Hitze, und er wußte instinktiv, dass sich, unabhängig von seinem Willen und seinen Absichten, die Verbindung zu ihr bildete, die sie unauflöslich an ihn kettete. Corinne gehörte jetzt ihm, und die Logik, die bisher sein ganzes leeres Leben bestimmt hatte, schien ihn zu verlassen, als er sich einreden wollte, dass es ein Fehler gewesen war, diese Verbindung zuzulassen. Alles, was er spürte, war die Hitze ihres Blutes, das ihn nährte, die Lust, sie in seinen Armen zu halten, das Verlangen, das ihn zum Stöhnen brachte, als er sie hochhob und sie zum Bett hinübertrug. Er legte sie hin, den Mund immer noch an ihren Puls gepresst, der wie eine winzige Trommel an seine Zunge schlug. Er wollte sie wieder lieben, wollte sie ausziehen und sich so tief wie möglich in ihrem Körper vergraben. Seine Sinne waren überflutet von Verlangen, sein Körper brannte lichterloh, elektrisiert von der Wildheit seiner Leidenschaft für sie. Zuerst bemerkte er das seltsame dunkle Flackern in seinem Kopf nicht. Dann versuchte er, es wegzuschieben, verloren an die Lust und an Corinne. Aber die abrupten Bilder kamen immer wieder und stürmten auf sein Unterbewusstsein ein. Blitzartige Bilder von einer dunklen Kerkerzelle. Lakaien in weißen Laborkitteln kamen herein und schoben Corinnes Bett hinaus. Die Schmerzensschreie einer Frau, gefolgt vom herzzerreißenden Geschrei eines Neugeborenen. Erschrocken zog der Hand davon Corinnes Hals zurück. »Was ist er?« fragte sie ihn. Ihre Augen waren groß vor Angst. »Bist du okay?« »Scheiße«, keuchte er, erstaunt, verblüfft, dass seine Gabe auf sie reagierte und entsetzt davon, was sie durchgemacht hatte. Immer neue Bilder prasselten jetzt auf ihn ein und die schrecklichen Geräusche von Folter und Wahnsinn, die unendliche Hoffnungslosigkeit, die sie all diese Jahre umgeben hatte. »Corinne, mein Gott, was sie dir angetan haben und das so lange. Ich sehe alles, alles, was du durchgemacht hast.« Sie legte ihm die Hand um den Nacken. In ihren Augen glitzerte Schmerz, aber in ihrem schönen Gesicht stand wilde Entschlossenheit. »Hör nicht auf! Nicht, bis wir ihn finden!« Er konnte es ihr nicht abschlagen, selbst wenn er es gewollt hätte. Wenn Corinne all diese Entsetzlichkeiten im wirklichen Leben überlebt hatte, konnte er sie mithilfe seiner übernatürlichen Gabe noch einmal erleben und alles herausholen, was ihr helfen konnte, ihr Kind zu finden. Hunter trank weiter und ließ sich von den entsetzlichen Qualen und Foltern überspülen wie von einer öligen Gezeitenwelle. Er wartete auf etwas Eindeutiges, irgendeinen soliden Anhaltspunkt in dieser Einöde der Schmerzen, die Corinnes Leben in Dragos' Laborgefängnis gewesen war. Aber da war nichts, um sich darin festzuhalten. Nichts außer dem Sog dieser brackigen Strömung, in der Corinne irgendwie geschafft hatte, nicht unterzugehen. »Aus Liebe zu ihrem Kind«, hatte sie gesagt. »Alles nur wegen ihm. Wegen ihrer Hoffnung, eines Tages ihren Sohn wiederzusehen.« Nathan war ihr Rettungsanker geworden. Wie würde sie es nur überleben, wenn Myras Vision sich erfüllte und Hunter Corinnes Flehen ignorieren und zum Todesstoß ausholen würde, der ihr die Hoffnung für immer nahm? Diese Frage fraß schon die ganze Zeit an ihm wie ätzende Säure und wurde nur noch schlimmer, als er jetzt aus Corinnes offener Ader trank und sich unauflöslich an sie band, obwohl er doch wusste, das ihm vom Schicksal vorherbestimmt war, ihr das Herz zu brechen. Der Gedanke beschämte ihn. Mit einem Knurren voller Selbsthass hörte er auf zu trinken, weil er wusste, dass er sie verschließen und Corinne loslassen sollte. Hier ging es schließlich nicht um Lust oder eine Blutsverbindung. Sie hatte ihn um Hilfe gebeten, und er hatte aus ihren Erinnerungen alles Nützliche herausgezogen. Es bestand kein Grund, jetzt noch weiterzumachen, egal wie wunderbar es sich anfühlte, diese Frau in den Armen zu halten. Seine Frau. Die Erklärung kam aus seinem tiefsten Innern, aus einem Winkel seiner Seele, wo seine Willenskraft nicht hinreichte. Er dachte sich, dass es nur die Blutsverbindung war, die da gesprochen hatte. Sein Körper, seine Stammessinne waren jetzt völlig auf Corinne eingestimmt, jetzt, wo er sich von ihrem Blut genährt hatte. Es war lediglich eine biologische Reaktion, seine wilde Natur stellte einen Besitzanspruch, auf den er gar kein Recht hatte. Und doch erkannte ein anderer Teil von ihm, dass seine Gefühle für Corinne immer intensiver wurden, und das schon bevor er auch nur den ersten Tropfen ihres Blutes gekostet hatte. Sie bedeutete ihm etwas. Er wollte, dass sie in Sicherheit war. Er wollte, dass sie glücklich war und dass ihre Leiden endlich zu Ende waren. Was er ihr alles nicht versprechen konnte, solange Myras Vision wie ein Geist in seinem Hinterkopf herumspukte. Er zog sich von Corinnes zarter Kehle zurück und fuhr mit der Zunge über die Bisswunden, die seine Fänge in ihrer Haut hinterlassen hatten. Doch bevor er die kleinen Wunden versiegeln konnte, protestierte Corinne mit einem leisen Stöhnen. Ihr Körper bäumte sich auf und drängte sich fiebriger gegen ihn, heiß und erregend. Sie klammerte sich mit ihren schlanken Gliedern an ihn und wollte ihn nicht gehen lassen. Er hatte die anderen Krieger über die Blutsverbindung reden hören, aber nichts hatte ihn auf die überwältigende Woge von erotischen Sinnesempfindungen vorbereitet, die ihn jetzt überströmte. Corinnes Blut hatte ihm durch seine Gabe Einblicke in ihre schrecklichen Erinnerungen gegeben, aber es war eine tiefere Verbindung zu ihr, die sich jetzt zu Wort meldete. Er spürte ihr Verlangen, ihre Erregung verstärkt von seinem Biss, mit dem er diese unauflösliche Verbindung zu ihr aktiviert hatte. Wieder presste er den Mund an ihren Hals und nahm einen weiteren kleinen Schluck von ihrem exotisch süßen Blut. Er konnte spüren, wie es durch seinen Körper schoss, ihn näherte und belebte. Ihr Puls schlug auch in seinen eigenen Ohren und in seinen Adern. Ihr gemeinsamer Rhythmus dröhnte so laut wie eine Kriegstrommel und trieb ihn weiter.« »Oh Gott, Corinne«, murmelte er in ihrer samtigen Haut. Obwohl es nur anständig und ehrenhaft gewesen wäre, sich jetzt von ihr zu lösen, schaffte er einfach nicht, sie loszulassen. Sie wand sich an ihm, hielt ihn fest und presste sich enger an ihn. Ihr Atem ging heftig und keuchend, als er langsam an ihrer Vene saugte. »Liebe mich, Hunter«, flüsterte sie. Und sofort war es um seine Willenskraft geschehen. Es war ihr egal, wie verzweifelt sie klang, als Hunter an ihrem Hals trank und ihre Sinne mit Wolllust erfüllte. Corinne schloss die Augen und presste sich enger an ihn, als der Druck seines Mundes an ihrem Hals, das sanfte Schürfen seiner Fänge, ihren Körper langsam zum Zerfließen brachte und ihr Verlangen aufs Neue entflammte. Von Lust war eigentlich gar keine Rede gewesen. Sie hatte Hunter aus reiner Not gebeten, von mir zu trinken, weil er ihre einzige Chance war, Anhaltspunkte über ihren Sohn zu finden. Aufgrund ihrer Erfahrungen der Vergangenheit hatte sie erwartet, dass es unangenehm sein würde, vielleicht sogar schmerzhaft. Sie hätte wissen sollen, dass es mit Hunter anders sein würde. So sanft, wie er gewesen war, als sie sich in der vorigen Nacht geliebt hatten, war er auch jetzt mit ihr. Seine Hände hielten sie vorsichtig. Sein mächtiger, riesenhafter Körper, der so tödlich sein konnte, war beschützend um sie geschlungen, seine Arme eine tröstliche Zuflucht, wo sie sich sicher und geborgen fühlte. Sie war keine Jungfrau mehr. Man hatte ihr in Dragos Labor ihren Körper und ihr Blut gestohlen. Aber mit Hunter fühlte sie sich ganz neu. Sie fühlte sich rein. Obwohl er zugestimmt hatte, von ihr zu trinken und sie sich bereitwillig mit ihm verbunden hatte, ohne dass es ein Versprechen zwischen ihnen gab, gestattete Corinne sich jetzt, einen rücksichtslosen, absolut egoistischen Augenblick lang so zu tun, als sei es real. Oh Gott, und wie leicht es ihr fiel, zu vergessen, dass es das nicht war, wenn es sich doch so unglaublich gut anfühlte. Liebe mich, Hunter, flüsterte sie wieder, konnte nicht erwarten, ihn in sich zu spüren. Er stieß ein leises, ersticktes Stöhnen aus, als er mit der Zunge über die beiden kleinen Bisswunden an ihrem Hals fuhr und sie versiegelte. Im Handumdrehen hatte er sie ausgezogen und fuhr ihr mit seinen starken Händen über den Körper, während sie noch auf der berauschenden Welle der Lust dahintrieb, die er durch seinen Biss ausgelöst hatte. Als sie nackt war, stand er am Bettrand und sah auf sie herunter. Seine Augen glühten bernsteingelb von seiner Nahrungsaufnahme und vor Verlangen. Die Fänge, die vor einem Moment ihren Hals durchschlagen hatten, glänzten perlweiß, die scharfen Spitzen füllten seinen Mund aus, sein dicker Schwanz war völlig regiert, so herrlich wie alles an ihm. Er sah aus wie ein mächtiges Raubtier, und noch nie hatte sie etwas überwältigenderes gesehen als diesen schönen Stammesvampir. Corinne legte sich zurück und verschlang ihn mit den Augen, staunte darüber, dass er nackt sogar noch beeindruckender aussah als waffenstarrend und in voller Kampfmontur. Jeder Zentimeter von ihm waren makellose Muskeln und glatte, goldene Haut. Seine Darmaglyphen zogen sich von seinem Nacken bis zu den Knöcheln. Ein verschlungenes Netz von komplizierten Wirbeln, Bögen und Schnorkeln. Die Gen-1-Hautmuster pulsierten wie lebendige Tattoos in den satten, schillernden Farben seines Verlangens. Er kam wieder aufs Bett, fuhr mit den Händen die Beine hinauf und spreizte ihre Schenkel. Sie war nass und bereit für ihn, konnte kaum erwarten, ihn in sich zu spüren, und er enttäuschte sie nicht. Er legte sich auf sie, seine stumpfe Eichel fand ihre Mitte, und mit einem langen Stoß, der ihr den Atem nahm, drang er in sie ein. Sie seufzte, und unter seiner sinnlichen Invasion ihres Körpers beschleunigte sich ihr Puls. Sie keuchte seinen Namen, als er sich in ihr bewegte. Das war kein sanfter, gezügelter Sex wie in der vorigen Nacht, sondern eine leidenschaftliche und animalische Paarung, die sie rasch zu einem heftigen Höhepunkt brachte. Hunter musste gespürt haben, wie sehr sie ihn gebraucht hatte. Ihm schien es genauso zu gehen. Die bernsteinfarbenen Augen, unverwandt auf ihre gerichtet, hielt er sich über ihr und pumpte mit einer Leidenschaft, bis sie schwach und keuchend unter ihm lag. Jeder kraftvolle Stoß trieb ihre Sinne höher und höher. Sie beobachtete ihn, und durch den Nebel ihres aufziehenden Orgasmus fanden sich ihre Blicke. Oh Gott, flüsterte sie, eher ein atemloses Keuchen als Worte. Und dann hatte sie keinen Atem und keine Worte mehr. Ihr Orgasmus überflutete sie wie eine heiße Welle des Glücks, noch intensiver durch die wilde Befriedigung, die sich auf Hunter's gut aussehendem Gesicht ausbreitete, als er sich über ihr bewegte. Sie keuchte seinen Namen und klammerte sich an ihn. Ihre Sinne waren an die Lust verloren. Er machte weiter, selbst als ihr Höhepunkt wieder abebte und sie schwerelos dahintrieb. Hunter bleckte die Lippen von Zähnen und Fängen und stieß ein kehriges Knurren aus, das in ihren Knochen vibrierte. Mit glühenden Augen, die sie versenkten, presste er sie hart an sich und pumpte mit unerbittlichem Elan, bis sie eine weitere köstliche Welle der Wolllust überströmte. Und dann noch eine. Er hörte erst auf, als sie beide schweißüberströmt und gesättigt waren und sich erschöpft und atemlos in den Armen lagen. Und dann, als ihr Verlangen aufs Neue erwachte, fingen sie wieder von vorne an. Fingen sie wieder von vorne an. »Emily, lass mich das machen.« Um fünf Uhr nachmittags war es schon dunkel. Vor einigen Stunden waren Corinne und Hunter endlich aus ihrem gemeinsamen Schlafzimmer gekommen. Wenn Emily aufgefallen war, dass sie fast den ganzen Tag dort verbracht hatten, war sie zu diskret, um etwas dazu zu sagen. Jetzt, als Corinne den Küchentisch fertig gedeckt hatte, wollte sie Emily helfen, die sich Ofenhandschuhe übergezogen hatte und eben in den Ofen hineingreifen wollte, um ihr Abendessen vom Grill zu holen. »Warte«, sagte Corinne, »lass mich das machen.« Emily schnalzte mit der Zunge. »Mach dir da mal keine Sorgen, Kindchen. Ich kenne meine alte Küche wie meine Westentasche.« Es schien unnötig, Emily darauf hinzuweisen, dass sie doch gar nichts sehen konnte. Wie schon am vorigen Tag fand sich die grauhaarige Frau in ihrer Wohnung instinktiv zurecht, als kannte sich jeden Quadratzentimeter. Corinne machte ihr Platz, als Emily zwei appetitlich gebräunte weiße Fischfilets mit einer duftenden Kruste aus Paprika und Gewürzen servierte. Vom aromatischen Duft, der vom Grill aufstieg, knurrte Corinnes Magen erwartungsvoll. Emily zog ihre Handschuhe ab und summte den Jazz-Song von der Stereoanlage nebenan im Wohnzimmer mit. Während sie ihre runden Hüften im Takt der Musik wiegte, griff sie nach einem Pfannenheber in dem untersetzten Tonkrug neben dem Herd. »Ich hoffe, du magst Wels«, sagte sie und drehte sich um, um die Filets auf die beiden Teller zu legen, die neben ihrem rechten Ellenbogen auf der Arbeitsfläche warteten. Während sie sich immer noch in den Hüften wiegte und mit der hohen Männerstimme mitsummte, fand sie unfehlbar die beiden Teller. »Du kannst uns den kreolischen Reis und das gedünstete Gemüse auftun, wenn du magst, und das heiße Maisbrot kommt in den Korb da drüben.« »Mach ich«, antwortete Corinne. Sie schöpfte eine Portion von beidem auf ihre Teller, trug sie und das Maisbrot zum Tisch und setzte sich Emily gegenüber. »Hat deinem Mann was gepasst von den Sachen, die ich für ihn rausgelegt habe?« fragte sie. Corinne wollte sie schon korrigieren, dass Hunter weder ihr Mann noch ihr Freund war, aber die Worte wollten ihr nicht über die Lippen kommen. Nach allem, was hier bei Emily in den letzten vierundzwanzig Stunden zwischen ihnen passiert war. Wäre es schon seltsam, wenn sie jetzt behauptete, dass gar nichts zwischen ihnen war? »Ja, haben sie«, sagte sie nur. »Danke, dass du sie Hunter geliehen hast.« Emily nickte und senkte die Gabel in ihren Fisch. »Mein Sohn lässt seine Sachen immer in seinem alten Zimmer liegen, wenn er zu Besuch kommt. Er ist ein großer Junge, genau wie dein Mann da drin. Es freut mich, dass ihm was davon gepasst hat.« »Das wissen wir wirklich zu schätzen«, sagte Corinne. Sie und Hunter hatten die Blutflecken einigermaßen aus seinen Drillichhosen herausbekommen, die er bei Henry Vichon getragen hatte. Aber solange seine Sachen durch Emilys Trockner liefen, war Hunter gezwungen gewesen, sich ein Sweatshirt und eine Trainingshose mit Druckverschluss von ihr zu leihen. Dass diese Sachen ihm passten, war allerdings leicht übertrieben, dachte Corinne, und lächelte beim Gedanken an Hunter im grellbunten Sweatshirt eines Sportteams und der glänzenden Nylon-Jogginghose in sich hinein. Während sie und Emily zu Abend aßen und die Musikgenossen, die aus dem Wohnzimmer zu ihnen herüberdrang, telefonierte Hunter im Gästezimmer mit Gideon und benutzte den Computer von Emilys Sohn. Er war vorhin zum Laster hinübergegangen und hatte den Rest von Dragos Laborakten aus dem Metallsafe hereingebracht, den Vichon für Dragos eingelagert hatte. Die USB-Sticks enthielten verschlüsselte Computerdaten und Hunter überspielte sie eben ins Bostoner Hauptquartier. Corinne konnte nur beten, dass sie irgendetwas enthielten, das sie weiterbrachte. So unglaublich ihre Nacht mit Hunter auch gewesen war, ihr wurde das Herz immer schwerer. Sie hatte so verzweifelt gehofft, dass ihr Blut ihm irgendeinen Anhaltspunkt über ihren Sohn liefern würde, der ihr half, ihn zu finden. Aber Hunters Gabe hatte ihnen nicht weitergeholfen. Und nun wusste er über jede Entwürdigung und Entehrung Bescheid, die sie in den Händen ihrer Entführer erlitten hatte. Obwohl er jetzt alles wusste, was sie in Dragos' Kakerlabor durchgemacht hatte, verhätschelte er sie nicht und gab ihr auch nicht das Gefühl, wegen dem, was sie durchgemacht hatte, keine vollwertige Frau mehr zu sein. Sie hatte sich schmutzig gefühlt, sich geschämt über die Dinge, die man ihr angetan hatte. Sie hatte sich völlig hilflos gefühlt, wie ein Feigling, weil sie sich von ihnen ihr Baby hatte wegnehmen lassen. Nach ihrer Befreiung hatte sie schreckliche Schuldgefühle gehabt, weil sie überlebt hatte, im Gegensatz zu so vielen anderen, die zusammen mit ihr gefangen gehalten und gefoltert worden waren. Auch ihnen hatte man die Söhne gestohlen, Kinder, die sie geliebt hätten, und einige der Stammesgefährtinnen, die Andreas und Claire Reichen bei sich in Neuengland aufgenommen hatten, waren ebenfalls Mütter, die um ihre verlorenen Söhne trauerten und dieselben seelischen Wunden hatten wie sie. Als Corinne jetzt schweigend ihr Abendessen aß, wurde ihr schlagartig bewusst, wie egoistisch es von ihr gewesen war, nur nach dem eigenen Kind zu forschen. So gering die Hoffnung, ihn zu finden, auch schien, selbst wenn ihre persönliche Suche letztlich ergebnislos blieb, konnte sie dadurch vielleicht anderen Stammesgefährtinnen helfen, ihre gestohlenen Söhne zu finden. Noch während sie das dachte, erinnerte sie sich wieder an Hunters dunkle, ominöse Warnung. »Wir waren nie kleine Jungen, keiner von uns. Wenn dein Sohn noch am Leben ist, ist er ein Killer wie ich, fertig ausgebildet, im Töten erfahren.« Dein Sohn ist fort. Er war schon fort, als Dragos ihn dir aus den Armen genommen hat. »Nein«, sagte sie sich, »es gab immer noch Hoffnung.« Hunter selbst war doch der lebende Beweis dafür. Ihm war es gelungen, sich von der brutalen Doktrin zu befreien, die Dragos ihm auferlegt hatte. Er hatte eine Chance bekommen, etwas aus seinem Leben zu machen, etwas Besseres zu sein. Und das war alles, was sie sich für ihren Sohn wünschte. Und den anderen Stammesgefährtinnen durfte es genauso gehen. Wenn sie Nathan retten konnten, gab es auch Hoffnung für andere gestohlene Kinder. An diese Hoffnung klammerte sich Corinne, als sie und Emily das wunderbare Abendessen beendeten. »Das war alles sehr lecker«, sagte sie, und ihre Zunge kribbelte immer noch von den scharfen Paprikaschoten, Gewürzen und frischen, herzhaften Aromen. »Welz mit kreolischem Reis habe ich noch nie gegessen. Und auch kein Maisbrot. Das alles ist einfach köstlich.« »Ach, Kindchen«, sagte Emily kopfschüttelnd, und ihr Tonfall verriet Schock und Mitgefühl. »Du hast wirklich noch gar nicht gelebt, nicht?« »Stimmt wohl.« Weil die Frau blind war, sah sie Corinnes wehmütiges Lächeln nicht. Sie war dankbar dafür, ihre Gedanken für sich zu haben, als sie die leer gegessenen Teller vom Tisch abräumte. Emily wollte aufstehen, um ihr zu helfen, und Corinne legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. »Bitte bleib sitzen. Lass mich doch wenigstens abräumen und spülen.« Mit einem Seufzer, der zugleich resigniert und zufrieden klang, ließ sich Emily wieder auf ihren Stuhl am Küchentisch sinken, während Corinne das restliche Geschirr abräumte und heißes Wasser ins Spülbecken einlaufen ließ. Als sie das Geschirr in den Seifenschaum senkte, hatte Corinne das Gefühl, dass das Essen irgendwie intensiver geschmeckt hatte und die leise Jazzmusik im Zimmer nebenan tröstlicher klang. Nach den Stunden der Lust in Hunters Armen erschien ihr plötzlich alles fröhlicher, bunter und intensiver. Sie fragte sich, wie es wohl wäre, sich immer so zu fühlen. War es für die blutsverbundenen Paare des Stammes etwa immer so? War die intensive Wärme, die in ihrem Herzen aufblühte, einfach nur eine Reaktion auf das körperliche Wohlgefühl, das Hunter ihr gegeben hatte, oder war es mehr als das? Sie wollte ihn nicht in ihr Herz lassen. Oh Gott, so lange Zeit hatte sie nicht geglaubt, dass dort jemals wieder Platz sein konnte für jemanden außer für ihr Kind, das man ihr entrissen hatte. Aber wenn sie daran dachte, wie lieb und zärtlich Hunter zu ihr war und was sie in den letzten paar Tagen alles zusammen durchgemacht hatten, konnte sie nicht leugnen, dass er ihr etwas bedeutete. Viel mehr als der Krieger, dem sie anfangs misstraut und den sie sogar gefürchtet hatte und den sie nun als ihren engsten Verbündeten betrachtete. Ihren unerwarteten Freund und jetzt ihren Geliebten. Der beeindruckende Stammesvampir, der sich unauflöslich an sie gebunden hatte und das nur, weil sie ihn so inständig darum gebeten hatte. Es war ein geheiligtes Geschenk und er hatte es ihr gegeben, um es als Werkzeug in ihrer persönlichen Suche einzusetzen. Er hatte ihr das kostbarste und intimste gegeben, das er hatte, und das praktisch ohne zu zögern. Jetzt spürte sie an einem Luftzug, das Hunter hinter ihr in den Raum getreten war, und seine tiefe Stimme ließ ihren Puls schneller gehen.« »Ich habe Gideon alles geschickt, was auf den Sticks gespeichert war. Ich habe ihm auch die relevanten Seiten aus den Aktenordnern eingescannt, für den Fall, dass etwas Wichtiges dabei ist.« Corinne trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch ab und drehte sich zu ihm um. »Was hat er gesagt?« fragte sie, von seinem grimmigen Ton alles andere als beruhigt. Er verschwieg ihr irgendetwas. Sein Gesicht war ganz neutral. Als sie ihn zuerst getroffen hatte, hatte seine unergründliche Miene sie beunruhigt und neugierig gemacht. Jetzt war sie einfach nur besorgt. »Konnte Gideon etwas damit anfangen?« »Er wird es uns wissen lassen.« Hunter verschränkte seine massigen Arme vor dem riesigen Saints-Schriftzug auf dem engen, schwarz-goldenen Sweatshirt. Die Arme reichten ihm nur halb über die Unterarme, und der Stoff spannte sich gefährlich um seine breiten Schultern. »Die Lage im Hauptquartier ist gerade alles andere als ideal. Aber Gideon hat gesagt, er meldet sich so bald wie möglich, wenn seine Analyse irgendetwas hergibt.« »Okay«, antwortete Corinne und sagte sich, dass das immerhin ein Anfang war. Und schließlich hatte sie wenig zu verlieren. Nathan war immer noch aus ihrer Reichweite, trotz der Erinnerungen in ihrem Blut, die Hunter für sie gelesen hatte. Die Laborberichte aus Henry Vichons Lagerabteil waren alles, was sie derzeit hatten. Das und Gideon, das Technikgenie. Sie hatte ihr Vertrauen auf Hunter gesetzt und er seines auf den Orden. »Wenn es eine Lösung gab«, sagte sich Corinne, »würde sie sie finden, solange sie Hunter an ihrer Seite hatte.« »Der schwere Teil würde jetzt das Warten sein.« Sie stieß einen kleinen Seufzer aus. »Sie stieß einen kleinen Seufzer aus.« »Okay«, sagte sie wieder und nickte resolut, wie um sich selbst zu überzeugen, dass letztendlich alles gut werden würde. Als sie sich wieder der Spüle zuwandte, um fertig abzuwaschen, meldete Emily sich von ihrem Stuhl am Küchentisch zu Wort. »Alles okay da oben in Boston mit meiner Schwester und ihrem Mann?« »Ja, Ma'am«, antwortete Hunter höflich. »Sovanna und Gideon geht es gut.« »Freut mich zu hören«, sagte sie. »Diese beiden verdienen es glücklich zu sein, mehr als die meisten anderen, die ich kenne. Und ich schätze, das gilt auch für Corinne und für dich.« Beschämt über die Richtung, die das Gespräch nahm, hielt Corinne den Kopf gesenkt und schrubbte an einem hartnäckigen, angetrockneten Reisklümpchen auf einem der beiden Teller herum. Sie versuchte, sich auf die Musik zu konzentrieren, die leise auf der Stereoanlage spielte. Eine Melodie, die sie sofort erkannte, suchte hastig nach etwas anderem, worauf sie sich konzentrieren konnte, als das gähnende Schweigen, das aus Hunters Richtung zu kommen schien. Als sie den Seifenschaum vom Teller spülte und ihn in das Trockengestell auf der Arbeitsfläche stellte, kribbelte ihre Haut wie von einer elektrischen Spannung in der Luft, die immer näher kam. Als sie nach rechts sah, stand Hunter neben ihr, ein rot-weiß kariertes Küchentuch in den riesigen Händen. Corinne konnte sein Schweigen nicht ertragen, auch nicht einen vielsagenden Blick, während Emilys Mutmaßung wie ein Fragezeichen zwischen ihnen in der Luft stand. »So ist das nicht«, platzte sie heraus. »Hunter und ich, wir sind nicht«, Emily kicherte anzüglich. »Oh, da wäre ich mir nicht so sicher, Kindchen, da wäre ich mir gar nicht so sicher.« »Sind wir nicht«, sagte Corinne, dieses Mal etwas ruhiger und überrascht, dass sie überhaupt etwas sagen konnte, so wie Hunter sie gerade beobachtete und so nahe bei ihr stand, dass sie die Hitze seines Körpers spüren konnte. Seine goldenen Augen waren heiß und unverwandt auf sie gerichtet und versetzten sie schlagartig wieder zurück in die Stunden der Leidenschaft, die sie miteinander erlebt hatten, nur wenige Meter entfernt von dem Platz, an dem sie gerade miteinander standen. »Die Musik kenne ich«, murmelte er und lauschte mit schiefgelegtem Kopf dem Jazz-Song, der aus den Lautsprechern im Wohnzimmer herüberdrang, ohne aber die goldenen Augen von ihr zu nehmen. »Ah ja?« warf Emily ein. »Das ist die wunderbare Bessie Smith«. Nicht, dass Hunter oder Corinne auf diese Bestätigung angewiesen waren. Es war dasselbe Lied, das die Kombo im Jazz-Club gespielt hatte in der ersten Nacht, als sie in New Orleans angekommen waren. Als sie Hunter jetzt ansah, spürte sie wieder seinen harten Körper an ihrem, als sie mit ihm getanzt hatte und erinnerte sich an den Augenblick, als er sie das erste Mal so zärtlich geküsst hatte. »Magst du Bessie auch?« fragte Emily und summte leise den Text mit. »Sie ist meine Lieblingssängerin«, sagte Hunter leise und verzog die Mundwinkel zu einem sinnlichen Lächeln, bei dessen Anblick sich Corinnes Puls beschleunigte. Er kam näher, stellte sich vor sie und nahm sie in die Arme. Dann senkte er den Kopf zu ihrem Ohr und flüsterte so leise, dass nur sie es hören konnte. »Und dieses Lied hat mit Kaffeemühlen nichts zu tun.« Corinne wurde puterrot, aber es war die Hitze in einem weiter unten gelegenen Teil ihrer Anatomie, die sie an seinem Körper zum Erbeben brachte, als er den Mund von der Stelle unter ihrem Ohrläppchen zu der empfindlichen Mulde über ihrem Schlüsselbein wandern ließ. Sie registrierte vage, dass Emily von ihrem Stuhl am Küchentisch aufstand. Erst da zog Hunter sich von ihr zurück, und Corinne nutzte die Chance, ihren Atem wiederzufinden. »Emily, wo gehst du hin?« »Ich bin Altkindchen, und das Leben hier ist einfach. Nach dem Abendessen schaue ich mir immer meine Gameshows an und halte ein Nickerchen.« Ihre milchigen Augen wanderten sehr nahe zu der Stelle, wo Corinne und Hunter standen. »Außerdem braucht ihr Turtel-Täubchen kein Publikum. Ich bin vielleicht blind, aber ich bin nicht blöd.« Bevor Corinne protestieren konnte, winkte Emily ihnen zu und schlurfte aus der Küche auf die Diele hinaus. »Kümmert euch gar nicht um mich,« rief sie belustigt. »Ich drehe den Fernseher immer so laut, ich würde nicht mal einen Hurricane hören.« Corinnes Grinsen wurde zu einem leisen Lachen. »Gute Nacht, Emily.« Am anderen Ende der Diele fiel eine Tür ins Schloss. Das Geräusch heilte bis in die Küche hinüber. Hunter nahm Corinnes Hände in seine und trocknete erst die eine, dann die andere mit dem Geschirrtuch ab. Während Bessie Smith von unglücklicher Liebe und gutem Sex sang, hielten sie sich eng umschlungen und wiegten sich langsam im Takt der Musik. Der Augenblick fühlte sich so wunderbar ruhig und friedlich an, einfach perfekt, so vollkommen, dass Corinnes Herz wehtat. Und obwohl keiner von ihnen es aussprach, sah sie ihre eigenen Gedanken in Hand des verhangenen, goldenen Augen gespiegelt. Wie lange konnten ein so perfekter Augenblick, ein so unschuldiges Glück, wie sie es gerade miteinander erlebten, wirklich dauern. Lebten, wirklich dauern. Hunter stand mit dem Rücken an der Schlafzimmerwand in Emilys Haus gelehnt und beobachtete, wie das Mondlicht durchs offene Fenster über Corinnes nackten Körper spielte. In der Ferne hörte er die Nachtgeräusche der Sumpftiere, tödlicher, nächtlicher Raubtiere wie ihm, gerufen von der Dunkelheit auf der Suche nach frischer Beute. Sie würden jagen und töten, wenn sie Erfolg hatten, und am nächsten Abend ging dieser Kreislauf wieder von vorne los. Sie folgten einfach ihrer Natur, taten, wozu sie geboren waren, töten ohne Gnade oder Reue und ohne zu hinterfragen, ob es nicht anderswo ein anderes, besseres Leben für sie gab. Sie konnten sich gar nicht nach etwas anderem sehnen als das, was schon immer so gewesen war. Das war ein Leben, das Hunter kannte. Er hatte genauso gelebt, solange er denken konnte. Und er wusste es doch verdammt noch mal besser, als sich jetzt sinnlose Szenarien auszumalen, mit sich selbst in der Rolle des Helden, des weißen Ritters aus irgendeiner unglaubwürdigen Legende, der sich geschworen hatte, zur Rettung der bedrängten Schönen herbeizueilen, so wie die, von denen er früher als Kind in diesem Farmhaus in Vermont gelesen hatte. Bevor der Lakai, der ihn betreut hatte, alle Bücher aus seinem armseligen Quartier entfernt und ihn gezwungen hatte, sie zu verbrennen. Er war kein Held, für niemanden, egal wie sehr er sich nach dem Zusammensein mit Corinne wünschte, einer zu sein. Das lag zum Teil an seiner Blutsverbindung zu ihr. Sie war jetzt in ihm. Ihre Zellen näherten seine und woben eine intuitive Verbindung, die all seine Gefühle für sie verstärkte. Zumindest sagte sein Verstand ihm das. Lieber eine physiologische Erklärung als die andere, die viel beunruhigender war und ihm ständig im Kopf und im Herzen umherging, seit er Corinne vorhin in den Armen gehalten und auf dem abgetretenen gelben Linoleumboden von Emily de Pree's winziger Küche mit ihr getanzt hatte. Wenn er irgendwie die Zeit hätte anhalten können, hätte er es getan. Ohne zu zögern hätte er sich damit zufrieden gegeben, Corinne einfach nur so in seinen Armen zu halten, solange sie ihn haben wollte. Danach sehnte er sich selbst jetzt noch, nachdem sie zusammen die Küche aufgeräumt hatten, dann ins Bett gegangen waren und sich bedächtig geliebt hatten. Bei diesem Gedanken wurde das wilde Hämmern in seiner Brust nur noch intensiver. Vor allem jetzt, wo er sie auf seiner Haut riechen und auf seiner Zunge schmecken konnte. Er wollte sie wecken und ihr noch mehr Lust bereiten, wollte hören, wie sie seinen Namen keuchte, während sie sich in ihrem Orgasmus an ihn klammerte, als wäre er der einzige Mann, den sie jemals in ihrem Bett haben wollte. Mit einer Wildheit, die er kaum begreifen konnte, wünschte er sich, sie sagen zu hören, dass er der einzige Mann war, den sie jemals lieben würde. Und genau aus diesem Grund hatte er sich den Genuss versagt, neben ihr auf dem Bett zu liegen, während sie schlief. Er hatte sich schon mehr von ihr genommen, als ihm zustand. Er musste sich daran erinnern, wer er war, oder vielmehr wer oder was er niemals sein konnte. In einer Hinsicht hatte ihre Gastgeberin recht gehabt. Corinne verdiente es, glücklich zu sein. Jetzt, wo ihre Erinnerungen in ihrem Blut ihm bis ins Detail gezeigt hatten, was ihr angetan worden war, konnte er nur staunen, dass sie das alles überlebt hatte. Ganz zu schweigen davon, dass es ihr gelungen war, aus diesem Gefängnis mit unversehrter Menschlichkeit hervorzugehen. Ihr Herz war immer noch rein, immer noch offen und verletzlich, obwohl man sie so abscheulich behandelt hatte. So wie er es sah, hatte sie viel Schlimmeres durchgemacht als er. Dragos hatte Corinne absichtlich und gezielt ihre Lebensgeister und ihre Seele genommen, während man Hunter von Anfang an verweigert hatte, überhaupt eine zu haben. Als er sie das erste Mal getroffen hatte, hatte die zierliche junge Frau, die mit Feuer in den Augen aus Dragos Karkalabor gekommen war, ihn neugierig gemacht. Diese Neugier war zu einem seltsamen Gefühl der Verbundenheit geworden, zu einem unerwarteten Mitgefühl, als er zugesehen hatte, wie sie sich mühsam in einer Welt zurechtfand, die in ihren Grundfesten erschüttert worden war, als sie nach all der langen Zeit zum ersten Mal wieder versuchte, in ihr Fuß zu fassen und nicht mehr wusste, wo sie hingehörte und wem sie vertrauen konnte. Da konnten selbst einem kampferprobten Krieger selbst Zweifel kommen. Aber Corinne war nicht zusammengebrochen, weder unter Dragos Grausamkeit noch unter Henry Vichons Verderbtheit. Nicht einmal, als Victor Bishop sie so skrupellos verraten hatte. Diese zierliche Frau von 1,60 war ein mutiger Krieger im Miniaturformat. Und das alles aus Liebe zu ihrem Kind. Jetzt, wo Hunter die Quelle ihrer Entschlossenheit und ihres Mutes kannte, wuchs sein Respekt für sie nur umso mehr. Er wollte wirklich, dass sie glücklich war. Gegen alle Logik und Verstand hoffte er, dass sie ihren Sohn wiederfinden würde, ohne dass es zu all den prophezeiten Tränen, dem prophezeiten Leid kam. Verursacht von seiner eigenen Hand. Er stieß einen leisen Fluch aus. Als quälte Myras Vision ihn nicht schon genug, hatte Hunter sich eine weitere Last auf die Schultern geladen, indem er von Corinne getrunken hatte. Er hatte ihr gesagt, dass ihr Blut ihm nichts Nützliches gezeigt hatte, um ihren Sohn zu finden. Aber da war doch etwas gewesen. Nur ein kleines Detail, aber vielleicht ein entscheidendes. Was genau es war, dessen war er noch unsicher. Eingeschlossen in ihren Erinnerungen an den Tag, an dem sie ihren Sohn geboren hatte, war eine Nummernfolge, die einer der Lakaien im Entbindungsraum laut aufgesagt hatte. Es war nur eine zufällige Aneinanderreihung von Zahlen gewesen und dazu noch unvollständig, denn man hatte Corinne kurz nach der Geburt ihres Babys ein starkes Schlafmittel verabreicht und sie aus dem Raum geschoben, sodass sie das Ende nicht mitbekommen hatte. Was diese Zahlen bedeuteten, wusste Hunter nicht. Sie konnten alles und nichts bedeuten. Aber er hatte sie Gideon gegeben, zusammen mit den verschlüsselten Daten und den eingescannten Laborberichten, und den Krieger angewiesen, sich zu melden, wenn die Zahlenfolge irgendetwas Brauchbares ergeben würde. Hunter war nicht sicher, welches Ergebnis ihm lieber war. Eine Bestätigung, dass sie Corinnes Sohn endlich aufgespürt hatten, oder keine brauchbare Verbindung zwischen der Nummernfolge und ihrem Sohn. Nichtsdestotrotz hätte er Corinne erzählen sollen, was er gefunden hatte, auch wenn es falsche Hoffnung in ihr weckte. Aber das wollte er ihr ersparen, wenn er konnte. Am liebsten würde er ihr jeden Schmerz für den Rest ihres Lebens ersparen. Er fuhr sich mit der Hand über den Kopf und ließ sich in der Zimmerecke in die Hocke sinken. Da fiel ihm auf dem Boden direkt unter dem Fußende des Bettes ein dunkler, rechteckiger Gegenstand auf. Der lederne Aktenkoffer, den Corinne heute Morgen aus dem Laster geholt hatte. Nach der nur allzu angenehmen Ablenkung durch Corinne hatte er ihn übersehen, als er sich wegen der anderen Labordaten im Hauptquartier gemeldet hatte. Jetzt griff er nach dem Koffer und zog seinen Inhalt heraus. Das meiste war vergilbtes Papier mit handschriftlichen Notizen, aber es war das abgewetzte schwarze Bestandsbuch, das ihm besonders ins Auge fiel. Er legte den Koffer und die Aktenordner neben sich auf den Boden und schlug ihn auf. Über den oberen Teil der ersten Seite zog sich ein Eintrag in einer krakeligen Handschrift. Subjekt Nummer 862-108-102-484. Hunter starrte die Zahlenfolge an. Sie war ihm unbekannt. Weder hatte er sie vorhin an Gideon weitergegeben, noch hatte er sie je zuvor gesehen. Und doch stockte ihm das Blut in den Adern und ihm wurde eiskalt. Er blätterte zur nächsten Seite um. Datum 8. August 1956, 4.24 Uhr. Resultat. Erster erfolgreich ausgetragener Lebendgeburt eines Gen-1-Subjekts. Normale Schwangerschaftsdauer. Status? Zuchtprogramm Hunter eingeleitet. Hunter starrte die Seite an, bis ihm die Buchstaben vor den Augen verschwammen und sich in seinem Kopf ein wilder Lärm erhob. Er blätterte weiter in dem Bestandsbuch, überflog die späteren Einträge. Sein Verstand absorbierte Daten und Fakten, selbst während sein Bewusstsein verzweifelt versuchte, die Details auszublenden. Herr im Himmel. Was er da vor sich hatte, war die Geburtsurkunde und der Entwicklungsbericht des allerersten Gen-1-Killers, der erfolgreich in Dragos' Labor gezüchtet worden war. Es war seine eigene Akte. Corinne wachte auf und streckte den Arm im Bett aus, suchte Hunters warmen Körper. Er war nicht da. Hunter? Hunter? Sie setzte sich in dem dunklen Schlafzimmer auf und hörte nichts als die vielstimmigen, nächtlichen Sumpfgeräusche, die durchs Fenster hereindrangen. Hunter, wo bist du? Als keine Antwort kam, stieg sie aus dem Bett und zog sich ihre Kleider über. Ihre Schuhe lagen auf dem Boden am Fußende des Bettes, und nicht weit von ihnen befand sich der lederne Aktenkoffer mit Dragos Laboraufzeichnungen. Sein Inhalt war chaotisch auf dem Boden verstreut, überall lagen in wildem Durcheinander Papiere herum. Bei diesem Anblick hatte sie plötzlich einen seltsamen Kloß um Hals, und weil Hunter gegangen war, ohne ihr etwas zu sagen. Sie schlüpfte in ihre Schuhe und schlich sich leise aus dem Schlafzimmer. Hinter Emelies geschlossener Tür am Ende der Diele lief immer noch laut der Fernseher, aber der Rest des Hauses war stumm und leer. Hunter, flüsterte sie, und wusste, wenn er da war, würde sein scharfes Stammesgehör selbst das leiseste Geräusch auffangen, als sie durch das Haus auf das Fliegengitter der Küchentür zuging. Wo war er nur hin? Aber eigentlich wusste sie es schon. Sie ging hinaus auf die Hintertreppe und spähte in die dunklen Sümpfe hinaus, wo in einigen Metern Entfernung der weiße Kastenwagen im Dickicht abgestellt war. Das Gras raschelte unter ihren Füßen, die Nachtluft war feucht und salzig in ihrer Nase. Sie ging mühsam und versuchte, sich die Kälte aus den Armen zu reiben, die ihr in die Knochen drang. Als sie den Laster erreichte, sah sie, dass die Klappe aufstand. Die beiden verbeulten weißen Türflügel mit dem verblassten Schriftzug einer Speditionsfirma, bespritzt mit Dreck aus dem Sumpf und dem angetrockneten Blut der vorigen Nacht, standen weit auf, und dahinter war nichts als Dunkelheit. Hunter, bist du da drin? Sie zog die Türflügel weiter auf und spähte hinein. Eine an der Decke montierte Glühbirne schaltete sich automatisch ein, und sie sah Hunter, der am hinteren Ende des Kastenwagens auf dem Boden saß. Barfuß und ohne Hemd, die geborgte Nylon-Jogginghose reichte ihm nur halb über seine glüfenbedeckten Waden. Er hatte die Ellbogen auf die angezogenen Knie gestützt und ließ den Kopf hängen. Dann sah er zu ihr auf, und der leere Ausdruck seiner goldenen Augen ließ ihr Herz sich unwillkürlich zusammenziehen. Was ist los? Sie kletterte in den Kastenwagen hinauf und näherte sich ihm. Zwischen seinen Füßen lag ein Buch, eine Art Tagebuch mit weichem, schwarzen Einband. Was machst du hier draußen? fragte sie ihn und setzte sich ihm im Schneidersitz gegenüber. Hast du noch was in Dragos' Akten gefunden? Er hob das Tagebuch auf und gab es ihr. Als er redete, war seine Stimme völlig ausdruckslos. Es war bei den Papieren in dem Aktenkoffer drüben im Haus. Corinne runzelte die Stirn, schlug das Buch auf und betrachtete den krakeligen handschriftlichen Eintrag auf der ersten Seite. Ist es ein Laborbericht? Als Hunter nicht antwortete, blätterte sie nach vorne und überflog Dutzende von Einträgen, Seite um Seite mit handschriftlichen Aufzeichnungen. Das ist ein Geburtszertifikat. Mein Gott, das ist die detaillierte Dokumentation eines Killers aus Dragos' Gen 1-Zuchtprogramm. Seines allerersten Killers, antwortete Hunter. Die Erkenntnis traf sie noch, bevor sie zu ihm aufblickte und die Trostlosigkeit in seinem Gesicht sah. Das war nicht einfach nur irgendein alter Laborbericht aus den Anfängen von Dragos' perversem Zuchtprogramm. Das war Hunters eigene Akte. Mit angehaltenem Atem, unsicher, was sie da erwartete, blätterte Corinne weiter durch das Hauptbuch und las wahllos einen der vielen Einträge im ersten Viertel. Hunter-Programm Jahr 4 Bericht Höchstleistungen bei Erziehung und körperlichem Training Prüfungsergebnis 50 Punkte über anderen fünf Subjekten im Programm Es überraschte sie nicht, das Hunter in allem, was er tat, mit Bestnotenabschnitt, selbst als kleiner Junge. Sie hatte die Luft angehalten, jetzt entfuhr sie ihr mit einem kleinen Seufzer und sie wandte sich einem Eintrag etwas weiter hinten zu. Jahr 5 Bericht Erste Konditionierung erfolgreich abgeschlossen. Subjekt aus Labor entfernt und in Einzelzelle verlegt. Grundversorgung und Disziplin von zugeteiltem Betreuer. Lakai überwacht. Sie blätterte etwas weiter. Jahr 8 Bericht Körperliche Fitness und Intelligenz übertreffen alle Erwartungen. Aneignung diverser Exekutionstechniken in Theorie und Praxis erfolgreich absolviert. Betreuer empfiehlt Training am lebenden Objekt. Und dann folgte eine Reihe Einträge, offenbar nur von wenig später, die Korinders Blut in den Adern gefrieren ließen. Jahr 8 Bericht Erste Exekution erfolgreich absolviert. Ausbildung im Gelände an menschlicher Beute getestet. Kein Zweikampf. Bericht Erfolgreiche Exekution von heranwachsendem zivilen Stammesvampir. Angewandte Methoden Nahkampf mit kurzen Dolchen. Subjekt und Zielperson gleich bewaffnet. Bericht Erfolgreiche Exekution von erwachsenem zivilen Stammesvampir. Angewandte Methoden Nahkampf mit kurzen, langen Dolchen. Subjekt unbewaffnet Jagd- und Fangtechniken hervorragend. Setzt Gelände und Training effizient ein. Die Kälte, die sie vor einem Moment gespürt hatte, war jetzt zu einem Eisklumpen in ihrem Magen geworden. Übelkeit stieg in ihr auf beim Gedanken daran, wie abgrundtief böse jemand sein musste, um ein Kind zu einem seelenlosen Monster abzurichten, wie Dragos sie offenbar als seine Soldaten haben wollte. Sie sah auf zu dem Stoischen Gen 1, diesem erfahrenen Killer, der irgendwie ihr Freund und Geliebter geworden war, und sie spürte keine Angst oder Verachtung dafür, was man aus ihm gemacht hatte. Er bedeutete ihr so viel. Sie musste nicht erst ihr Herz befragen, um zu wissen, dass sie ihn liebte. Mit brennenden Augen und vor Emotionen zugeschnürter Kehle blätterte sie einige Seiten weiter in diesem schrecklichen Buch. Jahr 9 Bericht Betreuer meldet beunruhigenden Anstieg der Wissbegierde. Subjekt fragt häufig nach Lebenszweck und persönlicher Abstammung. Bericht Subjekt hat wahllos Bücher aus Betreuerquartier gestohlen und in Zelle versteckt. Belletristik, Biografien, Philosophie und Poesie. Dieser spezielle Eintrag war mit einem wütend hingekritzelten Zusatz versehen. Beschluss Zugang zu anderer als programmrelevanter Lektüre unterbinden, nur technische Handbücher und Lehrbücher erlaubt. Maßnahme Betreuer angewiesen, verbotenes Material aus Zelle zu entfernen und von Subjekt verbrennen zu lassen. Beachten Im weiteren Verlauf des Programms Rebellion als Risikofaktor einkalkulieren. Subjekte hochintelligent, natürliche Raubtiere und Eroberer, mit Disziplin allein voraussichtlich nicht kontrollierbar. Prozessverbesserung Technologieabteilung mit Entwicklung technischer Mittel beauftragen, um Gehorsamkeit und Loyalität der Subjekte im Killerzuchtprogramm sicherzustellen. Corinne klappte das Bestandsbuch zu und setzte sich neben Hunter. Sie war sprachlos, ganz überwältigt von Trauer um den Jungen, dem man nie erlaubt hatte, ein Kind zu sein, und beschämt von dem Mann, der in so einer einsamen, lichtlosen Hölle groß geworden war, ohne seine Fähigkeit zu Mitgefühl und Ehre zu verlieren. Sie nahm sein Gesicht in die Hände und drehte es sanft, bis er sie ansah. Du bist ein guter Mann, Hunter. Du bist so viel mehr, als Dragos wollte. Du bist besser als die Summe deiner Vergangenheit. Das weißt du doch, oder? Mit finsterem Gesicht entzog er sich ihrem Griff und schüttelte den Kopf. Ich hab sie umgebracht. Er sagte diese schrecklichen Worte ganz ruhig, stellte einfach nur eine Tatsache fest. Wovon redest du? Steht alles da drin, sagte er und zeigte auf das schreckliche Bestandsbuch in ihrem Schoß. Ihr graute davor, welche Abscheulichkeiten sie noch in Hunters Kindheit und Jugend finden würde, aber offensichtlich hatte er das ganze Ding von vorne bis hinten durchgelesen. Sie nahm es wieder vom Boden und schlug es auf. Dieses Mal las sie langsamer, las die Details seiner Geburt und der Wochen und Monate danach, in denen er, anders als ihr Sohn, vom Blut seiner eigenen Mutter genährt wurde, statt von Fremden. Ihr hatte man sogar diese kleine Freude versagt. Und dann sah sie es. Bericht Wenn von Mutter getrennt, zeigt Subjekt klare Trennungsangst, Schwäche diagnostiziert, Verhaltensstörung korrigieren, Maßnahme, Kontakt zur Mutter abgebrochen, Nahrungsaufnahme auf andere menschliche Quellen und oder Lakaien umgestellt. Corinne blätterte einige Seiten weiter. Angesichts einer unguten Vorahnung zitterten ihr die Finger, als sie den Eintrag fand, gegen den alle anderen harmlos wirkten. Jahr 2 Bericht Zufallsbegegnung mit Mutter im Labor Subjekt reagiert emotional, als betreuender Lakaikontakt verweigert. Subjekt beschädigt Laborausrüstung und zeigt klare Trotzhaltung. Beschluss Im Interesse der Ausbildung des Subjekts potenzielle Ablenkungen zukünftig ausschließen. Maßnahme Mutter getötet Programmrichtlinien mit sofortiger Wirkung modifiziert, um Interaktion zukünftiger Subjekte und Mütter zu verhindern. Subjekte sind ausschließlich von Lakaien zu versorgen. Korinns Augen waren zu feucht, um weiterzulesen. Hass erfüllt stieß sie die Dokumentation von Dragors Wahnsinn von sich weg. Anters Stimme neben ihr klang Hölzern. »Ich hab meine Mutter umgebracht, Corinne.« Er sagte es völlig ausdruckslos und schien gar nicht zu merken, dass ihm ein paar Tränen über sein steinernes Gesicht rannen. »Du hast gar nichts dergleichen getan.« So zärtlich, wie sie nur wagte, streckte Korinne die Hand aus und strich mit dem Daumen über die feuchten Spuren auf seiner geröteten Wange und seinem angespannten Kiefer, und vor Kummer und Mitgefühl für ihn wollte ihr fast das Herz brechen. »Dragors hat das getan, nicht du?« »Meine Mutter ist meinetwegen tot, Corinne, weil ich sie liebte.« Die Schuldgefühle in seinen Augen waren so endlos, dass sie kaum Worte fand, um ihn zu trösten. Nichts, was sie sagte, konnte den Schmerz lindern, den er fühlen musste. Verlust tat immer weh, egal wie lange er schon zurücklag. Corinne wusste aus erster Hand, wie seelenlos Dragors war, also hätte es sie nicht überraschen sollen, dass er die natürliche Bindung eines Kleinkindes an seine Mutter als Schwäche betrachtete. Als Verhaltensstörung, die sich in seinem sadistischen Programm mit einer einfachen, endgültigen Maßnahme korrigieren ließ. Beim Gedanken, dass Hunter nach all dieser Zeit mit den Konsequenzen leben musste und auch noch dachte, dass er schuld daran war, hätte sie Dragors am liebsten mit den Fingernägeln das rabenschwarze Herz herausgerissen und es in ihrer Faust zermalmt. Stattdessen legte sie die Arme um Hunter und zog seinen riesenhaften Körper eng an sich. Sie küsste ihn auf den Kopf und wiegte ihn sanft, und ihre Arme spendeten diesem mächtigen Mann, der jetzt reglos auf ihrem Schoß lag und in tiefes Schweigen verfallen war, Schutz und Trost. »Du hast nichts falsch gemacht«, versicherte sie ihm. »Es ist nie falsch, jemanden zu lieben.« »Es ist nie falsch, jemanden zu lieben.« Es hatte an diesem Abend in Boston gleich nach Einbruch der Dämmerung zu schneien begonnen. Der kalte Dezemberwind brachte riesige Flocken mit, die auf Chase Kopf und Wangen schmolzen. Er starrte durch die tropfnassen Haarsträhnen, die ihm in die Augen hingen, und beobachtete den Rummel von ankommenden und abfahrenden Lieferwagen an Senator Robert Clarence teurem Anwesen in North Shore, einem exklusiven Vorort von Boston. Er wusste nicht ganz genau, was ihn dazu gebracht hatte, vor dem Haus des jungen Politikers im Dunkeln zu lauern. Wie die Blutgier, die ihn umtrieb, ließ Chase' angeborene Neugier ihm keine Ruhe, auch wenn die schicke Party, die hier offenbar nachher stattfinden sollte, ihm eigentlich scheißegal sein konnte. Bei der Parade von Cateringfirmen und Mietwäsche-Services, die sich die Klinke in die Hand gaben, musste es das gesellschaftliche Highlight der Saison werden. Ein zwölfköpfiges Salonorchester mit Streichern und Bläsern hatte seine Instrumente durch den Hintereingang hereingetragen, als Chase angekommen war, und die über zwanzig uniformierten Cops und die grimmig blickende Einheit des Geheimdienstes, die an strategischen Punkten auf dem ganzen Anwesen postiert waren, machten ihn stutzig. Chase beäugte die Männer mit dem militärischen Bürstenhaarschnitt und den schwarzen Anzügen. Bobby Clarence war ein aufgehender Stern am Polithimmel, aber diese ganze Security war nicht seinetwegen hier. Bei diesem Großaufgeburt wurde mindestens ein hochrangiger Regierungsbeamter aus Washington, D.C. erwartet. Jetzt erinnerte sich Chase an einige Einzelheiten aus dem Wahlkampf, die er zwangsläufig mitbekommen hatte. Clarence' Kandidatur war von keinem Geringeren als dem Vizepräsidenten unterstützt worden. Er hatte seinen brillanten Studenten in den höchsten Tönen gelobt, der ihn, seinen strengsten Professor, mit seiner Integrität und seinen guten Yankee-Manieren beeindruckt hatte. Und jetzt, wo Chase darüber nachdachte, stieg ein Verdacht in ihm auf. Dragos hatte seinen Leuten nicht verheimlicht, dass er an Senator Clarence interessiert war. Aber was, wenn er eigentlich jemand anderen im Visier hatte, der eine noch höhere Machtposition bekleidete? »Himmel, Arsch und Zwirn«, murmelte Chase. »Was, wenn einige dieser Cops, die auf dem Grundstück des Senators herumlatschten, Dragos' Lakaien waren? Was konnte Dragos dann davon abhalten, eine Versammlung wie diese für seine eigenen Pläne zu nutzen?« Chase' alte Instinkte riefen ihm eine Warnung zu, die er nicht ignorieren konnte. Auf dieser Party heute Nacht würde etwas Schlimmes passieren, das spürte er in seinen Knochen. Der Senator oder sein VIP-Gast waren in Gefahr. Guter Gott womöglich sogar alle beide. Darauf würde Chase sein Leben verwetten. Nicht, dass es heutzutage viel wert war. Und jetzt war seine Besorgnis stärker als sein Blutdurst. Mit der übernatürlichen Geschwindigkeit des Stammes sprang Chase über die Straße auf das Grundstück hinüber, vorbei an den Cops und der Einheit des Geheimdienstes, die davor postiert waren. Als er durch die Hintertür in die Küche des Anwesens schlüpfte, war er nur ein kalter Luftzug, der einige Schneeflocken aufwirbelte. Kaum war er drin, kamen zwei weitere Männer in schwarzen Anzügen um die Ecke. Chase duckte sich in die Speisekammer und wurde ganz reglos und still, während die beiden Geheimdienstleute direkt an der Stelle vorbeikamen, wo er eben noch gestanden hatte. Einer der beiden meldete über sein kabelloses Headset, dass der erste Stock überprüft und freigegeben war, und begann dann mit seinem Begleiter eine Unterhaltung über das Spiel des College-Football-Teams am vorigen Abend. Dann gingen die bewaffneten Männer aus dem Haus, um sich ihrer Einheit im Hof anzuschließen, und Chase atmete auf. Eben wollte er aus der Speisekammer treten, als die Tür nach innen aufschwang und fast gegen ihn geprallt wäre. Er blieb abrupt stehen. »Haben Sie wegen des Rotweins da drin nachgesehen, Joe?« Eine junge Frau betrat die geräumige Speisekammer und redete über die Schulter mit jemandem draußen in der Küche. Sie trug ein langarmliches, hochgeschlossenes Abendkleid aus burgunderrotem Samt in Knitteroptik, das sich wie ein Geliebter an ihren großen athletischen Körper schmiegte, und ihre wellige, dunkelbraune Mähne schwang ihr um die Schultern, als sie sich umdrehte und tiefer in den Raum trat. »Ach, hier ist er ja! Noch zwei Kisten Pinot Noir, genau wie ich dachte!« Chase hatte sich in seine Schatten gehüllt und kämpfte, damit sie aufrechtzuerhalten, als die atemberaubende junge Frau direkt an ihm vorbeiging und einem kräftigen Mann in Kellnerfrack und Fliege winkte, seinen Handhubwagen in den Raum zu schieben. Der Mann schien eine Ewigkeit dafür zu brauchen, ihn hineinzumanövrieren und die Kist mit dem teuren französischen Rotwein aufzuladen, – nicht, dass Chase allzu viel dagegen gehabt hätte. So anstrengend es auch war, die Illusion seiner Gabe aufrechtzuerhalten, er würde nicht so schnell genug davon bekommen, diese selbstbewusste Frau mit dem professionellen Auftreten und dem höllenscharfen Kleid anzusehen. Endlich wurde die letzte Weinkiste mit klirrenden Flaschen auf dem Handhubwagen abgestellt. »Sonst noch was, Miss Fairchild?« Sie sah auf ihrer Armbanduhr. »Ich lasse es Sie wissen, Joe, danke,« antwortete sie kühl. Sie folgte ihm, als er seine Ladung zur Tür hinauskarrte, ihr wohlgeformter Po viel zu sexy für jemanden, der eine so eisige Kälte verströmte. »Falls sonst jemand vom Servicepersonal mich braucht, ich bin beim Orchester und spreche ein letztes Mal die Musikauswahl durch. Sagen Sie allen, dass Sie sich fertig machen sollen. Und die Gäste des Senators werden in exakt einer Stunde erwartet.« »Es gut, Miss Fairchild«, murmelte Joe mit dem Handhubwagen, als die Speisekammertür hinter ihren hohen Absätzen ins Schloss fiel. Chase ließ die Schatten fallen, sobald er alleine war. Sein Atem ging heftig und keuchend, und sein Körper fühlte sich an, als hätte er eben einen Marathon quer durchs ganze Land gemacht. Seine Hände zitterten, und er bekam Magenkrämpfe vor Gier nach neuem Sprit. Verdammt! Er hatte hier praktisch das große Flattern, und die Party hatte noch nicht mal begonnen. Er öffnete die Tür einen Spalt und spähte hinaus. Als er sicher war, dass es keine weiteren Überraschungen geben würde, schlüpfte er hinaus und sprintete mit allerletzten Kräften die Treppe hinauf. Im von der Security freigegebenen ersten Stock fand er ein leeres Schlafzimmer, wo er warten wollte, bis die Weihnachtsgäste des Senators eintreffen würden. Als sie wenig später ins Haus zurückgegangen waren, hatte Gideons E-Mail schon auf sie gewartet. Hunter hatte ihn im Bosner Hauptquartier zurückgerufen, Corinne saß neben ihm am Computer und mit einer Mischung aus Angst und grimmiger Akzeptanz zugehört, was Gideon ihm gesagt hatte. Seine Überprüfung der unvollständigen Zahlenfolge, die in Corinnes Blut gespeichert war, hatte Ergebnisse erbracht. In den verschlüsselten Daten auf den USB-Sticks, die Hunter ins Hauptquartier überspielt hatte, hatte es zwei Volltreffer gegeben. Die schlechte Nachricht war, dass der eine zu einer Datei gehörte, die seit über fünf Jahren nicht mehr aktualisiert worden war. Die gute Nachricht? Der zweite Treffer bezog sich auf eine aktive Datei. Gideon hatte sich schnell hineingehackt und in dem Datensatz eine Koordinate gefunden. Diese hatte er testweise über den Satelliten laufen lassen und ein GPS-Signal aus einer Kleinstadt im ländlichen Westen von Georgia aufgefangen, etwa 100 Kilometer von Atlanta entfernt. Gideon hatte mit Lichtgeschwindigkeit geredet, als er Hunter vor etwa einer Stunde diese Informationen gegeben hatte. Er war davon ausgegangen, dass es sich nur noch um ein paar Stunden Recherchearbeit handeln konnte, bis die Daten aus Henry Vichons Lagerabteil ihnen sogar etwas noch Größeres liefern würden. So aufregend die Aussicht auf einen zukünftigen Angriffsschlag gegen Dragos Operation auch war, war Hunter in Gedanken mit naheliegenderen Angelegenheiten beschäftigt. Corinne war ruhig und nachdenklich gewesen, seit sie sich überstürzt von Emily Dupree verabschiedet hatten und gemeinsam mit dem Kastenwagen zu ihrer großen Überlandfahrt aufgebrochen waren. Mittlerweile waren sie schon mehrere Stunden unterwegs, fuhren durch Alabama auf die Interstate 85 zu. Hunter schätzte, dass sie es bis zum Sonnenaufgang zur Staatsgrenze von North Carolina schaffen konnten. Plus etwa 16 Stunden Fahrt und er hätte Corinne sicher im dunklen Hafen der Reichens auf Rhode Island abgeliefert. Was sie natürlich nicht wusste. Dieses spezielle Detail seines Plans hatte er ihr erst erzählen wollen, sobald sie auf der Straße und miteinander allein waren. Aber jetzt fiel es ihm schwer, damit herauszurücken. Er wusste, dass er sie enttäuschen und mit der Wahrheit verletzen würde, und das fiel ihm noch schwerer, nachdem sie vorhin solches Mitgefühl für ihn gezeigt hatte. Angesichts der Entdeckung des Laborbestandsbuches und seines schrecklichen Inhalts drehte sich ihm immer noch der Kopf. Das alles hatte ihn völlig aus dem Gleichgewicht gebracht, als hätte er auf einen Schlag den Boden unter den Füßen verloren. Zumindest bis Corinne ihn in die Arme genommen und getröstet hatte. Als ob sie seinen inneren Konflikt spürte, hob sie jetzt den Kopf von den Google Maps Ausdrucken in ihrem Schoß und sah zu ihm hinüber. Alles okay? Er nickte, doch er merkte selbst, dass es nicht überzeugend wirkte. Du hast kaum was gesagt, seit wir New Orleans verlassen haben. Wenn du irgendetwas brauchst... Nein, sagte sie und schüttelte den Kopf. Wenn ich nicht viel rede, dann nur, weil ich nervös bin. Ich habe einfach Angst, schätze ich. Ich kann auch gar nicht glauben, dass wir tatsächlich auf dem Weg zu ihm sind. Endlich bin ich auf dem Weg zu Nathan. Sie sagte den Namen ihres Sohnes so andächtig und hoffnungsvoll, dass es ihm das Herz zerriss. Hunter lernte durch Corinne so viele neue Gefühle kennen, aber das brennende Schuldgefühl, sie zu hintergehen, war fast mehr, als er ertragen konnte. Er räusperte sich und zwang sich endlich auszupacken. Wir können nicht wissen, dass dein Sohn wirklich in der Zelle ist, die Gideon in der Nähe von Atlanta geortet hat. Aber du und ich fahren jetzt weiter in den Norden, Corinne. Ich bring dich nach Rhode Island zurück, in den dunklen Hafen von Andreas und Claire. Was soll das heißen? Im Augenwinkel sah er, dass sie ihn mit offenem Mund anstarrte. Fahren wir nicht nach Atlanta? Es wäre dort nicht sicher für dich. Sobald du sicher bei Andreas und Claire untergebracht bist, fahre ich allein runter und suche nach ihm. Es ist besser so für alle Beteiligten. Durch seine Blutsverbindung zu ihr spürte er, wie ihr Zorn in seinen eigenen Adern aufflammte. Und wann hattest du vor, mir das zu sagen? Bevor oder nachdem du mich im dunklen Hafen abgeliefert hast? Es tut mir leid, sagte er, und es war sein voller Ernst. Mir ist klar, dass du damit nicht einverstanden bist. Aber ich bin nicht nur für deine Sicherheit verantwortlich, sondern ich will dir auch potenziellen Kummer und Enttäuschung ersparen. Er ist dort, Hunter, fliehte sie. Ich spüre es in meinen Knochen. Nathan ist dort! Hunter sah von der Autobahn, die sich schier endlos vor ihm ausstreckte, zu der wunderschönen Löwenmutter hinüber. Corinne würde sich vermutlich vor eine Maschinengewehrsalve werfen, wenn sie dachte, dass sie ihren Sohn damit retten konnte. Der Gedanke erschreckte ihn. Wir haben nur sehr wenige Fakten zur Verfügung, Corinne. Logisch gesehen kann diese Information genauso gut zu einem anderen von Dragos-Killern führen statt zu deinem Sohn. Sie drehte sich auf der langen Sitzbank zu ihm. Jetzt war sie Fuchsteufelswild. Logisch gesehen kann es so viel wir wissen auch wirklich mein Sohn sein. Umso mehr Grund für mich, dass ich dich nicht dort haben will, Corinne. Er sah wieder zur Windschutzscheibe hinaus und stieß einen leisen Seufzer aus. Wenn er es ist, kann es nicht gut enden. Woher willst du das wissen? rief sie wütend. Du kannst doch gar nicht wissen! Wieder sah er zu ihr hinüber und erkannte, dass das, was er ihr jetzt sagen würde, wahrscheinlich alles zerstören würde, was in ihrer kurzen gemeinsamen Zeit zwischen ihnen entstanden war. »Ich weiß es, Corinne. Ich habe gesehen, wie dein Wiedersehen mit deinem Sohn verlaufen wird. Das kleine Mädchen im Hauptquartier des Ordens.« »Myra?« Sie wirkte überrascht, verwirrt. Zwischen ihren schmalen, schwarzen Brauen erschien eine steile Falte. »Was hat das jetzt mit ihr zu tun?« »Wer hat mir eine Vision gezeigt?« antwortete er. »Eine Vision von dir und dem Jungen. Und mir.« »Was?« Corinne starrte ihn an, als hätte er sie in den Magen geschlagen. Obwohl sie sichtlich erstaunt war, lag eine grimmige Ahnung in ihrer leisen Stimme. »Sag mir, worum es hier geht, Hunter. Hat Myra etwas gesehen, seit wir das Hauptquartier verlassen haben?« »Nein. Es ist schon Monate her,« gab er zu. »Das war lange, bevor ich dich getroffen habe.« Als er jetzt zu ihr hinübersah, sah sie elend aus, und ihr Gesicht wirkte blass in der schwachen Beleuchtung des Armaturenbretts. Der anklagende Ausdruck in ihren Augen schnitt ihm wie eine Klinge ins Herz. »Was soll das heißen? Was weißt du über Nathan? Weißt du, ob wir ihn finden oder nicht? Hat Myra vorhergesehen, wie das heute Nacht enden wird?« Hunter's Schweigen schien mehr, als sie ertragen konnte. »Halt den Wagen an!« verlangte sie. »Sofort anhalten!« Er ging vom Gas und fuhr von der dreispurigen Autobahn auf den Standstreifen. Keith knirschte unter den Reifen, er stellte die Automatikschaltung auf Parken und wandte sich Corinne zu. Sie sah ihn nicht an. Er brauchte ihre Augen nicht zu sehen, um zu wissen, dass sie voller Schmerz waren, voller Ungläubigkeit und Verwirrung. »Du hast die ganze Zeit von meinem Sohn gewusst, noch bevor du mich nach Hause nach Detroit gebracht hast.« »Ich wusste nicht, dass es in der Vision um dein Kind ging, Corinne. Als ich sie in Myras Augen gesehen habe, wusste ich noch nicht einmal, wer du bist. Damals ergab das alles überhaupt keinen Sinn für mich.« Corinne starrte ihn jetzt düster an. »Was genau hast du gesehen, Hunter?« »Dich«, sagte er. »Ich habe dich weinen sehen. Du hast mich angefleht, jemanden zu verschonen, der dir alles bedeutete. Du hast mich angefleht, ihn nicht zu töten und bist mir in den Arm gefallen.« Sie schluckte hörbar. Auf der Straße neben ihnen raste der Verkehr vorbei. »Und was hast du getan in dieser Vision?« Die bitteren Worte wollten ihm kaum über die Lippen kommen. Sie fühlten sich so entsetzlich auf seiner Zunge an, wie sich die Tat für seine Hände anfühlen würde. »Ich habe getan, was getan werden musste. Du hast Unmögliches von mir verlangt.« Sie keuchte auf und suchte hektisch nach dem Türgriff. Hunter hätte sie zurückhalten, die Türschlösser mit bloßer Willenskraft verriegeln und sie bei ihm in der Fahrerkabine einsperren können. Aber ihr Kummer tat ihm selbst weh. Er sprang hinter ihr hinaus und blieb direkt hinter ihr, während sie hinaus auf den mondhellen, grasbewachsenen Standstreifen stolperte. »Corinne, versuch mich zu verstehen!« Sie war fuchsteufelswild und zutiefst verletzt, zitterte heftig am ganzen Körper. »Du hast mich angelogen!« Als sie ihn anschrie, wurde das Geräusch des vorbeirasenden Verkehrs plötzlich immer lauter. Ihre Gabel nahm die Schallwellen auf und ließ sie zu einem Orkan anschwellen. »Du hast das die ganze Zeit, über die wir zusammen waren, gewusst und hast es mir verheimlicht? Wie konntest du?« »Ich wusste nicht, wen du zu schützen versucht hast und wann diese Prophezeiung eintreffen würde. Es hätte Jahre in der Zukunft stattfinden können oder alles Mögliche bedeuten können.« Bevor ich dir etwas davon erzählte, musste ich erst verstehen, was ich da gesehen habe. Auf der Überholspur raste ein Schwerlaster vorbei und das Geräusch brachte den Boden zum Erbeben, während Corinne ihm zuhörte, wie er versuchte, ihr etwas zu erklären, das ihm jetzt selbst unvertretbar vorkam. »Ich habe das alles erst verstanden, als du mir von deinem Sohn erzählt hast.« Sie schloss einen Moment die Augen und sah dann zu den Sternen auf. Als sie ihn wieder ansah, hatte sie Tränen in den Augen. »Und dann? Nach allem, was zwischen uns war? Nachdem wir uns geliebt haben, nachdem du von mir getrunken hast, hast du mir immer noch nichts davon gesagt?« »Ja«, sagte er, »denn da hast du mir schon zu viel bedeutet und ich wollte dich nicht mit der Wahrheit verletzen.« Sie schüttelte langsam den Kopf, dann noch einmal heftiger. »Ich habe dir vertraut. Du warst der Einzige, dem ich vertrauen konnte. Wie konnte ich so dumm sein, mich in dich zu verlieben?« Ihre Wut ließ den Lärm Ohren betäubend anschwellen. Über ihren Köpfen zersplitterte eine hohe Straßenlampe. Ein Funkenregen ging auf sie nieder, Hunter riss sie zur Seite und drückte sie an sich, obwohl sie weinte und sich wehrte, und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, zwang sie, ihn anzusehen und in seinen Augen etwas anderes zu lesen, was er ihr bislang verschwiegen hatte. »Ich liebe dich auch, Corinne.« »Nein«, flüsterte sie. »Das glaube ich dir nicht.« Er fing ihr Kinn und hob ihr Gesicht an und küsste sie dann trotz ihres Protestes auf ihre geöffneten Lippen. »Ich liebe dich. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass du die einzige Frau bist, die ich lieben will. Ich will, dass du glücklich bist. Das bedeutet mir alles.« »Dann kannst du mich nicht einfach ausschließen, wenn es eine Chance gibt, dass mein Kind nur ein paar Stunden von hier entfernt ist.« Hunter runzelte die Stirn. Er wusste, dass er diese Schlacht verlor. »Vielleicht war es die erste, bei der er jemals kapituliert hatte.« So sanft er konnte, erinnerte er sie. »Mairas Visionen treffen immer ein. Wenn du mitkommst und wir deinen Sohn wirklich finden, wirst du mir vergeben können.« »Wenn du mich wirklich so liebst wie ich dich, dann haben wir zusammen die Kraft, die Vision zu ändern.« Sie beruhigte sich allmählich und damit legte sich auch ihre Gabe wieder, und der Verkehrslärm der vielbefahrenen Autobahn wurde wieder zu bloßem Hintergrundgeräusch. Hinter ihnen auf dem Standstreifen wartete der Kastenwagen, der Motor im Leerlauf. Zögerlich streckte sie die Hand nach ihm aus und legte ihm die Hand auf die Brust, mitten auf sein hämmerndes Herz. »Vielleicht kann unsere Liebe verhindern, dass sich die Vision erfüllt.« »Vielleicht«, sagte er und wünschte sich, es glauben zu können. Was er allerdings glaubte, war die Tatsache, dass sie ihn auf jeden Fall hassen würde, wenn er sie jetzt wegschickte, egal, was er am anderen Ende des GPS-Signals in Georgia fand. Sie jetzt wegzuschicken, würde bedeuten, ihr die Hoffnung zu rauben und ihr Vertrauen ein weiteres Mal zu verraten. Hunter nahm ihre Hand in seine. Zusammen ging sie zum Kastenwagen zurück, um sich gemeinsam dem zu stellen, was sie schon bald am Ende ihrer Fahrt erwartete. Am Ende ihrer Fahrt erwartete. Die Weihnachtsfeier des Senators war seit zweieinhalb Stunden in vollem Gang und Chase wurde allmählich langweilig. Von seinem Späherposten auf der dunklen Galerie im ersten Stock beobachtete er die vielen Menschen, die sich unter ihm im großen Ballsaal amüsierten. Elegant gekleidete Menschen schlenderten in Grüppchen umher, lachten und tauschten Luftküsse und Belanglosigkeiten aus, während sie ihre Drinks und Häppchen balancierten. Im Hintergrund spielte das zwölfköpfige Salonorchester abwechselnd populäre Weihnachtslieder und klassische Stücke. Wieder fiel Chase die Schönheit im burgunderroten Abendkleid auf, die am Rand des Ballsaales die Menge umkreiste wie eine Glucke ihre Küken. Miss Fairchild suchte sich demonstrativ die hoffnungslosesten Mauerblümchen aus, lächelte ihnen zu und unterhielt sich einige Minuten mit ihnen, dem Anschein nach ehrlich interessiert. Dann stellte sie ihre linkischen Schützlinge anderen Leuten vor, nahm sie zu größeren Gruppen mit und blieb bei ihnen stehen, bis sie sich am Gespräch beteiligten. Erst dann nahm sie sich den Nächsten vor. Wegen ihres professionellen Auftretens hatte er angenommen, dass sie für Senator Clarence arbeitete, aber als er die attraktive junge Frau jetzt ansah, ertappte sich Chase bei der Frage, ob ihr Job bei dem unverheirateten Politiker ihr auch andere Pflichten als Eventmanagement und Gästebetreuung abverlangte. Vielleicht waren das hochgeschlossene Kleid und die brüske Mine ja nur Fassade? Momentan wirkte sie jedenfalls gar nicht so kühl. Vielleicht war sie so höllenscharf wie ihr hautenges Abendkleid. Ja, und er war anscheinend gerade dabei durchzudrehen, hier oben rumzuhocken wie quasi Mode im Glockenturm, wo er doch in der Stadt weiß Gott Interessanteres zu tun hatte. Das nagende Hungergefühl in seinem Magen gab ihm recht. Chase starrte ungeduldig hinunter und entdeckte den Sonnyboy von Senator, der bei seinen Gästen die Runde machte. Der Typ war aalglatt, ein absoluter Profi, wie er Hände schüttelte, alte Damen auf die runzligen Wangen küsste und für Fotos posierte. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, dass sein Charme und seine gesellschaftlichen Umgangsformen ihn schon bald in ein höheres Amt katapultieren würden. Zweifellos war das auch Dragos aufgefallen. Chase schauderte beim Gedanken, was es bedeuten würde, wenn der große Gegenspieler des Ordens jetzt begann, Regierungsbeamte der Menschen ins Visier zu nehmen. Unter der Galerie entstand plötzlich hektische Unruhe. Zwei Geheimdienst Agenten betraten das Haus durch den Haupteingang und das opulente Foyer, drei weitere öffneten die Flügeltüren aus dunklem Kirschbaumholz und hielten sie dem VIP-Gast der Party auf. Zwei weitere bildeten die Nachhut. Chase hatte bereits erraten, wer der Neuankömmling sein würde, aber trotzdem beschleunigte sich sein Puls mit einer düsteren Vorahnung, als sich Senator Clarence in Positur warf, um den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu begrüßen. Applaus brandete auf, als sich die beiden Männer grinsend umarmten und dann begannen, die obligatorische Begrüßungsrunde durch die begeisterte Menge zu absolvieren. Chase bemerkte, dass er im ersten Stock Gesellschaft bekam. Jetzt, wo der zweite Mann des Landes sich im Gebäude auffielt, wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Der bewaffnete Agent nahm seinen Posten am anderen Ende der Galerie ein und machte eine Statusmeldung in das Mikrofon am Revier seines schwarzen Anzugs. Chase zog sich vom Balkongelände zurück und verschmolz mit den Schatten der Halle. Als er sich zentimeterweise zurückzog, dachte er, er hätte kurz ein Gesicht in der Menge gesehen, das er nur allzu gut kannte. Ein Gesicht, das so ganz und gar nicht in eine Versammlung von Menschen passte. Der Geheimdienst Agent war am anderen Ende der Galerie postiert, so dass jeder ihn sehen konnte. Er nahm seine Umgebung in sich auf und beobachtete mit schmalen Augen die Menge nach ungewöhnlichen Vorkommnissen. Aber im Gegensatz zu Chase spürte er die Gefahr nicht. Er konnte nicht wissen, dass einer der zahlreichen Partygäste überhaupt kein Mensch war. Chase rief die Schatten herbei und sammelte sie um sich. Dann kroch er auf das Geländer zu, um einen weiteren Blick zu erhaschen. Gottverdammte als er das schlimmstmögliche Szenario bestätigt fand. Das da unten war wirklich Dragos. Wie eine Biene in einem summenden Bienenstock machte der Vizepräsident mit dem Senator seine Runde durch die aufgeregte Menge und schon viel zu bald blieben sie vor Dragos stehen. Die drei unterhielten sich einen Augenblick und schüttelten einander lächelnd die Hände und dann gingen sie durch den übervollen Ballsaal auf eine Tür zu offenbar die VIP Lounge für Gespräche im kleinen Kreis Scheiße oh nein 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 Chase wusste er konnte nicht zulassen dass Dragos mit diesen mächtigen Männern den Raum verließ unschlüssig stand er da mühte sich damit ab seine Gabe aufrecht zu erhalten und ließ Dragos nicht aus den Augen alle seine Stammessinnen drängten ihn über den Balkon zu springen und anzugreifen den Bastard kaltblütig zu töten bevor der überhaupt wusste wie ihm geschah aber wenn er das tat exponierte er sich öffentlich wenn es hier nur um ihn allein ginge wäre ihm das auch egal aber die Konsequenzen sich als Stammesvampir zu zeigen waren unwiderruflich und viel zu weitreichend vielleicht konnte er ein Ablenkungsmanöver veranstalten irgendwie vorübergehend Panik erzeugen damit die nachden fort von dem Komplott das Dragos der grinsend neben ihm stand gerade ausbrütete während Chase angestrengt hin und her überlegte was er tun sollte spürte er wie er die Kontrolle über seine Gabe verlor die Schatten lösten sich auf rannen ihm wie Nebel durch die Finger und er stand ohne Deckung da im selben Augenblick sah es Pferd Schalt auf und entdeckte ihn Sie winkte einen der Männer in Schwarz zu sich heran und zeigte auf Chase auf dem Balkon Der Agent sprach in sein Headset und sofort strömten aus allen Richtungen Agenten in den Raum Verdammte Scheiße und inzwischen war Dragos mit dem Senator und dem Vizepräsidenten schon fast außer Sicht weiter Mit übernatürlicher Geschwindigkeit raste Chase zu dem Geheimdienst Agenten am anderen Ende des Balkons hinüber Zeitenholster gezogen Chase feuerte einmal in die Luft Gipsstaub regnete herunter als die Kugel in der gewölbten Stuckdecke einschlug und unten im Ballsaal brach das Chaos aus Die Leute liefen schreiend auseinander Jeder rannte in Deckung Jeder außer Miss Fairchild Sie stand völlig regungslos mitten in all dem Wahnsinn und sah ihn an ihre hellgrünen Augen auf ihn gerichtet wie Laserstrahlen Chase wandte seiner Aufmerksamkeit Dragos zu erwiderte seinen wütenden Blick mit gleichem Hass und feuerte die Pistole des Agenten ab bevor Dragos ausweichen konnte Volltreffer Die Security erwiderte das Feuer Chase stand mitten in einem Kugelhagel der aus allen Richtungen um ihn explodierte Unten im Ballsaal brach Dragos blutend zusammen Tod oder sterbend wie Chase inständig hoffte aber sicher war er nicht Er rannte zum nächsten Fenster und sprang mit einem gewaltigen Satz hindurch Als er hinaus in die Dunkelheit flog spürte er einen jähen Schmerz in Oberschenkel und Schulter Er ignorierte ihn und ließ sich auf den schneebedeckten Rasen fallen Durchs Haus und über das Grundstück ertönte das dröhnen von rennenden Stiefeln und Waffengeklirr Die ganze Truppe entschlossen Dragos kochte vor Wut Da lag er nun in Senator Bobby Clarence Ballsaal auf dem Boden und blutete aus einer Schusswunde im Unterbauch Es war schon Minuten her dass der Schuss ihn niedergestreckt hatte und immer noch erfüllten Schreie und Chaos die Luft Verängstigte Partygäste liefen wie kleine Vögel auseinander während ein Groß Aufgebot des Geheimdienstes herbeige eilt war um den Senator und den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten aus dem Raum in Sicherheit zu bringen Verdammter Orden Wie hatten sie ihn gefunden Was konnte sie nur darauf gebracht haben ausgerechnet hier nach ihm zu suchen Dragos presste die Hände auf den Bauch während die allgemeine Hysterie um ihn herum immer weiter anschwoll Obwohl er schwer verletzt war zweifelte er nicht daran dass er überleben würde die Kugel war aus seinem Körper ausgetreten und die Blutung ließ bereits nach seine Stammes Gene arbeiteten bereits daran den Schaden an seiner Haut und seinen Organen zu beheben Zwei Männer in schwarzen Anzügen und mehrere Polizeibeamte drängten sich durch die fliehende Menge in seine Richtung einer der Geheimdienst Leute sprach leise und eindringlich in sein Headset der andere kniete sich neben Dragos gefolgt von ein paar nervös wirkenden Polizisten in Uniform Dragos versuchte sich aufzusetzen aber der Geheimdienst Agent machte ihm mit der Hand ein Zeichen liegen zu bleiben so versuchen sie bitte ruhig zu bleiben in Ordnung wir haben hier alles unter Kontrolle der Notarzt ist schon unterwegs und wird in ein paar Minuten bei ihnen sein er vergewisserte sich nicht dass seine Befehl Folge geleistet wurde sondern ging einfach zu seinem Begleiter zurück und überließ es den beiden Polizeibeamten bei dem Verletzten zu bleiben Einige versprengte Partygäste eilten auf ihrem Weg zum Ausgang des Ballsaals an ihnen vorbei und schlugen beim Anblick der riesigen Blutlacher entsetzt die Hände vor den Mund Dragos stieß einen grunzlaut aus er verachtete all diese panischen Menschen fast so sehr wie den Bastard vom Orden dem es gelungen war die Arbeit von Monaten mit einem einzigen Schuss zunichte zu machen er fühlte mehr Stolz als Schmerz weshalb er seinen Mund zu einem schmalen Strich zusammen presste mehr Wut als Angst weshalb er die Zähne so fest zusammen bis dass ihm fast die Backenzähne zersprangen seine Fänge pulsierten schossen schon aus seinem Zahnfleisch und füllten seinen Mund aus seine übernatürlich scharfen Augen wurden jetzt noch schärfer und füllten sich mit einem bernstein farbenen Lichtschein er musste hier raus und zwar sofort Bevor seine Wut ihn in aller Öffentlichkeit als das verriet was er wirklich war Dragos sah zu einem der Polizisten herüber die sich um ihn kümmern sollten dem Jüngeren der beiden der ihm gehörte der Lakaik kauerte neben Dragos und erwartete seinen Befehl wie ein eifriger Jagdhund sag meinem Fahrer er soll den Wagen am Hinterausgang vorfahren murmelte er seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern der Lakaik beugte sich über ihn und nahm jedes Wort in sich auf und tu etwas um diesen verdammten Ballsaal zu räumen wir sind mit so viele neugierige Augen ja Meister der Lakaik stand auf als er sich umdrehte wäre er fast mit Tavia Fairchild zusammengeprallt sie stand reglos da und ihr intelligenter Blick wanderte von dem Kopf der sie fast umgeworfen hätte hinunter zu Dragos der mit gebanntem aber wachsamem Interesse zu ihr aufsah sie konnte nur einen Augenblick lang dagewesen sein aber das hatte genügt sie hatte mit angehört was der Lakaik zu Dragos gesagt hatte an ihrem leicht leicht zur seite gelegten Kopf und den schmalen Augen sah er dass sie versuchte Informationen zu verarbeiten die nicht einmal ihr scharfer Verstand erfassen konnte entschuldigen sie bitte ma'am murmelte der lakai und trat ihr mit einem unbeholfenen nicken aus dem weg er sah zu Dragos zurück und räusperte sich ja meistens kommt der notarzt gleich Dragos nickte und ließ Tavia Fairchild nicht aus den Augen als er sich mühsam auf dem Boden aufsetzte wie der lakai seinen versprecher korrigiert hatte schien die hübsche assistentin des senators zufriedenzustellen als der polizeibeamte davonging und sie sich wieder Dragos zuwandte wich ihr verwirrter ausdruck besorgnis der notarzt ist schon auf dem weg ihre stimme verhalte sie sah elend aus ihr wich die farbe aus den wangen als sie sich ihm näherte und mit offenem mund auf all das blut starrte das sein weißes seidenes smoking hemd durchweichte und auf dem boden des ball saals eine lache bildete sie schlang sich die arme um den körper und schien etwas wackelig auf den beinen sie sah ihm in die Augen wenn auch nur um dem anblick seiner wunde auszuweichen und schüttelte leicht den kopf tut mir leid mir ist etwas schwindelig ich kann kein blut sehen wissen sie ich habe den ruf dass ich schon beim anblick eines aufgeschlagenen knies in unmacht falle dragos gestattete sich ein kleines lächeln sie können kaum erwarten in jeder hinsicht perfekt zu sein miss fairchild sie runzelte die stirn ihre übelkeit war ihr sichtlich peinlich wenigstens schien sie darüber den dummen versprecher seines lakais vergessen zu haben dann reckte sie die schultern und war wieder ganz die professionelle assistentin ich komme gerade von senator clarence und dem vizepräsidenten mr masters beide sind unverletzt und in der obhut des geheimdienstes aber sie machen sich natürlich große Sorgen um ihren zustand kein grund zur besorgnis versicherte ihr dragos diese wunde dürfte schlimmer aussehen als sie wirklich ist um es ihr zu demonstrieren machte er anstalten aufzustehen oh das sollten sie besser nicht sie eilte zu ihm um ihm zu helfen aber sie war viel wackeliger auf den beinen als er und wurde wieder blass das wird schon wieder sagte dragos zu ihr eben kam sein lakai der polizist in den ball zurück zog tavia sanft aus dem weg und übernahm ihren platz an seiner seite er informierte dragos dass sein wagen hinter dem haus bereit stand wie gewünscht sollten sie nicht besser auf den notarzt warten fragte sie ungläubig sie wurden angeschossen mr masters sie haben schrecklich viel blut verloren er schüttelte milde den kopf während sein lakai ihm half ein paar schritte zu gehen da braucht es schon mehr um mich außer gefecht zu setzen das können sie mir glauben sie wirkte alles andere als überzeugt sie gehören in die notaufnahme mein persönliches ärzteteam ist am besten in der lage sich um mich zu kümmern antwortete er ungerührt als sein lakai und ein anderer beamter der herüber gekommen war um mit hand anzulegen ihn hinaus führten außerdem gibt es gerade wichtigere dinge um die sie sich kümmern müssen miss fair child er zeigte auf die offene vordertür des hauses der hof draußen füllte sich rapide mit fernsehübertragungswagen und hellen scheinwerfern taffia fair child strich ihr burgunder rotes ballkleid glatt und hob den kopf wappnete sich sichtlich gegen den ansturm von reportern die sich bereits ins haus drängten aus der ferne näherte sich die heulende sirene des notarztwagens als man ihn weg führte hörte dragos noch wie die junge frau einen deftigen fluch flüsterte aber als er zu ihr zurücksah marschierte taffia fair child hinaus um sich den aas geiern zu stellen wie die ruhe in person ist es wahr dass der attentäter sich im haus des senators versteckt hatte rief ihr jemand entgegen wo sind der vizepräsident und der senator jetzt fragte ein anderer reporter und immer mehr panische fragen kamen eine nach der anderen war der schuss ein attentatsversuch auf senator clarence oder besteht anlass zur vermutung dass der vizepräsident das eigentliche opfer sein sollte kann es sich um einen terror anschlag handeln hat irgendjemand den schützen gesehen ist es wahr dass der angriff von einem einzigen mann verübt wurde wissen polizei und geheimdienst wer dahinter steckt und aus welchen gründen dragos lächelte in sich hinein als er aus der hintertür des hauses trat vielleicht kam ihm das unerwartete chaos dieser nacht doch noch gelegen vielleicht war dieses panische medieninteresse ja genau das was er brauchte um den orden ein für allemal auszuschalten die kugel die ihn heute nacht getroffen hatte war ein schuss vor den bug gewesen und er würde sich verdammt noch mal dafür rächen dragos stieg in seine wartende limousine und zog sein blutverschmiertes Handy aus der Brusttasche seine smoking jacketts jetzt brauchte er nicht mehr auf einen günstigen moment zu warten um dem orden den entscheidenden schlag zu versetzen ihn ein für allemal auszuschalten wenn es nach ihm ging jetzt war dieser augenblick da solange sein anruf zu einem festnetztelefon im ländlichen main klingelte beobachtete dragos durch die dunkel getönten fenster seiner limousine wie tevia fährt schalt unter den scheinwerfern von einem dutzend fernsehkameras stand und sich ruhig an die aufgebrachte menge wandte während sie ihnen versicherte dass alles unter kontrolle war gab dragos einer mission grünes licht die die ganze stadt schon bald in totale hysterie versetzen sollte in totale hysterie versetzen sollte es war schon nach vier am morgen als sie an dem ort im ländlichen westen von georgia ankam zu dem gedeon sie gelotst hatte corinne war erschöpft von der langen fahrt und dem heftigen streit mit hunter vor einigen stunden aber vor allem war es der gedanke tatsächlich angekommen zu sein dass sie jetzt nur noch wenige hundert Meter von der alten block hütte am flussufer wenn sie vorher nervös gewesen war den augenblick kaum hatte erwarten können endlich ihren sohn zu sehen und ihm das Leben zu geben das sie sich so verzweifelt für ihn wünschte hatte sie jetzt angst davor myras vision hatte alles geändert hunters rolle in dieser vision hatte sie dazu gebracht alles anzuzweifeln dessen sie sich bisher so sicher gewesen war alles außer das hunter sie liebte das war das einzige was ihr jetzt halt gab als sie den motor des kastenwagens abstellte sie in der dunklen fahrerkabine saßen und durch einen waldgürtel von zwei hektar die schwach erleuchtete hütte beobachteten du schwörst dass du sofort zurück kommst fragte sie ihn er hatte sie zu diesem ort mit genommen aber ihr ausdrücklich verboten ihn ins Haus zu begleiten bitte sei vorsichtig er nickte und steckte zwei klingen das oberschenkelholster das er über seiner schwarzen drillichhose trug das langärmlige hemd das sie noch bei amelie für ihn gewaschen und getrocknet hatte vervollständigte seine rückverwandlung zum krieger der sie vor noch gar nicht so langer Zeit von boston nach detroit gebracht hatte aber jetzt war hunter alles andere als stoisch oder undurchdringlich seine goldenen augen streichelten sie zärtlich er zog sie mit seiner starken hand an sich und küsste sie ich liebe dich sagte er wild ich will nicht dass du dir sorgen machst sie nickte ich liebe dich auch bleib im laster mach dich unsichtbar bis ich wieder komme wieder küsste er sie dieses mal heftiger es wird nicht lange dauern er ließ ihr keine zeit eine diskussion anzufangen oder ihn hinzuhalten sondern schlüpfte aus der fahrerkabine und verschwand in der dunkelheit corinne saß da wartete allein und bereute sofort dass sie sich von ihm hatte überreden lassen im wagen zu bleiben was wenn es probleme gab wenn man ihn entdeckte bevor er feststellen konnte ob Nathan überhaupt in diesem haus lebte wie lange sollte sie noch warten bis in der nächtlichen stille ertönte ein schuss corinne schreckte zusammen der plötzliche hellorangene lichtblitz explodierte ganz nah bei der vorderseite der hütte und das geräusch schallte von den bäumen wieder wie ein donnerschlag oh mein gott hunter bevor sie sich davon abhalten konnte kletterte sie auch schon aus dem kasten wagen und rannte auf die block hütte zu sie hatte keine ahnung was sie erhielt ihr herz in seinen händen und nichts hätte sie jetzt davon abhalten können ihm zu folgen sie roch den scharfen geruch von schießpulver als sie sich der vorderen veranda der hütte näherte dort lag ein toter mann ausgestreckt ein langes rauchendes gewehr über der brust sein gesicht war zu einer erschrockenen grimasse erstarrt man hatte ihm effizient das genick corinne schlich vorsichtig hinein sofort hörte sie kampfgeräusche die von unten kamen aus dem keller sie fand die tür zur treppe die zu der quelle der unruhe hinunter führte und als sie noch überlegte wie idiotisch es wäre da hinunter zu gehen explodierte die bemalte holztür von der wucht wurde sie nach hinten gegen die wand geschleudert als sie nach dem schock die wimpern und katzenartige mandelförmige Lieder die Augen sahen sie aus dem Gesicht eines jungen an eines schlanken muskulösen jungen von etwa einsiebzig sein hübsches gesicht war am kinn immer noch kindlich gerundet aber er war kein junge erkannte sie jetzt trotz der kalten nacht trug er nur graue trainingshosen und ein weißes tanktop sein kopf war kahlrasiert seine haut von dermaglyphen bedeckt und um den hals druck ein schreckliches dickes schwarzes halsband nathan keuchte sie der augenblick zog sich in die länge er legte den kopf schief seine mine war völlig ausdruckslos zeigte keinerlei wiedererkennen doch dieses kurze zögern hielt ihn auf und nun war auch hunter bei ihnen er hatte sich schneller bewegt als corinne wahrnehmen konnte schien sich jetzt hinter nathan praktisch aus dem nichts zu materialisieren die sinne des jungen waren so schnell wie seine reflexe er fuhr zu hunter herum dann streckte er mit derselben übernatürlichen geschwindigkeit wie der erwachsene mann die hand aus und corinne sah dass er aus dem kasten neben dem bauchigen kamin einen langen dünnen schürhaken genommen hatte statt jedoch das eisen als waffe zu benutzen schlug der geräusch lauter zu werden sich auszudehnen sie spürte nathans übersinnliche gabe ihre eigene die ihr kind von ihr geerbt hatte er packte die schallwellen mit seiner willenskraft und ließ sie zu ohren betäubenden lärm anschwellen sie hatte keine zweifel gehabt dass das ihr junge war aber jetzt überkam sie bodenlose erleichterung und unendliche freude das war ihr sohn das war ihr nathans und dieser junge dieser gefährliche junge stammesvampir sammelte seine übernatürlichen kräfte und ließ sie jetzt mit voller kraft auf hunter los versuchte seinen gegner in die knie zu zwingen hunter biss fest die zähne zusammen an hals und wangen traten die sehnen hervor wie kabel als sich der ansturm auf seine trommelfälle immer mehr verstärkte nathans hör auf schrie corinne aber gegen die gabe ihres sohnes kam ihre stimme nicht an sie versuchte sie mit ihrer eigenen gabe zu löschen aber er war zu stark sie konnte ihn nicht zum schweigen bringen und in dem höllen lärm den er geschaffen hatte sprang er hunter an in seinen gnadenlosen augen blänzte die mordlust er schlug mit dem schür haken nach ihm alles was er tat erkannte corinne hunter schlug selbst nicht zu auch wenn er den kleineren gegner mühelos niedergestreckt haben könnte ihn jeden moment getötet haben könnte wenn er es gewollt hätte aber hunter verteidigte sich nur wie ein erfahrener alter löwe der geduldig ein rauflustiges junges abwehrte das spielen wollte corinne wusste das hier war kein spiel es war viel gefährlicher auch hunter wusste es und obwohl der junge weiter auf ihn einschlug tat er nichts um seinem gegner schaden zuzufügen nie hatte corinne ihn mehr geliebt als in diesem augenblick nathan griff ihn weiter an unerbittlich und berechnend genau wie man ihn in seinem training abgerichtet hatte wieder versuchte corinne mit ihrer gabe den lärm zu fassen zu bekommen den er herauf beschworen hatte konzentrierte sich auf ihn und versuchte ihn zu ihrem eigenen werkzeug zu machen sie erhaschte einen blick auf nathan der mit dem langen schürhaken einen treffer auf hunters schulter landete oh gott wenn einer dieser beiden das nicht überlebte würde sie sterben konzentrier dich sie richtete ihre willenskraft auf den lärm formte ihn und zog ihn langsam aus nathans reichweite während seine ganze aufmerksamkeit darauf gerichtet war hunter zu töten corinne zog den lärm in ihre eigene gabe hinein sammelte und formte ihn und dann ließ sie ihn mit voller kraft auf ihren sohn los erbrubt riss sie den kopf hoch und starrte wütend zu ihr herüber hinter der grimmigen entschlossenheit in seinem blick flackerten überraschung und verwirrung auf sie konnte die frage in seinen augen lesen wer bist du aber das war ihm egal er konterte ihre attacke mit einer geballten dosis seiner gabe corinne schrie auf und griff sich an die schläfen ihr schädel drohte zu zerspringen ihre trommelfälle schmerzten und fühlten sich an als wollten sie platzen sie aufbrüllen sah wie sich sein gesicht vor wut verzerrte und dann sah sie wie hunter mit der faust ausholte und sie in nathans richtung schnellen ließ nicht schrie ihr herz nicht nicht schrie sie und erkannte dass der entsetzliche lahm abrupt verstummt war hunter war an ihrer seite bist du verletzt corinne bitte sag was wo ist nathan murmelte sie sie blinzelte zu hunter auf entsetzt was sie wohl in seinem gesicht sehen würde aber dort war nichts als liebevolle besorgnis und alles davon nur auf sie konzentriert ihm fehlt nichts hunter rückte zur seite so dass sie ihren sohn sehen konnte der wie schlafend auf dem Boden lag ich habe ihm einen schlag verpasst aber ist nur bewusstlos das ist alles komm jetzt mit mir ich bring ihn hier raus myra geh nicht zu weit weg mit den hunden bleib da wo nico und ich dich sehen können okay ranny rief myra durch den dunklen garten hinter dem anwesen des ordens ihre stiefel knirschten beim laufen im schnee sie sah zu kellen arker hinüber und verdrehte sein olivgrüner anorak knisterte als er mit den schultern zuckte bist du doch auch sie blieb stehen stemmte ihre hände in den fäustlingen in die hüften und sah stirnrunzeln zu ihm auf falls du's nicht weißt kellen arker ich bin achtein halb seine mundwinkel hoben sich als hätte sie etwas lustiges gesagt es war so ziemlich das erste mal dass sie ihn auch nur ansatzweise hatte lächeln sehen und so lief sie wieder neben ihm her als er jetzt weiter ging auch wenn sie den witz nicht kapiert hatte sie folgten im verschneiten hof der spur der hunde die dem stöckchen nachgerannt waren das kellen ihnen geworfen hatte myra musste sich anstrengen um mit dem schritt zu halten und kam sich ein wenig so vor wie der kleine terrier harvard der großen wolfshinden luna nachrannte mit ihren kurzen beinen hatte sie es schwer mit kellens langen schritt mitzuhalten aber wo er einen schritt machte machte sie eben zwei entschlossen sich nicht abhängen zu lassen wie alt bist du eigentlich fragte sie ihn und ihr atem kam in kleinen wölkchen heraus wieder sein typisches schulterzucken vierzehn ach myra rechnete im kopf ihren altersunterschied da bist du schon ganz schön alt was nicht alt genug sagte er und von ihrem blickwinkel aus wirkte sein gesicht sehr ernst heute habe ich lucan gefragt ob ich dem orden beitreten kann er hat mir gesagt ich muss warten bis ich mindestens zwanzig bin bevor ich auch nur daran denken darf ihn noch mal zu fragen myra starrte ihn mit offenem mund an du willst ein krieger werden er presste die lippen zusammen seine augen wurden schmal und sahen in die ferne ich will meine familie rächen ich muss meine ehre zurückgewinnen die dragos mir gestohlen hat er stieß ein freudloses lachen aus lucan und mein großvater sagen das sind nicht die richtigen gründe um in den krieg zu ziehen wenn das keine sind dann weiß ich auch nicht weiter myra musterte kellens gesicht das herz tat ihr weh von der traurigkeit die sie in ihm spürte in den wenigen tagen seit seiner ankunft im hauptquartier hatte kellen ihr nicht viel von seiner familie erzählt und wie sehr er sie vermisste ein paar mal hatte sie ihn allein in seinem quartier weinen sehen aber das wusste er nicht er wusste auch nicht dass sie es zu ihrer mission gemacht hatte sich mit ihm anzufreunden ob es ihm passte oder nicht jeden abend sprach sie ein kleines gebet für ihn dieses ritual hatte sie schon begonnen sobald sie gehört hatte dass der junge aus seinem dunklen hafen entführt worden war und auch nach seiner rettung hatte sie weiter für ihn gebetet denn sie hatte den eindruck dass er diese extra hilfe brauchte um wieder gesund zu werden inzwischen war es für sie zur gewohnheit geworden und sie würde erst damit aufhören wenn sie kellen ansah und sein kummer wieder ein wenig aus seinen augen verschwunden war hey sagte sie und lief mühsam neben ihm her tiefer in den garten den hunden nach vielleicht frage ich luken auch ob ich irgendwann dem orden beitreten kann kellen warf ihr tatsächlich einen überraschten blick zu und lachte laut heraus er hatte ein nettes lachen erkannte sie das erste mal dass sie es hörte er hatte auch grübchen eines in jeder schmalen wange und die kamen jetzt zum vorschein als er kicherte und den kopf schüttelte du kannst dem orden nicht beitreten warum nicht fragte sie verletzt weil du ein mädchen bist renata ist doch auch eins bemerkte sie renata ist anders antwortete er ich habe gesehen was ihr alles mit ihren klingen anstellen kann sie ist schnell und absolut treffsicher sie ist echt knallhart ich bin auch knallhart sagte myra und wünschte sich ihre stimme würde nicht so verletzt klingen pass mal auf ich zeig's dir sie verließ den weg um sich etwas zu suchen das sich werfen ließ einen ast oder einen stein irgendetwas das sich einsetzen ließ um kellen mit ihren fähigkeiten zu beeindrucken myra lief durch die abgedeckten blumenbeete und die mit jutesäcken verhüllten büsche in das labyrinth von statuen und immergrünen hecken das sich über den langen hinterhof des anwesens erstreckte moment rief sie ihm aus dem schutz der garten zu ich bin gleich wieder da zuerst war sie nicht sicher was sie da vor sich sah auf dem mondhellen boden lag am schatten der kiefern und büsche eine riesige dunkle gestalt und luna und havert liefen unruhig um sie herum und schnüffelten an ihr der kleine terrier winselte als myra langsam näher kam kommt her befahl sie den hunden und wartete bis beide zu ihr herübergekommen waren das herz schlug ihr bis zum hals irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht sie sah hinunter auf die hunde die nervös um ihre beine strichen ihre pfoten hinterließen dunkle flecken im schnee blut myra schrie blut myra schrie hunter trug den nachwuchskiller zum kastenwagen hinüber und lud seinen reglosen körper auf der ladefläche ab corinne war an seiner seite und hielt die hand ihres sohnes tränen strömten ihr die wangen hinunter was für starke hände er hat murmelte sie mein gott ich kann kaum glauben dass er es wirklich ist hunter schwieg um ihr nicht den augenblick zu verdarben aber er wusste sehr gut dass der junge noch lange nicht in sicherheit war allein schon ihn aus diesem haus zu holen war ein risiko das uv halsband war vermutlich so programmiert dass er sich ohne dragos erlaubnis nur einen gewissen radius von seiner zelle entfernen konnte und mit dem toten lakai auf der vorderen veranda hatte sich das risiko dass das halsband detonierte verdoppelt als spürte der junge die brisanz seiner lage kam er jetzt langsam wieder zu sich er begann sich zu wehren und riss die augen weit auf corinne holte hastig atem durch ihre blutsverbindung spürte hunter ihre anspannung und sorge und sein eigener puls beschleunigte sich hunter hielt den jungen am halsband fest die finger um das dicke schwarze polymer geschlossen und schüttelte warnend den kopf beweg dich nicht du kannst nicht weglaufen nathan hab keine angst versuchte corinne ihn zu beruhigen ihre stimme sanft und liebevoll wir wollen dir nichts tun der junge sah hastig zwischen den beiden hin und her hunter vermutete dass in erster linie das halsband den nachwuchskiller davon abhielt die flucht zu riskieren und weniger corinnes mitgefühl nathans nasenflügel bebten als er unter hunters griff keuchte sein gesicht war so misstrauisch wie das eines wildtieres in der falle wenn der junge eine chance haben will hier lebend wegzukommen müssen wir das halsband loswerden sagte er zu corinne dragos weiß vielleicht schon dass sein betreuer tot ist er könnte auf dem ganzen grundstück sensoren und sender installiert haben aber wie können wir ihm das halsband abnehmen fragte sie und sah ihn erschrocken an ich weiß doch was passiert wenn man es beschädigt wir können doch nicht das risiko eingehen dass es als sie den satz nicht beenden konnte sagte hunter sanft zu ihr müssen etwas ausprobieren wenn wir es nicht tun könnte es mir in den nächsten sekunden in den händen detonieren da wandte sie den blick von hunter ab und sah wieder hinunter auf ihren sohn er folgte jedem wort das sie sagten und nahm stumm seine umgebung in sich auf kalkulierte seine möglichkeiten und chancen zur flucht genau wie hunter es tun würde wenn zwei fremde ihn eingefangen hätten wir sind hier weil wir dir helfen wollen sagte corinne zu ihm ihr lächeln war traurig aber voller hoffnung du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an mich aber du bist mein sohn ich habe dich nathan genannt das bedeutet gottes geschenk das bist du für mich gewesen vom augenblick an als ich dich zum ersten mal gesehen habe er starrte sie lange an blinzelte schnell musterte ihr gesicht dann begann er wieder zu kämpfen er drehte und wand sich vorsichtig um auszutesten wie fest hunter das halsband gepackt hielt ich habe früher auch so eins getragen sagte hunter suchte seinen wilden blick und hielt ihn ich bin ein killer wie du aber ich habe meine freiheit gefunden das kannst du auch aber du musst uns vertrauen jetzt kämpfte der junge wild gegen ihn an und hunter fragte sich ob seine worte ihn so erschreckt hatten dass er von freiheit geredet hatte ein konzept das für dragos zuchtkiller etwas fremdes und gefährliches war noch gefährlicher als ihr tödliches halsband als nathan sich heftig wehrte schlug der dicke schwarze ring aus polymer und hightech heftig auf den boden des kastenwagens auf und eine kleine rote led anzeige begann zu blinken was ist das fragte corinne mit panik in der stimme oh gott hunter wir können das nicht machen du musst ihn loslassen bevor er sich verletzt bitte hunter ich flehe dich an lass ihn los bei diesen worten blitzte plötzlich miras vision vor ihm auf er ignorierte sie und konzentrierte sich ganz auf die anstehende aufgabe wenn wir ihn gehen lassen ist es ein sicherer tod der auslöser ist jetzt aktiviert er kann nicht weglaufen ohne die explosion auszulösen und jetzt wo die led anzeige blinkte rann ihnen die zeit durch die finger er blickte sich hektisch um auf der suche nach einem werkzeug um das halsband abzunehmen auch wenn er nur zu gut wusste dass er die explosion so nur beschleunigen würde da erinnerte er sich an die tieftemperatur lagerbehälter der flüssige stickstoff steh auf sagte er zu nathen ganz vorsichtig aufstehen corinne starrte ihn mit offenem mund an was machst du hunter sag mir was du vor hast ihm blieb keine zeit für erklärungen er ging mit dem jungen zu den tanks hinüber die hand immer noch fest um das tödliche halsband geschlossen hunter bitte tu ihm nichts flehte corinne eine weitere bestätigung dafür dass myras vision nicht abgewendet werden konnte kannst du das nicht verstehen ich liebe ihn er bedeutet mir alles hunter klammerte sich an seine überzeugung dass er das einzig richtige und mögliche tat um ihr kind zu retten mit der freien hand griff er nach dem schlauch der den lagerbehälter mit dem stickstofftank verband und riss ihn los eine weiße dampfwolke quoll daraus hervor auf die knie sagte er zu dem jungen und drückte ihn fest auf den boden zieh dein hemd aus wickle es dir um den kopf wie eine kapuze und klemm es rund um gut unter dem halsband fest hunter rief corinne jetzt weinte sie bitte lass ihn los tu's für mich er spürte ihre angst wie seine eigene aber er konnte jetzt nicht aufhören das ist unsere einzige möglichkeit seine einzige chance corinne nathan gehorchte stumm unsicher als er sich das tanktop wie angewiesen über den kopf gezogen hatte sagte hunter zu ihm leg dich auf den bauch langsam legte sich der junge auf den boden hunter schlang sich das lose ende des baumwollhemdes um die hand dann packte er das halsband fester und mit der anderen den schlauch mit dem flüssigen stickstoff er stieß einen leisen fluch aus dann richtete er den schlauch auf nathans hinterkopf und drückte die wolke von vereisungschemikalien direkt auf das halsband weiße dampfwolken quollen auf selbst durch die mehreren lagen stoff die seine hand schützten brannte seine haut unter der extremen kälte die auf das unzerstörbare gehäuse und die elektronik von dragos grausamer erfindung einströmte unter ihm war corinns sohn ganz still geworden er keuchte heftig und stumm ein verängstigtes kind das sich in diesen womöglich letzten sekunden seines lebens mit aller kraft zusammenriss viel zu bald begann der flüssige stickstoffstrahl auszudünnen und zu versiegen der tank war fast leer hunter hätte das verdammte halsband garne noch länger eingefroren aber er musste es jetzt versuchen und auf das beste hoffen was ist los fragte corinne funktioniert's das werden wir gleich wissen er warf den schlauch fort und griff nach einem der dolche in seinem schenkelholster er zog ihn heraus und drehte den griff herum um ihn wie einen hammer auf das eingefrorene halsband fallen zu lassen corinne packte ihn mit beiden händen am arm warte sie schüttelte den kopf ihr gesicht angstverzerrt tu das nicht bitte du wirst ihn umbringen wahrscheinlich würde er den jungen und sich selbst umbringen wenn er dieses russische roulette verlor und das ding im nächsten augenblick in die luft ging während corinne weinte und ihn vergebens anflehte aufzuhören und die vision sich genau so abspielte wie von myra prophezeit entzog hunter ihr seinen arm dann ließ er seine faust auf das halsband niedersausen es zersprang das tödliche halsband zerbröckelte einfach um nathans umwickelten kopf hunter stand auf und trat von dem jungen zurück und corinne warf die arme um ihn oh mein gott keuchte sie klammerte sich an hunter und lachte und weinte durcheinander oh mein gott ich glaub's einfach nicht hunter es hat wirklich funktioniert nathan lag noch einen augenblick reglos auf dem boden dann streckte er die hand aus und zog sich das tanktop vom kopf er stand auf und drehte sich zu ihnen um seine finger zitterten ein wenig als er die nackte haut an seinem hals betastete da war nichts mehr nur noch ein weißlicher streifen wo die chemikalien ihn verbrannt hatten aber die haut würde schnell wieder heilen das wunder war geschehen er war frei was was habt ihr mit mir gemacht fragte er die ersten worte die er an sie richtete seine stimme war tief noch heiser vom stimmbruch du bist frei sagte hunter zu ihm jetzt kann dich niemand mehr kontrollieren dank der liebe deiner mutter und ihrer entschlossenheit dich zu finden bist du endlich frei und kannst leben wie du willst corinne trat von hunter fort und streckte die hände liebevoll nach ihrem sohn aus ich will dich mit nach hause nehmen nathan wir können jetzt eine familie sein als sie sich ihm näherte warf er ihr einen argwöhnischen blick zu misstrauisch runzelte er die stirn und schüttelte leicht seinen rasierten kopf zuerst noch wachsam dann in die enge getrieben bevor hunter die veränderung in dem jung registrieren konnte war nathan schon in bewegung mit der übernatürlichen geschwindigkeit des stammes hatte er eine der scharfen scharben seines halsbandes aufgehoben und drückte sie corinne an die kehle sie keuchte auf völlig unvorbereitet auf den angriff hunter knurrte seine augen waren auf die zackige improvisierte klinge gerichtet die gegen die halsschlagader seiner stammesgefährtin gepresst war ob dieser junge ihr fleisch und blut war oder nicht er hatte sich eben zum feind erklärt und hunter würde nicht zögern ihn zu töten wenn die situation auch nur um einen deut eskalierte selbst noch als nathan rückwärts mit ihr auf die offene luke des kastenwagens zuging flehte corinne hunter mit den augen an ihn zu verschonen nathan sagte sie und versuchte noch einmal zu ihrem sohn durchzudringen du musst keine angst haben wir wollen deine freunde sein lass uns deine familie sein gib mir die chance die mutter für dich zu sein die ich hätte sein sollen er ging weiter auf die luke zu und sagte nichts der scharfe kunststoff lag immer noch an ihrer arterie nathan sagte corinne bitte lass mich dich liebhaben er stieß sie nach vorne wies alles brutal zurück was sie zu ihm gesagt und für ihn getan hatte dann floh er aus dem kastenwagen in die wälder als bereits das erste licht der morgendämmerung am horizont erschien licht der morgendämmerung am horizont erschien chase hatte nicht damit gerechnet wieder aufzuwachen seine letzte bewusste erinnerung war dass er blind blinks durch die stadt gerast war und viel zu viel blut verloren hatte aus der schweren schussverletzung in seinem rechten oberschenkel und der leichteren an der schulter er war im kampf schon sehr viel schlimmer verletzt gewesen aber damals war er fit und jetzt war sein körper extrem geschwächt seine fast unzerstörbaren stammesgene behindert von der krankheit die ihn jetzt mit einem qualvollen stöhnen wach rüttelte er versuchte sich aufzusetzen kam aber nicht weit man hatte ihn mit metallfesseln an handgelenken und knöcheln an ein krankenhausbett gefesselt ein breiter stahlverstarkter ledergurt zog sich eng um seinen oberkörper er fluchte durch zusammengebissene zähne und rüttelte heftig an seinen fesseln als sich seine augen jetzt langsam auf seine umgebung einstellten sah er im kleinen sichtfenster der tür einen dunklen kopf der aus dem korridor zu ihm hereinspähte es dauerte eine geschlagene minute bis dante endlich zu ihm hereinkam er schloss die tür hinter sich und starrte chase vom anderen raumende aus kopfschüttelnd an ah du bist ja schon ein verdammter vollidiot das weißt du nicht havert chase schnaubte danke für deine besorgnis ich hoffe du bist nicht den ganzen weg hier heruntergekommen nur um mir das zu sagen nein bin ich nicht antwortete dante ungerührt ich hier war nebenan bei tess tess ist in der krankenstation bei der erinnerung dass die stammesgefährtin sich im endstadium ihrer schwangerschaft befand kam sich chase schlagartig wie ein arschloch erster güte vor verdammt mein alter das habe ich nicht gewusst wie konntest du du warst ja nicht da chase stieß einen kurzen seufzer aus und nickte diesen eisigen empfang hatte er was gott verdient schließlich hatte er in letzter zeit so ziemlich alles getan um sich im orden zur unerwünschten person zu machen besonders bei dante und wie geht's ihr alles in ordnung tesse geht's gut dante nickte leicht unter dem baby auch er ließ nebenan mit ihr tess hatte schon entbunden die neuigkeit traf chase wie eine keule er konnte seine überraschung nicht verbergen und konnte auch nicht die schuldgefühle verdrängen die ihn bei der erkenntnis überkam dass er bei dem ereignis gefehlt hatte auf das dante und tess sich monatelang gefreut hatten hölle noch mal er hatte sich doch selbst so verdammt darauf gefreut er hatte sich sogar mehrmals gefragt ob dante ihn als potenziellen taufpaten im sinn hatte eine ehre der chase eigentlich unwürdig war aber die er trotzdem mit stolz und beschämung angenommen hätte damals doch inzwischen war das jahr millionen her und jetzt millionen meilen aus seiner reichweite so fühlte es sich jedenfalls an angesichts der ernsten enttäuschten mine des anderen kriegers der jetzt zum bett herüber kam auf dem chase festgeschnallt war also gratuliere dante dir und tess sagte er wann ist das baby gekommen gestern morgen ein paar minuten vor mittag chase überlegte also am zehnten dezember am siebzehnten antwortete dante und sein blick wurde noch grimmiger scheiße harbert bist du schon totale hinüber ich meine jetzt mal ganz im ernst verarsch mich nicht sieht nicht gut aus gab chase zu seine kehle war ausgedorrt seine stimme kaum mehr als ein heißeres knurren aber ich hab's im griff oder ich hätte es im griff wenn ich nicht wie ein verbrecher an dieses verdammte bett geschnallt wäre er hob die fäuste so weit die stählernen handschellen im spielraum gaben und der war nicht groß keine chance sagte dante nüchtern chase grunzte auf ärztliche anweisung er verlog ins befehl es hat einiges an überzeugungsarbeit gekostet bis er nico und renata überhaupt erlaubt hat dich reinzubringen nachdem myra dich gefunden hat und es hat auch nicht geholfen dass alle regionalen nachrichtensender dein gesicht bringen und du als durchgeknallter terrorist zur fahndung ausgeschrieben bist dante stieß einen fluch aus was er hast du gemacht der presse einen fototermin gegeben bevor du gestern abend den verstand verloren und in der weihnachtsfeier weihnachtsfeier des senators rumgeballert hast wovon redest du sie haben dein gesicht mein alter es gab einen augenzeugen der der polizei und dem verdammten geheimdienst eine fresse bis auf den pickel genau beschrieben hat seither bringen sie das phantombild auf jedem gottverdammten fernsehsender regionalprogramme und kabel scheiße murmelte chase und erinnerte sich daran wie intensiv die attraktive assistentin des senators ihn mit ihren grünen laseraugen angestarrt hatte als sie ihn oben auf der galerie des beilsaals entdeckt hatte das ging nicht anders dante und es ist egal dass man mich gesehen hat dragos war dort er hat versucht an den senator und den vizepräsidenten ranzukommen er hat sie beide im visier dante verstummte und musterte ihnen als wäre er nicht sicher ob er ihm glauben konnte du hast dragos auf der feier des senators gesehen bist du dir sicher und ob verdammt ich habe zugesehen wie der senator ihn mitten in einem ballsaal voller menschen dem vizepräsidenten vorgestellt hat als sie zusammen auf einen separaten raum zu ging habe ich meine chance gesehen und geschossen dante fuhr sich mit der hand durch sein dunkles haar du haste dragos gesehen und uns das nichte gemeldet um diese situation hätte der orden sich kümmern müssen was du zur höhle hast du dir bloß dabei gedachte zum telefonieren war keine zeit sagte chase ich wusste nicht dass dragos dort sein würde und dass ich nur ein paar meter von ihm entfernt sein würde nahe genug um den bastard niederzuschießen ich hatte nur eine ahnung und der bin ich nachgegangen himmel harbert das hier sind keine gute neuigkeiten hörst du mir überhaupt zu schrie chase und unter seiner wut flammte auf sein bluthunger wieder heftiger auf ich sage dir ich habe letzte nacht auf dragos geschossen ich habe gesehen wie die kugel ihn getroffen hat und er zu boden ging scheiße man vielleicht solltest du mir lieber danken statt meine standpauke zu halten weil ich das protokoll nicht eingehalten habe ich sage dir die chancen stehen verdammt gut dass ich den bastard abgeknallt habe dragos ist er nicht tot antwortete dante nüchtern gestern abend wurde niemand erschossen es gab einige verletzungen aber keine davon lebensgefährlich wenn dragos dort war und du ihn niedergeschossen hast wie du sagst dann ist er wieder aufgestanden und abgehauen chase hörte zu und nun begannen ihm vor wut die schläfen zu dröhnen ich muss hier raus ich habe ihn einmal gefunden ich finde ihn auch ein zweites mal und dann werde ich nein harvard du ergiest nirgendwohin für uns steht gerade zu viel auf dem spiel lugen will dass du bis auf weiteres hier bleibst chase konnte ein wütendes fauchen nicht zurückhalten er war fuchsteufelswild dass dragos entkommen war und stinksauer auf lugen dante und alle anderen die dachten dass sie ihn gegen seinen willen hier festhalten konnten man ließ ihn hier nur zu deutlich spüren dass er nicht länger zum orden gehörte also würde er sich auch nicht von ihnen abhalten lassen dragos auf eigene faust zu verfolgen er wollte schließlich genauso wie die anderen krieger dass dragos ausgeschaltet wurde und er hatte noch einen anderen genauso dringenden grund aus seiner gefangenschaft im hauptquartier entlassen zu werden ich muss nahrung zu mir nehmen murmelte er leise die schusswunde in meinem schenkel wird nicht richtig heilen wenn ich nicht bald ein paar frische rote zellen intus kriege ich muss raus auf die jagd dante der krieger sah ihn an mit einem blick wie einem suchscheinwerfer unter dem chase sich nicht verstecken konnte du hast es selbst gesagt dein bein sieht er nicht gut aus du bist dir nicht in der verfassung zu jagen selbst wenn lucen es für unbedenklich halten würde dich wieder auf die menschheit loszulassen und das tut er nicht sein durst schlug seine klauen noch tiefer in ihn schien ihn von innen zu zerreißen ein einziger schweißfilm trat ihm auf die stirn und seine magenkrämpfe wurden immer heftiger könnt ihr denn riskieren mich hier drin zu lassen sagte er seine stimme war ein heiseres fast gespenstisches keuchen was wenn ich hier im hauptquartier auf die jagd gehe wo doch jetzt auch eine normal sterbliche hier wohnt dante wurde ein wenig blass und in seinen augen blitzten helle bernsteinfarbene lichtfunken auf weil ich weiß dass du schmerzen hast will ich mal so tun als hätte ich das nicht gehört und ich tue dir den einmaligen gefallen und sage auch brock nichts davon denn ich kann dir versprechen der bringt dich eigenhändig um wenn du jenna auch nur anschaust normal sterblich oder nicht hölle noch mal mach so weiter und ich spare ihm die mühe und mache es selbst die bauchkrämpfe wurden zu höllenqualen und chase fauchte höhnisch zu dante auf wenn ich ausbrechen wollte könnte ich es das weißt du ja weiß ich dante kam näher er bewegte sich so schnell dass chase träge sinne ihm nicht folgen konnten verblüfft fühlte er wie sich kalter scharfer stahl an seine kehle presste dantes geschwungene dolche bissen ihm ins fleisch einer auf jeder seite seines halses nur um haresbreite davon entfernt seine haut zu verletzen du könntest versuchen auszubrechen harvard aber jetzt hast du zwei gute gründe es nicht zu tun chase schaumte über die drohung aber aus erfahrung wusste er dass er sie ernst nehmen musste schöner freund bist du mein freund ist weg er ist länger fort als ich wahrhaben wollte sagte dante knapp und beherrscht ohne seine übliche prahlerei klang seine stimme tödlich gerade sehe ich hier nur einen blutjunkie vor mir der mir mit glühenden augen und gebleckten fängen vormachen will dass er noch nicht zum raug mutiert der wird diese titanklingen zu fressen kriegen er hielt die geschwungenen dolche fest auf seine kehle gedrückt und ließ nicht einmal von ihm ab als sich chase langsam zurückzog und sich wieder auf das krankenbett zurücksinken ließ die scharfen schneiden folgten ihm gefährlich nah er wagte nicht es darauf ankommen zu lassen obwohl er noch nicht zum rogue mutiert war hatte dante recht chase konnte spüren wie die blutgier ihm zusetzte und es war durchaus möglich dass das titan schon wie gift auf sein blut wirkte wütend starrte er zu dante auf tat aber nichts um ihn weiter heraus zu fordern das ist das schlaueste was du seit langem gemacht hast harbert chase sagte nichts und hielt den atem an bis sich die rasiermesser scharfen dolche von seinem hals lösten und der krieger der bis vor kurzem noch sein engster gefährte gewesen war ihn wieder im raum allein ließ der tag schleppte sich mit quälender langsamkeit dahin corinne spürte jede minute vergehen als schnitte sie ihr ein stückchen aus ihrem herzen nathan war fort nachdem sie jahrelang auf eine chance gehofft hatte ihn wiederzusehen nachdem sie so lange um ein wunder gebetet hatte irgendwie aus ihrer gefangenschaft zu entkommen ihr kind wiederzusehen und mit ihm die familie zu sein die sie sich für ihn erträumte war er fort war ihr einfach durch die finger geschlüpft nicht durch irgendeine prophezeiung sondern aus eigener entscheidung die tatsache dass er lebte und verschwunden war war fast genauso schlimm wie die vorstellung ihn an die vision verloren zu haben die hunter ihr beschrieben hatte nathan war fort und corinne trauerte um ihn sie saß mit hunter hinten im laster wo sie auf den sonnenuntergang warteten hunter war nathan sofort gefolgt nachdem er geflohen war aber seine suche in der gegend war ergebnislos geblieben und die morgendämmerung hatte ihn mit leeren händen zum kastenwagen zurückgetrieben nach einbruch der dunkelheit würde er sich noch einmal auf die suche machen seither waren sie einige kilometer von der blockhütte weggefahren in der nathan eingesperrt gewesen war hunter hatte das risiko von dragos handlangen entdeckt zu werden für zu groß gehalten um noch länger dort zu bleiben corinne hatte ihm widerwillig zugestimmt nun gab es vorerst nichts was sie tun konnten als sich zu fragen wohin ihr sohn geflohen war und zu beten dass seine konditionierung als einer von dragos bedingungslos gehorsamen soldaten ihn nicht dazu brachte zu dem schrecklichen leben zurückzukehren vor dem corinne ihn hatte retten wollen wenn das gleißende sonnenlicht ihn nicht zuerst erledigte wenn du er wärst sagte sie zu hunter wohin würdest du gehen hunter nahm sanft ihre hand und fuhr mit dem daumenballen über ihr muttermahl das sie als stammesgefährtin auswies er ist eine kämpfer natur corinne dazu hat man ihn jahrelang abgerichtet er ist hoch intelligent und ich bin mir sicher dass er seine umgebung hier ganz genau kennt bei meiner suche vorhin habe ich hier in der gegend mehrere höhlen gefunden inzwischen dürfte er in einer davon untergekrochen sein er dachte einen augenblick nach und fügte dann hinzu ohne das halsband das einen bewegungsradius auf die unmittelbare umgebung der hütte beschränkt könnte er inzwischen auch über alle berge sein sie nickte wusste zu schätzen dass hunter so ehrlich zu ihr war und es nicht für nötig hielt sie vor der wahrheit zu beschützen es würde keine geheimnisse mehr zwischen ihnen geben egal wie unbedeutend das hatten sie einander versprochen nachdem hunter ihr letzte nacht auf der fahrt zu der abgelegenen blockhütte in den wäldern von georgia von myras vision erzählt und sie damit fast auseinander gebracht hatte corinne stieß einen zittrigen seufzer aus wenigstens haben wir geschafft das ende der vision zu verändern immerhin wissen wir jetzt dass nicht alles was myras sieht unbedingt eintreffen muss hunter schüttelte den kopf wir haben sie nicht verändert es hat sich alles genau so abgespielt wie ich es in myras augen gesehen habe nur meine interpretation war falsch was meinst du alles was du im kritischen moment gesagt hast war teil davon corinne du hast mich gebeten ihn zu verschonen du hast mich angefleht ihn gehen zu lassen alles was du gesagt hast ist genauso gewesen wie in myras vision er hob ihre hand an den mund und drückte ihr einen zärtlichen kuss auf die finger als ich die hand zum schlag gehoben habe bist du mir in den arm gefallen und hast versucht es zu verhindern und ich habe trotzdem zugeschlagen das musste ich denn es war unsere einzige chance das verstehe ich nicht murmelte sie du hast nathan nicht getötet die vision war falsch nein sagte er mein schlag wäre tödlich gewesen wenn sein halsband nicht deaktiviert gewesen wäre das war es was ich nicht wusste diese einzelheit hat mir die vision nicht gezeigt erst im augenblick als es geschah wurde mir klar dass der schlag den ich deinem sohn versetzt habe ihm das leben retten sollte statt ihn zu töten Gott sei dank flüsterte corinne und kuschelte sich tiefer in seine arme aber nathan ist fort ich habe ihn trotzdem verloren wir finden ihn schon sagte hunter mit einem knurren seine tiefe stimme war leise und tröstlich so stark wie seine arme in denen sie sich so beschützt fühlte das schwöre ich dir corinne egal wie lange es dauert oder wie weit ich gehen muss ich finde ihn schon und ich tue es für dich für dich tue ich alles sie drehte den kopf und sah zu ihm auf bewegt von seinem versprechen ich liebe dich sagte er zu ihr für den rest meines lebens ist meine wichtigste mission dich glücklich zu machen ach hunter seufzte sie vor emotionen war ihr hals wie zugeschnürt ich liebe dich so sehr du hast mich schon glücklicher gemacht als ich es überhaupt für möglich gehalten habe er senkte den kopf und drückte ihr einen kuss auf die stirn und ich habe nie solche gefühle gekannt wie in unserer kurzen zeit zusammen ich will alles erleben was das leben zu bieten hat und zwar mit dir an meiner seite als meine gefährtin wenn du mich haben willst ich will auch keinen tag mehr ohne dich leben gestand sie du bist jetzt ein teil von mir das will ich gerne sein sagte er und küsste sie leidenschaftlich als er sich einen augenblick später zurückzog glühten seine augen bernsteingelb seine fänge glänzten und als er sie jetzt ansah fuhren ihre scharfen spitzen sich noch weiter aus ich kann nicht anders als dich begehren ich will dich wieder schmecken meine gefühle für dich sind so intensiv sagte er heiser so besitzergreifend und gierig ich schaue dich an corinne bishop und kann an nichts anderes mehr denken als dass du mir gehörst das tue ich auch bestätigte sie und streichelte das stolze kinn und die muskulöse wange des mannes den sie für alle ewigkeit an ihrer seite haben wollte ich gehöre nur dir allein hunter für immer mit einem knurren zog er sie an sich und küsste sie wieder dieses mal heftiger ich will dass du zu mir gehörst murmelte er an ihrem mund ich will wissen dass mein blut in dir lebt ein teil von dir ist ja keuchte sie und erbebte beim gedanken sich jetzt und für immer mit ihm zu verbinden ihre blicke ineinander versunken hob er sein handgelenk an den mund und schlug seine langen fänge hinein dann hielt er es ihr hin das kostbarste was er ihr zu geben hatte corinne schloss die lippen um seine geöffnete vene und sog den ersten schluck seines blutes in ihren mund sein blut loderte auf ihrer zunge auf wie ein steppenbrand dickflüssig berauschend und voller kraft war es die essenz von allem was hunter war und jetzt näherte sie diese vitalität reicherte ihre zellen an erfüllte ihre sinne verwob sich mit jeder faser ihres körpers und ihrer seele sie spürte wie die blutsverbindung aktiviert wurde strahlend und herrlich hielt sich an ihr fest und ließ sich von ihr umhüllen schwelgte in der unendlichen freude die sie überströmte als sie weiter von hunter trank sein blut löschte all das schreckliche aus was sie durchgemacht hatte die folter wurde weggespült die entwürdigung von ihr genommen alles zerstreute sich wie staub in alle winde durch die kraft ihrer verbindung die jetzt immer intensiver wurde als sie aus hunters vene trank sah sie wie die augen ihres prachtvollen gefährten leidenschaftlich und besitzergreifend glühten von einer so leidenschaftlichen liebe dass es ihr den atem nahm jetzt brannte sie für ihn ihr eigenes verlangen verstärkt von der berauschenden macht seines blutes sie konnte das warten kaum ertragen als er vorsichtig sein handgelenk zurückzog und die bisswunden mit der zunge versegelte sie zitterte heftig als er sie auszog und seine eigenen kleider folgten im nächsten augenblick er legte sich auf sie und liebte sie zärtlich und hingebungsvoll eine ekstase die so hell brannte wie ihre liebe und auch in diesem augenblick weg der unendlichen hingabe und erfüllung gab es immer noch einen winkel in ihrem herzen der so lange wehtun würde wie ihr sohn fort war aber hunters versprechen ihr zu helfen bis sie ihn gefunden hatten gab ihr zuversicht vielleicht war er für sie noch nicht endgültig verloren noch nicht mit hunters liebe und der blutsverbindung die sie stärker als jeder sturm durchströmte schien ihr alles möglich ein heftiger regen brauste über die gegend als es endlich abend geworden war hunter fuhr in seinen ledern in trench coat er wollte wieder nach draußen aufbrechen und ein letztes mal nach nathan suchen bevor sie nach neu england aufbrechen mussten vor einer kurzen weile hatte er sich beim orden zurück gemeldet und die lage im hauptquartier war kritisch es war hunter überhaupt nicht recht ohne corinns sohn loszufahren aber er konnte auch seine pflichten gegenüber seinen brüdern vom orden nicht ignorieren und was das allerwichtigste war er musste dafür sorgen dass corin irgendwo an einem sicheren ort untergebracht war während er seine pflicht tat statt allein im laderaum eines ungesicherten dann lass das auf ihn zu warten mach dir keine sorgen mir passiert schon nichts sagte sie zu ihm wie mühelos sie ihn inzwischen durchschaute hätte ihn beunruhigen sollen aber das tat es nicht ihn beruhigte vielmehr wie gut sie ihn inzwischen kannte unglaublich wie instinktiv und gefestigt ihre verbindung jetzt war nachdem ihr blut sich vermischt hatte er streichelte ihr schönes tapferes gesicht ich werde nur ein paar stunden fort sein das wird ausreichen um das flussufer und das naturschutzgebiet außenrum abzusuchen danke sagte sie und küsste ihn auf die handfläche was immer passiert ob du ihn heute nacht da draußen findest oder nicht ich will dass du weißt wie dankbar ich dir dafür bin es wenigstens versucht zu haben Nathan ist dein sohn das macht ihn jetzt auch zu meinem sie nickte zittrig und er zog sie an sich als hunter in ihre augen sah die ihn so voller vertrauen anblickten spürte er den tiefen wunsch eine größere familie mit ihr zu haben ihr noch mehr söhne zu geben die sie lieben konnte sobald Nathan in sicherheit war zusammen gingen sie zu den türen des pflasters und hunter öffnete sie draußen im strömenden regen stand Nathan er war klatschnass barfuß und halbnackt trug nur noch die graue trainingshose die er bei seiner flucht getragen hatte Wasser ran von seinem rasierten kopf über die muskulöse dermaglyphenbedeckte brust hinunter seine hände hingen offen herab von seinen fingern tropfte wasser in den schlamm unter seinen füßen corinne wurde sehr still neben hunter als traute sie ihren augen nicht als könnte der junge nur eine illusion sein und würde sich sofort in luft auflösen sobald sie auch nur zu atmen wagte Nathan starrte sie an ich weiß nicht wo ich hin soll doch zu uns antwortete hunter und streckte die hand aus es dauerte lange bis sich der junge bewegte dann nickte er schwach ergriff hunters hand und ließ sich von ihm in den kastenwagen hinauf ziehen neben hunter stieß corinne einen leisen zittrigen seufzer aus ihr puls dröhnte so heftig wie eine trommel ihr herz schlug so heftig dass er ihre aufregung und hoffnung in seinen eigenen adern spüren konnte aber sie hielt sich zurück widerstand mit allen kräften dem impuls in ihrer bodenlosen erleichterung und freude auf ihren geliebten sohn zuzulaufen und ihn in die arme zu schließen stattdessen stand sie reglos da und beobachtete ihn wartete ab dass er von selbst auf sie zukam ist das alles wahr was du gesagt hast fragte er sie sie nickte und ihre augen füllten sich mit tränen alles hunter zog seinen mantel aus und legte ihn dem völlig durchnässten jungen um die schultern nathan sah zu ihm hinüber offenbar immer noch nicht ganz von ihren guten absichten überzeugt wenn ich mit euch gehe wohin bringt ihr mich dann nach hause antwortete hunter dabei sah er corinne an und verstand erst in diesem augenblick wie mächtig nach hause es traf ihn es traf ihn mit der ganzen kraft einer waffe um die zarten schultern klopfte auf den leeren platz neben ihr im riesigen bett laut dem nachtischwecker war es später vormittag aber er war schon seit gestern nonstop auf den beinen es gab zu viele brände für ihn zu löschen zu viele für deren leben er verantwortlich war unter anderem der neugeborene sohn von dante und tess und dann war da noch sterling chase auf einzelarrest in der krankenstation lucan und der rest des ordens waren in heller alarmbereitschaft seit er vor über 24 stunden auf dem grundstück des anwesens aufgetaucht war mit mehreren blutenden schussverletzungen und einem fahndungsbefehl der menschlichen behörden die fernsehsender hatten ihren großen tag mit seinem phantombild seit dem zwischenfall auf der weihnachtsfeier des senators brachte es jede nachrichtensendung regional überregional und auf kabel und außerdem war es permanent auf diversen newsseiten im internet eingestellt lucan fragte sich wie lange es noch dauern würde bis das interesse der menschlichen behörden an chase wieder abflaute es war nicht gut dass der orden einen mann versteckte der von der bosner polizei und sogar den gottverdammten bundesbehörden zur fahndung ausgeschrieben war so wütend er auch auf chase war nicht nur weil dragos ihm auf der feier des senators entwischt war sondern auch weil er sich dabei hatte anschießen und sehen lassen musste er zugeben dass chase einen verdammt guten riecher gehabt hatte trotz seiner persönlichen probleme der letzten zeit war auf chase instinkte verlass gewesen und auch wenn er die ausführung in den sand gesetzt hatte war es ihm mit seiner aktion offenbar gelungen dragos pläne zu verhindern und dass dragos etwas geplant hatte war für lucan keine frage der hinterhältige bastard war definitiv nicht nur wegen smalltalk und lachshäppchen dort gewesen ihm graute beim gedanken was dragos hätte anrichten können wenn man bedachte dass einige der höchsten regierungsbeamten der vereinigten staaten dort gewesen waren lucan lief weiter eine spur in den teppich da ist was großes im gange ich spür's in meinen knochen gabriel da wird schon bald was ganz übles passieren und wenn ich nicht schnell herausfinde was da los ist und die nötigen maßnahmen ergreife fliegt uns die ganze schose bald um die ohren komm her sagte sie stirnrunzelnd schlug die bettdecke zurück und machte ihm platz im bett ihr nackter körper war atemberaubend und trotz des ernstes der lage zu verlockend um zu widerstehen du tust schon was du kannst sagte sie zu ihm als er sich neben sie legte wir finden das raus wir alle zusammen du bist nicht allein lucan er spürte wie er sich bei ihren worten entspannte und seine sorgen etwas in den hintergrund traten einfach nur weil sie bei ihm war dass sie solche macht über ihn hatte erfüllte ihn immer noch mit staunen wie hab ich's bloß geschafft dich zu überreden meine stammesgefährtin zu werden er hatte den kopf auf ihre brust gelegt und ihr leises lachen vibrierte an seinem ohr ich erinnere mich da an einen der sich mit händen und füßen gewehrt hat er hob den kopf und stachte ihr düster in die augen habe ich nicht vielleicht nicht gab sie zu und ihre vollen lippen verzogen sich zu einem belustigten grinsen aber leicht hast du dich nicht geschlagen gegeben das musst du zugeben man sagt von mir ich bin schwer von begriff sagte er die meiste zeit habe ich keine ahnung was gut für mich ist sie hob ihre rötlichen augenbrauen zum glück weiß dafür ich ganz genau was gut für dich ist sie zog ihn hoch und küßte ihn so langsam und leidenschaftlich dass er in seinen drillichosen hart wie granit wurde mit einem lustvollen knurren fasste er sie an ihrem zarten genick und stieß ihr die zunge zwischen die zähne er hatte sie schon unter sich gedrückt als die gegensprechanlage summte es war gideon aus dem technik labor prompt schrillten lukens interne alarmsirenen auf er riss sich von gabriels warmem körper los und drückte den hörer ins ohr was gibt's gideon ihr habt da drüben nicht zufällig die glotze an nein gideons stimme hatte all ihre übliche leichtigkeit verloren in der stadt ist die hölle los luken du kommst besser schleunigst rüber das musst du sehen chase hob den kopf vom kissen seines krankenbettes und strengte sich an um besser auf den fernsehbildschirm in der zimmerecke zu sehen dort lief schon eine ganze weile eine dieser bescheuerten morgensendungen in denen zwei moderatoren nichts sagende news stories des tages durchhechelten dabei an ihren latte macchiato snippten und mit unnatürlich weißen zähnen in die kamera grinsten selbst mit abgestelltem ton hatte die sendung ihn schon genervt aber er hatte die glotze angelassen nur um irgendetwas anderes zu sehen als diese weißen vier wände in denen er eingesperrt war entweder das oder wahnsinnig werden und dem hunger nachgeben der immer noch in ihm tobte der junkie in ihm wollte ums verrecken hier raus aber er wusste wenn er auch nur den schatten einer chance haben wollte seinen endgültigen abstieg in die sucht aufzuhalten musste er zuerst den entzug überstehen und um das zu versuchen konnte er sich keinen besseren ort vorstellen als hier im hauptquartier bei den einzigen freunden die er hatte seinen freunden denen er allen anlass dazu gegeben hatte ihn fallen zu lassen und doch hatten sie ihn wieder bei sich aufgenommen sie hatten ihn gefesselt und in der krankenstation eingesperrt aber zum henker noch mal das war doch genau was er jetzt brauchte als er jetzt zum monitor hinaufspähte wurde ihm flau im magen eben wurde die sendung von einem live bericht unterbrochen und ergriff nach der fernbedienung auf dem beistelltisch neben seinem bett nur um daran erinnert zu werden dass er festgeschnallt war seine fesseln klirrten hielten aber er hätte sie abreißen können aber scheiß drauf er kam auch ohne die verdammte fernbedienung aus chase drehte den ton mit bloßer willenskraft lauter und schaute in hellem entsetzen zu wie live bilder einer riesigen explosion irgendwo in boston den bildschirm ausfüllten kommentiert von der stimme einer reporterin im un gebäude in der innenstadt die polizei trifft eben am schauplatz ein und die news teams von channel five sind unterwegs ersten berichten zufolge handelt es sich um ein bomben attentat es wird von massiven schäden am gebäude berichtet die innenstadt wurde großräumig abgeriegelt heiliger bim bam chase beobachtete wie der kamera des helikopters von channel five der über der gegend kreiste flammen und eine gewaltige rauchwolke entgegenschlugen obwohl dieser unglaubliche sinnloser anschlag anscheinend nur den zweck hatte schrecken zu verbreiten sagte ihm sein bauchgefühl klar und deutlich dass er auf dragos konto ging quellen vor ort berichten von einer verfolgungsjagd von polizei und tatverdächtigen die mutmaßlichen täter dieses terroranschlags wurden von augenzeugen gesehen wie sie sich unmittelbar vor der explosion vom tatort entfernten der helikopter von channel five ist zum schauplatz unterwegs wir melden uns in kürze mit weiteren informationen chase ließ den kopf wieder sinken und murmelte einen deftigen fluch zur decke wenn dragos hinter diesem coup steckte was zur hölle hatte er damit vor chase wollte sich von seinen fesseln losreißen seine zwangspause beenden und ins technik labor hinübergehen wo gerade sicher der ganze orden versammelt war und sich denselben beunruhigenden bericht ansah gedien beobachtete die nachrichten der menschen ständig und ein terroranschlag in der woche vor weihnachten war garantiert auf allen kanälen aber er hatte am langen konferenztisch im technik labor nichts mehr zu suchen seine missionen für den orden waren in der letzten zeit eine einzige pannenserie gewesen und dann hatte er den orden verlassen er konnte sie nicht bitten ihn zurückzunehmen bis er nicht ganz sicher war dass er das gröbste überstanden hatte als er somit seinen selbst vorwürfen beschäftigt war meldete sich auf dem bildschirm wieder die reporterin wir schalten live zum helikopter von channel five am stadtrand verfolgen einsatzfahrzeuge der polizei eben das fahrzeug der mutmaßlichen tatverdächtigen des bombenanschlags auf das ungebäude heute morgen für unsere zuschauer die gerade zuschalten das team von channel five war als erstes vor ort und berichtete von einer riesigen explosion in der innenstadt vor wenigen minuten offenbar einem bomben attentat während sie redete beobachtete chase zuerst verblüfft dann mit wachsendem argwohn und schließlich in hellem entsetzen wie eine flotte von polizeiautos und bussen der spezialeinheiten einen roten pritschenwagen neueren datums aus der innenstadt in einen außenbezirk verfolgten ein stadtviertel mit herrschaftlichen willen auf riesigen baum bestandenen grundstücken sie hielten genau auf das anwesen des ordens zu chase versuchte sich aufzusetzen und spürte wie seine fesseln ihm in handgelenke und knöchel schnitten der stahlverstärkte ledergurt um sein oberkörper ächzte als er sich abmühte um besser auf den bildschirm zu sehen es sah nicht gut aus der pritschenwagen nahm die letzte kurve und raste auf der sonnen hellen straße direkt auf den äußeren einfassungszaun ihres anwesens zu herr im himmel heilige mutter gottes ein funkenregen ging nieder als der pritschenwagen in voller fahrt das elektrische einfahrtstor durchbrach mehrere männer sprangen aus dem wagen und rannten über den verschneiten rasen auf das anwesen zu mit über einem dutzend cops hart auf den fersen dragos hatte sie hergeschickt das wusste er er wusste es so wie er wusste dass es sich hier um einen vergeltungsschlag handelte und nicht nur um einen bizarren zufall das war dragos rache für letzte nacht diese katastrophe hatte er heraufbeschworen auf den orden auf seine freunde mit einem gequälten aufschrei riss sich chase von seinen fesseln los und floh mit seiner ganzen übernatürlichen geschwindigkeit aus der krankenstation lucan stand mit dem gesamten orden im technik labor und sah ungläubig die fernsehnachrichten ihre ungläubigkeit war nichts gewesen im vergleich zu dem kalten grauen dem ersten wirklichen anflug von angst den lucan in sehr langer zeit gespürt hatte als der rote pritschenwagen mit den mutmaßlichen bombenlegern das tor ihres anwesens rammte im technik labor breitete sich schweigen aus draußen war es heller tag sie hatten keine chance zu entkommen jetzt saßen sie in der falle und hatten keine andere wahl als das scharmützel oben im anwesen zu beobachten und zu hoffen dass die polizei wieder abzog ohne auf dem anwesen herumzuschnüffeln oder die eigentümer zu vernehmen und nun ging lucan auf dass genau das die ganze zeit über dragos plan gewesen war darum hatte er das ortungsgerät in kellen ager eingesetzt das war also sein plan den orden zu vernichten er wollte es nicht selbst tun sondern es die menschen machen lassen alle zugänge zum hauptquartier schließen und verriegeln sagte er zu gedeon wenn diese scheiß terroristen oder die bullen so dumm sind und ins haus kommen wollen wir nicht dass sie neugierig werden was darunter liegt wenn es so weit kam hatte der orden keine wahl als sie alle zu töten und das wäre verdammt schwer zu vertuschen besonders da die ganze verdammte verfolgungsjagd live in den medien übertragen wurde alles abriegeln sofort sagte er und schlug mit der faust so heftig auf den tisch dass sich in seiner mitte ein langer riss ausbreitete das war dragos er hat sie hergeschickt direkt zu unserer schwelle zugänge zum hauptquartier abgeregelt murmelte gedeon dann zischte er einen fluch den lucan momentan definitiv nicht hören wollte ach du scheiße das gibt's doch nicht er sah sich hastig zu luken um und zeigte auf einen der überwachungsmonitore der kameras oben im herrenhaus verdammt keuchte nikolai von seinem platz das ist charvat was zur hölle macht er da oben er rettet uns antwortete dante mit völlig ausdrucksloser stimme in fassungslosem schweigen sahen sie zu wie chase ruhig auf die eingangstür des anwesens zuging und sie öffnete draußen auf dem hof wimmelte es von uniformierten polizisten angehörigen der spezialeinheiten und agenten des geheimdienstes als er zum zeichen der kapitulation die hände hob umfloss das helle sonnenlicht seine silhouette wie der strahlenkranz eines racheengels die menschen rannten auf ihn zu um ihn abzufangen etliche sahen sich chase sehr genau an und sprachen hastig in ihre funkgeräte zweifellos erkannte jeder da draußen ihn von dem phantombild das in jeder polizeiwache zwischen boston und der bundeshauptstadt zirkulierte luken sah zu beschämt und dankbar wenn chase sich nicht geopfert hätte hätten diese männer ihr ganzes anwesen auseinander genommen das war zwar immer noch drin aber nun hatte der orden aufschub bekommen statt einer razzia am helllichten tag hatten sie nun die chance ihre sachen zu packen und das hauptquartier beim anbruch der dunkelheit zu verlassen und das hatten sie sterling chase zu verdanken verdammte scheiße murmelte brock neben luken wir können doch nicht zulassen dass die ihn einfach so abführen wir müssen was tun luken schüttelte grimmig den kopf und wünschte sich irgendwie helfen zu können diese möglichkeit hat harbert uns eben aus der hand genommen er ist jetzt ganz auf sich allein gestellt das war lara adrian gejagte der dämmerung midnight breed 9 ins deutsche übertragen von kathrin kremler gelesen von simon jäger